Abschnitt 1 von Alraune Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alka Hest www.janweis.com Alraune von Hans-Heinz Evers Abschnitt 1 Auftakt und erstes Kapitel Auftakt Wie willst du leugnen, liebe Freundin, dass es Wesen gibt? Keine Menschen, keine Tiere. Seltsame Wesen, die aus der verruchten Lust absurder Gedanken entsprangen. Gut, weißt du, meine sanfte Freundin, gut ist das Gesetz, gut ist alle Regel und alle strenge Norm. Gut ist der große Gott, der diese Normen schuf, diese Regeln und Gesetze. Und gut ist der Mensch, der sie wohl achtet, der seine Wege geht in Demut und Geduld und in der treuen Nachfolge seines guten Gottes. Ein anderer aber ist der Fürst, der den Guten hasst. Er zerschlägt die Gesetze und Normen. Er schafft, merkt es wohl, wieder die Natur. Er ist schlecht, ist böse. Und böse ist der Mensch, der so tut wie er. Er ist ein Kind des Satan. Böse ist es, sehr böse, hineinzugreifen in die ewigen Gesetze, mit frecher Hand sie herauszureißen aus ihren ehrenen Fugen. Der Böse mag es wohl tun, weil ihm Satan hilft, der ein gewaltiger Herr ist. Er mag schaffen nach seinem eigenen stolzen Wunsche und Willen. Mag Dinge tun, die alle Regeln zertrümmern, allen Natur umkehren und auf den Kopf stellen. Aber er hüte sich wohl. Es ist Lüge nur und ihres Blendwerk, was immer er schafft. Es ragt auf und wächst in alle Himmel. Aber es stürzt zusammen am letzten Ende und begräbt im Sturze den hochmütigen Narren, der es dachte. Seine Exzellenz Jakob den Brinken, Dr. Med, Ort, Professor und Wirkel, G., Rat, schuf das seltsame Mädchen, schuf es wie der alle Natur. Er schuf es ganz allein, wenn auch der Gedanke einem anderen gehörte. Und dieses Wesen, das sie taufen ließen und Alraune nannten, wuchs heran und lebte wie ein Menschenkind. Was es anfasste, das ward zu Gold. Wo es hinblickte, da lachten die wilden Sinne. Wohin aber sein giftiger Atem traf, schrie alle Sünde. Und aus dem Boden, den seine leichten Füße traten, wuchsen des Todes bleiche Blumen. Einer schlug es tot. Der war es, der es einst dachte. Frank Braun. Der neben dem Leben herlief. Nicht für dich, blondes Schwesterchen, schrieb ich dies Buch. Deine Augen sind blau und sind gut und wissen nichts von den Sünden. Deine Tage sind wie die schweren Trauben blauer Glüzenen, Tropfen hinab zum weichen Teppich. So schreitet mein leichter Fuß weich dahin durch die sonnenglitzernden Laubengänge deiner sanften Tage. Nicht für dich, schrieb ich dies Buch, mein blondes Kind, holdes Schwesterlein meiner traumstillen Tage. Dir aber, schrieb ich es, du wilde, sündige Schwester meiner heißen Nächte. Wenn die Schatten fallen, wenn das grausame Meer die schöne Goldsonne frisst, da zuckt über die Wogen ein rascher giftgrüner Strahl. Das ist das erste schnelle Lachen der Sünde über des bangen Tages Todesfurcht. Und sie reckt sich über die stillen Wasser, hebt sich hoch, brüstet sich in brandigen, gelben und roten, tiefvioletten Farben. Und die Sünde atmet durch die tiefe Nacht, speit ihren Pesthauch weit hinaus über alle Lande. Und du fühlst wohl ihren heißen Hauch, da weitet sich dein Auge, hebt sich frecher die junge Brust, da fliegt ein Zittern über deine Nüstern, spreizen sich weit die fieberfeuchten Hände. Da fallen die bürgerlichen Schleier aller sanften Tage, da gebiert sich die Schlange aus schwarzer Nacht. Da reckt sich, Schwester, deine wilde Seele, aller Schanden froh, voll aller Gifte. Und aus Qualen und Blut und aus Küssen und Lüsten jaucht sie hinauf, schreit sie hinab durch alle Himmel und Höllen. Schwester meiner Sünden, dir schrieb ich dies Buch. Erstes Kapitel Das zeigt, wie das Haus war, in dem der Gedanke Alraune in die Welt sprang. Das weiße Haus, in dem Alraune, ten Brinken, wurde, lange Zeit, ehe sie geboren, ehe sie noch gezeugt ward, dies Haus lag am Rhein. Ein wenig hinaus aus der Stadt, in der großen Villenstraße, die hinausführt vom alten erzbischöflichen Palast, der heute die Universität hält. Dort lag es, und damals bewohnte es der Herr Justizrat Sebastian Gontram. Man schritt, von der Straße her, durch den langen, häßlichen Garten, der nie einen Gärtner sah. Man kam zu dem Hause, von dem der Stuck fiel, suchte nach einer Schelle und fand keine. Man rief und schrie, und es kam niemand. Endlich stieß man die Türe auf und ging hinein, stieg über die schmutzige, nie gewaschene Holztrippe, und irgendeine große Katze sprang durch die Dunkelheit. Oder aber Der große Garten lebte von tausend Affen. Das waren die Gontram-Kinder. Frieda, Philipp, Paulche, Emilche, Josefche und Wölfche. Sie waren überall, starken in den Ästen der Bäume, krochen in tiefen Gruben in der Erde, dann die Hunde, zwei freche Spitze und ein Bastardfox, und dazu der Zwergpinscher des Herrn Rechtsanwalt Mannas, So ein Ding wie eine braune Quittenwurst, kugelrund, kaum größer wie eine Hand. »Zyklop«, hieß er. Und alles lärmte und schrie. Wölfchen, kaum ein Jahr alt, lag im Kinderwagen und brüllte, hoch, hartnäckig, stundenlang. Nur Zyklop konnte diesen Rekord halten, er kläffte, heiser und zerbrochen, unaufhörlich. Rührte sich nicht vom Platze, wie Wölfchen, schrie Noah, heulte Noah. Die Gontram-Buben rasten durch die Büsche, spät am Nachmittag. Frieda, die Älteste, sollte aufpassen, Acht geben, dass die Brüder artig seien. Aber sie dachte, sie sind artig. Und sie saß hinten in der zerfallenen Holunderlaube mit ihrer Freundin, der kleinen Prinzessin Volkonski. Die beiden schwatzten und stritten sich, meinten, dass sie nun bald 14 Jahre alt würden und dann wohl heiraten könnten. Oder wenigstens könnte man einen Liebhaber haben. Aber sie waren fromm, alle beide und beschlossen, noch ein wenig zu warten, 14 Tage noch, bis nach der ersten heiligen Kommunion. Dann bekam man lange Kleider, dann war man erwachsen, dann konnte man einen Liebhaber haben. Sie kamen sich sehr tugendhaft vor bei diesem Entschluss und sie überlegten, dass es gut wäre, sogleich zur Kirche zu gehen, in die Maienandacht. Man musste sich sammeln in diesen Tagen, musste ernst sein und vernünftig. Und dann ist auch vielleicht der Schmitz da, sagte Frieda Gontram. Aber die kleine Prinzess rümpfte das Näschen. Bah, der Schmitz, machte sie. Frieda fasste sie unter dem Arm. Und die Bavaren, die mit den blauen Mützen. Olga Volkonski lachte. »Die? Das sind Blasen. Weißt du, Frieda, feine Studenten gehen überhaupt nicht in die Kirche.« Das war, wo nun war. Feine Studenten taten so etwas nicht. Frieda seufzte. Sie schob rasch den Wagen mit dem schreienden Wölfchen zur Seite und trat nach Zyklop, der sie in den Fuß beißen wollte. »Nein, nein, die Prinzess hatte Recht. Es war nichts mit der Kirche. Lass uns hierbleiben,« entschied sie. Und die Mädchen kehrten zurück zur Holunderlaube. Alle, die Gontram-Kinder, hatten eine unendliche Gier zum Leben. Sie wussten es nicht, aber sie ahnten es, fühlten es so im Blute, dass sie sterben mussten, jung, frisch, mitten im Blühen. Dass sie nur einen kleinen Teil der Spannezeit hatten, die anderen Menschen gegeben war. Und sie nahmen diese Zeit dreifach, lärmten und rasten, fraßen und tranken sich übersatt am Leben. Wölfchen schrie in seinem Wagen, schrie für sich allein so viel wie drei andere Babys. Seine Brüder aber flogen durch den Garten, machten sich zahlreich, taten, als ob ihrer vier Dutzend wären und nicht nur vier. Schmutzig, rotznasig und zerlumpt, immer irgendwo blutend, vom Schnitt in den Finger, vom zerschundenen Knie oder irgendeinem tüchtigen Kratz. Wenn die Sonne sank, schwiegen die Gontram-Buben, kehrten ins Haus zurück, gingen in die Küche, schlangen gewaltige Haufen von Butterbrötchen, dick belegt mit Schinken und Wurst und tranken ihr Wasser, das die große Magd leicht färbte mit rotem Wein. Dann wusch sie die Magd, zog sie aus, steckte sie in die Kübel, nahm schwarze Seife und die harte Bürste, schrubbte sie wie ein paar Stiefel. Aber rein wurden sie doch nicht. Und wieder schrien und hobten die wilden Jungen in ihren hölzernen Kübeln. Dann, todmüde, kochen sie ins Bett, plumpsten hin wie Kartoffelsäcke, rührten sich nicht mehr, stets vergaßen sie sich zuzudecken. Das besorgte die Magd. Meist um diese Stunde kam Rechtsanwalt Manas ins Haus. Er stieg die Treppe hinauf, schlug mit dem Stock an ein paar Türen, bekam keine Antwort und trat endlich ein. Frau Gontram kam ihm entgegen. Sie war groß, fast doppelt so groß wie Hermanners. Der war ein Zwerg nur, kugelrund und glichgenau seinem hässlichen Hund, dem Zyklop. Kurze Stoppeln wuchsen ihm überall aus Wange, Kinnen und Lippen und mitten heraus schaute die Nase, klein und rund, wie ein Radieschen. Wenn er sprach, kläffte er. Es war, als wollte er immer zuschnappen. Guten Abend, Frau Gontram, sagte er. Ist der Herr Kollege noch nicht zu Hause? Guten Abend, Herr Rechtsanwalt, sagte die große Frau. Machen Sie sich bequem, der kleine Manas schrie. Ob der Herr Kollege noch nicht zu Hause ist? Und lassen Sie das Kind hereinholen, man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Was? fragte Frau Gontram. Dann nahm sie die Antiphone aus den Ohren. Ach so, fuhr sie fort. Das Wölf hier. Sie sollen sich doch auch so eine Dinge anschaffe, Herr Rechtsanwalt. Dann höre sie nix. Sie ging zur Tür und schrie, Billa, Billa oder Frieda, hört ihr nicht? Schafft das Wölf hier in das Haus. Sie war noch im Morgengleid, aprikosenfarbig. Sie hatte gewaltiges, kastanienbraunes Haar, unordentlich aufgesteckt, halb herunterfallend. Ihre schwarzen Augen schienen unendlich groß, weit, weit aufgerissen und voll sengenden, unheimlichen Feuers. Aber die Stirne hüllte sich an den Schläfen. Eingefallen war die schmale Nase und die bleichen Wangen spannten sich eng über die Knochen. Große, hektische Flecken brannten hell auf. Haben Sie eine gute Zigarre, Herr Rechtsanwalt? fragte sie. Er nahm sein Etui heraus, ärgerlich, wütend fast. Wie viele haben Sie denn schon geraucht heute, Frau Gondram? Ein Stücker zwanzig, lachte sie. Aber Sie wissen ja, da trecke die Zeug für vier Pennig et Stück. Eine Abwechslung wird mir jut tun. Da geben Sie mich die Dicke da. Und sie nahm eine schwere, fast schwarze Mexiko. Hermannas seufzte. Na, was meinen Sie? Wie lang soll das noch so gehen, hä? Bäh, machte sie. Regen Sie sich nur nicht auf. Wie lang? Vorerst dann, meinte der Herr Sanitätsrat, noch sechs Monate. Aber wissen Sie, genau das selber hat er vor zwei Jahren auch schon einmal gemeint. Ich denke immer, es jalopiert sich ja nichts. Es geht hübsch im Trab mit der jalopierenden Schwindsucht. Wenn Sie wenigstens nicht so viel rauchen wollten, klöfte der kleine Rechtsanwalt. Sie sah ihn groß an, zog die blauen, dünnen Lippen hoch über die blanken Zähne. Wat, wat, Manasse? Nicht mehr rauchen? Nur halten Sie aber freundlich die Luft an. Wat soll ich denn sonst tun? Kinder kriegen, alle Jahr eins, Haushalt führen mit alle Belgier. Da beide jalopierende und nicht mal rauchen dürfen? Sie paffte ihm den dicken Qualm ins Gesicht, daß er hustete. Er blickte sie an, halb giftig, halb liebend und bewundernd. Dieser kleine Manasse war frech wie keiner, wenn er vor der Barre stand, nie verlegen um einen Witz, um ein scharfes, schneidendes Wort. Kläfte schnappte bis um sich, ohne jeden Respekt und jede glanzte Furcht. Hier aber, vor dieser dürren Frau, deren Leib ein Gerippe war, deren Kopf grinste wie ein Totenschädel, die seit Jahr und Tag zu drei Viertel im Grabe stand und lachend das letzte Viertel selbst aufschaufelte, hier empfand er Angst. Diese unbändigen, schimmernden Locken, die immer noch wuchsen, immer stärker, immer voller wurden, als ob ihren Boden der Tod selbst dünkte. Diese ebenmäßigen, strahlenden Zähne, die den schwarzen Stumpf der dicken Zigarre fest umschlossen, diese Augen übergroß, ohne Hoffnung, ohne Sehnsucht, fast ohne ein Bewusstsein ihrer leuchtenden Gluten, ließen ihn stumm werden und kleiner noch, als er war, kleiner, fast als sein Hund. Oh, er war sehr gebildet, der Rechtsanwalt Manners. Sie nannten ihn ein wanderndes Konversationslexikon, und es gab nichts, über das er nicht Bescheid wusste im Augenblick. Nun, dachte er, sie schwirrt auf Epikur. Der Tod geht sie nichts an, meint sie. Solange sie lebt, ist er nicht da. Und wenn er da ist, so ist sie fort. Er aber, Manas, sah recht gut, dass der Tod da war, obwohl sie noch lebte. Längst war er da, schlich überall herum in diesem Hause, spielte Blindekuh mit dieser Frau, die sein Mal trug, ließ ihre gezeichneten Kinder schreien und rasen im Garten. Freilich, er galoppierte nicht, ging hübsch im Trab, da hatte sie recht, aber nur, so aus Laune, nur so, weil es ihm Spaß machte, zu spielen mit dieser Frau und ihren lebensgierigen Kindern, wie die Katze mit dem Fischlein im Goldfischglas. Oh je, er ist gar nicht da, meinte diese Frau Gontram, die auf dem Longchair lag, den langen Tag, die große schwarze Zigarren rauchte, nie endende Romane las und Antiphone in den Ohren trug, um der Kinderlärm nicht zu hören. Oh je, er ist gar nicht da. Nicht da? grinste der Tod und lachte den Rechtsanwalt an aus diesen jämmerlichen Maske heraus, paffte ihm den dicken Rauch ins Gesicht. Der kleine Manas sah ihn, sah ihn deutlich genug, erstarrte ihn an, überlegte lang, welcher Tod es wohl sei aus der großen Gemeinde, der von Dürer oder der von Böcklin oder irgendein wilder Harlekin-Tod von Bosch oder Brögel oder gar so ein wahnsinniger, unverantwortlicher Tod von Hogarth, von Goya, von Rowlandson, Rops oder Calot. Keiner war es von diesen. Der da vor ihm saß, war ein Tod, mit dem man umgehen konnte, war gut bürgerlich und dazu romantisch, war ein reinländischer Tod, ein Retelscher, war einer, der mit sich reden ließ, einer, der Witze im Leibe hatte, der rauchte und Wein trank und lachen konnte. Es ist gut, dass er raucht, dachte Manas, das ist sehr gut, so riecht man ihn nicht. Dann kam der Justizrat Gontram. Guten Abend, Kollege, sagte er. Ach, schon da? Das ist recht. Und er begann eine lange Geschichte, erzählte genau, was alles passiert war heute, auf dem Büro und vor Gericht. Lauter merkwürdige Sachen. Was nur Juristen passieren kann im langen Leben, das passiert der Herrn Gontram Tag für Tag. Höchst seltsame Begebnisse, manchmal lustig und komisch genug und manchmal blutig und höchst tragisch. Nur, nicht ein Wort war wahr daran. Der Justizrat hatte dieselbe unbesiegbare Scheu vor der Wahrheit, die er auch vor dem Bad, ja, vor der Waschschüssel hatte. Er log, wenn er den Mund aufsperrte und wenn er schlief, träumte er von neuen Lügen. Jedermann wußte, dass er log, aber jedermann hörte doch gerne ihm zu, denn seine Lügengeschichten waren lustig und gut und waren sie es einmal nicht, so war doch gut die Art, wie er sie auftischte. Ein guter Vierziger war er, mit schon grauem, kurzem, sehr lückigem Barte und schütterem Haar. Einen goldenen Zwicker trug er an langer, schwarzer Schnur, der stets schief über der Nase hing und die blauen, kurzsichtigen Augen sehen ließ. Unordentlich war er, schlampig und ungewaschen, stets mit Tintenflecken auf den Fingern. Er war ein schlechter Jurist und war sehr gegen jede Arbeit. Die überließ er seinen Referendaren, die aber auch nichts taten, nur zu ihm kamen aus diesem Grunde und sich oft wochenlang nicht sehen ließen im Büro. Überließ sie dem Bürovorsteher und den Schreibern. Die schliefen. Und wenn sie einmal wachten, so machten sie einen Schriftsatz, der lautete »Ich bestreite« und stempelten den Namenszug des Justizrats darunter. Und dennoch hatte er eine sehr gute Praxis, viel besser als die des so kenntnisreichen und gewitzten Manners. Er verstand die Sprache des Volkes und konnte schwatzen mit den Leuten. Er war beliebt bei allen Richtern und Anwälten, weil er nie Schwierigkeiten machte, alles seinen Gang gehen ließ. Vor der Strafkammer und vor den Geschworenen war er Goldes wert, das wußte man wohl. Einmal sagte ein Staatsanwalt »Ich beantrage dem Angeklagten mildernde Umstände nicht zu versagen. Herr Justizrat Gontram verteidigt ihn.« Mildernde Umstände. Die bekam er stets für seine Klienten. Aber Mannass bekam sie selten genug, trotz seiner Gelehrsamkeit und seiner scharfen Rede. Und dann war da noch etwas. Justizrat Gontram hatte ein paar Fälle gehabt, große, gewaltige Prozesse, die Aufsehen erregten durchs ganze Land. Hatte sie durchgekämpft durch lange Jahre, in allen Instanzen und sie schließlich gewonnen. Dann nämlich erwachte plötzlich in ihm eine seltsame, irgendwo schlafende Energie. So eine völlig verfahrene Sache, ein sechsmal verlorener, beinahe unmöglicher Prozess, der von Anwalt zu Anwalt ging. So ein Fall mit verzwicktesten internationalen Fragen, von denen er keine Ahnung hatte. Das mochte ihn interessieren. Die Brüder Koschen aus Lenep, dreimal zum Tode verurteilt, hatte er schließlich doch frei bekommen. Im vierten Wiederaufnahmeverfahren trotz eines haarscharfen Indizienbeweises. Und in dem großen Millionenstreit der Gallmeyer Bergwerke von Neutral Moresenet, in dem kein Jurist in drei Ländern sich auskannte und gewiss Gontram am allerwenigsten, hätte er doch letzten Endes ein obsiegendes Urteil erzielt. Nun führte er seit drei Jahren den großen Ehegültigkeitsprozess der Fürstin Wolkonski. Und merkwürdig, nie sprach dieser Mensch je über das, was er wirklich geleistet hatte. Jedem, den er traf, log er die Ohren voll mit seinen frech erfundenen juristischen Heldentaten. Nicht eine Silber aber kam über seine Lippen über das, was er wirklich durchsetzte. So war es schon, er verabscheute alle Wahrheit. Frau Gontram sagte, dein Abendessen kommt gleich und das Böllchen habe ich auch jetzt angesetzt. Frischer Waldmeister, soll ich mich noch umziehen jähn? Bleib nur so, Frau, entschied der Justizrat. Der Manasse hat nichts dagegen. Er unterbrach sich. Herrgott, wie das Kind schreit, kannst du es denn nicht stillkriegen? Die Frau ging mit langen, langsamen Schritten an ihm vorbei, öffnete die Tür zum Vorzimmer. Dorthin hatte die Magd den Kinderwagen geschoben und sie nahm Wölfchen, trug es hinein und setzte es in den hohen, viereckigen Babystuhl. Kein Wunder, dass es just so schreit, sagte sie, es ist ganz nass. Aber sie dachte nicht daran, es trocken zu legen. Bist doch still, kleine Teufel, fuhr sie fort. Siehst du denn nicht, dass wir Besuch haben? Aber das Wölfchen ließ sich durchaus nicht stören durch den Besuch. Hermann Nass stand auf, klopfte es, streichelte es auf die dicken Backen, brachte ihm den großen Hampelmann zum Spielen. Doch das Kind stieß den Hampelmann fort, brüllte, schrie unaufhörlich und Zyklop begleitete es unter dem Tisch her. Da sagte die Mama, Wart nur, lieb Zuckerblätzchen, ich hab was für dich. Sie nahm den schwarzen, zerkauten Stummel aus den Zähnen und schob ihn dem Baby in den Mund. Da, Wölfchen, das ist lecker, was? Und das Kind war still im Augenblick, lutschte und sog, strahlte überglücklich aus großen, lachenden Augen. Na sehen Sie, Herr Richterwald, jemand mit Kindern umgehen muss, sagte die große Frau. Sicher und still sprach sie, völlig ernst. Aber ihr Männer versteht nichts von Kindern. Die Magd kam. Meldete, das gedeckt sei. Dann, während die Herrschaft ins Speisezimmer ging, ging sie mit tappigen Schritten auf das Kind zu. Bäh, machte sie und riss ihm den Stummel aus dem Mund. Befort begann Wölfchen wieder zu heulen. Sie nahm es auf den Arm, wiegte es hin und her, sang ihm ein schwermütiges Liedchen aus ihrer wallonischen Heimat. Doch hatte sie nicht mehr Glück wie Hermannasse. Das Kind schrie nur und schrie. Dann nahm sie den Stummel wieder her, spuckte darauf, rieb ihn ab an der schmutzigen Küchenschürze, um das immer noch glimmende Feuer zu ersticken, gab ihn zurück in Wölfchens roten Mund. Nahm das Kind, zog es aus, wusch es, gab ihm reine Sachen und bettete es weich in sein Bettchen. Wölfchen rührte sich nicht, ließ alles ruhig geschehen, still und zufrieden. Und es schlief ein, selig strahlend, immer in den Lippen den grässlichen, schwarzen Stummel. Oh ja, sie hatte schon recht, diese große Frau. Sie verstand eben was von Kindern, wenigstens von den Kontram-Kindern. Drinnen speisten sie zu Nacht und der Justizrat erzählte, sie tranken einen leichten Wein von der Ruwa. Erst zum Schluss brachte Frau Gontram die Bowle. Ihr Mann schnüffelte kritisch. »Lass doch was Sekt heraufholen,« sagte er. Aber sie setzte die Bowle auf den Tisch. »Wir haben keine Bowlesekt mehr und nur noch eine Flasche Pomeri in den Keller.« Er sah sie groß an, über seinen Zwicker weg, schüttelte bedenklich den Kopf. »Na, weißt du, du bist eine Hausfrau. Wir haben keinen Sekt und du sagst nicht ein Wörtchen davon, sowas. Kein Insekt im Haus. Lass die Flasche Pomeri heraufholen. Eigentlich viel zu schade für die Bowle.« Er wiegte den Kopf hin und her. »Kein Insekt, sowas,« wiederholte er. »Wir müssen gleich wieder welchen anschaffen. Komm, Frau, bring mir Feder und Papier, ich muss es den Fürsten schreiben.« Als aber das Papier vor ihm lag, schob er es wieder hinüber. »Ach,« seufzte er, »ich hab den ganzen Tag so viel gearbeitet. Schreib du, Frau, ich dekehre dir.« Frau Gontram rührte sich nicht. »Schreiben? Das hätte ihr gerade gefehlt.« »Fällt mir nicht ein,« sagte sie. Der Justizrat sah zu Manasse hinüber. »Wie wär's, Herr Kollege? Könnten Sie mir nicht den Gefallen tun? Ich bin so abgespannt.« Der kleine Rechtsanwalt sah ihn wütend an. »Abgespannt,« hörte er. »Wovon denn?« »Vom Geschichten erzählen. Ich möchte nur mal wissen, wovon Sie immer alle Finger voll Tinte haben, Herr Justizrat. Vom Schreiben doch gewiss nicht.« Frau Gontram lachte. »Ach, Manners, das ist noch von letzter Weihnachten her, als er den Jungen die schlechten Zeugnisse unterschreiben musste. Übrigens, was sagt ihr euch? Lasst doch die Frieda schreiben.« Und sie schrie durch das Fenster hinaus nach Frieda. Frieda kam und mit ihr kam Olga Wolkonski. »Das ist nett, dass du auch da bist,« begrüßte sie der Justizrat. »Habt ihr schon so Abend gegessen?« Doch die Mädchen hatten gegessen, unten in der Küche. »Setzt dich hierher,« gebot der Vater. »Hierher,« Frieda gehorchte. »So, nun nimm de Feder und schreib, was ich dir sage.« Aber die Frieda war ein echtes Gontram-Kind, sie hasste das Schreiben. Im Nu war sie aufgesprungen vom Stuhl. »Nee, nee,« schrie sie. »Olga soll schreiben. Die kann viel besser als ich.« Die Prinzess stand am Sofa. Sie wollte auch nicht, aber ihre Freundin hatte ein Mittel, sie gefügig zu machen. »Wenn du nicht schreibst,« flüsterte sie, »leihe ich dir keine Sünden für übermorgen.« Das half. Übermorgen war Beichttag und ihr Beichtzettel sah noch sehr dürftig aus. Sündigen durfte man nicht in dieser ernsten Kommunionszeit, aber Sünden beichten mußte man doch, mußte sich streng erforschen, nachdenken und suchen, ob man nicht irgendwo noch eine Sünde finde. Und das verstand die Prinzess ganz und gar nicht. Frieda aber konnte es prächtig. Ihr Beichtzettel war der Neid der ganzen Klasse. Besonders Gedankensünden erfand sie großartig, gleich dutzendweise auf einmal. Sie hatte das vom Papa. Sie konnte mit ganzen Haufen von Sünden aufwarten, nur wenn sie einmal wirklich eine begingen, so erfuhr der Beichtvater gewiss nichts davon. »Schreib, Olga,« flüsterte sie, »dann leihe ich dir acht dicke Sünden.« »Zehn,« forderte die Prinzessin. Und Frieda Gottram nickte. Es kam ihr gar nicht darauf an, sie hätte zwanzig Sünden gegeben, um nicht schreiben zu müssen. Olga Volkonski setzte sich an den Tisch, nahm die Fehler auf und sah fragend auf. »Also schreib,« sagte der Justizrat, »verehrte Frau Fürstin,« »ist das nicht für die Mama?«, fragte die Prinzessin. »Natürlich, für wen denn sonst? Schreib, verehrte Frau Fürstin.« Die Prinzessin schrieb nicht. »Wenn es für die Mama ist, dann kann ich doch auch schreiben, liebe Mama.« Der Justizrat wurde ungeduldig. »Schreib, was du willst, Kind, nur schreib!« Und sie schrieb, »liebe Mama.« Und dann weiter nach dem Diktat des Justizrats. »Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere Angelegenheit nicht recht weiterkommt. Ich muss so viel nachdenken und man kann nicht nachdenken, wenn man nichts zu trinken hat. Wir haben aber keinen Tropfen Sekt mehr im Hause. Schicken Sie uns also gefälligst im Interesse ihres Prozesses einen Korb Bohlensekt, einen Korb Pommery und sechs Flaschen »Sankt Marceau«, rief der kleine Rechtsanwalt. »Sankt Marceau«, fuhr der Justizrat fort. »Das ist nämlich die Lieblingsmarke von Kollege Manasse, der auch manchmal hilft. Mit besten Grüßen, Ihr...« »Nun sehen Sie, Kollege«, sagte er, »wie bitter Unrecht ihr mir tut. Nicht allein diktiere ich den Brief, ich unterschreibe ihn auch noch eigenhändig.« Und er setzte seine Namen hin. Frieda wandte sich halb um vom Fenster. »Seid ihr fertig?« »Ja?« »Na, dann will ich euch nur sagen, dass es ganz unnötig war. Eben ist Olgas Mama vorgefahren und kommt nun gerade durch den Garten.« Sie hatte die Fürstin längst gesehen, hatte aber hübsch still geschwiegen und nicht unterbrochen. Wenn die Olga schon zehn schöne Sünden bekam, so sollte sie doch auch etwas arbeiten dafür. So waren alle die Gontrams, Vater, Mutter und Kinder. Sie arbeiteten sehr, sehr ungern, aber sie sahen recht gerne zu, wenn das andere taten. Die Fürstin trat ein, dick und aufgeschwemmt, große Brillanten an den Fingern und den Ohren, am Halse und im Haar, maßlos ordinär. Sie war eine ungarländische Gräfin oder Baronin. Irgendwo im Orient hatte sie den Fürsten kennengelernt. Eine Heirat war zustande gekommen, das war sicher, aber sicher war auch, dass gleich von Anfang an von beiden Seiten geschwindelt wurde. Sie wollten diese Ehe, die aus irgendwelchen Gründen von vornherein unmöglich war, dennoch gesetzlich durchsetzen und der Fürst wollte dieselbe Ehe, die er wohl für möglich hielt, durch kleine Formfehler gleich beim Abschluss zu einer ungültigen machen. Ein Netz von Lügen und frechem Schwindel, ein wahres Fressen für Herrn Sebastian Gontram. Alles wankte hier, nichts stand fest, jede kleinste Behauptung wurde prompt von der Gegenseite widerlegt, jeder Schatten eines festen Gesetzes wurde durch das eines anderen Staates wieder ausgelöscht. Nur eins blieb, die kleine Prinzess, sowohl Fürst wie Fürstin, bekannten sich als Vater und Mutter und beanspruchten Olga für sich. Dieses Produkt ihrer seltsamen Ehe, dem so viele Millionen zufallen mussten. Die Mutter war im Vorteil zur Zeit, war im Recht der Besitzenden. Setzen Sie sich, Frau Fürstin. Der Justizrat hätte sich eher die Zunge abgebissen, als diese Frau durch Laucht anzureden. Sie war seine Klientin und er behandelte sie nicht um ein Haar besser wie die letzte Bauernfrau. Legen Sie doch ab, aber er half ihr nicht. Wir haben gerade an Sie geschrieben, fuhr er fort, und er las ihr den schönen Brief vor. Aber bitte sehr, rief die Fürstin Wolkonski, aber gewiß doch, wird morgen in der Früh besorgt. Sie öffnete ihre Tasche und zog einen schweren Brief heraus. Sehen Sie, verehrter Herr Justizrat, gerade wegen unserer Sache kam ich. Da ist ein Schreiben von Obergespann Grafen Ormus aus Groß Bechkear Gütelep. Wissen Sie? Herr Gondram runzelte die Stirn. Das fehlte noch. Selbst der König hätte ihm keine Arbeit zumuten dürfen, wenn er abends zu Hause war. Er stand auf, nahm den Brief. Ist schon gut, sagte er. Schon gut, das erledigen wir alles morgen im Büro. Sie wehrte sich. Aber es ist sehr eilig, sehr wichtig. Der Justizrat unterbrach sie. Eilig, wichtig? Nun sagen Sie mir bloß, was verstehen Sie davon, ob etwas eilig oder wichtig ist. Gar nichts. Nur im Büro kann man das beurteilen. Dann im Ton auf wohlwollenden Vorwurfs. Frau Fürstin, Sie sind doch eine gebildete Frau. Sie haben doch auch so eine Art von Erziehung genossen. Da müssen Sie doch wissen, dass man Leute nicht des Abends zu Hause mit Geschäften belästigt. Sie beharrte noch immer. Aber im Büro kann ich Sie ja doch nie erwischen, verehrter Herr Justizrat. Ich war in dieser Woche allein viermal. Nun wurde er fast ärgerlich. Kommen Sie nächste Woche. Meinen Sie denn, dass man nur Ihren Kram allein hätte? Was glauben Sie denn wohl, was man sonst noch alles zu tun hat? Was mich allein der Mörderhuten für eine Zeit kostet? Und da handelt es sich um den Kopf und nicht nur um eine Handvoll Millionchen. Und er begann, schnurrte ab, unaufhörlich, erzählte eine ewige Geschichte von diesem merkwürdigen Räuberhauptmann, der nur in seiner Fantasie lebte und von den juristischen Heldentaten, die er für diesen unvergleichlichen Lustmörder vollbrachte. Die Fürstin seufzte, aber sie hörte zu, lachte auch manchmal, immer am falschen Platze. Sie war die einzige von all seinen vielen Zuhörern, die nie fühlte, wie er log, und sie war auch die einzige, die seinen Witz nicht verstand. »Nette Geschichten für die Kinder«, kläffte Rechtsanwalt Manners. Die beiden Mädchen hörten gierig zu, starrten den Justizrat an mit weit offenen Augen und Mündern. Aber der ließ sich nicht unterbrechen. »Ach was, an sowas kann man sich nicht früh genug gewöhnen.« Er tat so, als wenn Lustmörder das Allergewöhnlichste sein, was es gäbe im Leben, als ob man ihnen jeden Tag dutzendweise begegne. Endlich war er zu Ende, sah nach der Uhr. »Zehn schon! Die Kinder müssen zu Bett! Trinkt noch rasch ein Glas Bowle!« Die Mädchen tranken, aber die Prinzess erklärte, dass sie auf keinen Fall nach Hause ginge. Sie habe solche Angst und könne nicht allein schlafen. Und mit ihrer Miss auch nicht. Vielleicht sei sie auch so ein verkleideter Lustmörder. Sie wolle bei ihrer Freundin bleiben. Sie fragte ihre Mama erst gar nicht, nur Frieda und deren Mutter. »Meinen Wegen«, sagte Frau Gontram. »Aber verschlaft euch nicht, da sie zur richtigen Zeit in die Kirsch kommt!« Die Mädchen knicksten und gingen hinaus, Arm in Arm, eng umfasst. »Fürchtest du dich auch?« fragte die Prinzess. Frieda sagte, »Es ist alles gelogen, was der Papa sagt.« Aber Angst hatte sie trotzdem. Angst und daneben ein seltsames Wunschgefühl nach diesen Dingen. Nicht sie zu erleben, oh nein, gewiss nicht. Aber sie sich auszudenken, sie auch so erzählen zu können. »Ach, das waren Sünden für die Beichte«, seufzte sie. Oben trank man die Bowle aus. Frau Gontram rauchte noch eine letzte Zigarre. Herr Manass war aufgestanden, hinausgegangen, ins Nebenzimmer. Und der Justizrat erzählte der Fürstin eine neue Geschichte. Sie versteckte ihre Gähnen hinter dem Fäscher, versuchte immer wieder auch einmal zu Wort zu kommen. »Ach ja, lieber Herr Justizrat«, sagte sie rasch, »ich vergaß es fast. Darf ich Ihre Frau Gemahlin morgen Mittag mit dem Wagen abholen, ein bisschen mitnehmen nach Rolandseck?« »Gewiss«, antwortete er, »gewiss, wenn sie will.« Aber Frau Gontram sagte, »ich kann nicht ausfahren.« »Und warum denn nicht?« fragte die Fürstin. »Es würde Ihnen doch gewiss recht gut tun, ein wenig hinauszukommen in die frische Frühlingsluft.« Frau Gontram nahm langsam die Zigarre aus den Zähnen. »Ich kann nicht ausfahren. Ich habe keine anständige Hut aufzusetzen.« Die Fürstin dachte, tat, als ob das ein Scherz hätte sein sollen. Sie wolle gleich morgen die Modistin schicken, mit neuen Frühlingsmodellen zum Aussuchen. »Meinwegen,« sagte Frau Gontram, »aber dann schicken Sie den Bäcker, der von der Querlingsgasse. Die haben die Besten.« Sie erhob sich langsam, betrachtete bedächtig ihren ausgebrannten Stummel. »Und jetzt hier schlafe. Jut Nacht?« »Oh ja, es ist Zeit. Ich muss auch gehen,« rief die Fürstin hastig. Der Justizrat brachte sie hinunter, durch den Garten zur Straße, half ihr in die Equipage, schloss dann bedächtig das Gartentor. Als er zurückkam, stand seine Frau in der Haustüre, die brennende Kerze in der Hand. »Mir können nicht zu Bett hier,« sagte sie ruhig. »Was?« fragte er. »Warum denn nicht?« Sie wiederholte. »Mir können nicht zu Bett hier, denn mehr nass liegt als im Bett.« Sie stiegen die Treppen hinauf, in den zweiten Stock, gingen ins Schlafzimmer. In dem riesigen Ehebett lag, hübsch quer und festschlafend, der kleine Rechtsanwalt. Seine Kleider hingen sorgfältig über dem Stuhl. Die Stiefel standen daneben. Ein reines Nachthemd hatte er aus dem Schrank genommen und angezogen. Neben ihm, wie ein Igeljunges, knüllte sich sein Zyklop. Justizrat Gontram nahm die Kerze und leuchtete. »Und der Mann schimpft mich aus, dass ich faul sei,« sagte er in kopfschüttelnder Verwunderung. »Und er ist selbst zu faul, um nach Haus zu gehen. Ss,« machte Frau Gontram, »ss,« »sonst wächst da alle beide auf.« Sie nahmen Bettzeug und Nachtwäsche aus dem Schranke und gingen. Ganz leise. Frau Gontram machte unten zwei Lager zurecht auf den Sofas. Da schliefen sie. Alle schliefen im weiten Hause. Unten, neben der Küche, Billa, die starke Küchenmarkt, bei ihr die drei Hunde, im Nebenzimmer die vier wilden Buben Philipp, Paulche, Emilche und Josefche. Oben schliefen die beiden Freundinnen in Friedas großem Balkonzimmer, schlief nebenan Wölfchen mit seinem schwarzen Tabakschnuller, schliefen im Salon Herr Sebastian Gontram und seine Frau. Im zweiten Stock schnarchten um die Wette Herr Mannass und sein Zyklop. Und ganz oben in der Mansarde schlief Söfchen, das Stubenmädchen, das vom Tanzboden zurückgekommen und leise hinaufgeschlichen war über die Treppen. Sie alle schliefen, schliefen, zwölf Menschenkinder und vier scharfe Hunde. Aber irgendetwas schlief nicht, schlürfte langsam um das weite Haus. Draußen, am Garten vorbei, zog der Rhein, hob seine in Mauern geschnürte Brust, schaute in die schlafenden Villen, drängte sich eng an den alten Zoll. Katzen und Kater schoben sich durch die Büsche, fauchten, bissen, schlugen einander, fuhren los mit runden, heiß funkelnden Augen, nahmen sich, lüstern, versagend, in schmerzender, quälender Lust. Und hinten, weit hinten aus der Stadt her, tönte der trunkene Sang wilder Studenten. Etwas kroch um das weiße Haus am Rhein, schlich durch den Garten, vorbei an zerbrochenen Bänken und lahmen Stühlen. Schaute wohlgefällig auf das Sabbat-Treiben der liebgierigen Katzen, stieg um das Haus, kratzte mit hartem Nagel an die Wände, daß der Stuck klirrend herabfiel, knipste auch an die Türe, daß sie leise erbebte, wie ein Wind, so leicht. Dann war es im Haus, schluchte über alle Treppen, kochbedächtig durch alle Zimmer, blieb stehen, sah sich ringsum, still lächelnd. Schweres Silber stand im Maharoni-Buffet, reiche Schätze aus der Kaiserzeit, aber die Fensterscheiben waren gesprungen und die Sprünge mit Papier verklebt. Holländer hingen an den Wänden, gute Bilder von Köcköck, Verwöckwölen, Verwee und Jan Stobberz. Aber sie hatten Löcher und die alten Goldrahmen waren schwarz von Spinnweben. Aus des Erzbischofs bestem Saale stammte der herrliche Lüster, aber seine zerbrochenen Kristalle klebten von Fliegendreck. Etwas schlich durch das stille Haus. Und wo es hinkam, da brach etwas. Nur ein Nichts fast, nur eine unnennbare Kleinigkeit, aber wieder und immer wieder. Wo es hinkam, wuchs aus der Nacht ein kleinstes Geräusch. Knirschte hell eine Diele, löste sich ein Nagel, bog sich ein altes Möbel, knarrte es in den verquollenen Läden oder klirrte seltsam zwischen den Gläsern. Alles schlief in dem großen Hause am Rhein. Aber irgendetwas schlurfte langsam herum. Ende von Abschnitt Nummer 1 Abschnitt 2 von Alraune von Hans Heinz Ebers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Alka Hest Abschnitt 2 Zweites Kapitel Das erzählt, wie es geschah, dass man Alraune erdachte. Die Sonne war schon herunter und die Kerzen brannten im Kronleuchter des Festzimmers, als Geheimrat Ten Brinken eintrat. Er sah feierlich genug aus, war im Frack, den großen Stern auf dem weißen Hemd und die Goldkette im Knopfloch, von der zwanzig kleine Orden baumelten. Der Justizrat stand auf, begrüßte ihn, stellte ihn vor und der alte Herr ging herum um die Tafel mit einem abgetragenen Lächeln, sagte jedem ein süßes Wort. Bei den Festmädchen blieb er stehen, überreichte ihnen hübsche Lederetuis mit Goldringen, einen Saphir für die blonde Frieda und einen Rubin für die schwarze Olga. Hielt ihnen beiden eine sehr weise Ansprache. »Wollen Sie nachexerzieren, Herr Geheimrat?« fragte Herr Sebastian Gontram. »Wir sitzen schon seit vier Uhr da. Siebzehn Gänge. Fein, was? Da ist das Menü. Suchen Sie sich was aus.« Aber der Geheimrat dankte, er habe schon gegessen. Dann trat Frau Gontram ins Zimmer, im blauen, etwas altmodischen, seidenen Schleppkleide, hochfrisiert. »Mir könne keine Eis esse,« rief sie. »Dat Biller hat der Fürst Pücker in der Backofen gestellt.« Da lachten die Gäste. So etwas mußte ja kommen, sonst fühlte man sich nicht wohl im Gontram Hause. Und Rechtsanwalt Manasse rief, »Man solle die Schüssel hereinholen, das sähe man nicht alle Tage. Fürst Pücker frisch aus dem Backofen.« Geheimrat Tin Brinken suchte nach einem Stuhl. Er war ein kleiner Mann, glatt rasiert, dicke Tränensäcke unter den Augen. Er war hässlich genug, bülstig hingen die Lippen, fleischig die große Nase. Tief hing deckend das Lied über dem linken Auge, aber das Rechte stand weit offen, schielte lauernd ihn aus. Jemand sagte hinter ihm, »Tach, euer Jakob.« Das war Frank Braun. Der Geheimrat wandte sich, es schien ihm wenig angenehm, den Neffen hier zu treffen. »Du hier?« fragte er. »Nun, ich hätte es mir eigentlich denken können.« Der Student lachte. »Aber natürlich, bist ja so weise, Onkel. Übrigens bist du ja auch da. Und bist da ganz offiziell als wirklicher Geheimer und als Universitätsprofessor im stolzen Schmucke all deine Arten. Ich aber bin nur ganz inkognito da. Das Korpsband steckt in der Westentasche. Das beweist ihm dein schlechtes Gewissen,« sagte der Onkel. »Wenn du erst...« »Ja, ja,« unterbrach ihn Frank Braun. »Ich weiß es schon. Wenn ich erst so alt bin wie du, dann darf und so weiter. Das wolltest du doch sagen. Allen Heiligen sei Dank, dass ich noch nicht zwanzig bin, ohm Jakob. Ich befinde mich ganz wohl dabei.« Der Geheimrat setzte sich. »Ganz wohl, das kann ich mir denken. Bist im vierten Semester und tust nichts als raufen und saufen, fechten, reiten, lieben und dumme Streiche machen. Hat dich darum deine Mutter zur Universität geschickt? Sag, Junge, warst du überhaupt schon einmal in einem Kolleg?« Der Student füllte zwei Kelche. »Da, um Jakob, trink. Dann wirst du's leichter ertragen.« »Also, im Kolleg war ich schon. Und zwar nicht nur in einem, sondern in einer ganzen Reihe. In jedem genau einmal. Und öfter gedenke ich auch nicht mehr hinzugehen. Prosit. »Rosit«, sagte der Geheimrat. »Und du meinst, das sei völlig genug?« »Genug?« lachte Frank Braun. »Ich meine, es sei sogar viel zu viel. Sei vollkommen überflüssig gewesen. Was soll ich im Kolleg?« »Es ist schon möglich, dass andere Studenten eine ganze Masse lernen können bei euch Professoren, aber ihr Hirn muss dann eingestellt sein auf diese Methode. Meins ist es nicht. Ich finde euch alle, jeden Einzelnen, unglaublich albern und langweilig und dumm. Der Professor sah ihn groß an. »Du bist ungeheuer arrogant, mein lieber Junge«, sagte er ruhig. »Wirklich?« Der Student lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander. »Wirklich?« »Ich glaube es kaum. Aber ich meine, wenn's auch so wäre, möchte es nichts schaden.« »Denn sieh mal, ohm Jakob, ich weiß doch genau, warum ich das sage. Erstens, um dich ein bisschen zu ärgern. Du siehst nämlich sehr komisch aus, wenn du dich ärgerst. Und zweitens, um nachher von dir zu hören, dass ich doch recht habe. Du, Onkel zum Beispiel, bist ganz gewiss ein recht schlauer alter Fuchs. Sehr gescheit und sehr klug und du weißt eine ganze Menge. Aber im Kolleg, siehst du, bist du ebenso unerträglich wie deine verehrten Herren Kollegen. Sag selber, möchtest du sie vielleicht im Kolleg genießen? Ich? Nun, ganz gewiss nicht, sagte der Professor. Aber das ist auch ein anderer Ding. Wenn du erst, na ja, du weißt es schon. Aber nun sag mir, Junge, was in aller Welt führt dich her? Du wirst mir zugeben müssen, dass es nicht ein Haus ist, in dem dich deine Mutter gerne sehen möchte. Was mich anbetrifft, schon gut, rief Frank Braun. Was dich angeht, so weiß ich Bescheid. Du hast dieses Haus an Gondram vermietet und da er sicher kein pünktlicher Zahler ist, so ist es immer gut, wenn man sich von Zeit zu Zeit sehen lässt. Und seine schwindsüchtige Frau interessiert dich natürlich als Mediziner. Alle Ärzte der Stadt sind ja begeistert von diesem Phänomen ohne Lungen. Dann ist da ja noch die Fürstin, der du gerne dein Schlösschen in Mehlem verkaufen möchtest. Und schließlich, Onkelchen, sind die zwei Backfische da. Hübsches, frisches Gemüse, nicht wahr? Oh, in allen Ehren natürlich. Bei dir ist immer alles in allen Ehren, um Jakob. Er schwieg, brannte eine Zigarette an und stieß den Rauch aus. Der Geheimrat schielte ihn an mit dem rechten Auge, giftig und lauernd. Was willst du damit sagen? fragte er leise. Der Student lachte kurz auf. Nichts, ganz, gar nichts. Er stand auf, nahm vom Ecktisch eine Zigarrenkiste, öffnete sie, reichte sie dem Geheimrat hin. Da rauch, lieber Oheim. Romeo und Giuliette, deine Marke. Der Justizrat hat sich gewiss nur für dich in die Unkosten gestürzt. Danke, knurrte der Professor. Danke. Noch einmal, was willst du damit sagen? Frank Braun rückte seinen Stuhl näher heran. Ich will dir antworten, Om Jakob. Ich mag nicht mehr leiden, dass du mir Vorwürfe machst. Hörst du? Ich weiß selbst recht gut, dass das Leben ein wenig wüst ist, das ich führe. Aber lass das. Dich geht's nichts an. Ich bitte dich ja nicht, meine Schulden zu zahlen. Nur verlang nicht, Onkel, dass du nie wieder solche Briefe schreibst nach Hause. Du wirst schreiben, dass ich sehr tugendhaft, sehr moralisch sei, tüchtig arbeite, Fortschritte mache und solches Zeug. Verstehst du? Da müsste ich ja lügen, sagte der Geheimrat. Es sollte liebenswürdig klingen und witzig, aber es klang schleimig, als ob eine Schnecke ihrem Weg zöge. Der Student sah ihn voll an. Ja, Onkel, da sollst du eben lügen. Nicht meinetwegen, das weißt du wohl, der Mutter wegen. Er stockte einen Augenblick, leerte sein Glas. Und um diese Bitte, dass du der Mutter was vorliegen mögest, ein wenig zu unterstützen, will ich dir nun auch erzählen, was ich vorhin damit sagen wollte. Ich bin neugierig, sagte der Geheimrat, ein wenig fragend unsicher. Du kennst mein Leben, fuhr der Student fort und seine Stimme klang bitter ernst. Du weißt, dass ich heute noch ein dummer Junge bin. So meinst du, weil du ein alter und kluger Mann bist, hochgelehrt, reich, überall bekannt, bedeckt mit Titeln und Orden, weil du dazu mein Ohrheim bist und meiner Mutter einziger Bruder, dass du ein Recht habest, mich zu erziehen. Recht oder nicht, du wirst es nie tun. Niemand wird es tun. Nur das Leben. Der Professor klatschte auf die Knie, lachte breit. Ja, ja, das Leben. Warte nur, Junge, es wird dich schon erziehen. Es hat scharfe Kanten und Ecken genug, hat auch hübsche Regeln und Gesetze, gute Schranken und Stachelzäule. Frank Braun antwortete. Die sind nicht für mich da, für mich so wenig wie für dich. Hast du, Ome Jakob, die Kanten abgeschlagen, die Stacheldräte durchschnitten und gelacht über alle Gesetze? Nun wohl, so werde ich es auch können. Hör zu, Onkel, fuhr er fort. Ich kenne auch dein Leben gut genug. Die ganze Stadt kennt es und die Spatzen pfeifen deine kleinen Scherze von den Dächern. Aber die Menschen tuscheln nur, erzählen sich's in den Ecken, weil sie Angst haben vor dir, vor deiner Klugheit und deinem Gelde, vor deiner Macht und deiner Energie. Ich weiß, woran die kleine Anna Paulat starb, weiß, warum dein hübscher Gärtnerbursche so schnell fort musste nach Amerika. Ich kenne noch manche deiner kleinen Geschichten. Ach, ich gutiere sie nicht, gewiss nicht, aber ich nehme sie dir auch nicht übel. Bewundere dich vielleicht ein wenig, weil du, wie ein kleiner König, so viele Dinge ungestraft tun kannst. Nur begreife ich nicht recht, wie du Erfolg haben kannst bei all den Kindern. Du mit deiner hässlichen Fratze! Der Geheimrat spielte mit seiner Uhrkette, sah dann seinen Neffen an, ruhig, fast geschmeichelt. Er sprach, nicht wahr, das begreifst du nicht recht. Und der Student sagte, Nein, ganz und gar nicht. Aber ich begreife gut, wie du dazu kommst. Längst hast du alles, was du willst, alles, was ein Mensch haben kann in den normalen Grenzen des Bürgertums. Da willst du hinaus. Der Bach langweilt sich in seinem alten Bett, tritt hier und da frech über die engen Ufer. Es ist das Blut. Der Professor hob sein Glas, rückte es hinüber. Geh's mir ein, mein Junge, sagte er. Seine Stimme zitterte ein wenig und es klang eine gewisse Feierlichkeit heraus. Du hast recht, es ist das Blut. Dein Blut und mein Blut. Er trank und streckte seinem Neffen die Hand hin. Du wirst an Mutter so schreiben, wie ich es gerne möchte? fragte Frank Braun. Ja, das werde ich, antwortete der Alte. Und der Student sagte, Danke, Ome Jakob. Dann nahm er die ausgestreckte Hand. Und nun geh, alter Don Juan, ruf dir die Kommunikantinnen. Sehen hübsch aus in ihren heiligen Bleichen. Alle beide, was? Hm, machte der Onkel. Dir scheinen sie auch nicht schlecht zu gefallen. Frank Braun lachte. Mir? Ach du mein Gott, nein, Ome Jakob. Da bin ich kein Rival. Heute noch nicht. Vielleicht habe ich noch höhere Ambitionen. Vielleicht, wenn ich einmal so alt bin wie du. Aber ich bin nicht ihr Tugendwächter und die zwei Feströschen wollen ja nichts Besseres als gepflückt werden. Einer tut's und in kürzester Zeit. Warum du nicht? Hey, Olga, Frieda, kommt einmal her. Aber die beiden Mädchen kamen gar nicht heran, drängten sich an Herrn Dr. Mohnen, der ihre Gläser füllte und ihnen zweideutige Geschichten erzählte. Die Fürstin kam. Frank Braun stand auf und bot ihr seinen Platz. Bleiben Sie, bleiben Sie, rief sie. Ich habe ja noch gar nicht mit Ihnen plaudern können. Einen Augenblick, durchlaucht, ich will nur eine Zigarette holen, sagte der Student. Und mein Onkel freut sich schon die ganze Zeit darauf, ihnen seine Komplimente machen zu dürfen. Der Geheimrat freute sich gar nicht darauf, hätte viel lieber die kleine Prinzess da sitzen gehabt. Not aber unterhielt er die Mutter. Frank Braun trat zum Fenster, als der Justizrat Frau Marion zum Flügel führte. Herr Gontram setzte sich nieder, drehte sich im Klavierstuhl und sagte, Ich bitte um ein wenig Ruhe, Frau Marion wird uns ein Liedchen vorsingen. Er wandte sich zu seiner Dame. Na was denn, liebe Frau? Wahrscheinlich wieder mal Les Papillons oder vielleicht Il Baccio von Arditi? Also geben sie nur her. Der Student schaute hinüber. Sie war immer noch schön, diese alte, aufgemachte Dame und man glaubte ihr schon die vielen Aventüren, die über sie erzählt wurden. Damals, als sie die gefeiertste Diva Europas war. Nun aber lebte sie schon seit bald einem Vierteljahrhundert in dieser Stadt, still zurückgezogen in ihrer kleinen Villa. machte jeden Abend einen langen Spaziergang durch ihren Garten, weinte dort eine halbe Stunde an dem blumigen Grabe ihres Hündchens. Jetzt sang sie. Längst gebrochen war diese herrliche Stimme, aber doch war ein seltener Zauber in ihrem Vortrage aus alter Schule. Auf den geschminkten Lippen lag das alte Lächeln der Siegerin und unter dem dicken Puder versuchten die Züge ihre ewige Pose bestrickender Lieblichkeit. Ihre dicke, verfettete Hand spielte mit dem Elfenbeinfächer und die Augen suchten wie einst aus allen Ritzen den Beifall zu ziehen. Oh ja, sie passte hierher. Madame Marion Verde Verre passte in dieses Haus wie alle anderen, die zu Gast waren. Frank Braun sah sich um. Da saß ein teurer Onkel mit der Fürstin und hinter ihnen an die Tür gelehnt standen Rechtsanwalt Manasse und Hochwürden Kaplan Schröder. Dieser dürre, lange, schwarze Kaplan Schröder, der der beste Weinkenner war an der Mosel und an der Saar, der den erlesensten Keller führte und ohne den eine Weinprobe schier unmöglich schien im Lande. Schröder, der ein unendlich kluges Buch geschrieben hatte über des Plotinus Krause Philosophie und der zugleich die Possen schrieb für das Puppentheater des Kölner Hänneschen. Der ein glühender Partikularist war, der die Preußen hasste, der, wenn er vom Kaiser sprach, nur an den ersten Napoleon dachte und allmählich am 5. Mai nach Köln hinüberfuhr, um in der Minoritenkirche dem feierlichen Hochamte für die Toten der Grande Armee beizuwohnen. Da saß der gewaltige, goldbebrillte Stanislaus Schacht Kant fiel im 16. Semester zu behäbig, zu faul, sich auch nur zu erheben vom Stuhle. Seit Jahren wohnte er als möblierter Herr bei Frau Witwe Professor Doktor von Dollinger. Nun waren ihm längst Hausherrenrechte dort eingeräumt. Und diese kleine, hässliche, überschlanke Frau saß bei ihm, füllte ihm immer von neuem das Glas und lud immer höhere Portionen Kuchen auf seinen Teller. Sie aß nichts, aber sie trank nicht weniger wie er. Und mit jedem neuen Glas wuchs ihre Zärtlichkeit, liebend strich sie die knochigen Finger über seine mächtigen Fleischerarme. Neben ihr stand Karl Mohnen, Dr. Jur und Dr. Phil. Er war ein Schulkamerad von Schacht und dessen großer Freund, studierte nun eben so lange wie der. Nur mußte er immer Examiner machen, mußte immer umsatteln. Augenblicklich war er Philosoph und dicht vor seinem dritten Examen. Er sah aus wie ein Kommiss im Warenhaus, rasch, hastig und immer bewegt. Frank Braun dachte, dass er sicher noch einmal zum Kaufmann übergehen würde. Da würde er gewiss sein Glück machen, so in der Konfektionsbranche, wo er Damen zu bedienen hätte. Er suchte immer nach einer reichen Partie auf der Straße, machte Fensterpromenaden, hatte auch ein artiges Geschick, Bekanntschaften anzuknüpfen. Besonders reisende Engländerinnen krallte er gern an, aber leider hatten sie nie Geld. Noch einer war da, der kleine Husarenläuten und mit dem schwarzen Schnurrbärtchen, der jetzt plauderte mit den Mädchen. Er, der junge Graf Geroldingen, der in jeder Theatervorstellung hinter den Kulissen zu finden war, der ganz hübsch malte, talentvoll geigte und dabei noch der beste Rennreiter war im Regiment. Und der nun Olga und Frieder etwas von Beethoven erzählte, was sie grässlich langweilte und was sie nur anhörten, weil er ein so hübscher kleiner Leutnant war. Oh ja, sie gehörten alle hierher, ohne Ausnahme, hatten alle ein wenig Zigeunerblut, trotz ihrer Titel und Orden, trotz Tonsuren und Uniformen, trotz Brianten und goldener Brillen, trotz aller bürgerlichen Stellungen, waren irgendwo angefressen, machten irgendwie kleine Umwege, seitab von den eingefassten Pfaden bürgerlichen Anstandes. Ein Gebrüll ertönte, mitten hinein in Frau Marions Gesang. Es waren die Gontram-Buben, die sich prügelten auf der Treppe. Ihre Mutter ging hinaus, sie zur Ruhe zu bringen. Dann greichte Wölfchen im Nebenzimmer und die Mädchen mussten das Kindchen auftragen in die Mansarden. Sie nahmen Zyklop mit, betteten beide zusammen in den engen Kinderwagen. Und Frau Marion begann ihr zweites Lied, den Schattentanz aus Meierbeers Dinora. Die Fürstin fragte den Geheimrat nach seinen neuesten Versuchen, ob sie wieder einmal kommen dürfe, die merkwürdigen Frösche zu sehen, die Lursche und die hübschen Äffchen. Ja, gewiß, sie möge nur kommen, auch die neue Rosenzucht solle sie sich ansehen, in seinem Melemasch- Schlösschen und die großen weißen Kamelienhecken, die sein Gärtnern dort anpflanzte. Aber der Fürstin waren die Frösche und Affen interessanter als die Rosen und Kamelien. Und so erzählte er von seinen Versuchen der Übertragung von Keimzellen und der künstlichen Befruchtung. Sagte ihr, dass er gerade ein hübsches Fröchlein da habe, mit zwei Kopfenden und ein anderes mit vierzehn Augen auf dem Rücken. Setzte ihr auseinander, wie er die Keimzellen ausschneide aus der Kaulquabbe und sie übertrage auf ein anderes Individuum und wie sich die Zellen fröhlich weiter entwickelten im neuen Leibe und nach der Verwandlung Köpfe und Schwänze Augen und Beine hervortrieben. Sprach ihr dann von seinen Affenversuchen, erzählte, dass er zwei junge Meerkatzen habe, deren jungfräuliche Mutter, die sie nun säugte, nie einen männlichen Affen sah. Das interessierte sie am meisten. Sie fragte nach allen Details ließ sich bis ins kleinste genau auseinandersetzen, wie er es anstelle, ließ sich alle griechischen und lateinischen Worte, die sie nicht verstand, hübsch in Deutsch wiedergeben. Und der Geheimrat triefte von unflätigen Redensarten und Gebärden. Der Speichel tropfte ihm aus dem Mundwinkel, lief über die schleppende hängende Unterlippe. Er genoss dieses Spiel, dieses koprolale Geschwätz, schlürfte wollüstig die Klänge schamloser Worte, und dann, nicht bei einem besonders widerlichen Worte, warf er ein Durchlaucht hinein, trank mit entzückend dem Kitzel dieses Gegensatzes. Sie aber lauschte ihm, hochrot, aufgeregt, zitternd fast, sog mit allen Poren diese Bordell-Atmosphäre, die sich breit aufputzte in dem dünnen wissenschaftlichen Fähnchen. Befruchten Sie nur Äffinnen, Herr Geheimrat? fragte sie er, auch Ratten und Meerschweinchen. Wollen Sie einmal zusehen, durchlaucht wenn ich? Er senkte seine Stimme, flüsterte beinahe, und sie rief, ja, ja, das muss ich sehen, gerne, sehr gerne, wann denn? Und sie fügte hinzu, mit schlecht gemachter Würde, denn wissen Sie, Herr Geheimrat, nichts interessiert mich mehr als medizinische Studien. Ich glaube, ich wäre ein sehr tüchtiger Arzt geworden. Schloss, der Schlaucht, und er dachte, dass sie gewiss noch eine viel bessere Bordellmutter geworden wäre. Aber er hatte sein Fischlein im Garn, begann wieder von der Rosenzucht und den Kamelienhecken und seinem Schlösschen am Rhein. Es sei ihm so lästig, und er habe es nur aus Gutmütigkeit übernommen. Und die Lage sei eine so ausgezeichnete, und erst die Aussicht. Und vielleicht, wenn ihre durchlaucht sich nun endlich entschließen wolle, könne, die Fürstin Wolkonski entschloss sich, ohne einen Augenblick zu zögern. Ja, Herr Geheimrat, ja gewiss, natürlich nehme ich das Schlösschen. Sie sah Frank Braun vorbeigehen und rief ihn an. Ach, Herr Studiosus, Herr Studiosus, kommen Sie doch, Ihr Herr Onkel hat mir versprochen, mir einige seiner Experimente zu zeigen. Ist das nicht entzückend liebenswürdig? Haben Sie es auch schon einmal gesehen? Nein, sagte Frank Braun, es interessiert mich gar nicht. Er wandte sich, aber sie hielt ihn am Ärmel fest. Geben Sie mir eine Zigarette und bitte ein Glas Sekt. Sie zitterte in heißem Kitzel über ihre Fleischmassen kroch ein perlender Speis. Ihre groben Sinne, aufgepeitscht von den schamlosen Reden des Alten, suchten ein Ziel, brachen wie weite Wogen über den jungen Burschen. Sagen Sie mir, Herr Studiosus, ihr Atem keuchte, ihre mächtigen Brüste drohten das Mieder zu sprengen. Sagen Sie mir, glauben Sie, dass der Herr Geheimrat seine Wissenschaft, seine Experimente mit der künstlichen Befruchtung auch auf Menschen anwenden könnte? Sie wusste recht gut, dass er es nicht tat, aber sie musste dieses Gespräch fortsetzen, weiterführen um jeden Preis, da mit diesem jungen und frischen, hübschen Studenten. Frank Braun lachte, verstand instinktiv ihre Gedanken. Aber natürlich durchlaucht, sagte er leicht. Ganz gewiss, der Onkel ist gerade dabei, er hat ein neues Verfahren entdeckt, so fein, dass die betreffende arme Frau gar nichts davon merkt, rein nichts. Bis sie eines schönen Tages fühlt, dass sie schwanger ist, so im vierten oder fünften Monat, nehmen sie sich in Acht durchlaucht vor dem Herrn schrie die Fürstin. Ja, nicht wahr, rief er. Das wäre doch unangenehm, wenn man so gar nichts davon gehabt hat. Krach, da fiel etwas von der Wand herunter, fiel Sövchen dem Stubenmädchen gerade auf den Kopf. Und das Mädchen schrie laut auf, ließ im Schreck das silberne Tablett fallen, auf dem sie gerade den Kaffee servierte. Schade um das schöne Sèvre, sagte Frau Gontram gleichmütig. Was war es denn? Dr. Mohnen nahm sich sogleich des weinenden Dienstmädchens an, schnitt ihr einen Strang Haare weg, wusch die klaffenden Wundränder, stillte das Blut mit gelber Eisen- Chlorid-Watte, vergaß dabei nicht, das hübsche Mädchen auf die Wangen zu klopfen und verstohlen an die straffen Brüste zu fassen. Gab ihr auch Wein zu trinken, sprach ihr zu, leise ins Ohr, aber der Hosarenleutnant bückte sich, nahm das Ding auf, das das Unheil gestiftet hatte, hob es hoch, betrachtete es von allen Seiten, da an der Wand hingen alle möglichen merkwürdigen Gegenstände, ein Kanackengötze, halb Mann und halb Weib, bunt bemalt, mit gelben und roten Streifen, zwei alte Reiterstiefel, unförmig schwer, mit mächtigen spanischen Sporen versehen, allerhand rostige Waffen, dann, auf grauer Seite gedruckt, das Doktordiplom irgendeines alten Gondra von der Jesuiten Hochschule zu Sevilla, hing ein wundervolles Elfenbeinernes Kruzifix, mit Gold eingelegt, hing ein schwerer buddhistischer Rosenkranz aus großen grünen Jadesteinen, ganz oben aber hatte das Ding gehangen, das nun heruntergesprungen war, man sah gut den breiten Riss in der Tapete, wo es den Nagel weggezerrt hatte aus dem zermürbten Mörtel. Es war ein braunes, staubiges Ding aus steinhartem Wurzelholz. Wie ein uraltes, verrunzeltes Männlein sah es aus. Ach, et is unser Eireintje, sagt Frau Gondram. Ja, et is nur jut, dat Riat dat Söfsche vorbeijing, dat is aus der Eifel und hat eine harte Schädel. Wenn et das Wölfsche gewesen wär, hätt ihm dat eglische Mensch gewiss dat weiche Köpfsche zerschlagen. Justizrat erklärte. Wir haben es nun schon ein paar hundert Jahre in der Familie. Es soll schon einmal eine solche Dummheit gemacht haben. Mein Großvater erzählte, dass es ihm einmal in der Nacht auf den Kopf gesprungen sei, aber er wird wohl nur betrunken gewesen sein. Er trank immer gern ein gutes Tröpfchen. Was ist es denn eigentlich und was macht man damit? fragte der Husarenleutnant. Nun, es können. Kommen Sie, Herr Kollege, schnurren Sie ab, Herr Polyhistor. Wie ist die Sage von den Allraunen? Aber der kleine Rechtsanwalt wollte nicht. Ach was, jeder Mensch weiß es ja. Keiner weiß es, Herr Rechtsanwalt, rief ihm der Leutnant zu. Keiner, Sie überschätzen mächtig die moderne Bildung. So legen Sie doch los, Manasse, sagte Frau Gontram. Ich wollte auch immer schon wissen, wissen, was ein hässliches Ding eigentlich zu bedeuten hat. Da begann er. Er sprach trocken, sachlich, als ob er irgendein Stück vorlese aus einem Buche. Überstürzte sich nicht, hob kaum seine Stimme und schwang dabei wie ein Taktstock das Wurzelmännchen in der rechten Hand auf und nieder. Allraun, Allbraune, Mandragora, auch Mandragola genannt, Mandragora Officinarum. Eine Pflanze, Solanazen gehört. Sie findet sich um das Mittelmeerbecken dann in Südosteuropa und in Asien bis hin zum Himalaya. Blätter und Blüten halten ein Narkotikum, wurden früher häufig als Schlafmittel benutzt, auch geradezu bei Operationen verwandt, von der berühmten Ärztenhochschule zu Salerno. Auch rauchte man die Blätter und gab die Früchte in Liebestränke. Sie sollten zur Wollust reizen und dabei fruchtbar machen. Schon Jakob machte damit seinen kleinen Schwindel bei Labans Herden. Dudheim nennt das Pentateuch die Pflanze. Aber die Hauptrolle in der Sage spielt die Wurzel. Ihre seltsame Ähnlichkeit mit einem alten Männlein oder Weiblein erwähnt bereits Pythagoras. Schon zu seiner Zeit glaubte man, sich mit ihr unsichtbar machen zu können, verwandte sie als Zaubermittel oder auch umgekehrt als ein Talisman gegen Hexerei. Im frühen Mittelalter, im Anschluss an die Kreuzzüge entwickelte sich dann die deutsche Allraunsage. Der Verbrecher, splinter nackt am Kreuzwege gehängt, verliert in dem Augenblicke, in dem er das Genick bricht, seine letzten Samen. Dieser Samen fällt zur Erde und befruchte sie. Aus ihm entsteht das Allräunchen, ein Männlein oder Weiblein. Nachts zog man aus, es zu graben. Wenn es zwölf Uhr schlug, musste man die Schaufel unter dem Galgen einsetzen, aber man tat wohl, sich die Ohren fest zu verstopfen, mit Watte und gutem Wachs, denn wenn man das Männlein ausriss, schau es so entsetzlich, dass man niederfiel vor Schreck. Noch Shakespeare erzählt das. Dann drückt man das Wurzelwesen nach Hause. Verwarte es wohl, brachte ihm vor jeder Mahlzeit ein wenig zu essen und wusch es in Wein am Sabbattage. Es brachte Glück in Prozessen und Kriege, war ein Amulett gegen Hexerei und zog viel Geld ins Haus. Machte auch liebenswert den, der es hatte, war gut zum Wahrsagen und brachte den Frauen Liebeszauber, dazu Fruchtbarkeit und leichte Niederkünfte. Aber bei all dem schuf es doch Leid und Qualen, wo immer es war. Die übrigen Hausbewohner wurden verfolgt vom Unglück und es trieb seinen Besitzer zu Geiz, Unzucht und allen Verbrechen, ließ ihn schließlich zugrunde gehen und zur Hölle fahren. Trotzdem waren die Allräunlein sehr beliebt, kamen auch in den Handel und erzielten recht hohe Preise. Man sagt, dass Wallenstein Zeit seines Lebens ein Allräunchen mit sich herumschleppte und dasselbe erzählt man von Heinrich VIII. Englands heiratstüchtigem Könige. Der Rechtsanwalt schwieg, warf das harte Holz vor sich auf den Tisch. Sehr interessant, aber wirklich sehr interessant, rief Graf Geroldingen. Ich bin Ihnen sehr verbunden für den kleinen Vortrag, Herr Rechtsanwalt. Aber Madame Marion erklärte, dass sie nicht eine Minute lang ein solches Ding in ihrem Hause dulden würde. Und sie sah mit erschreckten abergläubigen Augen auf die starre Knochenmaske der Frau Gontra. Frank Braun war rasch hingetreten zu dem Geheimrat. Seine Augen leuchteten, er griff aufgeregt den alten Herren an die Schulter. Ohm Jakob, flüsterte er, Ohm Jakob. Na, was ist denn, mein Junge, fragte der Professor. Aber er stand auf, folgte dem Neffen ans Fenster. Ohm Jakob, wiederholte der Student. Dumme Witze machen mit Fröschen und Affen und kleinen Kindern. Greif zu, Ohm Jakob, geh deinen neuen Weg, den kein anderer vor dir ging. Seine Stimme bebte, nervöser Hass, schließt er den Rauch aus, der Zigarette. Ich verstehe kein Wort, sagte der Alte. Oh, du musst es verstehen, Ohm Jakob, hörtest du nicht, was er erzählte? Schaff ein Aranwesen, eines, das lebt, eines, das Fleisch hat und Blut. Du kannst es, Onkel, du allein und sonst kein Mensch auf der Welt. Der Geheimrat sah ihn an, unsicher, fragend. Aber in der Stimme des Studenten lag eine solche Überzeugung, eine solche Kraft des Glaubens, dass er stutzig wurde gegen seinen Willen. Drück dich klarer aus, Frank, sagte er. Ich weiß wirklich nicht, was du willst. Sein Neffe Er wandte sich rasch, trat zu Mienchen, die den Kaffee herumreichte, nahm eine Tasse und noch eine, leerte sie in raschen Zügen. Sövchen, das andere Mädchen, war ihrem Tröster entronnen. Und Dr. Mohnen lief herum, war da und war dort, geschäftig wie ein Kuhschwanz zur Fliegenzeit. In den Fingern immer noch das Bedürfnis, etwas auswaschen, angreifen zu müssen, nahm er das Allräunchen, rieb mit seiner großen Serviette daran herum, wischte den Staub ab, der es rings umklebte. Es nutzte kaum etwas. Seit Jahrhunderten nicht gereinigt, machte das Allräunchen wohl eine Serviette schmutzig nach der anderen, aber selbst wurde es darum doch nicht blanker. Da fasste es der geschäftige Doktor, schwang es hoch und warf es mit geschicktem Schwung mitten hinein in die große Bowle. Da tränk Allräunchen, rief er, bist schlecht behandelt worden in diesem Hause, wirst gewiss Durst haben. Dann stieg er auf einen Stuhl und redete eine lange feierliche Rede auf die beiden weißgekleideten Jungfräulein. Mögen sie es ewig bleiben, schloss er, das wünsche ich von ganzem Herzen. Er log. Er wünschte es gar nicht. Keiner wünschte es und die zwei jungen Dämchen am allerwenigsten. Aber sie klatschten doch mit den anderen, gingen zu ihm knicksten und bedankten sich. Kaplan Schröder stand bei dem Justizrat, schimpfte mächtig, dass nun der Termin immer näher rückte, an dem das neue bürgerliche Gesetzbuch eingeführt werden solle. Kaum zehn Jahre mehr und aus war es mit dem Code Napoleon. Und man hatte dasselbe Recht im Rheinlande, wie drüben in Preußen, gar nicht auszudenken. Ja, seufzte der Justizrat und die Arbeit, was man da alles wieder lernen muss, als ob man nicht gerade genug zu tun hätte. Ihm war es im Grunde völlig gleichgültig. Er würde sich ebenso wenig mit der Lektüre des Bürgerlichen beschäftigen, wie er jedes rheinische Recht studiert hatte. Gott sei Dank, seine Examina hatte man ja gemacht. Die Fürstin empfahl sich, nahm Frau Marion mit sich in ihrem Wagen. Aber Olga blieb wieder zurück bei ihrer Freundin. Auch die anderen gingen, verabschiedeten sich, einer nach dem anderen. Willst du nicht auch gehen, um Jakob? fragte der Student. Ich muss noch warten, sagte der Geheimrat. Mein Wagen ist noch nicht da. Er wird wohl kommen im Augenblick. Frank Braun sah aus dem Fenster. Da jagte die kleine Frau von Dollinger über die Treppe flink wie ein Eichhorn trotz ihrer 40 Jahre starke Buche umschlang den Stamm mit beiden Armen und Beinen. Und sinnlos, völlig betrunken von Wein und Gier küsste sie den Stamm mit heißen brünstigen Lippen. Stanislaus Schacht löste sie ab, wie einen Käfer, der sich festhält. Nicht roh, aber kräftig und stark, immer noch nüchtern, trotz der ungeheuren Mengen Wein, die ertrank. Sie schrie, klammerte sich fest, wollte nicht fort von dem glatten Stamm, aber er hob sie hoch, nahm sie auf seine Arme. Da erkannte sie ihn, riss seinen Hut ab, küßte ihn, laut schallend, wild schreiend, mitten auf die Klatze. Der Professor war aufgestanden, sprach noch ein letztes Wort mit dem Justizrat. Ich habe eine Bitte, sagt er. Wollen Sie mir das Unglücksmännchen schenken? Frau Gontram ersparte ihrem Mann die Antwort. Jawiss, Herr Heimrat, nehmen Sie jetzt nur mit das fiese Allräunchen, das ist sicher mehr was für Junggeselle. Sie griff in die große Bohle, zog das Wurzelmännchen heraus, aber sie stieß mit dem harten Holz an den Rand, ein heller Klang flog durch den Raum und zersprungen bis zum Grunde brach der herrliche alte Kristall auseinander. Zerfiel zu Scherben, goss seinen süßen Inhalt über Tisch und Boden. Heilige Mutter Jottis, rief sie aus, es ist gewiss gut, dass das freche Ding endlich aus dem Haus kommt. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Alrauna von Hans Heinz Evers Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Alka Hest Abschnitt 3 Drittes Kapitel Das zu wissen tut Wie Frank Braun den Geheimrat überredete Alraune zu schaffen Sie saßen im Wagen Professor Ten Brinken und sein Neffe Sie sprachen nicht Frank Braun lehnte sich zurück starrte vor sich hin tief versunken in seine Gedanken Still beobachtete ihn der Geheimrat schielte lauernd zu ihm hinüber Kaum eine halbe Stunde dauerte die Fahrt Sie rollten über die Landstraße bogen rechts ein rappelten über das holprige Pflaster von Lendenich dort mitten im Dorf lag der große Stammsitz der Brinken ein mächtiger fast viereckiger Komplex Garten und Park und darin nach der Straße zu eine Reihe kleiner unansehnlicher alter Gebäude Sie bogen um die Ecke vorbei an dem Schutzpatron des Dorfes dem heiligen Nepomuk Sein Standbild geschmückt mit Blumen und zwei ewigen Lämpchen war in eine Ecknische des Herrenhauses eingelassen Die Pferde standen Ein Diener schloss das innere Tor auf öffnete den Schlag der Kutsche Bring uns Wein Alois befahl der Geheimrat Wir gehen in die Bibliothek Er wandte sich zu seinem Neffen Willst du hier schlafen Frank oder soll der Kutscher warten Der Student schüttelte den Kopf Beides nicht Ich werde zu Fuß zurück gehen zur Stadt Sie schritten über den Hof betraten das lange niedere Haus zur rechten Seite Es war eigentlich nur ein riesiger Saal Dazu ein winziges Vorzimmer und ein paar kleine Nebenglasse Rings an den Wänden standen die langen ungeheuren Regale dicht besetzt mit tausenden von Wänden Niedere Glaskasten standen hier und da voll von römischen Ausgrabungen Viele Gräber waren hier ausgeleert beraubt um ihre geizig bewahrten Schätze Den Boden deckten große Teppiche Ein paar Schreibtische Sessel und Sofas standen herum Sie traten ein Der Geheimrat warf sein Allräunchen auf den Divan Sie brannten die Kerzen an rückten ein paar Sessel zusammen setzten sich nieder und der Diener entkorkte die staubige Flasche Du kannst gehen sagte sein Der junge Herr geht wieder und du musst das Tor schließen Nun wandte er sich dann seinem Neffen zu Frank Braun drank Er nahm das Wurzelmännchen auf und spielte damit Es war immer noch ein wenig feucht und schien jetzt fast biegsam zu sein Es gibt sich deutlich genug murmelte er Da sind die Augen alle beide Da quillt die Nase vor und da öffnet sich der Mund schau doch oben Jakob sieht es nicht aus als ob es gerinse die ärmchen sind etwas verkümmert und die weinchen zusammengewachsen bis zum knie hinab es ist ein seltsames ding er hielt es hoch drehte es nach allen seiten schau dich um all räunchen rief er hier ist deine neue heimat hier passt du her zu Herrn Jakob den Brinken besser noch als in das Haus der Gontrams du bist alt fuhr er fort 400 vielleicht 600 Jahre alt und noch mehr deinen Vater hängten sie weil er ein Mordbube war oder ein Rostdieb oder auch weil er Spottferse machte auf irgendeinen großen Herren im Panzer oder im Priesterhemd einerlei was er tat er war ein Verbrecher in seiner Zeit und sie hängten ihn da spie er sein letztes Leben dieses Lebewohl des Verbrechers in ihrem fruchtbaren Schoß und geheimnisvoll kreiste sie und gebar dich sie die riesige die allgewaltige dich du armseliges hässliches Männlein und sie gruben dich aus zur Mitternachtsstunde am Kreuzwege zitternd vor Angst unter heulenden kreischenden Beschwörungen da saß du als du zum ersten Male des Mondes Licht erblicktest deinen Vater hängen oben am Galgen brüchige Knochen und faulige Fleischfetzen und sie nahmen dich mit sie die ihn aufgeknüpft hatten dort oben deinen Vater dich aber griffen sie schleppten sie heim du solltest ihnen Geld bringen ins Haus rotes Gold und junge Liebe sie wußten es gut du würdest auch Qualen bringen elende Verzweiflung und am Ende schmählichen Tod sie wußten das gut und gruben dich doch aus nahmen dich doch mit tauschten alles gern ein um Liebe und Gold der Geheimrat sagte du hast eine hübsche Art das alles zu sehen mein Junge du bist ein Phantast ja sagte der Student das bin ich wohl bin es so wie du wie ich lachte der Professor nun ich denke mein Leben ist real genug dahingelaufen aber sein Neffe schüttelte den Kopf nein um Jakob das ist es nicht nur nennst du das schon sehr real was andere Leute Fantastereien nennen denk nur an all deine Experimente für dich sind es mehr wie Spielereien sind es Wege die vielleicht einmal zu irgendeinem Ziele führen werden nie aber nie wäre ein normaler Mensch auf deine Gedanken gekommen nur ein Fantast konnte das tun und nur ein wilder Kopf nur ein Mann durch dessen Adern ein Blut fließt heiß wie das von euch Prinkens nur der darf es wagen das zu tun was du jetzt tun sollst um Jakob der alte unterbrach ihn unwillig und doch wieder geschmeichelt du schwärmst Junge und du weißt ja gar nicht ob ich überhaupt Lust dazu haben werde das geheimnisvolle zu tun von dem du redest und von dem ich noch immer keine Ahnung habe aber der Student gab nicht nach seine Stimme klang hell zuversichtlich überzeugungsstark in jeder kleinen Silbe doch um Jakob du wirst es tun ich weiß dass du es tun wirst wirst es schon darum tun weil es kein anderer kann weil du der einzige Mensch in der Welt bist der es vollbringen kann gewiss es gibt noch einige andere Gelehrte die heute dieselben Versuche machen mit denen du begannst die ebenso weit sind wie du vielleicht viel weiter noch aber sie sind normale Menschen trockene hölzerne Männer der Wissenschaft sie würden mich auslachen wenn ich ihnen mit meinen Gedanken käme würden mich einen Narren schelten oder sie würden mich gar zur Türe hin auswerfen weil ich es wagte ihnen mit solchen Sachen zu kommen solchen Gedanken die sie unsittlich nennen unmoralisch und verwerflich solche Ideen die es wagen dem Schöpfer ins Handwerk zu pfuschen die aller Natur ein Schnippchen schlagen sollen du nicht du nicht du wirst mich nicht auslachen und nicht zur Türe hin auswerfen ich werde es reizen wie es mich reizt und darum bist du der einzige Mensch der es kann aber was denn bei allen Göttern rief der Geheimrat was denn nur der Student erhob sich füllte die beiden Gläser zum Zauberer rief er stoß an es soll ein neuer junger Wein fließen aus deinen alten Schläuchen stoß an oben Jakob es lebe dein Kind er stieß an des Onkels Glas lehrte das Seine im Zuge und warf es hoch an die Decke oben klirrte es aber lautlos fielen die Scherben hinab auf die schweren Teppiche er rückte seinen Sessel näher heran und wirst schon ungeduldig sein über meine langen Einleitungen nimm sie mir nicht übel sie helfen mir nur die Gedanken zurecht zu denken sie zu kneten sie fasslich zu machen und greifbar so aber fass ich's du sollst ein Allraunwesen schaffen um Jakob sollst diese alte Sage zur Wahrheit machen was tut ob es Aberglauben ist mittelalterlicher Gespenster waren mystischer Schnickschnack aus Wahrheit du schaffst sie sie steht da klar im lichte der tage greifbar vor aller welt kein dummster professor wird sie leugnen dürfen gib acht wie du es machen sollst den verbrecher onkel wirst du leicht finden es ist gleich denke ich ob er am galgenstab oder am kreuz wege wir sind fortgeschritten leute der gefängnishof und unsere guillotine sind ja viel bequemer auch für dich bequemer dank deiner verbindungen wirst du es leicht anstellen können den seltenen stoff zu bekommen dem tode selbst ein neues leben zu entreißen und die erde greift das symbol heraus oheim das ist die fruchtbarkeit die erde ist das weib sie nährt den samen der ihrem schoße anvertraut wurde nährt ihn lässt ihn keimen wachsen blühen und früchte tragen so nimm du das was fruchtbar ist wie die erde selbst nimm das weib aber die erde ist auch die ewige metze sie ist allen dienstbar sie ist die ewige mutter ist die immer feile dirne für unendliche milliarden keinem versagt sie den geilen leib jeder der will mag sie haben alles was leben hat befruchtet ihren gebärfreudigen schoß durch die jahrtausende hin und darum um jakob musst du eine dirne wählen nimm die schamloseste nimm die frecheste von allen nimm eine die geboren wurde zur metze nicht eine die ihr gewerbe treibt aus not eine die der verführung erlegen ist oh nein die nicht nimm eine die schon buhlerin war als sie gehen lernte eine der ihre Schande eine Lust ist und das einzige Leben die musst du wählen ihr Schoß wird sein wie der der Erde du bist reich du wirst sie finden bist ja kein Schulbob in solchen Dingen du magst ihr viel Geld geben sie dir kaufen für deinen Versuch und wenn sie die rechte ist wird sie sich winden vor lachen wird dich an ihren fettigen Busen pressen und dich abküssen vor Lust weil du ihr etwas bietest was ihr kein anderer Mann je bot vor dir was dann kommt das weißt du besser als ich wirst das ja wohl auch mit Menschen zustande bringen was du mit Affen machst und mit Meerschweinchen bereit sein ist alles bereit für den Augenblick in dem deines Mörders kopffluchend in den Sack springt er war aufgesprungen lehnte sich an den Tisch sah zu dem alten hinüber mit starren eindringlichen Augen und der Geheimrat fing seinen Blick parierte ihn schielend wie ein schmutziger krummer türkensäbel der sich kreuzt mit schwankem florett und dann Herr Neffe sagte er und dann wenn das Kind zur Welt kommt was dann der Student zögerte langsam tropfend fielen seine Worte dann werden wir ein Zauberwesen haben seine Stimme schwang leise schmiegsam und klirrend wie Seitentöne dann werden wir sehen was wahres ist an der alten Geschichte werden hineinschauen können in den tiefsten Bauch der Natur der Geheimrat öffnete die Lippen aber Frank Braun fiel ihm ins Wort ehe er noch sprach dann mag sich zeigen ob es etwas gibt irgendein geheimnisvolles das stärker ist als alle Gesetze die wir kennen mag sich zeigen ob es der mühe wert ist dies leben zu leben auch für uns auch für uns wiederholte der professor frank braun sagte ja om jakob auch für uns für dich und für mich und die paar hundert menschen die über dem leben stehen und die doch gezwungen sind die Straßen zu gehen die mit dem verstande nach alledem was ich erkannt habe glaube ich ganz gewiss nicht an einen gott nur mit dem gefühl aber das gefühl ist etwas so unkontrollierbares etwas so ja ja onkel rief der student mit dem gefühl also der professor wehrte sich noch immer rückte hin und her in seinem sessel nun wenn ich offen sein soll manchmal selten genug in langen zwischenräumen da schrie frank braun glaubst du glaubst du an einen gott ich wusste das wohl alle die pränkens taten es alle bisschen ab zu dir er warf den kopf hoch hob die lippen und zeigte die blanken zahnreihen und er fuhr fort jedes wort hart ausstoßend dann wirst du es tun um jakob dann musst du es tun und nichts wird dich mehr retten denn es ist dir etwas gegeben was nur einem wird unter Aber Millionen Menschen es war dir die Möglichkeit Gott zu versuchen wenn er lebt dein Gott so muss er dir antwort geben auf diese freche frage er schwieg ging mit großen schritten hin und wieder durch den langen saal nahm dann seinen hut auf trat hin zu dem alten gute nacht om jakob sagte er wirst du es tun er schreckte ihm seine hand hin aber der alte sah es nicht starrte vor sich hin brütete ich ich weiß es nicht antwortete er endlich frank braun nahm das räunchen vom tisch schob es dem alten in die hände seine stimme klang höhnisch und hochmütig da berat es mit dem da aber dann im augenblick änderte sich der tonfall still sagte er ich weiß es du wirst es tun er schritt rasch der Türe zu blieb noch einmal stehen wandte sich kam zurück noch eins um jakob wenn du es tust aber der geheimrat fuhr auf ich weiß nicht ob ich tue gut sagte der student ich frage ja nicht danach nur für den fall dass du es tun solltest willst du mir etwas versprechen was denn forschte der professor er antwortete lade nicht die fürstin als zuschauerin ein warum denn nicht fragte der geheimrat und frank braun sprach weich und sehr ernst weil diese sache zu heilig ist dann ging er er trat aus dem haus schritt über den hof der diener öffnete das tor schloss es dann knarrend hinter ihm frank braun trat auf die straße blieb stehen vor dem bilde des heiligen schaute es prüfend an oh lieber heiliger sagte er blumen bringt man dir und frisches öl für deine lämpchen aber nicht dies haus sorgt für dich das dir obdach gewährt hier schätzt man dich höchstens als ein altertum gut für dich dass das volk noch baut auf deine macht und er sang leise so rund johann von nepomuk retter vor flut gefahr schütze mein haus vor fluten sollst du es hüten lass wasser anderswo wüten johann von nepomuk schütze mein haus ach alter götze fuhr er fort du hast es leicht dies dorf zu schützen vor flut gefahr seit es drei viertel stunden abliegt vom rhein und seit der rhein so hübsch reguliert ist und zwischen stein mauern läuft aber versuch es doch du frummer nepomuk dies haus zu erretten vor der flut die nun über ihm zusammen brechen soll sieh ich liebe dich steinerner heiliger weil du meine mutter schutzpatron bist johanna nepomukena heißt sie heißt dazu hubertina da wird sie nie von einem tollen hund gebissen erinnerst du dich wie sie zur welt kam in diesem hause an den tage der dir geweiht ist darum trägt sie deinen namen johann von nepomuk und weil ich sie liebe mein heiliger will ich dich warnen um ihre twinnen da drinnen weißt du ist heute nacht ein anderer heiliger eingezogen ein recht unheiliger eigentlich ein kleines männchen nicht aus stein wie du und nicht schön angezogen im falten gewande nur aus holz ist es und jämmerlich nackt aber es ist alt wie du und älter vielleicht und man sagt dass es eine seltsame macht habe so versuche es doch sagt nepomuk beweise deine kraft einer muss fallen von euch du oder das männchen da mag sich entscheiden wer Herr sein wird über das haus der prinken zeig nun mein heiliger was du kannst frank braun grüßte und schlug ein kreuz lachte kurz auf zog mit raschen schritten durch die gassen kam hinaus auf die felder sog in vollen zügen die frische nachtluft ein schritt auf die stadt zu dann in den alleen unter den blühenden kastanien verlangsamte er seinen schritt schlenderte träumend leise summend daher aber plötzlich blieb er stehen zögerte einen augenblick wandte sich bog schnell links ab hinein in den breiten baumschuler weg blieb stehen sah sich um nach nach beiden seiten schwang sich hinauf auf die niedere mauer sprang hinunter an der anderen seite lief durch den stillen garten auf eine breite rote villa zu dort blieb er stehen blickte hinauf spitzte die lippen und sein wilder kurzer pfiff jagte durch die nacht zweimal dreimal rasch nacheinander irgendwo schlug ein hund an über ihm aber öffnete sich leise bist du's und er sagte ja ja sie huschte ins zimmer kam gleich wieder zurück nahm ihr taschentuch band etwas hinein warf es hinunter da lieber der schlüssel aber sei leise dass die eltern nicht aufwachen frank braun nahm den schlüssel auf stieg die kleine marmortreppe hinauf öffnete die türe trat hinein und während er hinauftappte im dunkeln leise und vorsichtig bewegten sich seine jungen lippen johann von nepomuk retter von flut gefahr schütz mich vor lieb lass andere liebes toll werden lass mir die ruh auf erden johann von nepomuk schütz mich vor lieb lieb Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Alraune von Hans-Heinz Ebers diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Alka Hest Abschnitt 4 Viertes Kapitel Erster Teil Viertes Kapitel Das Kunde gibt Wie sie Alraunes Mutter fanden Frank Braun saß auf der Weste Oben auf Ehrenbreitstein Saß schon zwei Monate dort und hatte noch drei zu sitzen Den ganzen Sommer hindurch und das alles weil er ein Loch in die Luft geschossen hatte und sein Gegner auch Er langweilte sich Er saß oben auf der Brüstung des Brunnens der weit hinab sah von dem steilen Fels in den Rhein ließ die Beine baumeln schaute ins Blaue und gähnte und genau dasselbe taten die drei Genossen die mit ihm da saßen keiner sprach ein Wort sie trugen gelbe Trillichjacken die sie hatten sie sich riesige schwarze Ziffern auf den Rücken malen lassen die sollten die Nummern ihrer Zellen bedeuten zwei vierzehn und sechs waren da Frank Braun aber trug die Nummer sieben dann kam ein Trupp Fremder hinauf Engländer und Engländerinnen die ein Sergeant von der Wache führte er zeigte ihnen die armen Gefangenen mit den großen Nummern die so trübselig da saßen da regte sich ihr Mitleid und mit Achs und Os fragten sie den Sergeant ob man den elenden Menschen nichts geben dürfe das sei streng verboten sagte der und er dürfe so etwas nicht sehen aber in seines Herzens großer Güte drehte er sich um und erklärte den Herren die Gegend dort liege Koblenz sagte er und da hinten Neuwied und dort unten am Rhein derweilen kamen die Damenherren die armen Gefangenen streckten die Hand nach hinten hielten sie gerade unter die dicke Nummer da hinein tropften die Geldstücke fielen Zigaretten und Tabak manchmal auch eine Visitenkarte mit einer Adresse das war das Spiel das Frank Braun erfunden und eingeführt hatte hier oben es ist eigentlich entwürdigend meinte Nummer 14 das war der Rittmeister Baron Flechtheim du bist ein Idiot sagte Frank Braun entwürdigend ist nur dass wir uns so vornehm dünken dass wir alles den Unteroffizieren geben und nichts behalten wenn wenigstens die verdammten englischen Zigaretten nicht so parfümiert wären er besah sich den Raub da schon wieder ein Pfundstück dabei der Sergeant wird sich freuen Herrgott ich könnte es gut selber gebrauchen heute wie viel hast du denn gestern verloren fragte Nummer 2 Frank Braun lachte pah meinen ganzen Wechsel der am Morgen ankam und dazu ein paar Ehrenscheine auf einige blaue hol der Henker das Back Nummer 6 war ein blutjunger Fähnrich ein Bübchen das aussah wie Milch und Blut das seufzte tief ich hab auch alles verjuit na und du meinst uns geht es anders schnauzt die Nummer 14 an und zu denken dass die drei Halunken sich jetzt mit unserem Geld in Paris amüsieren wie lange denkst du dass sie bleiben werden Dr. Klavaian Marinearzt Festungsstuben Gefangener Nummer 2 sagte ich hätte drei Tage länger können sie nicht gut wegbleiben ohne dass man es merkt und länger reichen die auch mit dem Geld nicht die das waren Nummer 4 Nummer 5 und Nummer 12 sie hatten in der letzten Nacht tüchtig gewonnen und waren gleich am Morgen den Berg hinunter geklettert um mit dem Frühzuge nach Paris zu fahren sich ein bisschen auszuspannen wie man das auf der Festung nannte was wollen wir anfangen diesen Sonntagnachmittag fragte Nummer 14 streng deinen blöden Schädel einmal selber an rief Frank Braun dem Rittmeister zu er sprang von der Mauer hin ab ging durch den Kasernenhof in den Offiziersgarten er war missgestimmt genug pfiff laut vor sich hin nicht der Spielverlust war es das war ihm öfters passiert und drückte ihn durchaus nicht aber dieser klägliche Aufenthalt hier oben dieses unerträgliche Einerlei gewiss die Festungsbestimmungen waren leicht genug und es war dazu keine dabei die die Herrgefangenen nicht in jeder Stunde verletzten sie hatten ihr eigenes Casino hier oben in dem ein Klavier stand und ein Harmonium zwei Dutzend Zeitungen hielten sie hatten jeder seinen eigenen Burschen und als Zelle einen mächtigen Raum einen Saalfast für den sie dem Staater eine tägliche Miete von einem Pfennig zahlten sie ließen sich ihr Essen aus dem besten Gasthofe der Stadt kommen und ihr Weinkeller war in allerschönster Ordnung nur eines war zu tadeln man konnte seine Zimmertüre nicht von innen verschließen das war der einzige Punkt in dem die Kommandatur ungeheuer streng war seitdem einmal ein Selbstmord vorgekommen wurde jeder Versuch einen Riegel innen anzubringen im Keime erstickt sie sind ausgemachte Trottel dort unten dachte Frank Braun als ob man sich nicht gerade so gut ohne Riegel selbst morden könnte dieser fehlende Riegel quälte ihn jeden Tag verdarb ihm alle Freude am Dasein denn so war es unmöglich allein zu sein auf der Festung er hatte mit Seilen und mit Ketten die Türe festgemacht hatte sein Bett davor gestellt und alle anderen Möbel es nutzte nichts nach einem mehrstündigen Kampf war alles zertrümmert und zerschlagen stand doch die ganze Gesellschaft triumphierend in seinem Zimmer oh diese Gesellschaft jeder Einzelne war ein harmloser netter gutmütiger Kerl jeder Einzelne einer mit dem man allein wohl einmal eine halbe Stunde plaudern konnte aber zusammen waren sie unerträglich es war der Koment der sie alle niederschlug diese wilde Mischung von Offiziers und Studentenkoment aufgeputzt durch einige besondere Nachheiten der Festung man sang man trank und man joite einen Tag eine Nacht um die andere und dazwischen ein paar Mädel die man heraufschleppte und ein paar Spritztouren die man hinuntermachte das waren die Heldentaten und man sprach auch von nichts anderem mehr die die am längsten oben waren waren die schlimmsten ganz verkommen in diesem ewigen Rundlauf Dr. Bärmüller der seinen Schwager erschossen hatte und nun schon seit zwei Jahren hier oben saß und sein Nachbar der Dragonerleutnant Graf von Wallendar der noch ein halbes Jahr länger die gute Luft hier oben genuß und die die neu kamen taten es in kaum einer Woche schon den anderen gleich wer am rohesten war und am wildesten der stand hoch im Ansehen Frank Braun stand im Ansehen er hatte gleich am zweiten Tag das Klavier abgeschlossen weil er des Rittmeisters grässliches Frühlingslied nicht länger anhören wollte hatte den Schlüssel in die Tasche genommen und dann hinuntergeworfen vom Festungswall er hatte auch seinen Pistolenkasten mitgebracht und schoss nun den lieben langen Tag und saufen konnte er und Fluchen so gut wie einer hier oben eigentlich hatte er sich gefreut auf diese Sommermonate auf der Feste er hatte einen großen Stoß Bücher mitgeschleppt neue Federn und blankes Papier er glaubte hier arbeiten zu können freute sich auf den Zwang in der Einsamkeit aber er hatte kein Buch aufmachen können hatte nicht einmal einen Brief geschrieben war hineingezogen in diesen wilden kindischen Strudel der ihn ekelte und den er doch so gründlich mitmachte Tag um Tag er hasste seine Kameraden jeden Einzelnen unter ihnen sein Bursche kam in den Garten salutierte Herr Doktor ein Brief ein Brief am Sonntagnachmittag er nahm ihm dem Soldaten aus der Hand es war ein Eilbrief der ihm nachgeschickt war hierher er erkannte die dünnen Züge seines Onkels von dem was wollte der plötzlich von ihm und er wog den Brief in der Hand er hatte gute Lust ihn zurückgehen zu lassen Annahme verweigert was ging ihm dieser alte Professor an ja das war das letzte was er von ihm sah als er mit ihm nach Lendenich fuhr nach jenem Fest bei den Gontrams als er ihm einzureden versuchte er müsse ein Allrauenwesen schaffen damals vor zwei Jahren ah wie weit lag das nun schon zurück er war war auf eine andere Universität gegangen hatte zur rechten Zeit seine Examina gemacht saß nun in einem lotringischen Loch war tätig als Referendar war tätig bah er setzte das Leben fort das er geführt hatte auf der Hohenschule war gern gesehen bei den Frauen und bei allen denen die ein lockeres Leben liebten und wilde Sitten und er war sehr ungern gesehen bei seinen Vorgesetzten oh ja er arbeitete auch wohl hier und da so für sich aber es war sicher stets etwas was seine Vorgesetzten groben Unfug nannten wenn er eben konnte drückte er sich fuhr nach Paris war besser zu Hause auf der Bütte Sacré als im Gericht und er wusste nicht recht wohin das alles führen sollte das war ja gewiß dass er nie ein Jurist sein würde Rechtsanwalt oder Richter oder sonst ein Beamter aber was sollte er sonst machen er lebte dahin in den Tag hinein machte neue Schulden immer noch hielt er den Brief in der Hand begierig ihn aufzureißen und doch voller Lust ihn so zurückzugeben wie er war als eine späte Antwort auf den anderen Brief den ihm der Onkel schrieb vor zwei Jahren das war kurz nach jener Nacht gewesen mit fünf anderen Studenten war er zur Mitternacht durchs Dorf geritten zurück von einem Ausflug in die sieben Berge und er hatte alle eingeladen aus einer plötzlichen Laune heraus zum Nachtmale im Hause Tintbrinken sie rissen die Schelle ab schrien laut hämmerten gegen das schmiedeeiserne Tor machten einen Heidenlärm dass das Dorf zusammen lief der Geheimrat war verreist aber der Diener ließ sie ein auf das Neffenbefehl sie brachten die Gäule zum Stalle und Frank Braun ließ die Dienerschaft wecken ließ ein großes Essen herrichten und holte selbst die besten Weine aus des Ohrheimskeller und sie schmausten und tranken und sangen tobten herum durch das Haus und Garten lärmten heulten und zerschlugen was vor ihre Fäuste kam früh erst am Morgen ritten sie heim johlend und grölend hingen auf ihren Gäulen wie wilde Cowboys die einen und die anderen wie alte Mehlsäcke die jungen Herren benahmen sich wie die Schweine berichtete Alois dem Herrn Geheimrat doch das war es nicht was diesen so erboste kein Wort hätte er darüber verloren aber auf dem Buffet lagen seltene Äpfel taufrische Nektarinen Birnen und Pfirsiche aus seinen Treibhäusern edle Früchte mit unsäglicher Mühe gezogen Erstlinge von neuen Bäumen lagen auf Watte dort auf goldenen Tellern zum Nachreifen aber die Studenten hatten keinerlei Pietät vor des Professors Liebe waren respektlos darüber hergefallen hatten sie angebissen dann da sie halb unreif noch waren wieder liegen lassen das war es er schrieb seinem Neffen einen erbitterten Brief er suchte ihn nie wieder sein Haus zu betreten und Frank Braun wieder war tief verletzt über den Grund dieses Schreibens den er als jämmerliche Kleinlichkeit empfand hätte ihn der Brief den er nun in der Hand hielt dort erreicht wohin er gesandt war in Metz oder gar auf dem Montmartre er würde keine Sekunde gezögert haben ihn zurückgehen zu lassen hier aber hier in dieser kräslichen Langeweile der Festung er entschloss sich auf alle Fälle ist es eine Abwechslung murmelte er öffnete den Brief der Onkel teilte ihm mit dass er nach reiflicher Überlegung gewillt sei der Anregung die er seine Neffe ihm damals gegeben Folge zu leisten er habe nun auch schon einen geeigneten Vaterkandidaten die Revision des Raubmörders Nörrissen sei zurückgewiesen und es sei nicht anzunehmen dass das Begnadigungsgesuch mehr Erfolg habe nun suche er nach einer Mutter er habe schon einige Versuche nach dieser Richtung hin gemacht diese seien aber leider durchaus negativ verlaufen es scheine doch nicht ganz so leicht hier das Richtige zu finden aber die Zeit dränge und er frage nun seine Nöffen ob er bereit sei ihn in dieser Angelegenheit zu unterstützen Frank Braun starrte den Burschen an ist der Briefträger noch da fragte er zum Befehl Herr Doktor meldete der Soldat sag ihm er solle warten da gib ihm ein Trinkgeld er suchte in seinen Taschen schließlich fand er noch ein Markstück den Brief in der Hand eilte er zurück dem Gefangenenhause zu doch kaum war er auf dem Kasernenhofe angelangt als ihm die Frau des Feldwebels mit einem Depesche-Boten entgegen kam ein Telegram für sie rief die Frau es war von Dr. Petersen dem Assistenzarzt des Geheimrats es lautete Exzellenz befinden sich seit vorgestern in Berlin Hotel de Rome erwarten umgehend Nachricht ob sie eintreffen lassen herzlich grüßen Exzellenz also der Onkel war Exzellenz geworden und darum war er in Berlin in Berlin ah das war schade er wäre lieber nach Paris gefahren dort hätte er gewiss viel leichter etwas gefunden und etwas besseres wohl auch einerlei nun war es einmal Berlin zumindest war es eine Unterbrechung in dieser Öde er überlegte einen Augenblick er musste fort heute Abend noch aber er hatte keinen Pfennig Geld und die Kameraden hatten ja auch nichts er sah die Frau an sie Frau Feldwebel begann er aber nein das ging nicht und er schloss geben sie dem Mann ein Trinkgeld schreiben sie es mir auf die Rechnung er ging in sein Zimmer ließ den Handkoffer packen befahl den Burschen ihn gleich zum Bahnhof zu bringen und dort zu warten dann ging er hinunter in der Türe stand der Feldwebel der Aufseher des Gefangenenhauses händeringend fast aufgelöst sie wollen auch fort Herr Doktor jammerte er und die drei Herren sind schon weg nach Paris ins Ausland Herrgott das kann ja kein gutes Ende nehmen ich falle herein ich allein ich trage die Verantwortung na es wird nicht so schlimm sein antwortete Frank Braun ich reise ja nur auf ein paar Tage und die anderen Herren werden dann auch wohl zurück sein der Feldwebel klagte weiter es ist ja nicht wegen mir ich sag gewiss nichts aber die anderen sind alle so neidisch auf mich und heute hat gar der Sergeant Beckert die Wache der der wird's Maul halten entgegnete ihm Frank Braun der hat erst über 30 Mark von uns bekommen mildtätige Gaben der Engländerinnen übrigens gehe ich nach Koblenz zur Kommandantur Urlaub zu erbitten sind sie nun zufrieden aber der Gefangenenaufseher war gar nicht zufrieden was zur Kommandatur aber Herr Doktor sie haben ja keinen Urlaub von hier oben fortzugehen hinunter zur Stadt und sie wollen gar zur Kommandatur Frank Braun lachte jawohl gerade dahin ich muss nämlich den Kommandanten um Reisegeld anpumpen der Feldwebel sagte kein Wort mehr stand da rührte sich nicht völlig versteinert mit weit offenem Munde gib mir 10 Pfenniger Schorsch rief Frank Braun seinem Burschen zu für das Brückengeld er nahm das Geldstück und ging mit schnellen Schritten über den Hof in den Offiziersgarten und von dort auf das Glas schwang sich auf die Mauer fasste an der anderen Seite den Ast einer mächtigen Esche und kletterte hinab an ihrem Stamm stieg durch das dichte Unterholz den mächtigen Fels hinab in 20 Minuten schon war er unten das war der Weg den sie gewöhnlich einschlugen auf ihren nächtlichen Streifzügen er ging den Rhein entlang bis zur Schiffbrücke dann hinüber nach Koblenz er kam zur Kommandatur er fuhr wo der General wohnte und eilte dorthin er gab seine Karte ab und ließ sagen dass er in sehr dringlicher Angelegenheit komme der Herr General empfing ihn hielt seine Karte in der Hand womit kann ich ihnen dienen Frank Braun sagte gestatten Exzellenz ich bin Festungsstuben Gefangener der alte General musterte ihn ziemlich ungnädig sichtlich verstimmt über die Störung nun was wollen sie wie kommen sie übrigens hinunter in die Stadt haben sie Urlaub jawohl Exzellenz sagte Frank Braun Kirchenurlaub er log aber er wusste gut der General wollte nur eine Antwort haben ich komme um Exzellenz zu bitten mir drei Tage Urlaub zu geben nach Berlin mein Onkel liegt im Sterben der Kommandant fuhr auf was geht nicht ihr Onkel an ist vollkommen ausgeschlossen sie sitzen da oben nicht zu ihrem Vergnügen sondern weil sie Staatsgesetze übertreten haben verstehen sie da könnte er jeder kommen mit sterbenden Onkeln und Tanten wenn es nicht wenigstens die Eltern sind verweigere ich ihnen einen solchen Urlaub grundsätzlich ich danke Gehorsamsexzellenz erwiderte er ich werde meinem Onkel seiner Exzellenz dem wirklichen Geheimen Rat Professor Tenbrink insofort raten dass es seinem einzigen Neffen leider nicht erlaubt wurde an sein Sterbebett zu eilen um ihm die müden Augen zudrücken zu können er verbeugte sich machte eine Wendung zu Thüringen aber der General hielt ihn zurück wie er erwartet hatte wer ist ihr Herr Onkel fragte er zögernd Frank Braun wiederholte den Namen und die schönen Titel nahm dann das Telegramm aus der Tasche und reichte es hinüber mein armer Onkel versuchte in Berlin eine letzte Rettung leider ist die Operation sehr unglücklich verlaufen hm machte der Kommandant na fahren Sie junger Freund fahren Sie sofort vielleicht ist doch noch Hilfe möglich Frank Braun machte eine Jammermine sagte das steht nur bei Gott wenn mein Gebet da etwas nützen könnte er unterbrach einen schönen Seufzer und fuhr fort ich danke Gehorsams Exzellenz ich habe noch eine Bitte der Kommandant gab ihm das Telegramm zurück welche fragte er und Frank Braun platzte heraus ich habe kein Reisegeld ich möchte Exzellenz bitten mir 300 Mark zu leihen der General sah ihn an misstrauisch genug kein Geld so also kein Geld aber gestern war doch der Erste Wechsel nicht eingetroffen was wechsel prompt eingetroffen Exzellenz erwiderte er rasch aber ebenso prompt in der Nacht feioit da lachte der alte Kommandant ja ja das ist zur Sühne ihres Verbrechens die Missetäter also 300 Mark brauchen sie jawohl Exzellenz mein Onkel wird sich gewiss freuen wenn ich ihm mitteilen darf dass Exzellenz mir aus der Patsche geholfen haben der General wandte sich ging zum Ahrenheim öffnete ihn und entnahm drei Scheine einer kleinen Kasse er reichte seinem gefangenen Feder und Papier und ließ sich einen Schuldschein ausstellen dann gab er ihm das Geld Frank Braun nahm es mit einer leichten Verbeugung danke Gehorsams Exzellenz keinen Dank sagte der Kommandant reisen sie glücklich und kommen sie pünktlich einmal danke Gehorsams Exzellenz dann eine letzte Verbeugung und er war draußen er sprang die sechs Stufen der Vordertreppe mit einem Satzchen ab musste sich fest zusammen nehmen dass er nicht einen lauten Juchzer ausstieß so das wäre gelungen er rief einen Wagen an fuhr hinüber nach Ehrenbreitstein zum Bahnhofe er blätterte im Fahrplan fand dass er noch drei Stunden zu warten hatte rief den Burschen der mit dem Koffer wartete befahl ihm schleunig hinauf zu laufen und den fähnrich von plässen hinunter zu schicken zum roten Hahnen aber bring den richtigen schorsch schärfte er dem Soldaten ein den jungen Herrn der erst unlängst kam den der die Nummer sechs auf dem Rücken trägt da warte noch dein Groschen hat Zinsen getragen er warf ihm saß am Fenster blickte hinab auf die Sonntagsbürger die am Rhein wandelten endlich kam der fähnrich na was ist los setz dich sagte frank braun halt maul frag nicht iss und trink und sei froh er gab ihm einen 100 mark schein so die zeche wirst du zahlen der rest ist für dich und sag denen droben ich sei nach berlin gefahren mit Urlaub aber ich würde ihn wohl überschreiten käme erst ende der woche zurück der blonde Fenrich starrte ihn an voll ehrlicher bewunderung sag nur wie hast du denn das angefangen mein geheimnis sagte frank braun aber es würde euch auch nichts nützen wenn ich es euch verriete auf den bluff fällt auch die gutmütigste Exzellenz nur einmal herein prosit der Fenrich brachte ihn zum zuge hob ihm den koffer hinein winkte dann mit dem hut und dem taschentuch frank braun trat zurück vom fenster vergaß in demselben augenblick den kleinen fähnrich und all seine mitgefangenen und die ganze festung er sprach mit dem schaffner streckte sich lang aus in seinem halb coupé machte die augen zu schlief der schaffner musste ihn tüchtig schütteln bis er aufwachte wo sind wir denn fragte er schlaftrunken gleich bahnhof friedrichstraße er suchte seine sachen zusammen stieg aus fuhr zum hotel ließ sich ein zimmer geben badete wechselte die kleider ging dann hinunter zum frühstücks zimmer in der tür schon kam ihm dr petersen entgegen ah sie sind da lieber herr doktor rief er wie es sich exzellenz freuen werden exzellenz wieder exzellenz diese drei es taten ihm ordentlich wehen ohren wie geht es denn meinem onkel fragte er besser besser wiederholte der arzt wieso besser exzellenz sind doch nicht krank so so sagte frank braun nicht krank schade ich dachte der onkel lege im sterben dr petersen sah ihn verwundert an ich verstehe sie gar nicht er unterbrach ihn ist auch nicht nötig es tut mir das wäre doch sehr nett da würde ich ihn doch beerben nicht wahr vorausgesetzt dass er mich nicht enterbt hat was auch möglich ist sogar höchst wahrscheinlich er sah den verblüfften arzt vor sich stehen weidete sich einen augenblick an seiner verlegenheit dann fuhr er fort aber sagen sie mir doch doktor seit wann ist denn mein onkel eigentlich exzellenz seit vier Tagen bei gelegenheit er seit vier Tagen also und wie viele Jahre sind sie jetzt bei ihm als rechte Hand nun das mögen nun wohl zehn Jahre sein erwiderte doktor petersen und zehn Jahre lang haben sie nun zu ihm geheimrat gesagt und ihn mit sie angeredet nun aber in den vier Tagen ist er so völlig schon exzellenz für sie dass sie selbst ihn nicht einmal anders denken können als in dritter person pluralis erlauben sie herr doktor sagte der assistenzarzt eingeschüchtert und betreten erlauben sie wie meinen sie das eigentlich aber frank braun nahm ihn unter den arm führte ihn zum frühstückstisch oh ich meine Herr Doktor dass sie eben ein Mann von Welt sind einer der Formen hat und Manieren einer der einen angeborenen Instinkt hat für wirkliche Bildung so meine ich und nun Doktor wollen wir frühstücken und sie erzählen mir was sie ausgerichtet haben inzwischen befriedigt setzte sich dr. petersen nieder durchaus ausgesöhnt beglückt beinahe dieser junge referendar den er noch als kleinen schulbuben gekannt hatte war ja freilich ein windhund war ein echter durchgänger aber er war doch immer der neffe von exzellenz der assistenzarzt mochte ein 36er sein er war mittelgroß und frank braun dachte dass alles mittel sei an diesem menschen nicht groß und nicht klein war seine nase nicht hässlich und nicht hübsch sein gesicht er war nicht mehr jung und dunkel und hell nicht dumm und nicht klug war er nicht gerade langweilig und doch nicht unterhaltend seiner kleidung war nicht elegant und doch auch nicht ordinär so der gute durchschnitt war er in allem das war der rechte man den der geheimrat brauchte ein tüchtiger arbeiter gescheit genug um alles zu begreifen und alles zu leisten was man von ihm verlangte und doch nicht so intelligent um darüber hinaus zu gehen klar hin einzublicken in das bunte spiel das sein herr spielte wie viel gehalt bekommen sie eigentlich bei meinem onkel fragte ihn frank braun nicht gerade sehr glänzend aber doch recht reichlich war die antwort ich kann schon zufrieden sein zu neuer habe ich wieder 400 mark zulage erhalten er bemerkte mit einer gewissen bewunderung dass der neffe sein frühstück mit obst begann einen apfelaas und eine handvoll kirschen was für zigarren rauchen sie inquirierte der referendar was ich rauche so eine mittelsorte nicht zu stark er unterbrach sich aber warum fragen sie das eigentlich herr doktor na so sagte frank braun es interessierte mich eben aber nun erzählen sie mir was sie eigentlich schon getan haben in dieser sache hat ihnen der geheimrat seine pläne mitgeteilt gewiss nickte dr peterson stolz ich bin der einzige der darum weiß außer ihnen natürlich der versuch ist von aller höchster wissenschaftlicher bedeutung der referendar räusperte sich meinen sie ganz zweifelsohne bekräftigte der arzt und es ist geradezu genial wie seine exzellenz es herauskügelten jede möglichkeit einer eventuellen anfeindung von vornherein zu ersticken sie wissen ja wie vorsichtig man sein muss wie wir ärzte immer wieder von einem törichten laienpublikum angegriffen werden wegen so mancher doch so absolut notwendiger versuche das ist die vivisektion gott die leute werden ja krank wenn sie nur das wort hören alle unsere experimente mit krankheitserregern impfungen und so weiter sind der laienpresse schon ein dorn im auge obwohl wir doch fast um künstliche befruchtung handelt und wo mensche in frage kommen da fanden exzellenz das einzig mögliche einen hingerichtigen mörder und eine eigens für diesen zweck bezahlte dirne sagen sie selbst für ein solches material wird auch der humanitätsdusseligste pastor sich nicht gerne einsetzen wollen ja es ist großartig bestätigte ihm frank braun sie haben wirklich recht wenn sie die kapazität ihres chefs so anerkennen dr peterson berichtete dann dass seine exzellenz mit seiner hilfe in köln verschiedentlich versuche gemacht hätten die geeignete frauensperson herbeizuschaffen leider obwohl 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 auch er immer wieder ihnen vor augen gehalten habe dass einmal gar nichts gefährliches dabei sei dass zweitens sie doch ein recht schönes stück geld verdienen würden und dass sie drittens der medizinischen wissenschaft einen sehr großen dienst erweisen würden einer habe gar laut geschrien die ganze wissenschaft könne ihr und sie habe einen sehr hässlichen ausdruck gebraucht pfui sagte frank braun wie konnte sie nur und da habe es sich dann ja sehr gut getroffen dass seine exzellenz bei gelegenheit des internationalen gynäkologenkongresses nach berlin hätte fahren müssen hier in der weltstadt würde man ja zweifellos eine weit größere auswahl haben auch sei anzunehmen dass die begriffe der infrage kommenden personen nicht ganz so beschränkt seien wie in der Provinz neuen und dafür mehr praktischen sinn für den materiellen vorteil und mehr ideelles interesse für die wissenschaft habe besonders letzteres unterstrich frank braun und dr petersen pflichtete ihm bei es sei ja unglaublich gewesen auf welch veraltete anschauungen sie da in köln gestoßen seien jedes meerschwein jede effin sei ja unendlich viel einsichtsvoller und vernünftiger als diese weibs stücke er habe ordentlich gezweifelt an dem überragenden intellekt der menschheit aber er hoffe dass sein erschütterter glaube hier wieder gefestigt würde ohne jeden zweifel ermutigte ihn der referendar das wäre ja auch eine wahre schande wenn sich berliner dirnen ausstechen lassen würden von äffinnen und meerschweinen übrigens wann wird denn mein onkel kommen ist er schon aufgestanden aber längst erklärte der assistenz haben gegen zehn uhr eine audienz im ministerium na und dann fragte frank braun ja ich weiß nicht wie lange das dauern wird meinte dr petersen auf jeden fall haben mich exzellenz gebeten ihn gegen zwei uhr in der kongress sitzung zu erwarten gegen fünf haben exzellenz dann wieder eine wichtige zusammenkunft hier im hotel mit einigen berliner kollegen und um sieben sind exzellenz zum frank braun überlegte im grunde war es ihm ganz lieb dass sein onkel den ganzen tag beschäftigt war da brauchte er sich nicht um ihn zu bekümmern wollen sie meinen onkel ausrichten sagte er dass wir uns um elf uhr heute nacht hier unten im hotel treffen wollen um elf uhr der assistenzarzt machte ein etwas bedenkliches gesicht ist das nicht etwas reichlich spät seine exzellenz pflegen um diese zeit schon zu bett zu sein und gar nach einem so anstrengenden tag seine exzellenz werden sich eben heute noch ein bisschen länger anstrengen müssen richten sie das aus doktor entschied frank braun die stunde ist durchaus nicht zu spät für unsere zwecke eher zu früh bestimmen wir also lieber zwölf uhr wenn der arme onkel so sehr abgespannt ist kann nickte kurz und ging weg er biss die zähne aufeinander empfand in demselben augenblicke als er die lippen schloss wie kindisch wie tollpatschig das alles gewesen war was er dem guten doktor vorgeschwatzt hatte wie klein war sein spott gewesen wie billig sein witz er schämte sich fast alle nerven und sehnen schrien nach irgendeiner Betätigung und er ließ die disteln köpfen sein hirn sprühte in tausend funken und er schmiedete studenten witze dr peterson sah ihm lange nach er ist hochmütig sagte er zu sich selbst nicht einmal die hand hatte mir gegeben er schenkte sich noch einmal kaffee ein mischte ihn hübsch mit milch und schmierte bedächtig ein neues butter brot dann mit innerster überzeugung hochmut kommt vor dem fall und bis er in die weiße semmel und hob die tasse zum munde es war beinahe ein uhr in der nacht als frank braun erschien entschuldige oheim sagte er leichthin na lieber neffe erwiderte der geheimrat hast uns lange genug warten lassen der referendar sah ihn groß an ich hatte weiß gott besseres zu tun im übrigen wartest du ja nicht um meine zwillen sondern nur wegen deiner zwecke der professor schielte zu ihm hinüber jünger begann er aber beherrschte sich na lassen wir es ich danke dir neffe dass du herkamst mir zu helfen bist du nun bereit mit zu kommen nein erklärte frank braun blind in kindlichem trotz ich will erst noch einen whisky soda trinken wir haben Zeit genug das war nun seine Natur alle Dinge auf die spitze zu treiben feinfühlig überempfindlich fast gegen jedes kleinste Wort jeden leisesten Ton eines Vorwurfes liebte er doch jeden mit dem er zusammentraf auf das frechste zu brüskieren immer schrie er gröbste Wahrheiten heraus und konnte selbst nicht die sanfteste vertragen er fühlte wohl wie er den alten Herrn verletzte aber die Tatsache gerade dass der Onkel verletzt war dass er seine dummen junge Manieren so ernst nahm und tragisch das gerade kränkte und beleidigte ihn er empfand es fast wie eine herabsetzung dass ihn der Geheimrat so gar nicht verstand dass er nicht durchsah durch den blonden trotz kopf durch das bisschen lumpige Oberfläche und er musste sich dagegen wehren ob er wollte oder nicht musste noch einen halben Korsaren draufsetzen auf den der schon da war musste die Maske noch fester ziehen und den frechen weg gehen den er auf dem Montmartre gefunden er lehrte langsam sein glas erhob sich dann nachlässig wie ein melancholischer prinz der sich langweilt wenn es den herren beliebt seine geste war von oben herab wie zu etwas unendlich tief unter ihm stehenden einen wagen kellner sie fuhren der Geheimrat schwieg seine Oberlippe hing tief herab seine dicken Tränensäcke lappten sich über die Wangen weit standen nach beiden seiten die mächtigen Ohren ab das rechte Auge leuchtete grün schillernd im Dunkeln wie eine Eule sieht er aus dachte Frank Braun wie eine hässliche alte Eule die auf ihr Mäuschen lauert dr. Peterson saß im Vordersitz mit offenem Mund er begriff das alles gar nicht dieses unglaubliche Benehmen des Neffen Exzellenz gegenüber aber der junge Mann fand bald genug sein Gleichgewicht wieder ach wozu sich ärgern über den alten Esel hat ja auch seine guten Seiten am Ende er half dem Geheimrat aus dem Wagen hier rief er bitte einzutreten Kaffee Stern stand auf dem großen Schilde das die Wogenlampe bestrahlte sie traten ein gingen durch die langen Reihen der kleinen Marmortische durch eine Fülle setzten sich endlich hier war ein guter Markt viele Dirnen saßen herum aufgetakelt mit gewaltigen Hüten und bunten Seidenblusen riesige Massen von Fleisch das auf den Käufer wartete sich möglichst breit hinrekelte wie in Schaufenster Auslagen ist dies eines der besseren Lokale fragte der Geheimrat der Neffe schüttelte den Kopf nein um Jakob durchaus nicht wir würden da kaum das finden was zu gut wir brauchen die letzte Hefe hinten saß ein Mann im fettigen verschlissenen Frack am Klavier spielte unaufhörlich einen Gassenhauer nach dem anderen zuweilen grölten mit seinem Spiel ein paar angetrunkene dann kam der Direktor wie sie zur Ruhe erklärte dass es das nicht gäbe in diesem anständigen Lokale kleine Kommis liefen herum ein paar gute Bürger aus der Provinz saßen am ihren Geschwätz mit den dicken Dirnen und die unappetitlichen Kellner zwängten sich zwischen die Tische brachten braune Soßen in Gläsern und gelbe in Tassen die sie dann Bouillon nannten oder Melange auch volle Schnaps Karaffen die jedes kleine Gläschen in Strichen markierten zwei Weiber kamen an ihren Tisch baten um einen Kaffee machten keine Umstände setzten sich und bestellten die Blonde vielleicht flüsterte Dr. Peterson aber der Referendar winkte ab nein nein das ist gar nichts ist nur Fleisch da behalten sie besser ihre Effinnen eine kleine fiel ihm auf hinten im Raum sie war schwarz und ihre Augen kochten vor Gier er stand auf winkte sie in den Gang sie machte sich los von ihrem Begleiter kam auf ihn zu hör mal begann er aber sie sagte heute nicht hab schon einen Kavalier morgen wenn du willst lass ihn laufen drängte er komm mit wir gehen in separee das war verlockend morgen geht's nicht morgen schatz bat sie kann wirklich nicht heute es ist ein alter kunde er zahlt 20 mark frank braun fasste ihren arm ich zahl viel mehr sehr viel mehr verstehst du du kannst dein glück machen es ist nicht für mich es ist für den alten dort und es handelt sich um eine bessere sache sie stutzte ihr blick folgte seinem auge das auf den geheimrat wies der da sagte sie enttäuscht und was wird der wieder verlangen lucy schrie der mensch von ihrem tisch ich komm schon antwortete sie also noch mal heute hierher so um diese zeit blödes frauenzimmer flüsterte er sie sagte sei nicht bös er schlägt mich tot wenn ich nicht mit ihm gehe heute er ist immer so wenn er betrunken ist komm morgen hörst du und lass den alten komm allein brauchst auch nicht zu zahlen wenn du nicht magst sie ließ ihn stehen lief zurück an ihren Tisch Frank Braun sah wie der schwarze Herr mit dem steifen Filzhut ihr erbitterte Vorwürfe machte oh ja sie musste ihm schon treu bleiben für diese nacht er ging langsam durch den saal betrachtete die dirnen aber er fand keinen die ihm lasterhaft genug erschien da war überall noch ein letzter rest bürgerlicher ehrbarkeit irgendein instinktives sich erinnern der zugehörigkeit zu irgendeiner Gesellschaft nein nein da war keine die losgelöst war von allem die frech und selbstbewusst ihren weg ging da seht ich bin eine Hure er hätte es kaum definieren können was er eigentlich suchte es lag im Gefühl es musste so eine sein dachte er die daher gehört an ihren Platz und nirgend anders nicht eine wie diese alle die irgendein bunter zufall hierher verschlagen hatte die gerade so gut kleine Frauen hätten werden können Arbeiterinnen Dienstmädchen Tippfräulein oder gar Telefondamen wenn nur ihres Lebenswind ein klein wenig anders geblasen hätte die nur dirnen waren weil sie des Mannes Ruhe Gier dazu machten nein nein die er suchte die sollte dirne sein weil sie nicht anders konnte weil ihr blut es so heischte weil jeder Zoll ihres Leibes schrie nach immer neuen Umarmungen weil unter den Zärtigkeiten des einen Küssen sie sollte dirne sein so wie er er stockte ja was war er denn eigentlich müde resigniert schloss er seine Gedanken nun so wie er ein träumer war er kehrte an den Tisch zurück komm oheim es ist hier nichts wir wollen ein Haus weiter gehen der Geheimrat protestierte aber der Neffe hörte nicht darauf komm oheim wiederholte er ich versprach dir eine zu finden und ich finde sie sie standen auf zahlten gingen über die Straße immer weiter hinauf dem Norden zu wohin fragte dr. petersen der referendar antwortete nicht schritt weiter betrachtete die großen schilder der kaffeehäuser endlich blieb er stehen kaffee drink her murmelte er das wird das richtige sein in diesen verschmutzten räumen war verzichtet auf jede Talmie eleganz freilich standen auch hier die kleinen weißen marmortische klebten die roten plüschsofas an den wänden brannten auch hier überall die elektrischen birnen schoben sich plattfüßige kellner in klebrigen fracks aber es machte den eindruck als ob das alles nichts anderes scheinen wollte als es wirklich war die luft war elend verräuchert und stickig aber was hier atmete fühlte sich doch freier und wohler in dieser luft legte am nebentisch saßen studenten ältere semester schon sie tranken ihr bier zoteten dazwischen mit den weibern sie waren sattelfest alle kannten sich aus eine gewaltige flut von schmutz lustig springend ergoss sich aus ihren lippen einer von ihnen klein und dick das gesicht zerfetzt von unzähligen schmissen schien unerschöpflich und die weiber wieherten bogen sich krümmten sich in schallendem lachen zuhälter saßen herum an den länden spielten karten oder hockten allein starrten vor sich hin piffen mit dem spiel des betrunkenen musikanten tranken ihren schnaps zuweilen kam von der straße her eine dirne herein schritt auf einen von ihnen zu sprach ein paar rasche worte und verschwand wieder das wird stimmen sagte frank braun er winkte dem kellner bestellte kirschwasser gab ihm aber als sie sich setzten sah er eine andere zur tür hinausgehen eine große starke person in weißseidener bluse unter dem kleinen girardihut quoll üppiges brandrotes haar hervor rasch sprang er auf stürzte ihr nach auf die straße sie ging über den fahrweg lässig langsam die hüften leicht wiegend bog zur linken ab trat in einen torweg über dem im bogen ein rotes glas plakat leuchtete festsäle zum nordpol las er er schritt ihr nach über den schmutzigen hof betrat fast zugleich mit ihr den verräucherten saal aber sie beachtete ihn nicht blieb vorne stehen blickte über die tanzender menge die schrie johlte riß weit die beine auseinander männer und weiber wirbelte herum daß der staub hoch flog heulte zur musik die harten worte des rixdorfers schob sich quer durcheinander wild rau und roh aber sicher in diesem frechen tanze der auf ihrem eigenen boden wuchs die krakette fiel ihm ein und die likette die sie droben auf montmartre tanzten und im quartier latin auf der anderen seite der seite leichter graziöser lachend und voll von scharm nichts davon lag in diesem geschiebe nicht ein kleiner hauch von dem was die midinette flu nannte aber ein heißes blut schrie aus dem gewaltigen rasen des rixdorfers eine wilde wut fast die sich austobte durch den niedrigen saal die musik schwieg in schmutzigem verschwitzten fingern sammelte der tanzmeister das geld ein von den weibern nicht von den männern gab dann ein poser der vorstatt mit großen gesten zur galerie hinauf sie schrie hinauf zum kapellmeister brüllte ihn an daß er abklappen solle die musik spielte trotzdem weiter kämpfte an gegen den saal sicher in ihrer höhe hinter der balustral da drangen sie auf den mädren der kannte seine weiber und seine kerle hielt sie fest in der hand ließ sich durchaus nicht einschüchtern durch trunkenes geschrei oder drohend erhobene fäuste aber er wußte auch wann er nachgeben mußte den Emil schrie er hinauf spiel den Emil ein dickes weib in gewaltigem hute hob ihre arme schlang sie dem tanzmeister um den staubigen frack bravo justaf dort hast gut gemacht wie öl glitt sein ruf über die tobende menge sie lachten drängten sich schrien bravo schlugen ihn wohlwollend auf den rücken oder als der walze einsetzte brach es los greichend und heiser Emil du bist eine pflanze und so gefällst du mir hier jäst immer gleich aufs janze und darum lieb ich dir die alma schrie einer mitten aus dem saale da ist die alma er ließ seine partnerin stehen sprang heran griff die rothaarige dirne am arme ein kleiner schwarzer bursche die glatte pomaden locke tief in die stirne gekämmt mit blanken stechenden augen komm rief er faßte sie fest um die taille die dirne tanzte frecher wie die anderen schritt sie den schiebenden walzer ließ sich schneller herumwirbeln von ihrem tänzer nach 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 wenigen takten schon war sie völlig im tanze warf die hüften heraus bog sich hin und zurück drängte den leib vor blieb mit dem knie in steter berührung mit ihrem tänzer schamlos gemein in brutaler sinnlichkeit frank braun hörte eine stimme neben sich sah den tanzmeister der mit einer gewissen anerkennung der dirne nachblickte verdammt wie das steis schwingt oh ja sie schwang ihren steis schwang ihn höher und frecher wie die baronin gudel de gudelfeld der der krone witziger erbe sein lob zollte schwang ihn wie eine flagge wie ein sturm gefülltes banner nacktester sinneslust sie ziert sich nicht dachte frank braun er folgte ihr mit dem blick hindurch den saal und zurück trat rasch auf sie zu als die musik schwieg legte er die hand auf den arm erst zahlen lachte ihn der schwarze an er gab ihm ein geldstück die dirne betrachtete ihn mit raschem blick musterte ihn von oben bis unten ich wohne nicht weit sagte sie kaum drei minuten in der er unterbrach sie einerlei wo du wohnst komm mit derweilen bot im kaffee trinkherr der geheimrat den frauen zu trinken an sie nahm sherry brandy und bat dann dass er ihnen doch gleich ihre andere zeche mit zahlen möge ein bier und noch ein bier und einen pfannkuchen und eine tasse kaffee der geheimrat zahlte dann versuchte er sein glück er habe ihnen einen vorschlag zu machen sagte er und die die wolle möge zugreifen wenn aber wie anzunehmen sei auf seinen sehr vorteilhaften vorschlag zwei eingehen wollten oder drei oder gar alle vier dann sollten sie darum würfeln die hagere jenny legte ihren arm um seine schulter weißt alterchen dann lassen wir lieber reich nobeln denn ist gescheiter denn ich und die damen star wir machen alles was du auch für neue zicken auf lara hast und ellie die kleine mit blondem puppenköpfchen sekundierte ihr weit meine freundin macht mag ich auch das gibt nicht streng solide fort geld sie sprang auf holte einen würfelbecher na los Kinder wer die vorschläge von dem ollen zu akzeptieren hat Max und Moritz wird gespielt aber die dicke Anna die sie die henne nannten protestierte ich hab immer pisch mit knobeln sagte sie zahlst du vielleicht trostgeld onkelchen für die die nicht gewinnen gewiss sagte der geheimrat fünf mark für jede er legte drei dicke silberstücke auf den tisch du bist nobel lobte ihn jenny und um das zu bekräftigen bestellte sie noch eine runde sherry brandy sie war es auch die gewann sie nahm die drei geldstücke und überreichte sie den kollegen da habt ihr euer schmerzend geld und du schieß los aller schieber wie du mir hier siehst bin ich zu allen schantaten bereit also höre liebes kind begann der geheimrat es handelt sich um eine allerdings etwas außergewöhnliche sache hab dich mal nicht ihr unterbrach ihn die dirne wir sind alle keine jungfrohen mehr und die lange jenny erst recht nicht unser heriot hat ja allerhand komische biester in seinem tierjahrten herum laufen aber wenn man eine gute praxis hat lernt man alles sauer rein kennen mich wirst du schwierig was neues beibringen aber sie missverstehen mich liebe jenny sagte der professor ich war lange durchaus nichts besonderes von ihnen wie sie anzunehmen scheinen es handelt sich vielmehr um ein rein wissenschaftliches experiment könig grölte die jenny könig du bist ein dr wat ola ich hatte auch mal einen der immer erst mit die wissenschaft anfing der sind der rösten schweine von allen na prost onkelchen ich hab ja nüchtern bei mir kann doch jeder auf die Fassung selig werden prosit trank ihr der geheimrat zu ich freue mich dass du so kurz liebes kind es handelt sich um den versuch einer künstlichen befruchtung na wat fuhr das mädchen auf einer künstlichen befruchtung wat braucht det denn dazu für ne röse kunst det pflegt doch im allgemeinen einfach genug zu sein und die kleine schwarze klara grinste mir wäre jedenfalls ne künstliche unfruchtbarkeit lieber dr petersen kam seinem herren zu hilfe darf ich einmal versuchen ihr die sache auseinander zu setzen und als der geheimrat nickte hielt er einen kleinen vortrag über die zugrunde liegende idee über die bisher erzielten resultate und über die möglichkeiten für die zukunft er betonte scharf dass der versuch völlig schmerzlos sei und dass sich alle tiere mit denen man bisher gearbeitet habe stets sehr wohl dabei befunden hätten wat für tiere fragte die jenny und der assistenzarzt antwortete nun rotten offen und meerschweinchen da fuhr sie auf wat meerschweinchen ein schwein bin ik meines wegen so ja na alles sau aber ein meerschwein das hat mir ja noch keiner gesagt und du jetz köppiger igel willst das ich mir behandeln lasse so wie meerschwein ne verstehste das macht jenny lehmann nicht der geheimrat versuchte sie zu beruhigen schenkte ihr einen neuen schnaps ein so verstehe doch recht liebes kind begann er aber sie ließ ihn nicht ausrehen ich verstehe recht genug rief sie ich soll mir her für sachen wofür ihr sonst schmierige biester gebraucht ruff auf ein tiroler und dann impfen mit so Serum dreck und mit bazillen oder am Ende wollt visizieren wat sie redete sich immer mehr hinein wurde tief rot vor wut und ärger oder ich soll wohl irgend so ein Monstrum zur Welt bringen damit ihr auf den Jahrmarkt sehen lassen könnt ein Kind mit zwei Köpfe und Rattenschwanz wat oder eins was halb wie ein Meerschwein aussieht nur weiß ich auch woher sie in Passage Panoptikum und bei der Kastan alle die Willen Missgeburten herkriegen ihr seid wohl Allenten für die Brieder und dazu soll ich mir hergeben mir kindlich von dir befruchten lassen pass auf alle Schwein da hast du deine kindliche Befruchtung sie sprang auf bog sich über den Tisch spied ihm geheirat mitten ins Gesicht da hob sie das kleine Glas trank es ruhig aus drehte rasch um und ging stolz davon in diesem Herr Doktor kommen Sie schnell her rief ihm Dr. Petersen aufgeregt zu während er bemüht war den Geheimrat abzuwischen nun was gibt's denn fragte der Referendar als er an den Tisch trat der Professor schielte ihn an bitterböse wie ihm dünkte die drei dirnen schrien durcheinander während Dr. Petersen ihm auseinanders setzte was geschehen war was soll man nun machen schloss er Frank hinaus vor der Türe stand die rothaarige dirne die mit ihrem Schirme eine droschke heranlegte Frank Braun schob sie hinein ließ dann den Geheimrat und seinen Assistenzarzt einsteigen er rief dem Kutscher eine Adresse zu und kletterte zu den anderen gestatten die Herrschaften dass ich bekannt mache Fräulein Alma seine Exzellenz Geheimrat Ten Brinken Herr Dr. Karl Petersen bist du der Referenda ruhig du wirst doch einsehen dass Fräulein Alma wenn sie sich längere Zeit in deinem Hause oder in deiner Klinik aufhält sowieso deinen Namen erfährt ob du es nun willst oder nicht er wandte sich an die Dirne entschuldigen sie Fräulein Alma mein Onkel wird nämlich schon ein bisschen alt er sah in dem Dunkel den Geheimrat nicht aber er hörte gut wie sich in ohnmächtiger Wut seine breiten Lippen aufeinander pressten er empfand das angenehm es deuchte ihn dass der Onkel nun endlich losfahren müsse aber er irrte sich der Geheimrat erwiderte ruhig so hast du dem Mädchen schon gesagt um was es sich handelt und sie ist einverstanden Frank Braun lachte ihm ins Gesicht aber keine Ahnung ich habe nicht ein Wort davon gesprochen ich bin mit Fräulein Alma kaum hundert schritt weit über die Straße gegangen habe kaum zehn Worte mit ihr geredet vorher sah ich sie tanzen aber Herr Doktor unterbrach ihn der Assistenzarzt da können wir ja nach den Erfahrungen die wir soeben wieder gemacht haben lieber Petersen sagte der Referendar sehr von oben herab beruhigen sie sich ich habe mich eben überzeugt dass dieses Fräulein das ist was wir brauchen und ich denke das genügt wohl Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 von Alraune von Hans-Heinz Evers diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Alkahest Abschnitt 5 4. Kapitel 2. Teil Die Droschke hielt vor einem Weinlokal sie traten ein Frank Braun forderte ein Separé und der Kellner führte sie hinauf er hielt ihm die Weinkarte hin der Referendar bestellte zwei Flaschen Pomeray und eine Flasche Cognac aber beeilen sie sich rief er der Kellner brachte den Wein und entfernte sich Frank Braun schloss die Türe dann trat er auf die Dirne zu bitte Fräulein Alma legen sie den Hut sie gab ihm durchsichtige Farbe rothaariger Frauen hier und da waren ein paar kleine Sommersprossen sichtbar die Augen schimmerten grün kleine blanke Zahnreihen leuchteten auf zwischen den dünnen bläudigen Lippen und über dem allen lag eine verzehrende fast unnatürliche Sinnlichkeit ziehen sie die Bluse aus sagte er sie gehorchte schweigend er löste die beiden Knöpfe auf den Schultern und strich das Hemd hinunter man sah zwei fast klassisch geformte nur ein wenig zu starke Brüste frank braun blickte zu seinem onkel hinüber das genügt wohl sagte er das übrige könnt ihr ja so sehen ihre hüften lassen gewiß nichts zu wünschen übrig dann wandte er sich wieder zu der dirne ich danke ihnen alma sie können sich wieder anziehen das mädchen gehorchte nahm den Kelch den er ihr reichte und lehrte ihn und er gab wohl acht in diesen stunden dass ihr glas nicht einen augenblick leer stand dann plauderte er erzählte von paris sprach von hübschen frauen im molin de la galette und im elisee montmartre beschrieb genau wie sie aussahen schilderte ihre stiefelchen ihre hüte und ihre kleider und er wandte sich zu der dirne wissen sie alma es ist neonbar oder in der akkadia nein da war sie noch nicht gewesen nicht einmal in den armorsälen einmal hatte sie ein kavalier mitgenommen ins alte ballhaus aber als sie wiederkommen wollte allein in der nächsten nacht war sie abgewiesen worden am eingang ja man müsse eben toiletten haben natürlich muss man bestätigte frank braun und ob sie glaube dass sie jemals hochkommen können da draußen vor dem oranienburger tor da lachte die dirne ach im grunde ist es ja ganz gleich man ist man aber er ließ das nicht gelten erzählte ihr fabelhafte geschichten von frauen die ihr glück gemacht hätten in den großen ballhäusern sprach von perlenschnüren und von großen brillanten erzählte von equipagen von schimmel gespannen dann plötzlich fragte er sagen sie mal wie lange laufen sie nun so schon herum sie sagte ruhig seit zwei jahren seit ich weg bin von hause er fragte sie aus holte stückweise aus ihr heraus was er wissen wollte trank ihr zu füllte immer von neuem ihr glas und ohne dass sie es merkte goss er ihr konjak in den sekt sie war nun bald zwanzig jahre alt stammte aus halberstadt ihr als sie von der schule kam ein paar tage nach der konfirmation hatte sie sich mit einem manne eingelassen einem von vaters gesellen ob sie ihn lieb gehabt habe aber gar nicht das heißt sonst gar nicht nur wenn ja und dann sei es ein anderer gewesen und wieder einer der vater habe sie geschlagen und die mutter auch aber sie sei doch immer wieder fort gelaufen die nacht über weggeblieben vom hause das sei so gegangen durch die jahre bis sie die eltern eines tages hinaus geworfen hätten da habe sie ihre uhr versetzt und sei nach berlin gefahren und nun sei sie eben da seither frank braun sagte ja ja das ist schon so dann fuhr er fort aber nun ist ihr glückstag gekommen heute so fragte sie wieso denn ihre stimme klang heiser nur einen man weiter brauche ich nichts aber er verstand wohl wie er sie fassen konnte aber alma sie müssen doch zufrieden sein mit jedem man der sie will möchten sie nicht mal dass es umgekehrt wäre dass sie ihn nehmen könnten der ihnen zusagte da leuchteten ihre Augen oh ja das möchte ich schon er lachte na und ist ihnen noch niemand begegnet auf der Straße den sie gerne möchten und der doch sich gar nichts kümmerte um sie ruhig weiter ging wäre es nicht famos wenn sie mal wählen könnten sie lachte dich bubi möchte ich schon nehmen mich auch stimmte er zu und den und jeden wen du gerade willst das kannst du dir aber nur leisten wenn du Geld hast und darum meine ich hast du heute deinen Glückstag weil du viel Geld verdienen kannst wenn du magst wie viel denn er sagte Geld genug um dir die schönsten Toiletten kaufen zu können die dir die Tore der besten und vornehmsten Ballsäle öffnen wie viel sagen wir 10.000 auch 12.000 Mark was rief der Assistenzarzt dazwischen und der Professor der nicht entfernt an eine solche Summe gedacht hatte schnalzte ich finde dass du etwas flott mit dem Gelder anderer Leute um wie der Herr Geheimrat ganz außer sich ist über die Summe die er dir geben soll aber ich sage dir es kommt gar nicht darauf an du hilfst ihm also soll er dir auch helfen ist dir es recht 15.000 sie sah ihn groß an ja aber was soll ich dafür tun das ist ja gerade was so komisch ist sagte er du brauchst eigentlich gar nichts zu tun nur ein wenig still halten das ist alles prosit trink aus sie trank still halten rief sie fröhlich ich halte nicht gern still aber wenn es sein muss für 15.000 mark prost bobi und sie leerte ihr glas das er gleich wieder füllte es ist nämlich eine großartige geschichte erklärte er das ist ein herr ein graf ist es oder eigentlich ein prinz ein bildhübscher kerl weißt du er möchte dir schon gefallen aber leider wirst du ihn nicht sehen können sie haben ihn nämlich eingesperrt und er soll nächtens hingerichtet werden der arme kerl im grunde ist er so unschuldig wie du und ich nur etwas jähzornig ist er und so ist das unglück passiert im rausch bekam er streit und da hat er seinen allerbesten freund erschossen nun muss er sterben und was soll ich dabei fragte sie schnell ihre nüstern flogen ihr interesse für diesen seltsamen prinzen war voll erwacht er siehst du fuhr er fort du sollst ihm helfen seinen letzten wunsch erfüllen ja rief sie rasch ja ja er will vorher noch einmal mit einer frau zusammen sein nicht wahr ich tue es tue es gern und er soll mit mir zufrieden sein bravo alma sagte der referendar bravo du bist ein tüchtiges mädchen aber die sache ist nicht ganz so einfach pass gut auf dass du es begreifst also als er den freund totgestochen hatte totgeschossen meine ich lief er zu seiner familie die sollte ihn schützen ihn verbergen ihm zur flucht helfen das tat sie nun aber gar nicht sie wußte ja dass er so ungeheuer reich sei und dachte nun sei eine günstige gelegenheit ihn bald zu beerben und darum rief sie die Polizei puh teufel sagte alma mit überzeugung er nicht war fuhr es und was denkst du wohl was der prinz jetzt vorhat sich rächen erwiderte sie prompt er klopfte ihr beifällig auf die volle schulter richtig alma du hast deine romane mit gutem erfolge gelesen also er beschloss sich zu rächen an dieser verräterischen familie und das kann er nur tun wenn er ihnen ein schnippchen schlägt mit der erbschaft soweit verstehst du es nicht natürlich verstehe ich es erklärte sie die lumpige familie soll nichts kriegen geschieht ihr recht wie aber das anstellen fuhr er fort das war die frage doch nach langem überlegen fand er den einzigen weg nur dann konnte die familie um die vielen millionen gebracht werden wenn er selbst ein kind hätte hat der prinz denn eins fragte sie nein antwortete er er hat eben leider keins aber er lebt ja noch kann noch eins zeugen ihr atem flog ihre brust hob sich rasch ich begreife rief sie ich soll ein kind von dem prinzen bekommen das ist es sagte er willst du es und sie schrie ja ich will sie warf sich zurück in den Sessel streckte die Beine lang von sich öffnete weit die arme eine schwere rote locke löste sich fiel hinab auf den nacken dann sprang sie auf leerte wieder ihr glas heiß ist sie sagte sie sehr heiß sie riß ihre bluse auf fächelte sich mit dem taschentuch hielt ihm dann ihr glaschen hast du noch was komm wir wollen auf den prinzen trinken die gläser stießen zusammen eine nette räuber geschichte erzählst du da zichte der geheimrat seinem neffen zu ich bin neugierig wie du wieder heraus willst hab keine angst um jakob gab er zurück es kommt noch so ein kapitel wandte sich dann wieder zu der roten dirne also das ist abgemacht alma du hilfst uns aber nun ist noch ein haken dabei den ich erklären muss der baron sitzt wie du weißt sie unterbrach ihn der aber wenn er inkognito ist nennt er sich nur baron das ist so mode bei den prinzen also seine hoheit der prinz sie flüsterte ist er hoheit jawohl rief er kaiserliche und königliche hoheit aber du musst schwören dass du nicht drüber redest zu keinem menschen also der prinz schmachtet nun im kerker und wird aufs aller strengste bewacht kein mensch darf zu ihm nur sein rechtsanwalt es ist also ganz unmöglich dass er noch einmal mit einer frau zusammen sein könnte ehe sein letztes stündlein naht seufzte sie ihr interesse für den unglücklichen prinzen war sichtlich gemindert aber frank braun achtete es nicht da deklamierte er unbeirrt mit vollklingendem pathos in seines herzens schrecklicher not in seiner furchtbaren verzweiflung und seinem unstillbaren dursten nach rache gedachte er plötzlich an die seltsamen versuche seiner exzellenz des wirklichen geheimen rates professor dr ten brinken dieser strahlenden leuchte der wissenschaft der junge schöne prinz der nun in seines lebens lenz der welt valet sagen muss erinnerte sich noch gut aus seiner goldenen knabenzeit des gütigen alten herrn der ihn pflegte als er den keuchhusten hatte und der sich an das werkzeug der rache des unglücklichen prinzen und er wies mit einer großartigen gebärde auf seinen onkel dieser würdige herr da ist seiner zeit um einige meilen voraus gegangen die kinder zur welt kommen das weißt du alma und du weißt auch wie sie gemacht werden aber du kennst nicht das geheimnis das dieser wohltäter der menschheit entdeckte Kinder zu zeugen ohne auch schon im kühlen Grabe ruhen während du Mädchen unter der gütigen Hilfe dieses alten Herren und unter der sachkundigen Assistenz des braven Dr. Peterson zur Mutter seines Kindes wirst Alma starrte zu dem Geheimrat hinüber dieses plötzliche qui pro quo dieses unheimliche vertauschen eines schönen edlen todgeweihten jungen Prinzen gegen einen alten und sehr hässlichen Professor gefied ihr gar nicht Frank Braun bemerkte es wohl begann eine neue Suada um ihre Bedenken zu ersticken das Prinzenkind Alma dein Kind muss natürlich in äußerste Verborgenheit zur Welt kommen muss streng verborgen bleiben bis es herangewachsen ist um es vor den Nachstellungen und Intrigen der bösen Familie zu schützen es ist natürlich auch ein Prinz wie der Vater mein Kind wird ein Prinz flüsterte sie ja natürlich bestätigte er oder vielleicht eine Prinzess das kann man nicht wissen es wird Schlösser haben und große Güter und viele Millionen Geld aber du darfst dem Kind später keine Steine in den Weg legen darfst dich ihm nicht aufdrängen wollen und es kompromittieren das saß die dicken Tränen liefen ihr über die Wangen oh sie fühlte sich schon in ihrer Rolle empfand jetzt schon dieses stille schmerzhafte Entsagen für das geliebte Kind sie war eine Dirne aber ihr Kind war ein Prinz wie durfte sie ihm nahen oh sie wollte schweigen und dulden und ertragen nur beten für ihr Kind nie sollte es wissen wer seine Mutter war ein heftiges Schluchzen ergriff sie schüttelte ihren Leib sie warf sich über den Tisch vergrub den Kopf in die Arme weinte bitterlich liebkosend zärtlich fast ließ er seine Hand über ihren Nacken gleiten streichelte ihre wilden aufgelösten Locken er schmeckte wohl das Zuckerwasser der sentimentalen Limonade die er selbst gemischt und nahm sie doch ernst in diesem Augenblick Magdalena flüsterte er Magdalena sie richtete sich auf streckte ihm die Hand entgegen ich verspreche es ihnen dass ich mich nie aufdrängen will nie wieder etwas von mir sehen und hören lasse aber aber was denn Mädchen fragte er leise sie fasste seinen Arm fiel vor ihm auf die Knie schlug laut aufschlagend ihr Haupt in seinen Schoß nur eines nur eines rief sie darf ich es nicht manchmal sehen nur von weitem und nur ganz aus der Ferne bist du nun endlich fertig mit deiner Frank Braun sah ihn wild an gerade weil er genau fühlte wie recht sein Onkel hatte gerade darum empörte sich sein blut er zischte hinüber schweig alter nah siehst du denn nicht wie schön das ist und er beugte sich hinab zu der dirne doch Mädchen du sollst ihn sehen deinen jungen Prinzen ich würde dich mitnehmen wenn er einst ausreitet vor seinen Husaren oder ins Theater wenn er oben in der Loge sitzt da sollst du ihn sehen sie antwortete nicht aber sie presste seine Hände und mischte Küsse in ihre Tränen dann richtete er sie langsam auf setzte sie behutsam nieder gab ihr wieder zu trinken ein großes Glas voll das zur Hälfte Cognac enthielt willst du also fragte er ja sagte sie ich will was soll ich tun er besann sich einen Augenblick zuerst wollen wir einen kleinen Vertrag aufsetzen er wandte sich an den Assistenzarzt haben sie Papier da Doktor und eine Füllfeder gut so schreiben sie schreiben sie alles gleich zweimal wenn es beliebt er diktierte sagte dass die Unterzeichnete für den Versuch den seiner Exzellenz Ten Brinken zu machen beabsichtigte sich freiwillig zur Verfügung stelle dass sie fest verspreche allen Anordnungen dieses Herrn pünktlich Folge zu leisten dass sie weiter nach der Geburt allen Ansprüchen auf das Kind völlig entsage dafür verpflichtete sich seine Exzellenz sogleich 15.000 Mark in ein Sparkassenbuch auf den Namen der Unterzeichneten einzuzahlen und ihr dieses Buch nach der Entbindung zu übergeben er verpflichtete sich ferner bis zu diesem Zeitpunkte für ihren Unterhalt alle Kosten zu tragen ihr dazu ein monatliches Taschengeld von 100 Mark bis dahin zu gewähren er nahm das Blatt las es noch einmal laut vor es steht ja nichts von dem Prinzen darin sagte sie natürlich nicht erklärte er kein Wort das muss strengstes Geheimnis bleiben das sah sie wohl ein aber da war noch etwas das sie beunruhigte warum fragte sie warum nehmt ihr gerade mich für den armen Prinzen würde doch gewiss alle Frauen gern tun was sie könnten er zögerte diese Frage kam ihm ein wenig unerwartet aber er fand eine Antwort ja weißt du das ist so so das Prinzen Jugendliebe nämlich war eine wunderschöne Gräfin er liebte sie mit all der Glut mit der nur ein echter Prinz zu lieben imstande ist und sie liebte den schönen edlen Jüngling nicht weniger aber sie starb woran starb sie warf Alma dazwischen sie starb an an den Masern und diese schöne Geliebte des edlen Prinzen nun hatte gerade so goldrote Locken wie du sah überhaupt genau aus wie du das ist nun des Prinzens letzter Herzenswunsch dass die Mutter seines Kindes Ähnlichkeit haben in ganz Europa herum aber wir fanden die Rechte nicht bis wir heute Abend dich sahen sie lachte geschmeichelt sehe ich denn der schönen Gräfin wirklich so ähnlich wie zwei Sternschnuppen rief er ihr hättet Schwestern sein können übrigens werden wir dich fotografieren lassen wie wird sich der Prinz freuen wenn er dein Bild sieht erreichte ihr die Feder hin so Kind nun unterschreib sie nahm das Blatt und setzte an aal schrieb sie sie unterbrach sich da ist ein dickes Haar in der Feder sie nahm die Serviette und reinigte die Feder damit verflucht murmelte Frank Braun da fällt mir ein sie ist ja noch nicht Majoren eigentlich müssen wir auch des Vaters Unterschrift haben ach was für den Vertrag der wird's genügen schreib nur rief er laut wie ist übrigens deines Vaters Name sie sagte mein Vater ist der Bäckermeister Raune in Halberstadt und sie schrieb mit steilen unbeholfenen Zügen ihres Vaters Namen Frank Braun nahm ihr das Blatt aus der Hand ließ es sinken und hob es wieder hoch starrte es an bei allen Heiligen rief er laut das das ist nun was gibt es fragte der Assistenzarzt er reichte ihm den Vertrag herüber da da sehen sie sich die Unterschrift an Dr. Petersen blickte auf den Bogen nö fragte er verwundert was soll's ich finde nichts merkwürdiges dabei nein nein natürlich nicht sie nicht rief Frank Braun geben sie den Kontrakt dem Geheimrat so nun ließ oben Jakob der Professor betrachtete die Unterschrift das Mädchen hatte vergessen ihren Vornamen zu Ende zu schreiben all raune stand auf dem Blatt allerdings ein merkwürdiger Zufall sagte der Professor er faltete den Bogen sorgfältig zusammen und steckte ihn in die Brusttasche aber sein Neffe rief ein Zufall gut meinetwegen ein Zufall alles was merkwürdig ist und geheimnisvoll ist ja ein Zufall für euch er schellte dem Kellner Wein Wein schrie er gib mir zu trinken Alma raune all raune auf dein Wohl er setzte sich auf den Tisch lehnte sich hinüber dem Geheimrat zu erinnerst du dich um Jakob des alten Kommerzienrates Brunner aus Köln und seines Sohnes den er Marco nannte er war mit mir zusammen auf einer Schulklasse obwohl er ein paar Jahre älter war das war ein Witz das ihn der Vater Marco nannte so dass sein Junge nun als Marco Brunner durchs Leben lief nun kommt der Zufall der alte Kommerzienrat ist der nüchternste Mensch auf der Welt und so ist seine Frau so sind all seine Kinder ich glaube in ihrem Hause am Neumarkt wurde nie etwas getrunken als Wasser und Milch Tee und Kaffee aber der Marco trank trank schon als er noch Sekundaner war oft genug brachten wir ihn betrunken nach Hause dann wurde er fähnrich auch Leutnant da war es aus er trank trank immer mehr machte Dummheiten und wurde weggejagt dreimal hat ihn der alte in Entziehungsanstalten gebracht und dreimal kam er heraus und war in wenigen Wochen ein noch schlimmerer Säufer wie jemals und nun kommt der weitere Zufall er Marco Brunner trank Marco Brunner das wurde seine fixe Idee er lief in alle Weinhäuser der Stadt suchte seine Marke reiste herum am Rhein trank auf was er fand von seinem Weine er konnte sich's leisten da er sein eigenes Vermögen hatte von der Großmutter her hallo schreit er im Delirium Marco Brunner wird Marco Brunner vertilgen warum weil Marco Brunner Marco Brunner vertilgt und die Leute lachten über seinen Witz alles ein Witz alles ein Zufall wie das ganze Leben ein Witz und ein Zufall ist ich weiß aber daß der alte Kommerzienrat viele Hunderttausende darum geben möchte wenn er nie diesen Witz gemacht hätte weiß auch daß er sich's nie verzeihen wird daß er seinen armen Jungen Marco nannte und nicht Hans oder Peter trotzdem es ist ein Zufall ein sehr närrischer grotesker Zufall wie dies Geschreibsel des Prinzenbräutchens das Mädchen war aufgestanden hielt sich trunken mit der Hand am Stuhle ein Prinzenbräutchen lallte sie holt mir den Prinzen ins Bett sie nahm die Kognakflasche goss ihr Glas hochvoll den Prinz will ich hört ihr nicht auf den wohl zuckersüßer Prinz er ist leider nicht da sagte Dr. Peterson nicht da sagte sie nicht da so soll es ein anderer sein du oder du oder du Alterchen einerlei irgendein Mann sie riß ihre Bluse herunter streifte die Röcke ab löste das Mieder warf es krachend gegen den Spiegel einen Mann will ich kommt doch alle drei holt herein von der Straße wen ihr wollt das Hemd glitt herab nackt stand sie vor dem Spiegel presste mit beiden Händen ihre Brüste hoch wer will mich rief sie laut hereinspaziert alle zusammen kost keinen Pfennig heute weil Festtag ist für Kinder und Soldaten die Hälfte sie breitete die Arme aus umarmte die Luft Soldaten schrie sie Soldaten ein ganzes Regiment will ich haben schäm dich sagte Dr. Peterson post das für eine Prinzenbraut aber gierig hing in seiner Blicke an ihren starken Brüsten sie lachte ach was Prinz oder nicht Prinz jeder der will soll mich haben meine Kinder sind Hurenkinder die kann ein jeder machen Bettler und Prinz ihr Leib hob sich ihre Brüste reckten sich den Männern zu heiße Lust jauchzte ihr weißes Fleisch geile Gier strömte ihr Blut durch die blauen Adern und ihre Blicke und ihre bebenden Lippen und ihre verlangenden Arme und fordernden Beine und ihre Hüften und Brüste schrien die wilde Sehnsucht empfangen empfangen keine Dirne mehr schien sie war aller Hüllen entblößt frei aller Fesseln des Weibes letztes gewaltiges Urbild nur Geschlecht vom Scheitel zur Sohle oh sie ist die Rechte flüsterte Frank Braun Mutter Erde die Mutter Erde ein rasches Zittern überfiel sie ihre Haut forstelte die Füße schwer schleppend schwankte sie auf das Sofa zu ich weiß nicht recht was mir ist murmelte sie das dreht sich alles hast einen Schwebs sagte der Referendar rasch da trink und dann schlaf dich aus er führte ihr wieder ein volles Glas Kognak zum Munde ja schlafen möchte ich stotterte sie schlafst mit mir Junge sie warf sich lang auf das Sofa streckte beide Beine in die Luft lachte hell auf schluchzte dann laut weinte er endlich still vor sich hin warf sich auf die Seite schloss die Augen Frank Braun schob der Schlafenden ein großes Kissen unter den Kopf deckte sie zu er bestellte Kaffee ging ans Fenster und öffnete es weit aber er schloss es wieder im Augenblick als der junge Morgen hell hereinbrach der wandte sich um nun meine Herren sind sie zufrieden mit diesem Objekt Dr. Petersen sah die Dirne an mit bewundernden Blicken ich glaube sie wird sich sehr gut äugnen meinte er wollen exzellentgütigst die Hüften betrachten sie ist wie prädestiniert für eine tadellose Geburt der Kellner kam und brachte den Kaffee Frank Braun befahl ihm telefonieren sie zur nächsten Unfallstation man soll eine tragbare herschicken die Dame ist recht krank geworden der Geheimrat sah ihn erstaunt an was soll das das soll heißen lachte seine dass ich Nägel mit Köpfen mache um Jakob soll heißen dass ich für dich denke und wie mich deucht gescheiter als du bildest du dir denn ein dass dies Mädchen wenn es wieder nüchtern ist auch nur einen Schritt mit dir gehen würde solange ich sie trunken mache mit Worten und mit Wein immer wieder von Neuem solange mag es am Ende gehen aber euch beiden Helden läuft sie an der nächsten Straßenecke davon trotz allem Geld und allen Prinzen der Welt und darum heißt es jetzt zufassen sie dr. Petersen werden wenn die Ware kommt das Mädchen sofort zum Bahnhof schaffen lassen der Frühzug geht wenn ich nicht irre um 6 Uhr den werden sie benutzen sie werden ein ganzes Coupé nehmen und ihre Patientin dort hinbetten ich denke sie wird nicht aufwachen sollte sie es doch tun so geben sie ihr etwas Cognac sie mögen ja ein paar Morphium Tropfen noch hineintun auf diese Weise werden sie am Abende bequem in Bonn sein mit ihrer Beute telegrafieren sie dass die Equipage des Geheimrats sie am Bahnhof erwartet schaffen sie das Mädchen in den Wagen und bringen sie sie zu ihrer Klinik ist sie einmal dort wird sie nicht so leicht wieder loskommen dazu haben sie ja ihre Mittel und Wege aber verzeihen sie Herr Doktor wandte der Assistenzarzt ein das sieht ja beinahe so aus wie eine gewaltsame Entführung ist es auch legte der Referendar übrigens ist ja ihr bürgerliches Gewissen salviert sie haben den Kontrakt und nun reden sie nicht so lange herum tun sie was man ihnen sagt Doktor Petersen wandte sich an seinen Chef der schweigend und brütend mitten im Zimmer stand ob er erste Klasse nehmen könne und welches Zimmermann dem Mädchen einräumen solle ob es nicht zu empfehlen sei noch einen besonderen Wärter zu nehmen und ob währenddessen trat Frank Braun zu der schlafenden Dirne schönes Mädchen murmelte er wie brennende Goldnattern kriechen deine Locken er zog einen schmalen Goldreif vom Finger der eine kleine Perle trug nahm ihre Hand und streifte ihn an dann im Emmys Dean Hopp gab mir den Ring als mich ihr Blütenzauber vergiftete sie war schön und stark und war wie du eine seltene Dirne schlafe Kind träume von deinem Prinzen und deinem Prinzenkind er beugte sich und küßte leicht ihre Stirn die Träger kamen mit der Krankenware sie betteten die schlafende Dirne zogen sie notdürftig an deckten sie warm zu mit wollenden Decken trugen sie ihn aus wie eine Leiche dachte Frank Braun Dr. Peterson verabschiedete sich ging ihnen nach nun waren die beiden allein einige Minuten verstrichen keiner von ihnen sprach dann ging der Geheimrat auf seinen Neffen zu ich danke dir sagte er trocken durchaus keine Ursache erwiderte der Neff ich tat's nur weil mir es selbst Spaß machte und mir eine kleine Abwechslung war ich müsste lügen wenn ich sagen wollte dass ich es für dich tat der Geheimrat blieb dicht vor ihm stehen drehte seine Daumen übereinander das dachte ich mir wohl übrigens möchte ich dir noch eine Mitteilung machen die dich interessieren dürfte mir ist da vorhin als du von dem Prinzenkind schwatzest ein Gedanke gekommen ich werde wenn das Kind zur Welt kommen sollte es adoptieren er lächelte schleimig du siehst lieber Neffe dass deine Theorie nicht so ganz unrecht war dies kleine allrauen Wesen nimmt dir ehe es noch gezeugt ist schon ein hübsches Vermögen weg ich werde es zum Erben einsetzen ich sage dir das nur um dich vor unnützen Illusionen zu bewahren Frank Braun fühlte den Hieb er blickte seinem Onkel offen ins Auge ist gut um Jakob sagte er ruhig es wäre wohl über kurz oder lang doch so gekommen dass du mich enterbt hättest nicht wahr aber der Geheimrat hielt seinen Blick aus antwortete nicht da fuhr der Referendar fort nun dann wäre es vielleicht gut wenn wir die Stunde benutzen würden um unsere Rechnung miteinander abzumachen ich habe dich oft geärgert und gekränkt dafür hast du mich enterbt so sind wir quitt aber du wirst zugeben den Gedanken da hast du von mir und dass du ihn nun ausführen kannst hast du auch mir zu verdanken nur gut dafür bist du mir wohl eine kleine Erkenntlichkeit schuldig ich habe Schulden der Professor horchte auf ein rasches Grinsen huschte über sein Gesicht wie viel fragte er Frank Braun antwortete nun es geht einige zwanzig Mille mögen es wohl sein er wartete aber der Geheimrat ließ ihn ruhig warten nun fragte er ungeduldig da sagte der Alte wieso nun du glaubst doch nicht im Ernst dass ich dir diese Schulden bezahlen würde Frank Braun starrte ihn an das heiße Blut schoss ihm in die Schläfen aber er bezwang sich um Jakob sagte er und seine Stimme zitterte ich würde dich nicht bitten wenn ich es nicht müsste einige meiner Schulden sind dringend sehr dringend sogar es sind Spielschulden dabei Ehrenscheine der Professor zuckte die Achseln du hättest eben nicht spielen sollen das weiß ich recht gut antwortete sein Neffe noch immer hielt er an sich mit Aufbietung all seiner Nerven gewiss hätte ich es nicht tun sollen aber nun tat ich's und nun muss ich zahlen noch etwas ich kann meiner Mutter nicht mehr kommen mit diesen Sachen du weißt so gut wie ich dass sie mehr für mich tut als sie kann dazu hat sie erst unlängst meine Affären geregelt zudem ist sie jetzt krank kurz ich kann es nicht tun und ich tue es nicht der Geheimrat lächelte bitter süß das tut mir ja sehr leid für deine arme Mutter aber es kann mich durchaus nicht bewegen meinen Entschluss zu ändern um Jakob rief er außer sich über diese kalte höhnische Maske um Jakob du weißt nicht was du tust ich bin auf der Festung ein paar Mitgefangenen einige tausend schuldig und ich muss sie bezahlen zum Ende der Woche ich habe weiter eine Reihe jämmerlicher Schulden an kleine Leute die mir geborgt haben auf mein gutes Gesicht hin ich kann sie nicht betrügen ich habe auch den Kommandanten angepumpt um hierher reisen zu können den auch unterbrach ihn der Professor ja den auch wiederholte er ich habe ihm vorgelogen dass du sterbends krank seist und ich dir nahe sein müsste in deiner letzten Stunde daraufhin gab er mir die Lappen der Geheimrat wiegte den Kopf hin und her so das hast du ihm erzählt du bist ja ein wahres Genie im Pumpen und im Schwindeln das muss nun endlich ein Ende haben heilige Jungfrau schrie der Neffe so nimm doch Vernunft an Ohm Jakob ich muss das Geld haben ich bin verloren wenn du mir nicht hilfst da sagte der Geheimrat nun der Unterschied scheint mir nicht eben groß zu sein verloren bist du ohnehin ein anständiger Mensch wird nie aus dir werden Frank Braun griff sich mit beiden Händen an den Kopf und das sagst du mir Onkel du gewiss erklärte der Professor wofür hast du denn dein Geld weggeworfen immer nur auf die lumpigste Art und Weise da warf er ihm ins Gesicht mag sein Onkel aber nie hab ich Geld eingesteckt auf die lumpigste Weise wie du er schrie und es schien ihm als ob er eine Reitpeitsche schwinge und sie niedersausen lasse mitten in des alten hässliches Gesicht er fühlte wie sein Hieb traf aber er fühlte auch wie er durchschnitt rasch ohne Widerstand wie durch Schaum wie durch klebrigen Schleim ruhig fast freundlich erwiderte ihm der Geheimrat ich sehe dass du noch recht dumm bist mein Junge erlaube deinem alten Onkel dir einen guten Rat zu geben vielleicht wird er dir einmal nützen im Leben wenn man etwas will von den Leuten so muss man schon eingehen auf ihre kleinen Schwächen merkt ihr das ich gebrauchte dich heute du wirst mir zugeben dass ich darum manches einsteckte dass du mir hinwarfst aber du siehst dass es half nun habe ich was ich von dir wollte jetzt ist es anders dass du kommst um mich zu bitten aber du denkst nicht daran den unteren Weg zu gehen nicht lieber Neffe dass ich glaubte dass es dir etwas genützt hätte bei mir oh nein aber vielleicht wird es dir bei anderen einmal nützen dann wirst du mir dankbar sein für den guten Rat Frank Braun sagte Onkel ich ging den unteren Weg tat es zum ersten Mal im Leben tat es als ich dich bat so bat wie es geschah und ich werde ihn nie wieder gehen was willst du denn soll ich mich noch mehr demütigen vor dir komm lass es nun genug sein gib mir das Geld da sprach der Geheimrat ich will dir einen Vorschlag machen Neffe versprichst du mir ruhig zuzuhören nicht wieder aufzubrausen was es auch sein möge er sagte fest Ja, Om Jakob so höre du sollst das Geld haben das nötig ist dich zu rangieren sollst auch mehr haben wir werden einig werden über die Summe aber ich gebrauche dich gebrauche dich zu Hause ich werde es durchsetzen dass du dorthin versetzt wirst auch dass dir der Rest deiner Festungshaft geschenkt wird warum nicht antwortete Frank Braun es ist mir völlig gleich ob ich hier bin oder dort wie lange soll es dauern ein Jahr etwa nicht einmal ganz so lange antwortete der Professor einverstanden sagte der Referendar was habe ich zu tun nicht viel erwiderte der Alte auch ist es eine kleine Nebenbeschäftigung die du gewohnt bist und die dir nicht schwerfällt was also drängte er sieh mein Junge fuhr der Geheimrat fort ich werde eine kleine Hilfe gebrauchen für dieses Mädchen das du mir da angeschafft hast du hast ganz recht sie wird uns fortlaufen sie wird sich unsäglich langweilen in der Zeit des Wartens und gewiss versuchen sie abzukürzen auf ihre Weise nun aber überschätzt du unsere Mittel sie halten zu können das geht natürlich sehr gut und bequem in jeder Privat-Irrenanstalt in der man einen Menschen viel sicherer bewahren kann als im Zuchthaus oder im Gefängnis leider sind wir aber gar nicht darauf eingerichtet ich kann sie doch nicht in das Terrarium sperren mit den Fröschen oder in die Käfige zu den Affen oder Meerschweinchen nicht wahr gewiss nicht Onkel sagte der Referendar du musst etwas anderes finden der Alte nickte ich habe gefunden was nötig ist wir müssen etwas haben das sie festhält nun scheint mir aber mein Doktor Petersen nicht die geeignete Persönlichkeit zu sein um auf längere Zeit ihr Interesse zu fesseln ich meine er wird ihr kaum für eine Nacht genügen ein Mann aber muss es wohl sein ich habe daher an dich gedacht Frank Braun presste die Stuhlene als wollte er sie zerbrechen sein Atem ging tief an mich wiederholte er ja an dich fuhr der Geheimrat fort es scheint das eines der wenigen Dinge zu sein zu denen du zu gebrauchen bist du wirst sie halten können wirst ihr immer von neuem irgendein Blödsinn vorerzählen da hat deine Fantasie endlich einmal einen vernünftigen Zweck und in Ermangelung ihres Prinzen wird sie sich in dich verlieben du wirst also auch ihre sinnlichen Bedürfnisse befriedigen können wenn ihr das nicht genügt so hast du ja gewiss Freunde und Bekannte genug die sehr gern die Gelegenheit wahrnehmen werden einmal auf ein paar Stunden mit so einem hübschen Geschöpf zusammen zu sein der Referendar keuchte seine Stimme klang heiser Onkel sprach er weißt du was du verlangst ich soll der Geliebte dieser Dirne werden während sie des Mörders Kind trägt soll dazu ihr Zuträger sein soll sie jeden Tag neu verkuppeln ich soll gewiss unterbrach ihn der Professor ruhig ich weiß es recht gut es scheint das einzige zu sein auf dieser Welt wozu du gut bist mein Junge er antwortete nicht er fühlte diese Streiche fühlte wie seine Wangen tiefrot wurden wie seine Schläfen heiß glühten es war ihm als brennten quer durch sein Gesicht diese langen Striemen die des Onkels scharfe Peitsche schlug und er empfand es gut oh ja der Alte hatte seine Rache der Geheimrat merkte es wohl ein zufriedenes triefendes Grinsen legte sich breit über seine hängenden Züge überleg es dir in aller Ruhe Junge sagte er langsam wir brauchen uns ja nichts vorzumachen wir beide du und ich können die Dinge beim rechten Namen nennen ich will dich engagieren als Zuhälter für diese Dirne Frank Braun fühlte nun liegst du am Boden hilflos völlig wehrlos elend nackt kannst dich nicht rühren und der hässliche Alte tritt dich mit schmutzigem Fuß speit in deinen klaffenden Wunden seinen giftigen Speichel kein Wort fand er er wankte taumelte irgendwie kam er die Treppe hinab stand auf der Straße starrte in die helle Morgensonne er wusste kaum dass er ging hatte das Empfinden dass er da läge lang in der schmutzigen Gosse niedergeworfen durch einen dumpfen furchtbaren Schlag auf den Kopf was es war wusste er kaum mehr er schlich durch die Straßen kroch dahin durch die Jahrhunderte blieb stehen vor einer Litfaßsäule las die Theateranzeigen die Plakate aber er sah nur Worte verstanden nichts dann fand er sich am Bahnhof er ging an den Schalter verlangte ein Billett wohin? fragte der Beamte wohin? ja wohin denn? und er war erstaunt wie er seine eigene Stimme hörte Koblenz er suchte aus allen Taschen das Geld zusammen dritter Klasse rief er dazu langte es noch er stieg die Treppe hinauf zum Perron da erst bemerkte er dass er ohne Hut war er setzte sich auf eine Bank und wartete dann sah er wie sie eine Ware hinauftrugen sah hinter ihr Dr. Petersen kommen er rührte sich nicht von seinem Platze es war ihm als ob das alles gar nichts zu tun habe mit ihm er sah wie der Zug einlief beobachtete wie der Arzt ein Abteil erster Klasse öffnen ließ wie die Träger vorsichtig die Last hineinhoben und hinten am letzten Ende des Zuges stieg er ein irgendein Lachen krampfte sich in seine Kinnbacken so ist es recht dachte er dritte Klasse das passt für den Knecht für den Zuhälter aber er vergaß es wieder wie er da saß auf der harten Bank drückte sich eng in seine Ecke starrte auf den Fußboden und dieser dumpfe Druck wich nicht von seinem Kopf er hörte den Namen der Stationen rufen manchmal schien es ihm als ob drei vier gleich hintereinander kämen als ob dieser Zug dahin sause wie der Funke durch die Drähte da zur Seite und dann wieder lag eine Ewigkeit zwischen einer Stadt und der anderen in Köln musste er umsteigen warten auf den Zug der den Rhein hinauf fuhr aber es deuchte ihm keine Unterbrechung er merkte kaum den Unterschied ob er da saß auf der Bank oder im Zuge dann war er in Koblenz stieg aus lief wieder durch die Straßen die Nacht brach herein da besann er sich dass er doch hinauf wollte auf die Festung und er ging über die Brücke stieg im Dunkeln den Fels hinauf den schmalen Fußweg der Gefangenen durch das Unterholz plötzlich war er oben fand sich auf dem Kasernenhof dann in seinem Zimmer auf dem Bettel sitzend jemand kam den Gang entlang trat hinein ins Zimmer die Kerze in der Hand es war der starke Marinearzt Dr. Klavaian Hallo rief er in der Tür da hat der Feldwebel noch recht gehabt schon zurück Bruder na komm gleich rüber er ritt meist ach die Bank Frank Braun rührte sich nicht hörte kaum was der andere sprach da fasste ihn der an der Schulter schüttelte ihn tüchtig wärst wohl schon einschlafen mummelte er mach keine Dummheiten komm mit Frank Braun sprang auf irgendetwas war da das ihn hoch riß er griff einen Stuhl hob ihn trat einen Schritt näher geh hinaus zischte er geh hinaus du Schuft Dr. Klavaian sah ihn dicht vor sich stehen blickte in diese bleichen verzerrten Züge dieses stiere drohende Auge es erwachte alles was noch in ihm war von einem Arzt ließ ihn im Augenblicke die Lage erkennen steht es so sagte er ruhig entschuldige bitte dann ging er Frank Braun stand eine Weile immer den Stuhl in der Hand ein kaltes Lachen hing um seine Lippen aber er dachte nichts gar nichts er hörte ein Klopfen an der Tür hörte es wie in unendlicher Ferne dann schaute er auf der kleine Fähre stand vor ihm bist du wieder da fragte er was fehlt dir er erschrak lief dann zurück als der andere nicht antwortete kam wieder mit einem Glas und einer Flasche Bordeaux trink das wird er gut tun Frank Braun trank er fühlte wie ihm der Wein in die Pulse drang fühlte wie seine Beine zitterten zusammenzubrechen drohten unter ihm er ließ sie schwer auf das Bett fallen der Fähnrich stützte ihn trink trankte er aber Frank Braun winkte ab nein nein flüsterte er es macht mich trunken er lächelte schwach ich glaub nämlich ich habe noch nichts gegessen heute ein Lärm drang herüber ein lautes Lachen und Schreien also machen die fragte er gleichgültig Fähnrich antwortete nicht wählen es sind zwei neue gekommen gestern dann griff er in seine Tasche ich habe übrigens ein Telegram für dich angenommen eine Gelddepesche mit 100 Mark sie kam heute Abend da Frank Braun nahm das Platz aber er musste es zweimal lesen ehe er es verstand sein Onkel schickte ihm 100 Mark ließ dabei melden bitte als Vorschuss zu betrachten er sprang auf mit einem Satz der Nebel riss ein roter Blutregen ging nieder vor seinen Augen Vorschuss? Vorschuss? für ja für diese Beschäftigung die ihm der Alte anbot oh dafür der Fähnrich hielt ihm den Schein hin hier ist das Geld er griff den Schein er fühlte wie er ihm die Fingerspitzen verbrannte und dieser Schmerz den er rein physisch empfand tat ihm fast wohl er schloss die Augen ließ diese sengende Glut in die Finger steigen in die Hand und hinauf in den Arm ließ sich versengen bis auf der Knochenmark von diesem letzten infamsten Schimpf gib her rief er gib mir den Wein und er trank trank es schien ihm als lösche der dunkle Wein alle zischenden Gluten was spielen sie? fragte er Back? nein sagte der Fähnrich sie knobeln lustige sieben Frank Braun nahm seinen Arm komm wir wollen hinüber gehen sie traten in das Casino da bin ich schrie er 100 Mark auf die 8 und er warf seinen Schein auf den Tisch der Rittmeister zog den Becher es war 6 Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 von Alraune von Hans-Heinz Evers diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Alka Hest Abschnitt 6 fünftes Kapitel das vermeldet wen sie zu ihrem Vater wählten und wie der Tod Pate stand als Alraune zum Leben kam Dr. Karl Petersen brachte dem Geheimrat ein großes hübsch gebundenes Buch das er in dessen Auftrag hatte anfertigen lassen der rote Lederband zeigte in der linken Ecke oben das alte Wappen der Prinken in der Mitte leuchteten die großen goldenen Lettern A T B die ersten Seiten waren frei der Professor hatte sich selbst vorbehalten hierhin die Vorgeschichte zu schreiben so begann ein Abschnitt von Dr. Petersens Hand der die kurze und einfache Lebensgeschichte der Mutter des Wesens enthielt für dessen Leben dies Buch bestimmt war der Assistenzarzt hatte sich noch einmal der dirne Lebenslauf erzählen lassen und dann gleich zu Papier gebracht sogar ihre Vorstrafen waren angegeben Alma war bestraft zweimal wegen Vagabondage fünf oder sechsmal wegen Übertretung der ihrem Gewerbe auferlegten polizeilichen Vorschriften endlich auch einmal wegen Diebstahls doch behauptete sie in diesem Falle unschuldig zu sein der Herr habe ihr die Priantnadel geschenkt weiter hatte Dr. Petersen auch den zweiten Abschnitt niedergeschrieben der von dem präsumtiven Vater handelte dem beschäftigungslosen Bergarbeiter Peter Weinand Nörrissen im Namen des Königs zum Tode verurteilt durch das Urteil des Schwurgerichts die Staatsanwaltschaft hatte ihm in liebenswürdiger Weise die Akten zur Verfügung gestellt an deren Hand hatte er seine Auszüge machen können Danach schien der P. Nörrissen schon von Kindesbeinen an zu dem Schicksal vorbestimmt zu sein das ihm werden sollte Die Mutter war eine notorische Trinkerin der Vater ein Gelegenheitsarbeiter häufig wegen Rohheitsdelikten vorbestraft Einer seiner Brüder saß schon seit zehn Jahren aus gleichem Grunde im Zuchthaus Peter Weinand Nörrissen selbst war nach Beendigung seiner Schulzeit zu einem Schmied in die Lehrer getan worden der ihm übrigens im Laufe der Verhandlung wegen seiner Geschicklichkeit und auch wegen seiner ungewöhnlichen Stärke ein recht gutes Zeugnis ausstellte Trotzdem habe er ihn wegjagen müssen da er sich nichts habe sagen lassen wollen auch die weiblichen Hausgenossen stets belästigt habe Er arbeitete dann in einer Reihe verschiedener Fabriken kam endlich auf die Zeche Phönix im Ruhrgebiet nachdem er vom Militärdienst infolge eines Geburtsfehlers befreit war An der linken Hand fehlten ihm zwei Finger Irgendeiner gewerkschaftlichen Bewegung schloss er sich nichts an weder dem alten sozialistischen Verbande noch den christlichen noch endlich den Hirschdunkerschen was sein Verteidiger im Plädoyer als ein für ihn sprechendes Moment eifrig auszuschlachten versuchte Er wurde entlassen als er bei einem Streit mit einem Obersteiger sein Messer zog und diesen ziemlich gefährlich verletzte Hierfür erhielt er auch seine erste Strafe ein Jahr Gefängnis Von seiner Entlassung an fehlten begründete Angaben fast vollständig und war hier lediglich auf seine eigenen Aussagen angewiesen Danach war er auf die Landstraße gekommen hatte zweimal die Alpen überschritten und sich durchgeschlagen von Neapel bis Amsterdam Gelegentlich hatte er auch gearbeitet einige Male war er meist wegen Landstreicherei und kleiner Eigentumsdelikte festgesetzt worden Doch schien so war wenigstens die Ansicht der Staatsanwaltschaft wohl anzunehmen zu sein dass er auch im Laufe dieser sieben bis acht Jahre einige größere Verbrechen auf dem Kerpols hatte Die Tat wegen der er nun verurteilt war war in ihrer Entstehung nicht so ganz klar namentlich blieb die Frage völlig offen ob ein Raubmord oder ein Lustmord beabsichtigt war Die Verteidigung suchte es so darzustellen als ob der Angeklagte auf den Ellinger Rheinwiesen als er in der Abenddämmerung die 19-jährige gut gekleidete und sehr gut gewachsene Hausbesitztochter Anna Sibylla Trautwein habe kommen sehen zunächst nur eine Notzucht habe begehen wollen dass er dann während er das recht kräftige Mädchen zu vergewaltigen versuchte lediglich um ihrem wilden Geschrei ein Ende zu machen zum Messer gegriffen und sie niedergeschlagen habe weiter die ohnmächtige gewaltsam genommen und ihr endlich aus Furcht vor Entdeckung ganz den Garaus gemacht habe wobei es dann natürlich gewesen sei dass er um die Mittel zur Flucht zu gewinnen sie auch ihrer geringen Barmittel und wenigen Schmuck Gegenstände beraubt habe dieser Darstellung stand allerdings der Befund der Leiche einigermaßen entgegen der eine schreckliche Zerstückelung des Opfers durch zum Teil fast kunstgerechte Schnitte nachwies der Bericht endete damit dass die Revision vom Reichsgericht zurückgewiesen sei dass die Krone von dem ihr zustehenden Rechte der Begnadigung keinen Gebrauch gemacht habe und dass die Hinrichtung auf den morgigen Tag frühmorgens um 6 Uhr festgesetzt sei zum Schluss war noch gesagt dass der Delinquent auf den ihm von Dr. Petersen vorgebrachten Wunsch bereitwillig eingegangen sei nachdem er ihm dafür zwei Flaschen Korn Brandwein die er abends um 8 Uhr erhalten solle zugesagt habe der Geheimrat beendete die Lektüre gab dann das Buch zurück der Vater ist billiger wie die Mutter dachte er 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 warnte sich an seinen Assistenzarzt sie werden also der Hinrichtung beiwohnen vergessen sie nicht sich mit physiologischer Kochsalzlösung zu versehen nicht wahr und beeilen sie sich nach Möglichkeit jede Minute ist kostbar besondere Anordnungen hier brauchen ja wohl kaum getroffen zu werden ich erwarte sie morgen früh in der Klinik es ist nicht nötig eine der Wärterinnen zu bemühen die Fürstin wird uns assistieren die Fürstin Wilkanski Exzellenz fragte Dr. Petersen gewiss nickte der Professor ich habe Grund sie zu der kleinen Operation zuzuziehen für die sie übrigens viel Interesse hat übrigens wie benimmt sich unsere Patientin heute der Assistenzarzt sagte Och Exzellenz es ist das alte Lied immer dasselbe seit den zwei Wochen die sie hier ist sie weint und schreit und töbt kurz sie will hinaus heute hat sie wieder ein paar Waschhüßeln zerschlagen Haben sie ihr noch mal ins Gewissen geredet fragte der Professor versucht habe ich aber sie ließ mich kaum zu Worte kommen Glück dass wir morgen endlich soweit sind wie wir es dann freilich anstellen wollen sie so lange zu halten bis das Kind zur Welt kommt ist mir ein Rätsel das sie nicht zu lösen brauchen Petersen der Geheimrat klopfte ihm wohlwollend auf die Schulter da werden wir schon Mittel finden tun sie nur ihre Pflicht und der Assistenzarzt sagte darauf können sie sich Exzellenz fest verlassen die frühe morgensonne küsste die geiß platt laube des sauberen gartens in dem des geheimrats weiße frauen klinik lag schmeichelte leicht über bunte taufrische dalien beete liebkoste an den mauern große tiefblaue klimatis bunte finken und große drosseln liefen über die glatten wege huschten durch die geschorenen rasen flächen flogen schnell auf als achteiserne hufe aus dem kam mit raschen schritten durch den garten ihre wangen glühten ihr starker busen atmete heftig als sie die hohen stufen hin aufstieg zu dem hause der geheimrat kam ihr entgegen öffnete selbst nun der schlauch das nenne ich pünktlich treten sie näher ich habe tee für sie machen lassen sie sagte und ihre stimme überschlug sich hastete und sprang ich komme von von dort ich sah es es war fabelhaft aufregend er führte sie ins zimmer woher kommen sie durchlaucht von der hinrichtung ja sagte sie ihr dr peterson wird auch gleich hier sein ich hatte eine karte bekommen gestern abend noch es war ungeheuer ganz ungeheuer der geheimrat bot ihr einen stuhl darf ich ihn einschenken sie nickte bitte exzellenz sehr lebenswürdig ein jammer dass sie das versäumt haben es war ein pracht kerl groß stark wer fragte er der delinquent sie trank ihren tee ja gewiss der der mörder sehnig und stramm eine mächtige brust wie ein rennkämpfer er trug eine art blauen sweater sie hatten ihm den nacken freigelegt kein fett nur muskeln und zähnen wie ein stier und konnten durch laucht die ganze exekution gut sehen fragte der geheimrat aber ganz ausgezeichnet rief sie ich stand an einem fenster im gang gerade vor mir war das gerüst es schwankte ein wenig als er hinaufschritt sie mussten ihn stürzen bitte noch ein stück zugerext der geheimrat bediente sie sprach er etwas ja sagte die fürstin zweimal aber jedes mal nur ein wort das erste mal während der staatsanwalt das urteil vorlas da rief er halblaut aber ich kann es nicht wirklich wiederholen aber durchlaucht der geheimrat grinste tatschte ihr leicht auf die hand vor mir brauchen sie sich doch gewiss nicht zu genieren sie lachte auf nein natürlich nicht also aber reichen sie mir eine scheibe zitrone danke geben sie mir nur gleich in die tasse also er sagte nein ich kann es nicht wiedergeben du schlaucht sagte der professor mit leichtem vorwurf und sie sagte sie müssen die Augen zumachen der geheimrat dachte alte äffin aber er schloss die Augen nun fragte er sie ziert er sich noch immer ich will es französisch sagen also gut französisch rief er ungeduldig da zog sie die lippen zusammen beugte sich vor und flüsterte ihm ins ohr merde der professor bog sich zurück das starke parfüm der fürstin irritierte ihn so also das sagte er ja nickte sie und er sprach so als ob er sagen wolle dass ihm das alles gleichgültig sei ich fand das hübsch von ihm fast kavaliermäßig gewiss bestätigte der geheimrat schade nur dass er es nicht auch französisch sagte na und was war das andere wort ach das war übel die fürstin schlürfte ihren tee knabberte dazu ein cake er verdarb völlig den guten eindruck den er auf mich gemacht hatte denken sie nur exzellenz als die henkers knechte recht packten da begann er plötzlich zu schreien zu noch ein tässchen durchlaucht und was schrie er dann erst wehrte er sich so gut er konnte schweigend und stark obwohl ihm beide hände eng auf den rücken gefesselt waren drei gehilfen waren da die warfen sich auf ihn während der henker im frack und im weißen handschuh ruhig da stand und so sah anfangs gefiel es mir wie der mörder die drei fleische abschüttelte von sich wie sie immer von neuem an ihn rissen und stießen ohne ihn nur einen fußbreit weiterbringen zu können es war ungeheuer aufregend exzellenz kann ich mir denken du schlaucht war für ein dann aber fuhr sie fort dann änderte es sich einer hatte ihm ein beingestellt riss ihm zugleich von hinten vielleicht war er auch trunken gewesen und wurde nun plötzlich hellnüchtern pfui und da schrie er äh der geheimrat lächelte was schrie er muss ich wieder die augen dazu schließen nein rief sie sie können sie ruhig offen lassen exzellenz er war feige geworden jämmerlich feige und voll von angst und er schrie mama 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 oh dutzende von malen bis sie ihn auf den knien hatten herangezerrt unter das pfeilbeil den kopf hineingezwängt in die kreisrude öffnung des bretts also bis zum letzten augenblick rief er nach seiner mama fragte der geheimrat nein antwortete sie nicht bis ganz zuletzt als das harte brett den hals fest umschloss und der kopf auf der anderen seite herausragte da schwieg er irgendetwas schien in ihm vorzugehen der professor wurde aufmerksam konnten sie sein gesicht gut sehen durchlaucht konnten sie irgendwie erraten was in ihm vorging die fürstin sagte aber so deutlich wie ich sie jetzt vor mir sehe was in ihm vor ging das weiß ich nicht es war ja auch noch ein augenblick während der scharfrichter noch einmal sich umsah ob alles in Ordnung sei während seine Hand noch nach dem Kopf suchte der das messer herunterfall ließ ich sah die Augen des Mörders die weit offen standen wie in wahnsinniger Lust sah den aufgerissenen Mund der zuschnappen schien und die gierigen verzerrten züge sie stockte das war alles forschte der Geheimrat sie schluss ja dann fiel das Beil und der Kopf sprang in den Sack den einer der knechte offen hielt bitte reichen sie mir noch die marmelade exzellenz es klopfte dr. petersen öffnete die tür und trat ein er schwang in der hand ein langes glas wohl verkorkt und in water gewickelt guten morgen durchlaucht hier hier ist es die fürstin sprang auf lassen sie sehen aber der geheimrat hielt sie zurück gemacht durchlaucht sie werden es noch früh genug sehen wenn es ihnen recht ist wollen wir gleich an die arbeit gehen er wandte sich an seinen assistenzarzt ich weiß nicht ob es nötig wird aber jedenfalls werden sie gut tun seine stimme sank er näherte die lippen dem ohr des arztes der nickte gut exzellenz ich will sofort die anweisung geben sie gingen durch den weißen korridor hielten ganz hinten vor nummer 17 strahlte von licht und sonne das mädchen lag tief schlafend in dem bett ein heller strahl huschte herein vom eng vergitterten fenster zitterte auf den boden kletterte auf goldener leiter hinauf schlich sich über die linden schmiegte sich zärtlich an ihre süßen wangen tauchte die roten haare in glühende flammen ihre lippen standen halb offen bewegten sich es schien als ob sie leise liebesworte flüsterte sie träumt sagte der geheimrat wohl von ihrem prinzen dann legte er seine feuchte kalte hand auf ihre schulter schüttelte sie wahren sie auf alma ein leichter schreck flog durch ihre glieder sie richtete sich auf schlaftrunken was was denn stotterte sie dann erkannte sie den professor warf sich zurück in die kissen lassen sie mich kommen sie alma machen sie nun keine faxen ermahnte sie der geheimrat es ist endlich soweit seien sie vernünftig und machen sie uns keine schwierigkeiten und er zog ihr mit einem schnellen ruck die leintücher weg warf sie auf den boden die augen der fürstin weiteten sich sehr gut rief sie aus das Mädchen ist sehr gut gewachsen das wird schon passen aber die schrie sie ich will nicht der geheimrat winkte dem assistenzarzt gehen sie befeilen sie sich wir dürfen keine zeit verlieren dr peterson verließ rasch das zimmer die fürstin kam heran setzte sich auf das bett redete dem Mädchen zu kleine seien sie doch nicht töricht es tut ihr gar nicht weh sie versuchte sie zu streicheln strich ihr mit den dicken beringten fingern schwer über hals und nacken hinunter zu den brüsten alma stieß sie fort was wollen sie denn wir sind sie weg weg ich will nicht die fürstin ließ sich nicht abweisen ich will ihr nur ihr bestes kindchen werde dir auch einen hübschen ring schenken und ein neues kleid ich will keinen ring schrie die dirne ich brauche kein kleid ich will fort von hier man soll mich in ruhe lassen der geheimrat öffnete in lächelnder ruhe das glas man wird sich später in ruhe lassen und später können sie auch fort gehen einstweilen müssen sie nur die kleinen verpflichtungen erfüllen die sie uns gegenüber eingegangen sind ah da sind schnell her die dirne starrte ihn an mit weit aufgerissenen entsetzten augen nein jammerte sie nein nein sie machte mine aus dem bett zu springen stieß den assistenzarzt der sie zurückhalten versuchte mit beiden Händen vor die brust so dass er zurücktaumelte beinahe niederfiel da warf sich mit ausgebreiteten armen die fürstin auf das mädchen drückte es mit dem mächtigen gewicht ihres körpers zurück in das bett umfasste es rings krallte die finger in das leuchtende fleisch griff mit den zähnen eine lange rote haarsträhne die dirne strampelte schlug mit den beinen in die luft unfähig ihre arme zu gebrauchen ihren leib zu rühren unter dieser wuchtigen last sie sah wie der arzt die maske nieder senkte auf ihr gesicht hörte ihn leise zählen eins zwei drei sie schrie dass es wieder gelte von den wänden nein nein ich will nicht ich will nicht ich ersticke dann erstarb ihr schreien wich einem kläglichen elenden wimmern mutter ach mutter zwölf tage später wurde die prostituierte alma raune dem gerichts gefängnis zur untersuchungshaft eingeliefert der haftbefehl wurde verhängt weil die des einbruch diebstahls beschuldigte ohne feste wohnung und somit fluchtverdächtig war die anzeige war von seiner exzellenz dem wirkel g rat ten prinken erstattet worden gleich in den ersten tagen hatte der professor seinen assistenzarzt wiederholt befragt ob er nicht diese und jene sache gesehen habe die er vermisse so fehlte ihm ein alter siegelring den er beim waschen abgelegt und dann habe liegen lassen fehlte ihm eine kleine geldbörse die er wie er sich genau erinnere in seinem überzieher hatte stecken lassen er bat dr. petersen doch ganz unauffällig ein scharfes auge auf die angestellten zu haben dann war die goldene uhr des assistenzarztes aus seinem zimmer in der klinik aus einer verschlossenen schublade seines schreibtisches heraus verschwunden und zwar war die schublade mit gewalt geöffnet worden eine eingehende untersuchung der klinik zu der alle angestellten sich sofort bereit erklärten lieferte ein völlig negatives resultat es muss einer der patientinnen gewesen sein schloss der geheimrat und ordnete eine jeden erfolg haben sie keinen raum vergessen forschte sein chef keinen exzellenz antwortete der assistenzarzt bis auf das zimmer der alma und warum haben sie dort nicht nach geforscht fragte der geheimrat weiter aber exzellenz entgegnete dr petersen das ist doch völlig aus geschlossen das mädchen ist ja tag und nacht bewacht ist nicht einmal heraus gekommen aus ihrem zimmer und seitdem sie nun auch weiß dass unser eingriff geglückt ist ist sie erst völlig außer rand und band sie heult und schreit den ganzen tag droht uns völlig verrückt zu werden denkt nur daran wie sie hier herauskommen kann und wie sie es anstellen soll um unsere bemühungen nachträglich wieder zu vereiteln gerade heraus gesagt exzellenz scheint mir völlig unmöglich das Mädchen die lange zuerst werden sie einmal in zimmer 17 nachforschen die Täterschaft der dirne scheint mir doch nicht so ganz ausgeschlossen nach einer viertelstunde kam dr. petersen zurück brachte ein zusammengeknüpftes taschentuch hier sind die sorgen sagte er ich fand sie versteckt tief unten in dem wäschesack des Mädchens also doch nickte der geheimrat nun telefonieren sie gleich der Polizei der Assistenzarzt zögerte verzeihen Exzellenz wenn ich mir eine Einwendung erlaube das Mädchen ist sicher unschuldig wenn auch der Schein vielleicht gegen sie spricht Exzellenz hätten sie sehen sollen als ich mit der alten Werderin das Zimmer durchsuchte und schließlich die Sachen fand sie war völlig apathisch alles das berührt sie gar nicht sie hat ganz sicher nichts mit dem Diebstahl zu tun irgendjemand vom Personal muss die Gegenstände genommen und dann als eine Entdeckung drohte in ihrem Zimmer versteckt haben der Professor grinste sie sind sehr ritterlich petersen aber einerlei telefonieren sie Exzellenz vielleicht können wir doch noch etwas warten vielleicht noch einmal das Personal eingehen verhören hören sie petersen sagte der geheimrat sie sollten ein wenig mehr nachdenken ob die dirne diese Sachen gestohlen hat oder nicht ist doch ganz gleichgültig die Hauptsache ist dass wir sie los werden und dass sie irgendwo durchaus sicher aufgehoben wird bis ihre Stunde gekommen ist nicht wahr im Gefängnis ist sie uns sicher viel sicherer wie hier sie wissen wie anständig wir sie bezahlen und ich bin sogar gewillt ihr für dieses kleine Missgeschick noch etwas zuzulegen wenn alles glücklich vorüber ist schlechter hat sie es im Gefängnis auch nicht wie hier das Zimmer wird wohl etwas kleiner das Bett etwas härter und das Essen etwas weniger gut sein aber dafür hat sie dort Gesellschaft und das ist viel wert in ihrem Zustand dr peterson sah ihn an immer noch ein wenig schwankend ganz recht exzellenz aber wird sie dort nicht schwatzen es wäre doch sehr unangenehm wenn der geheimrat lächelte wieso denn lassen sie sie schwatzen so viel sie mag hysteria mindax wissen sie sie ist hysterisch und eine hysterische hat ja das recht zu lügen kein mensch wird er glauben nun gar eine hysterische schwangere die ihr mein sauberer neffe vorgeschwindelt hat ja glauben sie denn dass der richter der staatsanwalt der gefängnisdirektor der pastor oder sonst ein vernünftiger mensch überhaupt nur hinhören wird wenn eine dirne solch abstruses zeug redet übrigens werde ich selbst mit dem gefängnisarzt sprechen wer ist es zurzeit kollege dr perscheid sagte der assistenzarzt ah ihr freund der kleine perscheid fuhr der professor fort ich kenne ihn auch ich werde ihn bitten ein besonders wachsames Auge auf unsere patientin zu haben ich werde ihm sagen dass sie mir von einem bekannten der mit ihr ein verhältnis hatte in die klinik geschickt wurde und dass dieser herr bereit sei für das zu erwartende kind in jeder Weise zu sorgen ich werde ihn dazu auf die außerordentliche krankhafte lügenhaftigkeit der patientin aufmerksam machen und ihm gleich von tram mit der verteidigung betrauen und auch ihm den fall so erklären dass er den reden der dirne auch nicht eine sekunde lang glauben schenkt befürchten sie noch etwas petersen der assistenzarzt sah seinen chef voller bewunderung an nein exzellenz sagte er exzellenz denken an alles was in meinen kräften steht will ich gewiss aufbieten um exzellenz behilflich zu sein der geheimrat seufzte laut dann reichte er ihm die hand ich danke ihnen lieber petersen sie glauben nicht wie schwer mir diese kleinen lügereien werden aber was will wir machen die wissenschaft verlangt eben solche opfer unsere tapferen vorgänger die ärzte des späten mittelalters waren gezwungen sich die leichen von den friedhöfen zu stehlen wenn sie anatomie lernen wollten sie mussten allen gefahren einer hochnotpeinlichen verfolgung wegen leichenschändung und ähnlichen unsinn trotzen da dürfen wir uns nicht beklagen müssen solche kleinen schwindeleien schon mit in den kauf nehmen im interesse unserer heiligen wissenschaft und nun gehen sie pedersen telefonieren sie und der assistenzarzt ging im herzen eine große und ehrliche hochachtung vor seinem chef alma raune wurde verurteilt wegen einbruch diebstahls strafschärfend wirkte ihr hartnäckiges leugnen sowie die tatsache dass sie schon einmal vorbestraft war wegen diebstahls trotzdem wurden ihr mildernde umstände zugebilligt wahrscheinlich weil sie wirklich sehr hübsch aussah und dann auch weil sie justizrat gontram verteidigte sie erhielt nur ein jahr sechs monate gefängnis auf die dazu die untersuchungshaft noch angerechnet wurde aber exzellenz ten brinken erreichte es dass ihr ein erheblicher teil dieser strafe geschenkt wurde obwohl ihre führung in der anstalt durchaus keine mustergültige war es wurde jedoch in erwägung gezogen dass diese schlechte aufführung wohl auf ihren hysterisch krankhaften zustand den der geheimrat in seiner gnadeneingabe stark betonte zurückzuführen sei auch wurde berücksichtigt dass sie nun bald mutter werden sollte sie wurde entlassen als sich die ersten anzeichen einer baldigen geburt bemerkbar machten wurde am frühen morgen in die klinik tin prinken geschafft lag dort in ihrem alten weißen zimmer nummer 17 am letzten ende des korridors schon auf dem transport hatten die wehen begonnen es würde sehr schnell vorüber sein hatte sie dr peterson beruhigt aber erirrte sich die wehen hielten den ganzen tag an die nacht und den nächsten tag ließen bald ein wenig nach setzten dann wieder ein mit erneuter heftigkeit und das mädchen schrie und wimmerte wand sich in elenden schmerzen von dieser merkwürdigen geburt handelt der dritte kurze abschnitt in dem lederbande a t b auch von der hand des assistenzarztes geschrieben er leitete in gemeinschaft mit dem gefängnisarzte die sehr schwere entbindung die erst am dritten tage stattfand und mit dem tode der mutter endete der herrgeheimrat selbst war nicht dabei zugegen in diesem bericht betonte dr peterson die überaus kräftige konstitutionen und den ausgezeichneten bau der mutter die eine sehr leichte entbindung geradezu bedingten nur die äußerst seltsame querlage des kindes bewirkten die eintretenden komplikationen die es letzten endes unmöglich machten beide mutter und kind zu retten weiter war erwähnt dass das kind ein mädchen sogleich fast noch im mutterleibe ein ganz außerordentliches geschrei erhob so heftig und so durchdringend schrill wie es weder die beiden herren noch die assistierende hebamme je bei einem neugeborenen erlebt hätten dies geschrei habe beinahe etwas bewusstes gehabt als ob das kind bei der gewaltsamen lostrennung von dem mutterschoße außerordentliche schmerzen empfunden habe es sei so eindringend und entsetzlich gewesen dass sie sich eines gewissen grauens kaum hätten enthalten können ja dass sein kollege dr. perscheid sich habe niedersetzen müssen während ihm ein kalter schweiß aus den schläfen gebrochen sei dann allerdings sei das kind sofort ruhig gewesen und habe nicht einmal mehr gewimmert die hebamme habe beim baden sofort bei dem überhaupt sehr zarten und dürftigen kinde eine außergewöhnlich stark entwickelte atresia vaginalis festgestellt so zwar dass auch die haut beider beine bis oberhalb der knie zusammengewachsen sei diese merkwürdige oberflächliche verbindung der epidermis die durch eine baldige operation leicht behoben werden könne was die mutter betriffe so habe sie gewiss sehr heftige schmerzen und qualen aushalten müssen an eine chloroformierung oder eine lumbalanästhesie habe man ebenso wenig denken können wie an eine injektion von scopolamin morphium da die nicht zu stillende blutung eine große herzschwäche hervorrief sie habe alle die stunden über in der grässlichsten weise geschrien und gejammert sei hierbei nur in dem augenblicke der geburt selbst durch das entsetzliche geschrei des kindes übertönt worden später sei ihr gestöhne langsam schwächer geworden sie sei etwa zweieinhalb stunden später ohne bewusstsein entschlafen als angehörigen in halberstadt keinerlei ansprüche darauf erhoben auch erklärten die bestattungskosten nicht tragen zu wollen er diente dem anatomie professor holzberger zu lehrzwecken und hat gewiss in allen seinen teilen das studium seiner hörer wesentlich gefördert mit ausnahme des kopfes den der kant med faßmann im auftrag cb der hanseer präparieren sollte er vergaß ihn während der ferien und ließ sich dann da er schon genug schädel hatte und das ding zu einem sauberen präparat doch nicht mehr zu gebrauchen war aus der schädeldecke einen hübschen knobelbecher machen er besaß schon fünf würfel aus wirbelknochen des hingerichteten mörders nörrissen und benötigte für diese nun einen geeigneten becher her kant med faßmann war nicht abergläubig aber er behauptete dass dieser schädelbecher beim ausspielen von frühschoppen ganz außerordentliche dienste leistete er sang sein lob in so hohen tönen dass der beinern becher und seine knöchernen würfel im laufe des semesters allmählich eine gewisse berühmtheit erlangten erst am stammtische der herren iacb iacb dann bei sc und schließlich darüber hinaus in der ganzen studentenschaft kant med faßmann liebte seinen becher und er sah es fast wie eine art erpressung an als ihn bei gelegenheit seines examens besuches bei exzellenz ten brinken der geheimrat bat ihm doch den berühmten becher und die würfeln zu überlassen und er wäre ganz gewiss nicht darauf eingegangen wenn er sich nicht gerade in gynäkologie so außerordentlich schwach gefühlt hätte und wenn nicht gerade dieser professor ein so außerordentlich scharfer und gefürchteter examinator gewesen wäre tatsache ist dass der kandidat diese station mit glanz bestand so brachte ihm sein becher gutes glück solange er ihn besaß auch das was sonst noch übrig blieb von den beiden menschen die ohne einander je gesehen zu haben trat nach deren tode miteinander in eine gewisse beziehung der anatomiediener knoblauch warf die knochen und fleischfetzen wie gewöhnlich in eine schnell aufgeworfene grube des anatomie gartens hinten an der mauer wo die weißen kletterrosen so üppig wuchern ende von abschnitt sechs abschnitt sieben von alraune von hans heinz evers diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von alkahest abschnitt sieben intermezzo und sechstes kapitel intermezzo alle sünde du liebe freundin brachte der heiße südwind aus den wüsten her wo die sonne glüht durch endlose jahrtausende da schwebt über dem schlafenden sander ein dünner weißer schwaden und der nebel ballt sich zu weichen wolken die rollt ringsherum der wirbelwind formt sie wie runde seltsame eier die halten aller sonnen heiße klut da schleicht zur gleichen nachtzeit der basilisk herum den auf seltsame art einst der mond erzeugte er der ewig unfruchtbare er ist sein vater doch die mutter ist ihm der sand unfruchtbar wie jener das ist das geheimnis der wüsten manche sagen dass es ein tier sei aber es ist nicht wahr ein gedanke ist es der da wuchs wo kein boden war und kein samen der her annahm die das leben nicht kennt daher kommt es auch dass dies wesen niemand beschreiben kann weil es unbeschreiblich ist wie das nichts selbst wahr aber ist was die leute sagen dass es sehr giftig sei denn es frisst die gluteier der sonne die der wirbelwind rollte im wüstensande so kommt es auch dass purpurne flammen aus seinen augen schießen und dass sein atem heiß schwält von grauen dünsten aber nicht alle die nebeleier frisst der basilisk des bleichen mondes kind wenn er satt ist rings angefüllt mit den heißen giften speit er seinen grünen speichel über die die noch da liegen im sande ritzt die weiche haut mit scharfer kralle daß der widrige schleim wohl eindringen möge und wenn zum morgen sich der frühwind hebt sieht schleiern und wenn ringsum in den landen des mittags die eier bersten die die glutsonne brütete krokodileier kröten eier schlangen eier eier von allen hässlichen echsen und lurchen dann springen auch mit einem leichten knall die giftigen eier der wüste kein kern ist darin kein echslein und schlänglein nur ein luftiges seltsames gebilde allfarbig wie der tänzerin schleier beim flammentanze allduftig wie die bleichen sanga blüten von lahore alltönend wie des engels isra fehl klingendes herz und allgiftig auch wie des basilisken gräulicher leib da jagt der südwind vom mittag her kriecht aus den sümpfen des heißen waldlandes tanzt über die sandwüsten der hebt die glühenden schleier der sonneneier trägt sie weit fort über die blauen meere reißt sie mit wie leichte wolken wie lose gewänder nächtlicher priesterinnen so fliegt zum blonden norden aller lüste giftige pest kühl schwesterlein wie dein norden sind unsere stillen tage deine augen sind blau und sind gut und wissen nichts von den heißen lüsten wie die schweren trauben blauer glyzenen sind deiner tagestunden tropfen hinab zum weichen teppich mein leichter fuß wenn aber die schatten fallen blonde schwester da kriecht ein brennen über deine junge haut nebelschwaden fliegen vom süden her die atmet deine gierige seele und deine lippen bieten in blutigem kusse aller wüsten klut heißes gift dann nicht du mein blondes schwesterlein schlafendes kind meiner traumstillen tage wenn der mistral leicht die blauen bogen kräuselt wenn aus meines rosen lorbeers krone der süße vogel stimmen klingen dann blättere ich wohl in dem schweren lederbande des herrn jakob den brinken langsam wie das meer flutet mein blut durch die adern und ich lese mit deinen stillen augen in unendlicher ruhe alraunens geschichte gebe sie wieder wie ich sie finde schlicht einfach recht wie einer der frei ist von allen leidenschaften aber ich trank das blut das in nächten aus deinen wunden floss das ich mischte mit meinem roten blute dies blut das vergiftet ward durch der heißen wüsten sündige gifte und wenn mein hirn fiebert von deinen küssen die schmerzen sind und von deinen lüsten die qualen bedeuten dann mag es wohl sein dass ich mich losreiße aus deinen armen du wilde schwester mag es sein dass ich traumschwer dasitze an meinem fenster zum meer in das der chirocco seine gluten wirft mag es sein dass ich wieder greife zu dem lederbande des geheimrats dass ich allraunens geschichte lese mit einem gift heißen augen das meer schreit an die starren felsen so schreit mein blut durch die adern anders ganz anders deucht mich nun das was ich lese und ich gebe es wieder wie ich es finde wild heiß recht wie einer der voll ist von allen leidenschaften sechstes kapitel das davon handelt wie das kindlein allraune heranwuchs den erwerb des würfelbechers erwähnt der geheimrat in dem lederbande der von nun an nicht mehr die deutliche klare hand des dr petersen zeigt sondern seine eigene dünne langgezogene episode befinden sich in diesem bande manch kurze eintragungen von denen einige für den verlauf dieser geschichte von interesse scheinen die erste betrifft die operation der atresia vaginalis des kindes die ebenfalls dr petersen vornahm und der sein vorzeitiges ende zuzuschreiben ist der geheimrat erwähnt dass er in überlegung einmal der ersparnis die ihm der tod der mutter gemacht habe dann der guten in der ganzen angelegenheit diesem einen dreimonatlichen urlaub mit vollen bezügen für eine sommerreise bewilligt und ihm obendrein noch eine besondere gratifikation von 1000 mark versprochen habe dr petersen habe sich auf diese reise die erste größere wie er in seinem leben machen sollte ganz außerordentlich gefreut habe aber darauf bestanden vorher noch die ziemlich leichte operation vorzunehmen obwohl man sie ohne besondere bedenken ganz gut noch längere zeit hätte hinausschieben können er habe also diese operation ein paar tage vor seiner beabsichtigten abreise gemacht und zwar mit ausgezeichnetem erfolge für das kind leider habe er sich selbst dabei eine schwere blutvergiftung zugezogen was umso erstaunlicher sei als dr petersen sonst stets eine fast übertriebene sorgfalt an den tag legte und sei im laufe von kaum 48 stunden nach sehr heftigen leiden gestorben die direkte ursache dieser blutvergiftung sei nicht festzustellen gewesen es habe sich um eine mit unbewaffneten auge kaum wahrnehmbare wunde am linken unterarmer gehandelt die vielleicht von einem leichten kratze der kleinen patientin herrührte der professor hebt dann noch hervor dass ihm dadurch nun schon zum zweiten male in dieser angelegenheit durch den tod des betreffenden die Auszahlung einer größeren summe erspart worden sei irgendein kommentar ist an diese bemerkung nicht geknüpft es wird dann weiter berichtet dass das baby das er einst weilend in der klinik selbst unter der obhut der oberwärterin gelassen habe ein ganz außergewöhnlich stilles und zartes kind sei nur ein einziges mal noch habe es geschrien und zwar bei gelegenheit der heiligen taufe die der kaplan ignatz schröder im münster vornahm da allerdings habe es ganz fürchterlich gebrüllt so dass die kleine gesellschaft die wärterin die ist trug die fürstin wolkonski sowie justizrat sebastian gontram die seine taufpaten waren endlich der pfarrer der küster und er selbst durchaus nichts mit ihm hätten anfangen können von dem augenblick an als man es hinaus trug aus dem hause habe es begonnen zu schreien und habe nicht eher wieder aufgehört bis es wieder von der kirche dorthin zurückgebracht worden sei im münster selbst sei sein geschrei so unerträglich gewesen dass seine hochwürden die heilige handlung nach möglichkeit beschleunigt habe um nur sich selbst und die anwesenden bald von diesem gräulichen ohren schmause zu befreien man habe ordentlich aufgeatmet als alles zu Ende gewesen und die Wärterin mit dem Kinde in den Wagen gestiegen sei es scheint dass in diesen ersten Lebensjahren des Mädchens dem der Professor aus einer begreiflichen Laune heraus den Namen Alraune gab nichts sonderliches vorgekommen sei wenigstens finden sich in dem Lederbande kaum bemerkenswerte Angaben es wird noch berichtet dass der Professor seinen schon vor ihrem Erscheinen in dieser Welt gefassten Entschluß wahrmachte das Mädchen adoptierte und in einem beglaubigten Testamente als alleinige Erbin unter ausdrücklichem Ausschluss aller Verwandten einsetzte es wird weiter erwähnt dass die Fürstin dem Kinde als Patengeschenk einen ganz außerordentlichen kostbaren und ebenso geschmacklosen Halsschmuck übersenden ließ der aus vier mit brillanten besetzten Goldketten und zwei Schnüren großer schöner befand sich widerreich mit Perlen besetzt eine Schnur brandroten Haares die die Fürstin aus einer Locke hatte anfertigen lassen die sie bei der Erzeugung des Kindes der bewusstlosen Mutter abgeschnitten hatte in der Klinik verblieb das Kind über vier Jahre bis zu dem Zeit als der Geheimrat dieses Institut sowie die angegliederten Versuchsstationen die er ohnehin mehr und mehr vernachlässigt hatte aufgab Er nahm es dann heraus auf seiner Besitzung in Lendenich Dort erhielt das Kind einen Spielkameraden der freilich fast um vier Jahre älter war Das war Wölfchen Gontram der jüngste Sohn des Justizrates Geheimrat den Brinken erzählt wenig genug von dem Zusammenbruche des Gontram Hauses Er erwähnt nur kurz dass dem Tode das Spiel in dem Weißen Hause am Rhein doch einmal einem Jahre die Mutter und drei ihrer Söhne weggewischt habe Den vierten Jungen Josef der auf Wunsch der Mutter zum Geistlichen bestimmt war habe seine Hochwürden Kaplan Schröder zu sich genommen während Frieda die Tochter mit ihrer Freundin Olga Wolkonski die inzwischen einen etwas zweifelhaften spanischen Grafen geheiratet hatte nach Rom gezogen sei und in deren Hause dort lebe Zugleich mit diesen Ereignissen sei der finanzielle Zusammenbruch des Justizrates erfolgt der trotz des glänzenden Honorars das ihm die Fürstin für ihren endlich gewonnenen Eheprozess gezahlt habe nicht aufzuhalten gewesen wäre der Geheimrat stellt die Tatsache dass er das jüngste Kind zu sich aufnahm als eine Art menschenfreundliche Handlung dar vergisst aber nicht hinzuzufügen dass gerade Wölfchen einige Weinberge mit kleinen Baudigkeiten von dass seine Zukunft durchaus sichergestellt war er bemerkt auch dass er sich die Verwaltung über dies Vermögen von dem Vater habe übertragen lassen fügt sogar hinzu dass er aus Delikatesse damit der Junge später einmal nicht das Gefühl habe aus Gnade und Barmherzigkeit in fremdem Hause aufgezogen worden zu sein von diesen Zinsen den Unterhalt des Pflegekindes bestreite Es ist anzunehmen dass der Herr Geheimrat bei dieser Rechnung nicht zu kurz kam Übrigens lässt sich aus allen den Eintragungen die Geheimrat Tin Brinken in diesen Jahren in den Lederband machte wohl schließen dass Wölfchen Gontram das Brot das er in Lendenich aß reichlich selbst verdiente Er war ein guter Spielkamerad für sein Pflegeschwester war mehr als das war ihr einziges Spielzeug und ihr Kindermädchen zugleich Gewohnt mit seinen wilden Brüdern herumzutollen übertrug sich seine Liebe im Augenblicke auf das kleine zarte Geschöpf das allein in diesem weiten Garten in den Ställen Treibhäusern und allen Gebäuden herumlief Das große Sterben im Elternhause der jäher Zusammenbruch all dessen was für ihn die Welt war hatte einen starken Eindruck auf ihn gemacht trotz aller gondramschen Indolenz der kleine hübsche schwarze Traumaugen hatte war still geworden schweigsam und in sich gekehrt und das so plötzlich erstickte Interesse für tausend Knabengedanken schlang sich nun wie leichter ranken um dieses kleine Wesen Araune sog sich dort fest mit vielen dünnen Würzelchen was seine junge Brust trug gab er dem neuen Schwesterchen gab es mit der großen unbegrenzten Gutmütigkeit die seiner Eltern sonniges Erbteil war wenn er mittags zurückkam aus der Wo er stets in den allerletzten Bänken saß lief er an der Küche vorbei so hungrig er auch war suchte im Garten herum bis er Araune fand und die Dienstboten mussten ihn oft genug mit Gewalt hereinholen um ihm sein Essen zu geben niemand kümmerte sich so recht um die beiden Kinder aber während sie alle vor dem kleinen Mädchen ein seltsames Misstrauen hatten mochten sie doch Wölfchen gern leiden so übertrug sich auf ihn diese etwas plumpe Liebe des Gesindes die vor dem durch so lange Jahre Frank Braun dem Neffen des Herren galt wenn er als Knabe seine Schulferien hier verbrachte wie einst ihn so duldete Freudsheim der alte Kutscher jetzt Wölfchen gern bei den Pferden hob ihn hinauf ließ ihn reiten auf der Wolldecke durch Hof und Garten der Gärtner wies ihm die besten Früchte im Garten schnitt ihm die schwangsten Gärten und die Mägde stellten sein Essen warm sahen zu dass ihm nirgends etwas abging es war wohl so dass der Junge es verstand sie alle wie seines gleichen zu nehmen während das Mädchen so klein es auch war doch eine eigentümliche Art hatte zwischen sich und ihnen allen einen breiten Graben zu ziehen es blauderte nie mit ihnen und wenn es überhaupt sprach so war das irgendein Wunsch der fast wie ein Befehl klang gerade das was diese Leute vom Rhein in innerster Seele nicht ertragen konnten von ihrem Herrn nicht und nun erst von diesem fremden Kind sie schlugen es nicht das hatte der Geheimrat streng verboten aber sie ließen auf jede Weise das Kind empfinden dass sie sich durchaus nicht um es kümmerten taten so als ob es gar nicht da sei es lief da herum gut sie ließen es laufen sorgten für sein Essen für sein Bettchen für Wäsche und Kleider aber so wie sie dem alten bissigen Hofhund sein Essen brachten wie sie seine Hütte fegten und ihn losketteten zur Nacht der Geheimrat bekümmerte sich in keiner Weise um die Kinder er ließ sie völlig ihren eigenen Weg gehen seitdem er kurz nach der Auflösung der Klinik auch seine Professur aufgegeben hatte beschäftigte er sich neben allerlei Grundstück und Hypothekengeschäften nunmehr mit seiner alten Liebhaberei der Archäologie er betrieb sie wie alles was er anfasste als kluger Kaufmann und verstand bei allen Museen der Welt seine geschickt zusammengestellten Sammlungen zu recht hohen Preisen anzubringen dieser Boden rings um den Sitz der Brinken bis hin zum Rhein und zur Stadt nach der einen Seite bis weit hinaus an die Eifeler Vorgebirge nach der anderen stark ja voll von Dingen die einst Rom hertrug und alle seine Hilfsvölker von jeher sammelten die Brinken und wenn auf zehn Meilen in der Runde ein Bauer mit der Pflugschar auf irgendetwas stieß dann grub er aus das dem Johann von Nepomuk geweiht war der Professor nahm alles ganze Töpfe von Münzen verrostete Waffen und vergilbte Knochen Urnen Schnallen und Tränen Krüglein er zahlte mit Pfennigen mit Groschen höchstens aber der Bauer war immer gewiss in seiner Küche einen guten Schnaps zu bekommen auch wenn es nötig war das Geld das er brauchte zur Aussaat freilich auf sehr hohe Zinsen aber ohne die Sicherung die die Banken verlangten und das war gewiss dass dieser Boden nie mehr ausspie als in den Jahren seit all Raune im Hause war der Professor lachte sie bringt Gold ins Haus er wußte gut dass es zuging auf die natürlichste Weise der Welt dass nur seine intensivere Beschäftigung mit all diesen Dingen der Grund war aber er rechtgewagte Spekulationen kaufte mächtige Komplexe in der Fortsetzung der breiten Willenstraße ließ den Boden aufgraben jede Handvoll Erde durchwühlen er machte Geschäfte mit denkbar größtem Risiko sanierte die Hypothekenbank der jeder vernünftige einen sicheren Bankerott in kürzester Frist prophezeite aber die Bank hielt sich was er auch anfasste ging den rechten Weg dann durch einen Zufall fand sich ein Sauerbrunnen auf einem seiner Grundstücke im Gebirge er ließ ihn fassen und abfüllen so kam er auf die Säuerlinge kaufte auf was zu haben war im rheinischen Lande monopolisierte fast diese Industrie er bildete einen kleinen Trust hing ihm ein nationales Mäntelchen um erklärte dass man gegen das Ausland Front machen müsse gegen die Engländer denen Apollinaris gehörte gerne mittun wenn er bei der Gründung von Aktiengesellschaften eine Handvoll Anteile für sich ausbedang und sie taten wohl daran der Geheimrat verdoppelte ihre Interessen und rechnete scharf genug ab mit den Außenseitern die nicht mittun wollten eine Menge Dinge trieb er durcheinander nur das eine hatten sie gemein dass sie alle mit dem Boden etwas zu tun hatten auch das war eine Marotte von ihm ein bewusstes Spiel mit Gedanken die Alraune zieht Gold aus dem Boden dachte er und so blieb er bei dem was mit der Erde zusammen hing er glaubte nicht eine Sekunde lang selbst daran aber doch hatte er bei jeder wildesten Grundspekulation das sichere Vertrauen das sie gelingen müsse alles andere lehnte er ab ohne es auch nur zu prüfen sehr vorteilhafte Börsengeschäfte deren Chancen sonnenklarschienen die kaum ein kleinstes Risiko boten dagegen kaufte er eine Menge äußerst fauler Kuxen Erz sowohl wie Kohlen wurde Gewerke in einer Reihe recht übel beläumde Tatsachen er gewann auch hier die Alraune tut es sagte er lachend dann kam der Tag wo ihm dieser Gedanke mehr wurde als nur ein Witz Wölfchen grub im wollte Alraune ihre unterirdische Burg haben er grub Tag um Tag und zuweilen half ihm einer der Gärtner Burschen das Kind saß dabei sprach nicht lachte nicht sah still zu und dann eines Abends gab des Knabens Schaufel einen hellen Klang der Gärtner Bursche half ihm sie gruben vorsichtig holten mit den Händen die braune Erde zwischen den Wurzeln vor und sie brachten nun ließ er nachgraben kunstgerecht er fand einen kleinen Schatz lauter gallische Stücke selten und kostbar genug freilich absonderlich war das nicht wenn die Bauern ringsum bald hier und bald dort etwas fanden warum sollte nicht auch in seinem eigenen Garten etwas verborgen sein aber das war es er fragte den Jungen warum es gerade dort gegraben habe unter dem Maulbeer Baum und Wölfchen sagte dass die Kleine es so gewollt habe dort und nirgends anders er fragte auch Alraune aber Alraune schwieg der Geheimrat dachte sie ist eine Wünschelrute sie fühlt es wo der Grund Schätze hält er lachte dabei lachte immer noch manchmal nahm er sie mit hinaus zum Rhein an die Villenstraße ging mit ihr über die Grundstücke wo seine Leute gruben fragte sie trocken genug wo soll man graben und beobachtete sie scharf wenn sie ging über die Wiesen ob ihr zarter Leib irgendein Anzeichen gäbe irgendetwas das vermuten ließe aber sie schwieg und ihr kleiner Körper sagte nichts dann später begriff sie wohl manchmal blieb sie stehen irgendwo an beliebiger Stelle sagte graben man grob und fand nichts dann lachte sie hell der Professor dachte sie narret uns aber er ließ doch immer wieder graben wo sie befahl ein oder zweimal fand man etwas fand ein römisches Grab dann eine große Urne mit frühen Silbermünzen jetzt sagte der Geheimrat es ist Zufall aber er dachte es kann auch Zufall sein eines Nachmittags als der Geheimrat aus der Bibliothek trat sah er den Jungen unter der Pumpe stehen halbnackt mit weit vorgeregtem Oberkörper und der alte Kutscher pumpte ließ ihm den kalten Strahl über Kopf und Nacken laufen über den Rücken und beide Arme rot strahlte die Haut und überall waren kleine Blasen was hast du Wölfchen fragte er der Junge schwieg bis die Zähne aufeinander ob ihm auch die schwarzen Augen voll Tränen standen aber der Kutscher sagte es sind die Brennnesseln die schuld ich habe mich hineingeworfen der Geheimrat nahm ihn ins Verhör mühsam genug und nur mit Hilfe des Kutschers gelang es ihm die Wahrheit heraus zu holen es war schon so er hatte sich ausgezogen bis zur Hüfte sich hineingeworfen in die Brennnesseln und darin gewälzt aber auf den Wunsch des Schwesterchins die hatte bemerkt dass er sich die Kraut stieß hatte gesehen wie sie rot wurde und Blasentrieb da hatte sie ihn veranlasst auch mit der anderen Hand hin einzugreifen dann sich darin zu wälzen mit der nackten Brust dummer Junge schallt ihn der Geheimrat dann fragte er ob Alraune auch in die Brennnesseln gefasst habe ja antwortete der Knabe aber sie verbrannte sich nicht der Professor ging in den große Büschel von Brennnesseln trug sie in ihren nackten Ärmchen über den Weg in die Glyzenenlaube schichtete sie dort auf den Boden auf ein richtiges Lager machte sie für wen ist das fragte er die Kleine sah ihn an sagte dann ernst für Wölfchen er nahm ihre Hände betrachtete ihre dünnen Ärmchen an keiner Stelle war etwas von einem Haut Ausschlag zu bemerken komm mit sagte er er führte sie in das Treibhaus da standen in langen Reihen japanische Primeln brüch die Blumen rief er und Alraune brach eine Blüte um die andere sie musste hinauflangen hoch sich recken überall kamen ihre Arme in Berührung mit den giftigen Blättern aber nirgend zeigte sich der brennende Ausschlag sie ist also immun murmelte der Professor und er schrieb in den braunen Lederband eine saubere Abhandlung über das Auftreten von Urticaria beim Anfassen von Urtica dioica und von Primula opconia er setzte auseinander dass die Wirkung einer rein chemische sei dass die kleinen Härchen des Stängels und der Blätter die Haut verletzten eine Säure ausschwitzten welche an den verletzten Stellen eine lokale Vergiftung hervorrufe er untersuchte ob und inwiefern die Immunität gegen diese Primeln und Brennnesseln die sich so selten findet mit der Empfindungslosigkeit der Hexen und Besessenen verwandt sei und ob man bei beiden Erscheinungen die Ursache in einer Autosuggestion auf hysterischer Basis zu suchen habe die diese Immunität erklären können Nun er einmal angefangen in dem kleinen Mädchen etwas Absonderliches zu sehen suchte er gewissenhaft nach allen Zufälligkeiten die kündet sich auch an dieser Stelle die nachgetragene Bemerkung die Dr. Petersen in seinem Bericht als völlig unwesentlich übersehen hatte dass die eigentliche Geburt des Kindes in der Mitternachtsstunde vor sich ging Alrauno wurde also in dies Leben geholt wie es sich gehörte fügte der Geheimrat hinzu Der alte Brambach war heruntergekommen vom Hügelland vier Stunden weit vom Dorfe Philipp her Er war ein Halbinvalide zog durch die Dörfer des Vorgebirges verkaufte Kirchenlose und dazu Heiligen Bilder und billige Grosengrenze Er hinkte in den Hof und ließ dem Geheimrat melden dass er römische Sachen mitgebracht habe die ein Bauer auf seinem Acker gefunden Der Professor ließ ihm sagen dass er keine Zeit habe und dass er warten solle Da wartete der alte Brambach saß auf der Steibenbank im Hofe und rauchte seine Pfeife Dann nach zwei Stunden rief ihn der Geheimrat herein Er ließ immer die Leute warten auch wenn er gar nichts zu tun hatte nichts drückten so die Preise wie warten lassen sagte er Aber diesmal war er wirklich beschäftigt Der Direktor des germanischen Museums aus Nürnberg war da und hatte gerade eine hübsche Sammlung angekauft Gallische Funde im Rheinland Der Geheimrat ließ den lahmen Brambach nicht hereinkommen in die Bibliothek hielt ihn fest in dem kleinen Vorraum Na alter Hümpelpümp zeig ihr was ihr habt rief er Der Invalide knüpfte das große rote Taschentuch auf legte den Inhalt sorgfältig auf den morschen Rohrstuhl Viele Münzen ein paar Helmstücke ein Schildknauf und ein entzückendes Tränenflächchen Der Geheimrat wandte sich kaum Nur ein rascher schielender Blick streifte das kleine Fläschchen Das ist alles Brambach fragte er vorwurfsvoll Und als der Alte nickte begann er ihn tüchtig auszuschimpfen So alt sei er nun und noch so dumm wie ein Rotz Junge Vier Stunden weit käme er her und vier müsse er zurück Ein paar Stunden müsse er warten dazu So vertrödele er den ganzen Tag um den Quark da Nichts sei der Plunder wert er solle nun alles wieder einpacken und mitnehmen Keinen Bergischen Stüber könne er dafür geben Wie oft müsse er es ihm wieder und wieder sagen Die dummen Bauern sollten doch nicht um jeden Dreck nach Lände nicht laufen Hübsch warten bis sie etwas zusammen hätten und dann alles auf einmal bringen Oder ob es ihm mit seiner krummen Hinke Pote so angenehm wäre den weiten Weg von Philipp in der Sommerhitze hin und wieder zu traben um nichts schämen solle er sich Der Invalider kratzte sich hinter den Ohren drehte dann verlegen die braune Münze in den Fingern Er hätte gern irgendetwas gesagt um dem Professor um zu stimmen Sonst konnte er doch ganz gut schwatzen um seine Er war völlig zerknirscht und sah durchaus ein wie dumm er war so machte er gar keine Widerworte bat nur die Sachen dalassen zu dürfen dann brauchte er sie wenigstens nicht zurück zu schleppen Der Geheimrat nickte dann gab er ihm ein 50 Panik Stück Da Brambach für den Weg aber seid ein annahmer gescheiter und tut wie ich euch sagte und nun geht in die Küche lasst euch ein Butterbrot geben und ein Glas Bier Der Invalide bedankte sich froh genug dass es noch so abgelaufen war und er hinkte wieder über den Hof der Küche zu Exzellent Tenbrinken aber nahm mit raschem Griffe das süße Tränenfläschchen zog ein seidenes Tuch aus der Tasche reinigte es sorgfältig betrachtete das feine violette Glas von allen Seiten dann erst öffnete er die Türe trat zurück in die Bibliothek wo der Nürnberger Konservator vor den Glaskästen stand schwenkte sein Fläschchen in erhobenem Arm sehen sie her lieber Doktor begann er hier habe ich noch einen besonderen Schatz es gehört zu dem Grabe der Thulia der Schwester des Feldherrn Aulus beim Lager von Schwarz Rheindorf ich zeigte ihnen ja vorhin die anderen Funde von dort er überreichte ihm das Fläschchen und fuhr fort nun bestimmen sie einmal wo es herstammt der Gelehrte nahm das Glas trat ans Fenster rückte seine Brille zurecht er bat sich eine Lupe aus und einen Seidenlappen rieb und wischte hielt das Fläschchen gegen das Licht wandte es hin und her etwas zögernd und nicht ganz sicher sagte er endlich hm es scheint syrisches Fabrikat zu sein aus der Glasfabrik zu Palmira bravo rief der Geheimrat von denen muss man sich in Acht nehmen sie sind ein Kenner hätte der Nürnberger auf Aggregent geraten oder auf Munda so würde er gerade so begeistert zugestimmt haben und nun Herr Doktor die Zeit der Konservator hob noch einmal das Fläschchen auf zweites Jahrhundert sagte er dann erste Hälfte und diesmal klang es schon recht bestimmt ich mache Ihnen mein Kompliment bestätigte der Geheimrat ich glaube nicht dass noch jemand so schnell und treffsicher bestimmen könnte außer Ihnen natürlich Exzellenz erwiderte der Gelehrte geschmeichelt aber der Professor sagte bescheiden sie überschätzen meine Kenntnisse bedeutend Herr Doktor ich habe nicht weniger wie acht Tage angestrengte Arbeit benötigt um dies Fläschchen mit völliger Gewissheit bestimmen zu können und ich habe eine Menge Bände dazu gewälzt nun es tut mir nicht leid es ist ein selten schönes Stück ich habe es freilich auch teuer genug erworben der Kerl der es fand hat sein Glück damit gemacht ich möchte es gerne für mein Museum haben erklärte der Direktor was verlangen sie für Nürnberg nur 5000 Mark antwortete der Professor sie wissen dass ich allen deutschen Institutionen besondere Preise berechne nächste Woche kommen zwei Herren aus London da werde ich 8000 fordern und gewiss bekommen aber Exzellenz erwiderte der Gelehrte 5000 Mark sie wissen doch dass ich solche Preise nicht bezahlen kann das übersteigt meine Befugnisse der Geheimrat sagte es tut mir sehr leid aber ich kann das Fläschchen wirklich nicht anders geben der Herr aus Nürnberg wog das kleine Glas in der Hand es ist ein entzückendes Tränenflächlein ich bin ordentlich verliebt darin 3000 will ich Ihnen geben Exzellenz da sagte der Geheimrat nein nicht einen heller weniger wie 5000 aber ich will Ihnen was sagen Herr Direktor da Ihnen das Fläschchen so gefällt so erlauben Sie mir es Ihnen persönlich zum Geschenk anbieten zu dürfen behalten Sie es zur Erinnerung an Ihre so treffsichere Bestimmung ich danke Ihnen Exzellenz ich danke Ihnen rief der Konservator er stand auf und drückte dem Geheimrat kräftig die Hand aber ich darf keinerlei Geschenke annehmen in meiner Stellung verzeihen Sie also wenn ich ablehne im Übrigen bin ich bereit den geforderten Preis zu bezahlen wir müssen das Stück unserem Vaterlande erhalten dürfen es nicht den Engländern lassen er ging zum Schreibtisch und schrieb seinen Scheck ehe er sich aber empfahl hatte ihm der Geheimrat noch die anderen weniger interessanten Stücke angeredet aus dem Grabe der Tullia der Schwester des Feldherrn Aulus der Professor ließ anspannen für seinen Gast geleitete ihn hinaus bis zum Wagen als er zurückkam über den Hof sah er Wölfchen und Alraune bei dem Haus Sierer stehen der ihnen seinen bunten heiligenbildern zeigte der alte Brambach hatte sich bei Speis und Trank wieder etwas Mut geholt auch der Köchin einen Rosenkranz verkauft von dem er behauptete dass er vom Bischof geweiht sei und der deshalb 30 Pfennige mehr kostete als die anderen das alles belebte seine Zunge die vorhin so furchtsam gewesen war er fasste sich ein Herz und humpelte auf den Geheimrat zu Herr Professor meckerte er kaufen sie den Kindern ein hübsches Josef Bildchen Exzellenz Ten Brinken war gut gelaunt so antwortete er den heiligen Josef nein aber habt ihr nicht den Johann von Nepomuk da nein den hatte der Brambach nicht den Antonius ja und den Johannes und den Thomas und Jakobus aber den Nepomuk leider nicht und er musste sich wieder vorwerfen lassen dass er sein Geschäft nicht verstehe in Lendenich könne man nur mit Sankt Nepomuk Geschäfte machen mit keinem anderen Heiligen der Hausierer war betreten genug aber er machte doch noch einen letzten Versuch ein Los Herr Professor nehmen Sie ein Los für den Wiederaufbau der Laurentius Kirsche zu Dülmen nur eine Mark kostet's und jeder Käufer bekommt hundert Tage Ablass im Fegefeuer da steht's gedruckt er hielt ihm die Lose unter die Nase nein sagte der Professor wir brauchen keinen Ablass wir sind Geusen da kommen wir so in den Himmel und gewinnen kann man bei der Lotterie ja doch nichts so antwortete ihm der Hausierer man kann nicht gewinnen dreihundert Gewinne gibt's und als ersten fünfzigtausend Mark in Bar hier steht's er wies mit dem schmutzigen Finger auf das Los der Professor nahm es ihm aus der Hand du alter Esel dachte er und hier steht fünfmal hunderttausend Lose da kannst du dir ausrechnen wie viele Chancen man zum Gewinnen hat er wandte sich zum Gehen aber der Invalide hinkte ihm nach hielt ihn am Rock fest versuchen sie es trotzdem Herr Professor bat er unser eins will doch auch leben nein rief der Geheimrat doch der Hausierer gab nicht nach ich hab so eine Ahnung als ob sie gewinnen müssten die hast du immer sagte der Geheimrat lassen sie die Kleine ein Los ziehen das bringt Glück bettelte Brambach da stutzte der Professor ich werde es versuchen murmelte er komm einmal her Alraune rief er zieh ein Los das Kind trippelte heran sorgfältig machte der Invalide einen Fächer von seinen Losen hielt ihn ihr entgegen mach die Augen zu gebot er so und nun zieh Alraune zog ein Los und gab es dem Geheimrat der zögerte einen Augenblick dann winkte er den Knaben heran zieh auch du ein Los Wölfchen sagte er in dem Lederbande berichtet Exzellenz Stenbrinken dass er 50.000 Mark in der Dülmener Kirschenlaterie gewann er könne leider nicht feststellen setzte er hinzu ob das von Alraune oder das von Wölfchen gezogene Los der Treffer war da er beide zusammen ohne die Namen der Kinder darauf zu schreiben in seinen Schreibtisch gelegt hatte doch hege er kaum einen Zweifel dass es das der Alraune gewesen sei im Übrigen zeigte er sich dem alten Brambach der ihm dieses Geld fast mit Gewalt ins Haus gebracht hatte erkenntlich er schenkte ihm 5 Mark und setzte es durch dass er aus der Provinzialunterstützungskasse für alte notleidende Krieger eine regelmäßige Ehrengabe von jährlich 30 Mark erhielt Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 von Alraune von Hans-Heinz Evers diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Alkahest Abschnitt 8 Abschnitt 8 siebentes Kapitel das mitteilt was geschah als Alraune ein Mägtlein war von ihrem achten bis zum zwölften Lebensjahre wurde Alraune Tenbrinken im Kloster Sacré-Cœur zu Nancy erzogen von dieser Zeit bis zu ihrem siebzehnten Geburtstag in dem Pensionat der Mademoiselle de Thelen Avenue du Marteau in Spa zweimal in jedem Jahre zu den Ferien war sie in dieser Zeit im Hause Tenbrinken zu Lindenich zuerst versuchte der Geheimrat sie zu Hause unterrichten zu lassen er engagierte ein Fräulein um das Kind ein wenig zu erziehen dann einen Lehrer und bald darauf einen zweiten aber sie verzweifelten alle in kurzer Zeit mit dem Mädchen sei mit dem besten Willen nichts anzustellen es war durchaus nicht ungezogen in keiner Weise wild und ungebärdig aber es gab eben keine Antworten war durch nichts von seinem hartnäckigen Schweigen abzubringen es saß still und ruhig da blinzelte mit halben Augen geradeaus es war kaum festzustellen ob es überhaupt zuhörte den Griffel nahm es wohl in die Hand aber es war nicht zu bewegen Haarstriche Grundstriche oder Buchstaben zu machen es zeichnete vielmehr irgendein merkwürdiges Tier mit zehn Beinen oder ein Gesicht mit drei Augen und zwei Nasen was es überhaupt lernte ehe es der Geheimrat ins Kloster schickte brachte ihm Wölfchen bei dieser Knabe der selbst auf jeder Klasse sitzen blieb unendlich faul war in der Schule und auf alle Schularbeit mit souveräner Verachtung herab sah beschäftigte sich zu Hause mit seiner unendlichen Geduld mit dem Schwesterchen sie ließ ihn schreiben lange Reihe von Zahlen hunderte Male seinen Namen und ihren Namen und sie freute sich wenn seine ungeschickte Hand versagte wenn die kleinen schmutzigen Finger ihm kribbelten zu diesem Zwecke nahm sie Griffel Bleistift und Feder lernte eine Zahl ein Wort um das andere faßte es bald schrieb es auf und ließ es dann den Knaben durch Stunden wiederholen immer hatte sie etwas auszusetzen da war dieser hier jener Strich nicht in Ordnung sie spielte die Lehrerin so lernte sie dann als dann ein Oberlehrer einmal herauskam sich beim Geheimrat zu beklagen über die jämmerlichen Leistungen seines Pflegesohnes merkte sie dass Wölfchen recht schwach sei in den Wissenschaften und nun spielte sie Schule mit ihm kontrollierte ihn ließ ihn hocken bis in die Nacht hinein überhörte ihn und machte ihn lernen sie sperrte ihn ein schloss die Türe ab ließ ihn nicht eher wieder herauskommen bis er seine Aufgabe erledigt hatte und sie tat so als ob sie das alles wüßte duldete keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit sie faßte sehr leicht und sehr schnell sie wollte sich keine Plößen geben vor dem Knaben so nahm sie ein Buch vor um das andere griff dies auf und das ohne Zusammenhang wild durcheinander so weit ging es dass der Junge wenn er irgendetwas nicht wußte zu ihr kam sie zu fragen durchaus überzeugt dass sie es wissen müßte dann hielt sie ihn hin sagte dass er nachdenken solle schalt ihn aus so gewann sie Zeit suchte in den Büchern lief auch wohl wenn sie sich gar nicht zurecht finden konnte zu dem Geheimrat und fragte den kam dann zurück zu dem Knaben fragte ob es ihm noch nicht eingefallen sei gab ihm endlich die Antwort der Professor merkte dies Spiel das ihn amüsierte und er würde nie daran gedacht haben das Mädchen aus dem Hause zu geben wenn nicht die Fürstin ihn immer wieder gedrängt hätte von jeher von jeher eine gute Katholikin wurde diese Frau gläubiger mit jedem neuen Jahre es war als ob jedes Kilo Fett sie wieder ein wenig frömmer machte sie bestand darauf dass ihr Patinkind im Kloster erzogen werden müsse und der Geheimrat der nun schon seit Jahren ihr finanzieller Berater war und mit den Millionen der Fürstin fast wie mit seinen eigenen operierte hielt es für klug ihr in diesen Punkten zu gefallen zu sein so kam Alraune nach Nancy ins Sacré-Cœur für diese Zeit finden sich in dem Lederbande außer kurzen Eintragungen von des Geheimratshand einige längere Berichte der Mère Supérieure der Professor grinste als er sie einheftete besonders bei den lobenden Stellen wenn auch von den außerordentlichen Fortschritten des Mädchens die Rede war er nannte seine Klöster und wusste gut dass man nirgends auf der Welt weniger lernen kann als bei den frommen Schwestern und es machte ihm Spaß als die anfänglichen Lobestiraden die alle Eltern bekamen bei Alraune sehr bald einer anderen Tonart Platz machten als die Mère Supérieure immer wieder und immer mehr bewegliche Klagen über allerlei Grausamkeiten zu berichten hatte und diese Klagen hatten stets denselben Grund nicht das Betragen des Mädchens selbst nicht ihre Leistungen gaben zu Vorstellungen Anlass es war immer nur der Einfluss den sie auf ihre Mitschülerinnen ausübte es ist wohl wahr schrieb die Rivère in der Mère dass das Kind nie selbst Tiere quält wenigstens ist sie nie dabei ertappt worden aber es ist ebenso wahr dass alle kleine Grausamkeiten die sich die Schülerinnen zu Schulden kommen lassen in ihrem Kopf entstanden sind zuerst wurde die kleine Marie ein sehr braves und folgsames Kind dabei erwischt wie sie im Klostergarten mit Grashalmen Fröschlein aufblies zur Rede gestellt wie sie dazu komme gestand sie daß Alraune ihr den Gedanken eingegeben habe wir wollten das erst nicht recht glauben dachten vielmehr daß es nur eine Ausrede sei um die Schuld einigermaßen von sich abzuwälzen aber bald darauf wurden zwei andere Mädchen dabei entdeckt wie sie einige große Nacktschnecken mit Salz bestreuten so daß die arme Tiere die doch auch Gottesgeschöpfe sind sich auf qualvolle Weise zu Schleim auflösten und wiedergaben die zwei Kinder an das Alraune sie angestiftet habe ich stellte sie nun selbst zur Rede und das Kind gab ohne weiteres alles zu erklärte daß es einmal gehört habe und nun habe sehen wollen ob es wirklich so wäre auch die Anstiftung zum Frösche aufblasen gestand sie ein sie sagte das ist so hübsch knalle wenn man dann den aufgeblasenen Frosch mit einem Stein zerschlage sie selbst würde es freilich nicht tun weil so leicht von dem zerquetschten Frosch einem etwas auf die Hand spritzen könne gefragt ob sie ihre Sünden einsehe erklärte sie nein sie habe ja nichts getan und was andere Kinder täten ginge sie gar nichts an bei dieser Stelle befindet sich eine Parenthese des Geheimrats die lautet sie hat vollkommen recht trotz allen Strafen ging der Brief weiter haben wir dann in kurzer Zeit noch einige andere bedauerliche Fälle feststellen müssen die wieder Alraun zur Urheberin hatten so stach Clara Maaßen aus Düren ein Mädchen einige Jahre älter als Alraune das bereits seit vier Jahren in unserer Pflege ist und sonst nie den geringsten Anlass zur Klage gab einem jungen Maulwurf mit der glühend gemachten Stricknadel beide Augen aus sie war sie war selbst so entsetzt daß sie ein paar Tage bis zum nächsten Weichtag ein äußerst aufgeregtes Wesen zur Schau trug und ohne jeden Anlass immer wieder zu weinen begann sie beruhigte sich erst wieder nachdem sie Absolution empfangen hatte hier erklärte Alraune daß Maulwürfe in der dunklen Erde kröchen und es also ganz gleichgültig sei ob sie sehen könnten oder nicht dann fanden wir im Garten Vogelfallen die sehr sinnreich zusammengesetzt waren die kleinen Vogelstellerinnen die Gott sei Dank noch nichts gefangen hatten wollten durchaus nicht mit der Sprache heraus wie sie auf den Gedanken gekommen seien erst unter der Androhung schärfter Strafen gestanden sie daß Alraune sie verlockt und zu gleicher Zeit bedroht habe ihnen etwas anzutun wenn sie sie verraten würden und leider ist der unheilvolle Einfluss des Kindes auf ihre Mitschülerinnen in letzter Zeit derartig gestiegen daß wir kaum mehr die Wahrheit ermitteln können so wurde Helene Petiot von der Klassenschwester dabei erwischt wie sie in der Freistunde fliegen fing ihnen vorsichtig mit der Schere die Flügel abschnitt die Beinchen einzeln ausriss und sie dann in einen Ameisenhaufen warf das kleine Mädchen blieb aber dabei daß es ganz allein auf den Gedanken gekommen sei und beteuerte selbst vor seiner Hochwürden daß Alraune nichts damit zu tun hätte genauso hartnäckig leugnete gestern ihre Cousine Ninon die unserer braven alten Katze einen alten Blechtopf an den Schwanz gebunden hatte der das arme Tier halb verrückt machte trotzdem trotzdem sind wir überzeugt daß auch hier Alraune wieder ihre Hand im Spiele hatte die Mère Supérieure schreibt dann weiter daß sie eine Konferenz zusammen berufen habe und daß man beschlossen habe seine Exzellenz ergebens zu bitten seine Tochter vom Kloster weg zu nehmen und so bald wie möglich abholen zu lassen der Geheimrat antwortete daß er die Vorkommnisse außerordentlich bedauere aber bitten müsse das Kind einstweilen noch im Kloster zu lassen je schwieriger die Arbeit umso größer nachher der Erfolg er zweifle nicht daß es der Geduld und der Frömmigkeit der Schwestern gelingen würde das Unkraut in dem Herzen seines Kindes auszuroden und dieses zu einem schönen Garten des Herrn zu machen im Grunde war es ihm darum zu tun zu sehen ob wirklich der Einfluss dieses zarten Kindes stärker wäre als alle Kloster Zucht und alle Einwirkung der frommen Schwestern er wußte recht gut dass das billige Kloster von Sacré-Cœur in Nancy ohnehin nicht gerade von den besten Familien beschickt war dass es sehr froh sein mußte das Töchterlein einer Exzellenz unter seinen Schülerinnen zu zählen er täuschte sich nicht die reverende mehr antwortete dass man es mit gottes hilfe noch einmal versuchen wolle und dass alle Schwestern sich freiwillig bereit erklärt hätten allabendlich in ihr Gebet eine besondere Bitte für Alraune mit einzuschließen worauf ihnen der Geheimrat großmütig einen 100 Mark Schein für ihre armen Sand in diesen Ferien beobachtete der Professor ziemlich gründlich das kleine Mädchen er kannte die Gontram Familie vom Urgroßvater her und wusste dass ihnen die Liebe zu allen Tieren mit der Muttermilch eingeflößt war wie groß auch das Kindeseinfluss auf den so viel älteren Knaben war hier musste er einen Damm finden musste machtlos werden an diesem innersten Gefühl grenzenloser Güte und doch erwischte er Wölfchen Gontram eines Nachmittags bei dem kleinen Teich unter dem Trompetenbaum er kniete auf der Erde vor ihm saß auf einem Stein ein großer Frosch der Junge hatte ihm eine brennende Zigarette in das breite Maul gesteckt tief hinein in den Rachen und der Frosch rauchte in Todesangst er verschluckte den Rauch sog ihn in den Magen mehr und immer mehr aber er stieß ihn nicht wieder aus so wurde er dicker und dicker Wölfchen starrte ihn an dicke Tränen liefen ihm über die Wangen aber er zündete doch als die Zigarette herunter gebrannt war und der Frosch schwoll unförmig an dick quollen ihm die großen Augen aus den Höhlen es war ein starkes Tier zwei und eine halbe Zigarette konnte es vertragen ehe es zerplatzte der junge schrie jammernd auf es schien als ob sein Schmerz noch viel größer sei als der des Tieres das er zu Tode quälte er sprang zurück als wollte er fliehen in das und verzweifelt mit den Absätzen auf dem Tier herum um es zu töten und so von seinen Qualen zu befreien der Geheimrat nahm ihn am Ohr untersuchte zuerst seine Taschen er fand noch ein paar Zigaretten und der junge gestand sie vom Schreibtische aus der Bibliothek genommen zu haben aber er war nicht zu bewegen eine Antwort darauf zu geben wer ihm das beigebracht habe dass rauchende frösche sich selbst aufblasen und endlich zerplatzten da half kein zureden und die prügel die ihm der professor sehr reichlich durch den gärtner geben ließ halfen erst recht nichts auch alraune leugnete hartnäckig selbst dann noch als eine der mägde angab dass sie gesehen habe wie das Kind die Zigaretten nahm trotzdem blieben die beiden dabei der Knabe dass er die Zigaretten gestohlen habe und das Mädchen dass sie es nicht getan habe noch ein Jahr blieb alraune im kloster dann wurde sie mitten im schuljahre nach hause geschickt und diesmal gewiss mit unrecht nur die abergläubischen schwestern glaubten an ihre schuld und vielleicht ein klein wenig auch der geheimrat aber kein vernünftiger mensch würde es tun schon einmal war im Sacré Coeur eine Krankheit ausgebrochen die masern siebenundfünfzig kleine Mädchen lagen in ihren Bettchen und nur sehr wenige darunter alraune gingen gesund herum diesmal aber war es viel schlimmer eine typhus epidemie acht kinder starben und eine schwester fast alle anderen waren krank aber alraune ten brinken war nie so gesund wie in dieser zeit sie nahm zu blühte lief fröhlich durch alle kranken zimmer und da sich niemand um sie kümmerte in diesen wochen so lief sie trepp auf und ab setzte sich an alle Bettchen und erzählte den Kindern daß sie sterben müßten morgen schon und daß sie alle in die Hölle kämen sie aber alraune würde leben und würde doch in den himmel kommen und sie verschenkte überall ihre heiligen Bildchen sagte den kranken Mädchen daß sie fleißig beten sollten zur madonna und zum heiligen herzen jesu aber daß es doch nichts nutzen würde brennen müßten sie doch und tüchtig braten oh es war erstaunlich wie gut sie das alles ausmalen konnte manchmal wenn sie gut gelaunt war war sie milde dann versprach sie nur hunderttausend jahre fege feuer aber auch das war am ende schlimm genug für die kranken sinne der frommen kleine mädchen der arzt warf alraune höchst eigenhändig aus dem zimmer und die schwestern fest überzeugt daß sie allein die krankheit ins kloster gezogen habe schickten sie hals über kopf nach hause der professor lachte und war entzückt über diesen bericht und er wurde kaum ernster als kurz nach des kindes ankunft zwei seiner mägde am typhus erkranken und alle beide bald darauf im kranken hause starben der vorsteherin des klosters tunasi aber schrieb er einen entrüsteten brief in dem er sich bitter beklagte daß man ihm unter den obwaltenden umständen die kleine ins haus gesandt habe er verweigerte die zahlung des schulgeldes für das letzte halbe jahr und verlangte energisch rückerstattung des geldes das er für die kranken mägde hatte auslegen müssen dürfen im übrigen handelte exzellenz den brinken nicht viel anders er hatte nicht gerade angst vor der ansteckungsgefahr aber wie allen ärzten so waren auch ihm krankheiten sehr viel sympathischer bei anderen menschen als am eigenen leib er ließ alraune so lange in lendenich bis er sich in der stadt nach einer guten pension erkundigt hatte dann schon am vierten tage sandte er sie nach spa in das berühmte institut der mademoiselle de ventelen der schweigsame alois musste sie begleiten die reise ging für das kind ohne zwischenfall von statten während der diener zwei kleine erlebnisse hatte auf der hinfahrt fand er ein portemonnaie mit einigen silberstücken und auf der rückfahrt zerquetschte er sich beim zuschlagen der coupé tür einen finger der geheimrat nickte befriedigt als ihm alois diesen bericht abstattete von den jahren die alraune in spa zubrachte wusste freudin becker die deutsche lehrerin die auch aus der universitätsstadt am rhein stammte und dort ihre ferien verbrachte dem geheimrat viel zu erzählen gleich vom ersten tage an habe alraune begonnen in der alten avenue du marteau ihre herrschaft auszuüben und diese herrschaft habe sich auch auf die lehrerinnen und ganz besonders auf die miss die schon nach wenigen wochen ein fast willenloses spielzeug der absurden launen des kleinen mädchens geworden sei so habe alraune gleich beim frühstück erklärt dass sie honig und marmelade nicht möge dass sie viel mehr butter haben wolle mademoiselle de ventelen habe ihr natürlich keine butter gegeben nach wenigen Tagen schon hätten einige der anderen pensionärinnen auch butter verlangt und schließlich sei durch das ganze institut ein großer schrei nach butter gegangen miss patterson aber die nie in ihrem leben etwas anderes zum morgentee genossen habe als toast mit jam habe plötzlich auch eine unstillbare sehnsucht nach butter empfunden so habe die vorsteherin nachgeben und die große butter forderung bewilligen müssen alraune aber habe von diesem tage an mit vorliebe orangen marmelade genommen tierquälereien erklärte fräulein becker auf die besondere frage des geheimrats kamen in diesen jahren im pensionat ventelen nicht vor wenigstens wurde kein einziger solcher fall entdeckt dagegen habe alraune sowohl die anderen kinder wie die lehrer und lehrerinnen gründlich gequält besonders den armen musik professor in seiner schnupftabaksdose die er stets im mantel auf dem korridor ließ um nicht in die versuchung zu kommen während der stunden zu schnupfen seien seit alraunens eintritt die merkwürdigsten gegenstände gefunden worden so dicke kreuzspinnen und keller assel dann schießpulver pfeffer streusand mit tinte und einmal gar zerhackte tausend füße einige male seien mädchen dabei ertappt und auch dafür bestraft worden nie aber alraune doch habe diese dem alten musiker stets eine passive resistenz gezeigt nicht geübt und in der stunde die hände in den schoß gelegt und sie nie zum spiel erhoben als aber der professor sich in seiner verzweiflung endlich einmal bei der leiterin beschwert habe alraune ruhig erklärt das der alte lüge mademoiselle de vintelen wohnte dann der nächsten stunde persönlich bei und siehe da das kleine mädchen konnte seine lektion vorzüglich spielte besser wie eine der anderen und zeigte plötzlich eine ganz erstaunliche fertigkeit die pensionsdame machte dem musiklehrer heftige vorwürfe der sprachlos dabei stand und nichts anderes zu sagen wusste als weshalb ihn die kleinen pensionsfräulein von nun an nur noch monsieur incroyable nannten sie riefen es ihm nach wo er sich nur sehen ließ und sprachen es aus wie er als ob sie keine zähne mehr im munde hätten was die miss angehe so habe sie kaum mehr einen ruhigen tag erlebt stets sei ihr wieder ein neuer dummer streich gespielt worden und habe ihr juckpulver ins bett gestreut und einmal nach einer landpartie sogar ein halbes dutzend flöhe hineingesetzt bald war der schlüssel zu ihrem schranke oder zu ihrem brausepulvers in ihrem was de nuit und ein andermal flogen ihr durch das offene fenster brennende schwärmer herein sodass sie laut um hilfe schrie bald war der stuhl auf den sie sich setzte mit leim oder farbe beschmiert bald fand sie in ihren taschen eine tote maus oder einen alten hühnerkopf und so ging es fröhlich weiter die arme miss konnte kaum eine stunde mehr ihres lebens froh werden eine untersuchung löste die andere ab stets wurden ein paar schuldige ermittelt und bestraft nie aber befand sich alraune dabei obwohl jedermann überzeugt war dass sie die eigentliche urheberin all dieser streiche war die einzige die diesen verdacht mit entrüstung zurück wies war die engländerin selbst sie schwor auf die unschuld des mädchens tat es bis zu dem tage als sie dem institut der vinte lehn den rücken kehrte dieser hölle wie sie sagte die nur einen kleinen süßen engel beherbergte der geheimrat grinste als er in dem lederbande eindruck dieser kleine süße engel ist alraune was sie selbst angehe erzählte fräulein becker dem professor weiter so habe sie es von vornherein vermieden mit dem seltsamen kinde in berührung zu kommen das sei ihr umso leichter möglich gewesen als sie ja hauptsächlich sich mit den französischen und englischen schülerinnen beschäftigen mußte und alraune nur im tonen und in der handarbeit zu unterrichten gehabt hätte von letzterem gegenstand habe sie sie gleich dispensiert als sie gesehen habe dass alraune nicht nur kein interesse dafür sondern geradezu einen direkten widerwillen dagegen zeigte in den tonstunden aber in denen sie sich übrigens stets ausgezeichnet habe sie immer so getan als ob sie die launen des kindes gar nicht bemerkte nur einmal habe sie und zwar bald nach alraunens eintritt einen kleinen zusammenstoß mit ihr gehabt bei dem sie wie sie leider zugeben müsse durchaus den kürzeren zog sie habe zufällig in mitschülerinnen von ihrem Aufenthalte im kloster erzählte dabei so abscheulich renommierend und frech aufschneidend dass sie es für ihre pflicht gehalten habe einzuschreiten auf der einen seite habe die kleine erzählt wie wundervoll und herrlich da alles sei auf der anderen seite habe sie wahre mordgeschichten berichtet über allerhand untaten der frommen schwestern da sie nun selbst in dem kloster von sacre coeur zu nancy erzogen worden sei also recht gut wisse dass es da sehr einfach und schlicht zugehe dass auch die nonnen die harmlosesten geschöpfe von der welt seien so habe sie alraune herausgerufen und ihr diese schwindel geschichten vorgeworfen auch verlangt dass das mädchen sogleich ihre mitschülerinnen sage dass sie die unwahrheit gesprochen als das alraune hartnäckig verweigerte habe sie erklärt dass sie es dann selber den mädchen sagen würde darauf habe alraune sich hoch auf ihre fußspitzen gereckt sie still angesehen und ruhig erwidert wenn sie das sagen fräulein werde ich erzählen dass ihre mutter zu hause einen kleinen käseladen hat sie fräulein becker müsse bekennen dass sie schwach genug gewesen sei einer falschen scham nachzugeben und dem kinde seinen willen zu lassen es habe freilich fügte sie hinzu aus der leisen stimme des mädchens etwas so überlegen es geklungen dass sie sich in den augenblicke beinahe gefürchtet sie habe alraune stehen lassen und sei in ihr zimmer gegangen froh mit dem kleinen geschöpf in keinen streit geraten zu sein übrigens habe sie die verdiente strafe dafür dass sie ihre gute mutter so verleugnet bald genug erhalten der tatsache des mütterlichen käseladens bekannt gemacht und es habe viel mühe gekostet den respekt den sie dadurch im institut einbüßte nach und nach sich wieder zu erobern viel schlimmer aber als ihren vorgesetzten spielte alraune ihren kameradinnen mit da war nicht eine in der pension die nicht darunter zu leiden hatte und es schien seltsam genug als ob die kleine sich durch die sie sich gerade zum opfer aus ersehen hatte aber dann waren alle anderen stets auf alraunes seite sie war beliebter wie eines der anderen mädchen freundin becker berichtete dem geheimrat darüber eine menge einzelheiten einige der krassesten fälle erwähnt dieser dann in dem lederbande blanche de banville war aus den ferien zurückgekehrt die sie bei ihren verwandten in der picardie verbracht hatte bei über beide ohren in ihren nicht viel älteren vetter verliebt sie schrieb ihm auch von spar aus und der junge antwortete b db post restant dann aber hatte er wohl etwas besseres zu tun jedenfalls blieben die briefe aus alraune wußte um das geheimnis sie und die kleine louison blanche war natürlich sehr unglücklich und weinte ganze nächte hindurch louison saß dann bei ihr und suchte sie zu trösten alraune aber erklärte man dürfe sie nicht trösten ihr vetter sei ihr untreu geworden und habe sie verraten und blanche müsse nun sterben an unglücklicher liebe das sei das einzige mittel um dem falschen seine untat recht vorzustellen zeit seines lebens würde er dann von furien gefoltert herumlaufen und sie wußte eine menge berühmter beispiele wo es auch so gewesen sei blanche war einverstanden mit dem sterben aber es ging nicht so recht sogar das essen schmeckte ihr stets vorzüglich trotz ihres großen schmerzes da erklärte alraune daß blanche die pflicht habe sich selbst umzubringen wenn sie denn durchaus nicht an gebrochenem herzen sterben könne sie empfahl einen dolch oder eine pistole aber man hatte weder das eine noch das andere auch war blanche nicht zu bewegen aus dem fenster zu springen noch eine hut nadel sich ins herz zu stoßen noch auch sich aufzuhängen nur schlucken wollte sie und sonst nichts aber alraune wußte bald rat in dem arzneischränkchen der mademoiselle de ventelen stand eine lusol flasche die musste louison stehlen es war leider nur noch ein ganz kleines restchen darin darum mußte louison noch von ein paar dosen mit streichhölzern die phosphorköpfe abkratzen blanche schrieb einige abschiedsbriefe an ihre eltern an die vorsteherin und an den verräterischen geliebten dann trank sie das lusol und schlang die zündholzköpfe beides schmeckte ihr abscheulich genug um aber ja ihrer sache sicher zu sein ließ sie alraune noch drei päckchen mit nähenadeln herunterschlucken sie selbst war übrigens bei diesem selbstmordversuche nicht zugegen war vielmehr unter dem vorwande aufpassen zu wollen in ihr zimmer gegangen nachdem ihr blanche auf das kruzifix geschworen hatte alles genau zu tun die kleine louison saß an dem abend an dem bette ihrer freundin sie reichte ihr unter jämmerlichen tränen erst das lysol dann die phosphorköpfchen und endlich die nähnadel briefchen als aber dieses dreifache mordgift der armen blanche sehr schlecht bekam als sie sich wand und vor schmerzen schrie da schrie louison mit daß das haus dröhnte lief hinaus aus dem zimmer holte die vorsteherin und die lehrerinnen und zeterte daß blanche im sterben liege blanche de bovilles starb gar nicht ein geschickter arzt gab ihr gleich ein tüchtiges brechmittel das lysol und das phosphor und auch die nadelbriefchen wieder hervorholte freilich hatte sich eines von diesen gelöst und ein halbes dutzend nadeln im magen verloren die wanderten durch den körper kamen an allen möglichen stellen im laufe der jahre wieder heraus und erinnerten die kleine selbstmörderin noch oft schmerzhaft genug an ihre erste liebe blanche lag noch lange im Bett und hatte tüchtige schmerzen so schien sie genügend bestraft alle hatten viel mitleid mit ihr waren so lieb zu ihr wie sie konnten und erfüllten ihr alle ihre kleinen wünsche aber sie wünschte nichts anderes als dass man ihre beiden Freundinnen die ihr geholfen hatten nicht bestrafen soll Alraune und die kleine Luison und sie bat und bettelte so lange bis die Vorsteherin es versprach so wurde Alraune nicht weggejagt aus dem Pensionat dann kam Hilde Aldekerck an die Reihe die so gerne Berliner Pfannkuchen aß die bekam man in der deutschen Konditorei auf der Place Royale sie könne 20 essen meinte sie aber Alraune behauptete dass sie gewiss nicht 30 vertilgen könne sie wetteten wer verlor sollte die Kuchen bezahlen Hilde Aldekerck gewann aber sie wurde krank dass sie 14 Tage das Bett hüten mußte viel fraß sagte Alraune den Brinken es ist ihr recht geschehen und alle die kleinen mädchen nannten die dicke runde Hilde nur noch viel fraß diese heute ein bisschen gewöhnte sich dann an den Kosenamen und wurde endlich eine der allertreuesten Anhängerinnen Alraunens genauso wie Blanche de Bonvie nur ein einziges Mal berichtete Freundin Becker sei Alraune im Pensionat ernsthaft bestraft worden und merkwürdigerweise in diesem Falle gewiss zu Unrecht in einer Vollmondnacht sei die französische Lehrerin entsetzt aus ihrem Zimmer gestürzt habe das ganze Haus wach geschrien und gezetert dass auf der Balustrade ihres Balkons ein weißes Gespenst sitze Niemand habe sich in ihr Zimmer hineingetraut schließlich habe man den Portier geweckt der mit einem tüchtigen Knüppel bewaffnet hineingegangen sei das Gespenst entpuppte sich dann als Araune die still in ihrem Nachthemde dort saß und mit weit offenen Augen in den Mond starrte wie sie dorthin kam war nicht aus ihr heraus zu bringen die Vorsteherin habe das Gespenst spielen für einen sehr schlechten Streich gehalten erst viel später habe sich herausgestellt daß das Mädchen offenbar nur unter dem Einfluss des Vollmondes gehandelt hatte noch zu verschiedenen anderen Gelegenheiten sei sie beim Schlafwandeln erwischt worden seltsam sei daß Araune diese ungerechte Strafe das Abschreiben langer Kapitel aus dem Telemak an schulfreien Nachmittagen ohne Widerrede und höchst gewissenhaft abbüßte Gegen jede gerechte Strafe würde sie sich gewiß bis aufs äußerste empört haben Fräulein Becker sagte zu dem Geheimrat Ich fürchte Exzellenz werden nicht viel Freude an ihrem Töchterlein erleben Aber der Professor antwortete Ich glaube doch Bisher bin ich recht zufrieden Die beiden letzten Jahre ließ er Araune nicht in den Ferien nach Hause kommen Er erlaubte ihr mit ihren Pensions Freundinnen zu reisen nach Schottland einmal mit Mo McPherson dann mit Blanche zu ihren Eltern nach Paris und endlich mit den beiden Rodenbergs auf ihr Gut im Münsterlande Er hatte von diesen Episoden aus Araunes Leben gar keine bestimmte Nachrichten malte sich nur aus was sie in den Ferien vielleicht angestellt haben könnte und es war ihm eine Befriedigung zu denken dass dies Wesen das erschuf weit hinaus die merkwürdigen Kreise seines Einflusses ziehen möchte in der Zeitung las er dass in dem Sommer in dem Alraune auf Boltenhagen war die grün-weißen Farben des alten Grafen Rodenberg auf dem Rasen ganz besonders gut abgeschnitten und seinem Gestüt einen sehr erheblichen Gewinn gebracht hatten weiter erfuhr er dass Mademoiselle de Vintelen eine ziemlich unerwartete Erbschaft gemacht habe die sie in den Stand setzte ihr Institut aufzulösen so dass sie keine neuen Pensionärinnen mehr aufnahm und nur noch die alten bis zum Schluss ihrer Studien behielt beides schrieb er der Gegenwart erraunens zu und war halb überzeugt dass sie auch den übrigen Häusern in denen sie geweilt dem Kloster in Nancy dem Reverend Mac Persson in Edinburgh und dem Heim der Bonville auf dem Boulevard aus Mann Gold ins Haus gebracht habe so habe sie dreifach ihre kleinen Teufeleien wieder gut gemacht er dachte dass alle diese Menschen seinem Kind sehr dankbar sein müßten hatte ein Gefühl als ob er ein seltsames Mädchen der Fremde in die Welt gesetzt habe das jedem seine Gaben brachte und ringsum Rosen auf den Lebensweg der Menschen streute die das Glück hatten es zu treffen er lachte als ihm einfiel dass diese Rosen auch scharfe Dornen hatten und manche hübsche Wunder reißen konnten und er fragte das Freundin Becker sagen sie mir doch wie geht es eigentlich ihrer lieben Mama danke Exzellenz antwortete sie die Mutter kann ich klagen das Geschäft ist erheblich besser geworden in den letzten Jahren da sagte der Geheimrat sehen sie und er gab Auftrag dass von nun an aller Käse bei Frau Becker in der Münsterstraße gekauft werden solle Emmentaler Rockfort Chester und Alte Holländer Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Alraune von Hans Heinz Ebers Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Alka Hest Abschnitt 9 Achtes Kapitel Das Ausführt Wie Alraune Herrenwart Auf dem Sitze der Brinken Als Alraune wieder zurückkam in das Haus am Rhein Das dem heiligen Nepomuk geweiht war Da war der Geheimrat den Brinken 76 Jahre alt Aber man stellte dies Alter nur mit dem Kalender fest Keine Schwäche und keine kleinsten Leiden erinnerten daran Er fühlte sich sonnenwarm in seinem alten Dorfe das nun bald die immer wachsenden lang sich streckenden Finger der Stadt fassen wollten hing wie eine feiste Spinne in dem starken Netze seiner Macht das sich ausspannte nach allen Windzeiten hin und er empfand einen leichten Kitzel als Alraune kommen sollte erwartete sie als willkommenes Spielzeug für seine Launen und zugleich als lustigen Köder der ihm noch manche dumme Fliege und Motte ins Netz locken sollte Alraune kam und sie deuchte dem alten nicht viel anders wie sie als Kind war er studierte sie lange wie sie vor ihm saß in der Bibliothek und er fand nichts das ihn erinnerte an den Vater oder die Mutter dies junge Mädchen war klein und war zierlich schmal eng brüstig und noch wenig entwickelt wie eines Buben war die Figur waren ihre raschen etwas eckigen Bewegungen er hätte denken mögen ein Püppchen nur war der Kopf so gar nicht ein Puppenkopf ein wenig heraus traten die Backenknochen dünn und bleich schoben sich ihre Lippen über die kleinen Zähne aber die Haare fielen reich und voll nicht rot wie ihrer Mutter sondern schwer und kastanienbraun wie die der Frau Josepha Gontra dachte der Geheimrat und der Erinnerung sei an das Haus in dem man Alraune erdachte er schielte zu ihr hinüber die still vor ihm saß betrachtete sie kritisch wie ein Bild belauerte sie suchte nach anderen Erinnerungen ja ihre Augen sie öffneten sich weit unter den frechen dünnen Strichen der Brauen die die schmale glatte Stirn abhoben blicken kühl und höhnisch und doch wieder weich und verträumt grasgrün stahl hart wie seines Neffenaugen Frank Brauns der Professor schob die breite Unterlippe vor diese Entdeckung berührte ihn nicht sympathisch aber gleich zuckten seine Schultern warum sollte der Junge der sie dachte nicht dies teil an ihr haben es war wenig genug und dazu teuer erkauft um all die runden Millionen die ihm dieses stille Mädchen abnahm du hast blanke Augen sagte er sie nickte nur er fuhr fort und deine Haare sind schön Wölfchens Mutter hatte solche Haare da sagte Alraune ich würde sie abschneiden der Geheimrat befahl ihr das wirst du nicht tun hörst du aber als sie zum Nachtmahl kam waren die Haare geschnitten wie ein Page sah sie aus rings fielen die Locken um den Bobenkopf wo sind deine Haare ruhig sagte sie hier sie wies ihm eine große Pappschachtel da lagen die glänzenden meterlangen Strähnen er begann warum schnittest du sie ab weil ich es dir verbot aus trotz also Alraune lächelte nein gar nicht ich hätte es auch so getan warum also forschte er da griff sie die Schachtel nahm die Haare heraus sieben lange Strähnen jede war umwickelt mit einer goldenen Schnur und jede Schnur hielt eine kleine Karte sieben Namen trugen die sieben Karten Emma Marguerite Louisan Evelyn Anna Maud und Andrea das sind deine Schulfreundinnen fragte der Geheimrat und du dummes Kind schneidest dir dein Haar ab um ihnen ein Andenken zu schicken er ärgerte sich diese unerwartete Backfisch Sentimentalität gefiel ihm gar nicht er hätte sich das Mädchen viel reifer und herber gedacht sie sah ihn groß an nein sprach sie sie sind mir ganz gleich gültig nur sich dochte nur dringte der Professor nur begann sie wieder nur sie sollen sich auch die Haare abschneiden was sollen sie rief der alte tal lachte allraune sich die Haare abschneiden ganz ab noch mehr wie ich dicht am Kopf ich schreibe ihnen dass ich sie dicht am Kopf abgeschnitten habe da müssen sie es auch tun sie werden durchaus nicht so dumm sein warf er ein doch beharrte sie sie werden es tun ich sagte wir sollten uns alle die Haare abschneiden und sie versprachen es wenn ich zuerst tun möchte aber ich vergaß es und dachte erst wieder daran als du sprachst von meinem Haar der geheimrat lachte sie aus sie versprachen es man verspricht allerhand aber sie werden es doch nicht tun du allein bist die dumme da hob sie sich von ihrem Stuhle kam nahe heran an den alten doch flüsterte sie heiß sie werden es doch tun sie wissen alle gut dass ich ihnen die Haare ausreißen würde wenn sie es nicht täten und sie haben Angst vor mir auch wenn ich nicht mehr da bin erregt leise zitternd stand sie vor ihm bist du so sicher dass sie tun werden fragte er und sie sagte fest ja ganz sicher da wuchs auch in ihm dieselbe gewissheit und er wunderte sich nicht einmal darüber warum stellst du es dann an fragte er im Augenblick schien sie verwandelt alles absonderliche schwand sie schien wieder ein launenhaftes kapriziöses Kind ja lachte sie kurz und ihre kleinen Händen streichelten die vollen Haarsträhnen ja siehst du das ist so ihren Haare und ich bekam manchmal Kopfschmerzen davon und dann mir stehen die kurzen Locken gut das weiß ich ihnen aber werden sie gar nicht stehen wie im Affenhaus wird es aussehen in der ersten Klasse der Mademoiselle de Vintelin und sie werden alle heulen die dummen Dinger und die Mademoiselle wird schimpfen und die neue Miss und das Freundin werden auch schimpfen und heulen dazu sie klatschte die Hände zusammen lachte hell und vor Lust willst du mir helfen fragte sie wie soll ich verpacken der Geheimrat sagte einzeln als Muster ohne Wert einschreiben lassen sie nickte ja so ist gut und sie beschrieb ihm während des Essens wie die Mädchen aussehen würden ohne Haar die hoch aufgeschossene Evelyn Clifford die dünnes glattes hellblondes Haar habe und die vollblütige braune Louison die bisher eine hohe Turban Frisur trug und nun erst die beiden Rodenberg Kommtessen Anna und Andrea deren lange Ringellocken rings um die stark knochigen Westphalenschädel fielen alles weg lachte sie sie werden ausschauen wie die Meerkater jeder wird lachen wenn sie so daherkommen sie gingen zurück in die Bibliothek der Geheimrat half ihr alles zusammen zu suchen gab ihr Pappschachteln Windfaden Siegellack Freimarken rauchte seine Zigarre zerkaute sie halb sah zu wie sie ihre Briefe schrieb sieben Brieflein an die sieben Mädchen in Spar das alte Wappen der Brinken war auf den Bogen oberen Felde unten ein silberner Reier der mit einer Schlange kämpfte der Reier das war das Tier der Brinken er sah ihr zu und ein leises Jucken kroch über die alte Haut alte Erinnerungen wurden wach in ihm lüsterne Gedanken an halbwüchsige Buben und Mädel die da Alrauna war ein Mädel und ein Bub zugleich und der feuchte Speichel löste sich aus den fleischigen gierig und voll zitternder Lust und er begriff in diesen Minuten was es war dass die Menschen hinzog zu diesem schlanken kleinen Geschöpfchen wie die Fischlein die nach dem Köder schwimmen und den Haken nicht sehen er aber sah den scharfen Haken gut und er dachte dass er ihn schon vermeiden wolle und doch den süßen Bissen verzehren Wolf Gontram war junger Mann in dem Büro das der Geheimrat in der Stadt hatte sein Pflegevater hatte ihn nach dem Einjährigen aus dem Gymnasium genommen ihn als Lehrling in irgendeine Bank gesteckt da hatte er vergessen was er auf der Schule mühsam gelernt hatte war seinen Trott gegangen hatte so das getan was man von ihm verlangte dann als seine Lehrzeit beendet war kam er in das Büro des Geheimrats das dieser sein Sekretariat nannte es war ein seltsamer Betrieb dies Sekretariat der Exzellenz Karl Mohnen leitete es Doktor in vier Fakultäten und sein alter Chef fand ihn brauchbar genug er ging noch immer auf Freiers Füßen wo er herum kam im Lande machte er Bekanntschaften knüpfte stets wie der neue Bande die nie zu irgendetwas führten seine Haare waren längst ausgegangen aber seine Nase war gut wie je überall witterte er etwas eine Frau für sich ein Geschäft für den Geheimrat und der stand sich besser dabei ein paar kaufmännische Beamte hielten die Bücher zur Genüge in Ordnung sorgten einigermaßen für den geregelten Betrieb ein Raum war da der das Schild trug Rechtssachen hier pflegten Justizrat Guntram und Hermannass der noch immer nicht Justizrat war zuweilen eine Stunde hinzukommen sie führten die Prozesse des Geheimrats die hübsch sich mehrten Manass die hoffnungsvollen die mit einem Siege endeten der alte Justizrat die Faulen die er immer wieder vertagen ließ und schließlich doch noch zu einem annehmbaren Vergleiche führte auch Dr. Monen hatte sein eigenes Zimmer bei ihm saß Wolf Gontra den er protegierte und zu bilden suchte auf seine Weise dieser aller Welts Mann wusste viel kaum weniger als der kleine Manass aber nirgends trat dieses Wissen in irgendeine Beziehung zu seiner Persönlichkeit nichts konnte er damit anfangen er hatte seine Bildung gesammelt so wie ein Knabe Briefmarken sammelt weil es die Mitschüler auch tun irgendwo in einer Schublade lag seine Sammlung er kümmerte sich nicht darum Sachsen 3 Rot etwas zog ihn hin zu Wolf Gontra vielleicht waren es die großen schwarzen Augen die er einst geliebt hatte als sie noch der Mutter gehörten geliebt so gut wie er es eben konnte und so wie er 500 andere schöne Augen auch liebte je weiter zurück die Beziehungen lagen die er zu irgendeiner Frau gehabt umso größer schienen sie ihm es kam ihm heute fast vor als ob er der intime Vertraute dieser Frau gewesen sei obwohl er nicht einmal gewagt hatte ihr die Hand zu küssen und dazu kam dass dieser junge Gontram alle seine kleinen Liebesgeschichten gläubig hinnahm nicht eine Sekunde zweifelte an seinen Heldentaten ihn fest für den großen Verführer hielt der er so schrecklich gerne sein wollte Dr. Mohnen kleidete ihn zeigte ihm wie man einen Schlips spannt machte ihn elegant soweit er es verstand er gab ihm Bücher nahm ihn mit ins Theater und in Konzerte um so stets für sein Gerede ein dankbares Publikum zu haben er hielt sich für einen Mann von Welt und den wollte er auch aus Wolf Gontram machen und es lässt sich nicht leugnen dass ihm allein der Gontram Junge alles zu verdanken hatte was aus ihm wurde dies war der lehrer der ihm nötig war der nichts forderte und immer nur grab tag um tag und in jeder minute fast der ihn bildete ohne dass er es auch nur merkte so wuchs ein Leben in Wolf Gontram schön war er das sah jeder in der Stadt nur Karl Mohnen nicht dem der Gedanke Schönheit nur in engster Verbindung mit einem Rocke möglich war und dem alles das schön schien was lange Haare trug und sonst nichts aber die anderen sahen es als er noch zum Gymnasium ging wandten sich alte Herren nach ihm schielten ihm nach blickten blasse Offiziere sich nach ihm um und manch ein gut geschnittener Kopf mit zerrissenen Zügen in denen verhaltene Sehnsüchte schrien seufzten unterdrückten schnell einen heißen Wunsch nun aber kamen die Blicke unter Schleiern her oder unter größeren Hüten folgten dem Jünglinge schöne Augen der Frauen das kann auch gut werden brummte der kleine Mann nass als er mit dem Justizrat und dessen Sohn im Konzertgarten saß wenn er sich nicht bald umdreht wird er der Nacken schön wehtun wem denn fragte der Justizrat wem ihrer königlichen hoheit rief der Rechtsanwalt schauen sie doch herüber herr Kollege seit einer halben Stunde starrt sie ihren Bengel an dreht sich den Hals nach ihm ab Gott lassen sie sie doch antwortete der Justizrat gleichmütig aber der kleine Mann nass gab nicht nach setz sich hierher Wolf befahl er und der junge gehorchte setzte sich neben ihn drehte der Prinzessin den Rücken ach diese Schönheit erschreckte den kleinen Rechtsanwalt wie bei der Mutter glaubte er auch hinter dieser Maske den Tod lachen zu hören und das quälte ihn marterte ihn so hasste er fast den Jungen wie er einst die Mutter geliebt hatte dieser Hass war seltsam genug war ein Albtruck ein heißer Wunsch dass dem jungen Gontram das Geschick bald werden sollte das ihm doch einmal werden mußte lieber heute als morgen es war dem Rechtsanwalt als ob ihm das eine Befreiung bringen könne und dabei tat er doch alles was diese Erlösung möglichst lange hinausschieben konnte trat wo er nur konnte für Wolf ein half ihm sein Leben zu ebnen als exzellenz tinbrinkendes Pflegesohnes Vermögen stahl war er außer sich sie sind ein idiot bellte er den Justizrat an wäre ihm am liebsten in die Waden gefahren wie sein seliger Hund der Zyklop und er setzte dem Vater Haarklein auseinander in welch gemeiner Weise sein Sohn beschwindelt würde der Geheimrat übernahm die Weinberge und Grundstücke die Wolf von seiner Tante geerbt hatte und zahlte dafür kaum den ortsüblichen Preis und dabei hatte er nicht weniger wie drei reiche Säuerlinge in diesem Boden entdeckt die er nun ruhig der kleine Manas spuckte vor Ärger das sei doch ganz gleichgültig die Grundstücke seien heute das sechsfache wert und was der alte Gauner überhaupt bezahlt habe das habe er zum großen Teile dem Jungen wieder angerechnet für seinen Lebensunterhalt eine Schweinerei sei es aber das machte gar keinen Eindruck auf den Justizrat er war gut so voll von warmer Güte dass er in Brechern in ihren gemeinsten Taten dennoch ein Stückchen Güte herauszufinden so rechnete er dem Geheimrat hoch an dass er den Jungen in seinem Sekretariat angestellt hatte und warf dann die Trumpfkarte hin dass er sich zu ihm geäußert habe er wolle seinen Sohn gar in seinem Testament bedenken der 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 Rechtsanwalt wurde hochrot vor verhaltenem Ärger zupfte sich die grauen Bartstoppeln aus nicht einem heller wird er dem Jungen vermachen aber der Justizrat schloss die Debatte übrigens ist es noch nie einem Gontram schlecht gegangen solange der rein fließt und da hatte er wohl recht jeden Abend ritt Wölfchen hinaus nach Lendenich seit Araune zurück war Dr. Monen hatte ihm ein Pferd besorgt das ihm sein Freund der Rittmeister Graf Geroldingen zur Verfügung stellte Auch Tanzen und Fechten hatte der Junge sein Mentor lernen lassen Das müsse ein Mann von Welt erklärte er und erzählte von wilden Ritten siegreichen Mensuren und großen Erfolgen im Ballsaal obwohl er selbst nie einen Gaul erklettert nie vor dem langen Messer gestanden hatte und kaum eine Polka hüpfen konnte Wolf Contram brachte das Grafen Pferd in den Stall Dann ging er über den Hof zum Herren Haus Eine Rose brachte er nie mehr wie eine so hatte ihn Dr. Mohnen belehrt aber es war stets die schönste die es gab in der Stadt Alraunet den Brinken nahm seine Rose und begann sie langsam zu zerzupfen jeden Abend war es so sie kniff die Blätter zusammen machte kleine Blasen und zerschlug sie knallend auf seiner Stirn und an seinen Wangen das war die Gunst die sie ihm gewährte er verlangte nichts anderes er träumte aber nicht einmal zu wünschen dichteten sich diese Träume woben rings in der Luft füllten die alten Räume wie herrenlose Sehnsüchte wie ein Schatten folgte Wolf Gontram dem seltsamen Wesen das er liebte Wölfchen nannte sie ihn wie sie als Kind getan weil du so ein großer Hund bist erklärte sie so ein gutes dummes und treues Tier schwarz und langzottig und sehr schön und mit tiefen treuen Frageaugen darum weil du zu nichts gut bist Wölfchen als hintendrein zu laufen irgendein Täschchen nachzutragen und sie hieß ihn sich niederlegen vor ihrem Sessel setzte die Füßchen leicht auf seine Brust ich trich ihm über die Wangen mit den kleinen Wildlederschuhen sie warf sie dann fort bohrte die Spitzen ihrer Zehen zwischen seiner Lippen küss küss lachte sie dann küßte er rings umher den feinen Seiden strumpf der ihren Fuß umschloss der Geheimrat schielte mit saurem Lächeln nach dem jungen Gontra er war so hässlich wie der junge schön war das wußte er wohl er fürchtete nicht dass sich Araune in ihn verlieben würde nur seine stete Gegenwart war ihm unbequem er brauchte auch nicht jeden Abend heraus zu kommen brummte er doch erwiderte Araune und Wölfchen kam der Professor dachte auch gut schluck nur den Haken mein Junge so war es Araune war Herrin auf dem Sitze der Brinken war es vom eine fremde blieb ein eindringling ein ding das nicht verwachsen war mit dieser alten Erde das mit nichts Gemeinschaft hatte was hier Atem schöpfte und Wurzeln schlug die Dienstboten die Mägde und Kutscher und Gärtner nannten sie nur das Fräulein und so sagten auch die Leute im Dorfe sie sagten da geht das Fräulein und sagten es so als ob sie von jemandem sprechen der nur zum Besuch da sei Wolf Gontram aber nannten sie den jungen Herrn der kluge Geheimrat bemerkte es wohl und es gefiel ihm die Leute merken daß hier etwas anderes ist schrieb er in den Lederband und die Tiere merken es auch die Tiere die Pferde und Hunde der schlanke Rehbock der im Garten herum lief und selbst die kleinen Eichhörnchen die durch die Kronen der Bäume huschten Wolf Gontram war ihr großer Freund sie hoben den Kopf kamen heran wenn er nur in ihre Nähe kam aber sie schlichen still weg wenn das Fräulein nahte nur auf die Menschen erstreckt sich ihr Einfluss dachte der Professor Tiere sind immun und er rechnete unbedingt die Bauern und Dienstboten zu den Tieren sie haben Abneigung die eine halbe Furcht ist sie kann froh sein daß sie heute zur Welt kam und nicht vor einem halben Jahrtausend da möchte sie in Monatsfrist als Hexe verschrien sein in dem Dorfe Lendenich und der Bischof würde einen guten Braten bekommen dieser Widerwille der Leute und der Tiere gegen Alraune entzückte den alten Herrn fast ebenso sehr wie die seltsame Anziehung die sie auf höher geboren ausübte er stellte immer wieder neue Beispiele solcher Zuneigungen und solchen Hasses fest obwohl er auch Ausnahmen fand in beiden Lagern es geht aus den Aufzeichnungen des Geheimrats mit Gewissheit hervor dass er immer von dem Vorhandensein irgendeines Momentes in Alraune überzeugt war das geeignet sein mochte einen ganz scharf umrissenen Einfluss auf ihre alles das zusammen zu suchen und hervor zu kehren das ihm geeignet schien diese Hypothese zu unterstützen freilich ward auf diese Weise die Lebensgeschichte Alraunens soweit sie ihr Erzeuger niederschrieb viel weniger ein Bericht über das was sie tat als vielmehr eine Wiedergabe dessen was andere taten beeinflusst durch sie erst in den Handlungen der Menschen die mit ihr zusammen kamen spiegelte sich das Leben des Wesens Alraunen sie erschien dem Geheimrat recht eigentlich ein Phantom ein schemenhaftes Ding das nicht in sich selbst leben konnte ein Schattenwesen das in ultravioletten Strahlen rings reflektierte und erst zur Form wurde in einem Geschehen das außerhalb seiner selbst lag er verbiss sich so in diesen Gedanken dass er manchmal nicht recht glaubte dass sie überhaupt ein Mensch war dass er als eine blutleere Puppe der er eine Maske geborgt hatte das schmeichelte seiner alten Eitelkeit war doch so er selbst der tiefste Grund zu alledem was durch Alraune geschah und so putzte er seine Puppe bunter und schöner auf mit jedem Tag er ließ sie Herrin sein und fügte sich nicht weniger ihren Wünschen und Launen wie es die anderen taten mit dem Unterschiede nur dass er glaubte das Spiel stets in der Hand zu haben dass er voll überzeugt war dass es letzten Endes nur sein eigener Wille war der sich äußerte durch das Medium Alraune Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 von Alraune von Hans Heinz Evers Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Alkahest Abschnitt 10 Neuntes Kapitel Das davon spricht Wer Alraunens Liebhaber waren und wie es ihnen erging Dies waren die fünf Männer die Alraune den Brinken liebten Karl Mohnen Hans Geroldingen Wolf Guntram Jakob den Brinken und Raspe der Chauffeur Von ihnen allen spricht des Geheimrats brauner Lederband und von ihnen allen muss man erzählen in dieser Geschichte der Alraune Raspe Matthieu Maria Raspe kam mit dem Opelwagen den ihr die Fürstin Volkonski zum 17. Geburtstag schenkte Er 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 hatte Er hatte bei den Husaren gedient und musste nun auch dem alten Kutscher mit den Pferden helfen Er war verheiratet und hatte zwei kleine Buben Lisbeth seine Frau übernahm die Wäscherei im Hause hinbrinken kam seinem Wallach Raspe hasste diese Morgenritte nicht weniger wie es seine Frau trat es war als ob das Fräulein allein ritt als ob er nur Luft nur ein Stück Staffage in der Landschaft sei oder auch als ob er gar nicht existiere für seine Herrin Dann aber wenn sie sich um ihn bekümmerte für kurze Augen Blicke dann empfand er das noch unangenehmer denn es war gewiß dass sie wieder etwas absonderliches von ihm verlangte Sie hielt am Rhein wartete ruhig bis er ihr zur Seite war Er ritt langsam genug wußte dass sie irgendeine neue Laune hatte hoffte auch wohl dass sie daran vergessen möge diesmal aber sie vergaß nie eine Laune Mathieu Maria sagte sie wollen wir hinüberschwimmen er machte Einwände aber er wußte von vorne herein dass sie nichts nutzen würden die Böschung drüben sei zu steil sagte er man würde nicht hinauf kommen auch sei gerade hier die Strömung so reißend und er ärgerte sich alles war so zwecklos was seine Herrin machte warum denn durch den Rhein reiten nass wurde man und froher konnte froh sein wenn man mit einem schnupfen davon kam riskierte dabei zu ersaufen um nichts und wieder nichts und er nahm sich fest vor zurück zu bleiben mochte sie doch ihre narrheiten allein treiben was ging es ihnen an er hatte frau und kind so weit kam er dann ritt er doch in die fluten trieb weit hinunter mit dem schweren mecklenburger hatte alle mühe irgendwo zwischen den klippen ans ufer zu gelangen schüttelte sich und fluchte ritt im scharfen drabe den strom hinauf seiner herrin zu die sah ihn kaum an mit einem raschen spöttischen blick nass geworden matthieu maria er schwieg verletzt und verärgert warum nannte sie ihn beim vornamen warum sagte sie du zu ihm er war raspe war chauffeur und kein pferdeknecht sein hirn fand ein dutzend gute antworten aber seine lippen sprachen sie nicht oder sie ritten zum sand wo die husaren übten das war ihm noch fataler manche der offiziere und unteroffiziere kannten ihn von der zeit her als er im regimente diente und der schnauzbärtige wachtmeister der zweiten schwadron rief ihm höhnisch herüber na raspe wieder einmal ein bisschen mittun hol der teufel das verrückte weibststück prummte raspe aber er galoppierte doch hinterher wenn das fräulein die attacke zur seite mitritt dann kam graf geroldingen der rittmeister auf seinem englischen schecken plauderte mit dem fräulein raspe blieb zurück aber sie sprach so laut dass er es hören musste nun graf wie gefällt ihnen mein knappe der rittmeister lächelte richtig passt zu dem jungen prinzen raspe hätte ihn ohrfeigen mögen und das fräulein dazu und den wachtmeister und die ganze schwadronen die ihn angrinste er schämte sich war droht wie ein schuljunge aber schlimmer war es wenn er nachmittags mit ihr fahren musste im auto er saß auf seinem sitz am steuer und schielte nach der türe seufzte erleichtert wenn irgendjemand mit ihr hinaus trat unterdrückte einen fluch wenn sie allein kam oft stellte er sein weib an um heraus zu bringen ob sie allein fahren würde dann nahm er schnell ein paar teile aus der maschine legte sich platt auf den rücken schmierte und fegte tat als ob er etwas reparieren müßte wir können heute nicht fahren fräulein sagte er und er lachte vergnügt wenn sie hinaus war aus der garage dann wieder ging es ihm nicht so gut sie blieb ruhig da wartete sie sagte nichts aber es war ihm als verstände sie gut seinen schwindel so setzte er langsam genug seine schrauben zusammen fertig fragte sie und er nickte siehst du sagte sie es geht besser wenn ich dabei bin matthieu maria wenn er zurückkam von diesen fahrten wenn sein opel wagen wieder unter dach stand und er sich niedersetzte an den tisch den seine frau ihm gedeckt zitterte er manchmal er war bleich und seine Augen blickten starr lisbeth fragte ihn nicht sie wusste was es war das verdammte weibsbild murmelte er sie holte ihm die blonden blauäugigen buben weiß in frischen nachtkitteln setzte ihm einen auf jedes knie da wurde ihm froh und leicht mit den lachenden kindern und wenn die knaben im bett lagen wenn er draußen auf der steinbank saß und seine zigarre rauchte wenn er durchs dorf schlenderte oder durch den alten garten der prinken dann überlegte er mit seiner frau es kann kein gutes ende nehmen sagte er sie hetzt und hetzt kein tempo ist ihr schnell genug 14 protokolle in drei wochen du brauchst sie nicht zu zahlen sagte frau lisbeth nein sagte er aber ich bin verschrien überall die gendarmen nehmen schon ihr notizbuch heraus wenn sie nur den weißen wagen sehen und die iz 937 er lachte bei der nummer irren sie sich ja ausnahmsweise nicht wir verdienen wenigstens unsere protokolle er schwieg zog einen schraubenschlüssel aus der tasche und spielte damit seine frau schob ihren arm unter den seinen nahm ihm die mütze ab und strich ihm das wirre haar zurück weißt du eigentlich was sie will fragte sie gab sich mühe dabei ihre stimme harmlos und gleichgültig klingen sie ist verrückt das ist es und sie hat eine verdammte art dass man alles tun muss was sie will ob man sich auch noch dagegen wehrt und genau weiß dass es unfug ist heute was hat sie heute gemacht fragte frau lisbett und er sagte nicht mehr wie sonst sie kann kein auto vor sich fahren sehen sie muss es überholen und wenn es 30 pferdekräfte mehr hat wie unseres catchen nennt sie das catch es sagt sie zu mir und wenn ich zögere legt sie leicht die hand mir auf den arm da lege ich los als ob der teufel selbst die maschine steuere er seufzte klopfte sich die zigarrenasche von der hose immer sitzt sie neben mir fuhr er fort und schon dass sie nur da sitzt macht mich unruhig und nervös ich denke nur was sie mir diesmal für einen blödsinn befehlen wird zweck haben wenn man jeden tag sein leben riskiert fahr nur sagt sie neulich mir passiert nichts sie ist seelenruhig wenn sie im hundert kilometer tempo über einen chausseegraben springt schon möglich dass ihr nichts passieren kann aber ich schlag mich zu schanden morgen oder übermorgen du musst es versuchen ihr einfach nicht zu gehorchen sag nein wenn sie etwas dummes will du darfst dein leben nicht so aufs spiel setzen das bist du uns schuldig mir und den kindern er sah sie an still und ruhig ja frauen das weiß ich euch und auch mir selbst am ende aber schau das ist es ja gerade ich kann dem freudan nicht nein sagen niemand kann es wie er der junge herr gontram wie ein hündchen nachläuft wie all die anderen froh sind ihre wenn es noch so dumm ist und abgeschmackt falsch sagte frau lisbeth freudheim der kutscher tut das gar nicht er pfiff freudheim da hast du recht der dreht sich um und geht weg wenn er sie nur sieht aber er ist bald neunzig jahre alt und hat schon lange kein blut mehr sie sah ihn groß an dann kommt es vom blut matthieu dass du ihren Willen tun musst er wich ihr aus suchte mit den augen auf dem boden dann aber nahm er ihre hand blickte sie voll an ja siehst du lisbeth ich weiß es nicht ich habe schon oft darüber nachgedacht was es eigentlich ist ich könnte sie erwürgen ich ärgere mich über sie wenn ich sie sehe und wenn sie nicht da ist laufe ich herum voller Angst sie möchte mich rufen lassen er spie auf den boden verflucht doch mal rief er ich wollte ich wäre diese stelle los wollte ich hätte sie nie angenommen sie überlegten treten es hin und her wogten jedes für ab und jedes wieder und sie kamen zu dem schluss dass er kündigen solle vorher aber solle er sich nach einer anderen Stelle umsehen solle gleich morgen deshalb in die Stadt gehen in dieser Nacht Tio Maria aber schlief gar nicht er bat um Urlaub am nächsten morgen und er ging in die Stadt zum Vermittlungsbüro er hatte großes Glück der Agent nahm ihn gleich mit zum Kommerzienrat Sönnecken der einen Chauffeur suchte stellte ihn vor raspe wurde engagiert er bekam ein besseres Gehalt wie bisher und dazu weniger Arbeit auch mit Pferden hatte er nichts zu tun als sie aus dem Hause ein Gefühl als ob gar nichts da sei für das er sich zu bedanken habe und als ob er diese neue Stelle nie antreten würde doch freute es ihn wie er seiner Frau augen glücklich leuchten sah als er ihr erzählte in 14 Tagen also wenn nur diese Zeit erst vorüber wäre sie schüttelte den Kopf nein sagte sie fest nicht erst in 14 Tagen morgen schon sie müssen es erlauben du musst mit dem Geheimrat sprechen das nützt gar nichts antwortete er der wird mich an das Fräulein weisen und Fräulis Bett griff seine Hand lass nur schloss sie ich werde selbst mit dem Fräulein reden sie ließ ihn stehen ging über den Herrenhof ließ sich melden und während sie wartete überlegte sie genau was sie alles sagen wollte um ihre Bitte durchzusetzen gleich morgen gehen zu dürfen aber sie brauchte gar nichts zu sagen das Fräulein hörte nur daß er gehen wolle ohne Kündigung nickte kurz und sagte daß es gut sei Frau Lisbeth flog zurück zu ihrem Manne umhalste küßte ihn nur eine Nacht noch dann sei der böse Traum vorbei und man müsse gleich packen und er solle dem Kommerzienrat telefonieren daß er morgen schon bei ihm seine Stellung antreten könne sie zog den alten Koffer unter dem Bette her ihr heller Eifer steckte ihn an er schleppte seine eisen beschlagenen Kisten heran staubte sie aus half ihr beim packen reichte ihr alles an lief zwischendurch ins Dorf bestellte einen Karren der ihre sieben Sachen fortschaffen sollte und er lachte und war zufrieden zum ersten Male in diesem Hause den Brinken dann als er die Kochtöpfe vom Herde nahm eindrehte in Zeitungspapier kam Alois der Diener er meldete das Fräulein will ausfahren Raspe starrte ihn an sprach kein Wort vernicht rief seine Frau und er sagte bestellen sie dem Fräulein das ich heute nicht mehr er endete nicht Alraune den Brinken stand ich hab dich zu morgen entlassen heute will ich mit dir fahren dann ging sie und hinter ihr ging Raspe fahr nicht fahr nicht schrie Frau Lisbeth er hörte es wohl aber er wusste nicht wer es rief noch woher es kam Frau Lisbeth ließ sich schwer auf die Bank fallen sie hörte die Schritte der beiden über den Hof hin der Garage zu sie hörte wie das Eisentor sich öffnete leise in knirschenden angeln hörte das Auto das hinausfuhr auf die Dorfgasse und sie hörte weiter noch einen kurzen Schrei der Hupe das war der Abschiedsgruß den ihr Mann ihr zurief jedes mal wenn er hinausfuhr durch das Dorf sie saß da beide Hände im Schoß wartete wartete bis sie ihn Kisten und Kasten zogen ihn aus halfen ihn waschen wie es der Arzt befahl einen langen weißen Körper voll von Blut Staub und Schmutz Fräulisbert kniete bei ihm wortlos ohne Tränen der alte Kutscher kam nahm die schreienden Knaben hinüber dann gingen die Bauern und endlich auch der Arzt sie hatten ihn nicht gefragt mit Worten nicht und nicht mit Blicken sie wußten die Augen auf er erkannte sie bat sie um Wasser und sie gab ihm zu trinken es ist aus sagte er leise sie fragte wie kam es er schüttelte den Kopf ich weiß es nicht das Fräulein sagte fahr zu Mathieu Maria ich wollte nicht da legte sie ihre Hand auf meine und ich fühlte sie durch den Handschuh dann fuhr ich sonst weiß ich nichts er er sprach so leise daß sie ihr ohr dicht an seinen mund legen mußte und wie er schwieg flüsterte sie warum tatest du es wieder bewegte er die lippen verzeih mir Elisabeth ich ich musste es tun das Fräulein sie sah ihn an schrak heiß auf über den Glanz in seinen Augen und sie rief und so plötzlich war der Gedanke dass ihre Zunge ihn sprach fast ehe ihr Hirn ihm gedacht du du liebst sie da hob er nur um Daumenbreite den Kopf und er murmelte mit geschlossenen Augen ja ja ich fuhr mit ihr das war das letzte was er sprach er sank zurück in seine tiefe Ohnmacht blieb liegen so bis zum frühen Morgen schlummerte dann langsam hinüber Frau ließ Bett stand auf sie lief zur Tür dem alten Freudsheim in die Arme mein Mann ist tot sagte sie und der Kutscher schlug ein großes Kreuz wollte an ihr vorbei in die Stube aber sie hielt ihn zurück wo ist das Fräulein fragte sie schnell lebt sie ist die verletzt tiefer groben sich die tiefen Furschen in das alte Gesicht lebt sie ob sie lebt da steht sie verletzt nicht eine Schramme nur ein bisschen schmutzig war sie und er wies mit zitternder Gichthand hinunter in den Hof da stand das schlanke Fräulein in ihrem Knabenanzug hob den Fuß setzte ihn einem Husaren in die Hände schwange sich in den Sattel sie hat dem Rittmeister telefoniert sagte der Kutscher dass sie keinen Reitknecht habe zu heute morgen da hat der Graf seinen Burschen heraus geschickt Frau Lisbeth lief über den Hof er ist tot rief sie mein Mann ist tot allraunet hinbrinken wandte sich im Sattel wippte mit der Reitgärte tot sagte sie langsam tot es ist wirklich schade sie schlug leicht ihr Pferd führte es im Schritt dem Tore zu Fräulein schrie Frau Lisbeth Fräulein Fräulein doch die Hufe schlugen die alten Steine kleine Funken Spulten herum und wieder wie so oft sah sie das Fräulein wie einen braun gelockten Knaben durch die Dorfkasse traben frech und keck wie ein hochmütiger Prinz aber ein blauer Königs Hussar folgte hinter ihr und nicht mehr ihr Mann Mathieu Maria Raspe Fräulein schrie ihre wilde Angst Fräulein Frau Lisbeth lief zum Geheimrat strömte über von aller Verzweiflung und allem Hass der Geheimrat ließ sie ruhig reden sagte dass er ihren Schmerz verstehe und ihr all das nicht übel nehmen wolle auch sei er bereit trotz der Kündigung ihr noch auf ein Vierteljahr den Lohn ihres Mannes zu zahlen aber sie solle vernünftig sein solle doch einsehen dass er allein die Schuld trage an dem bedauerlichen Unglück sie lief zur Polizei da waren sie nicht so höflich sie hätten es kommen sehen sagten sie und jeder Mensch wisse dass der raspe der wildeste fahrer gewesen sei am ganzen rhein es sei eine gerechte strafe und sie hätte die Pflicht gehabt ihn bei Zeiten zu warnen ihr Mann allein trage die Schuld sagten sie und sie solle sich schämen dem jungen Fräulein die Sache in die Schuhe zu schieben habe die etwa am Steuer gesessen gestern oder überhaupt und sie lief in die Stadt zu einem Anwalt und zu einem zweiten und dritten aber es waren eheliche Leute und sie sagten ihr dass sie den Prozess nicht führen könnten und wenn sie noch so viel Vorschuss zahle oh gewiss das sei ja alles möglich und denkbar warum denn nicht aber habe sie Beweise nein gar keine also sie solle nur ruhig nach Hause gehen da sei gar nichts zu machen wenn das auch alles so wäre und wenn man es selbst beweisen könnte so trage ja doch ihr Mann die Schuld denn er sei eben ein Mann gewesen und ein gelernter und tüchtiger Chauffeur aber das Fräulein sei ein unerfahrenes kaum erwachsenes Ding sie kam nach Hause sie begrub ihren Mann hinter der Kirsche auf dem kleinen Friedhof sie packte ihre Sachen und lud sie selbst auf den Karren sie nahm das Geld das ihr der Geheimrat gab nahm ihre Buben und ging in ihre Wohnung zog ein neuer Chauffeur ein paar Tage drauf der war dick und klein und ertrank auch das Freundin Brinken mochte ihn nicht und fuhr selten allein mit ihm aus nie bekam er Protokolle und die Leute sagten dass er ein tüchtiger Mensch sei und viel besser als der wilde Raspe Mottchen sagte Aranotin Brinken wenn Wolf Gontram zum Abend in das Zimmer trat dann glühten die schönen Augen des Jungen du bist das Licht sagte er und sie sprach du wirst dir die hübschen Flügelchen verbrennen dann liegst du am Boden ein hässliches Würmchen hüte dich Wolf Gontram er sah sie an und schüttelte den Kopf oh nein sagte er das ist gut so und er flog um das Licht jeden langen Abend noch zwei flogen da herum und sie senkten sich Karl Mohnen war der eine und der andere war Hans Geroldingen dass ihr Dr. Mohnen den Hof machte war ihm Ehrensache eine reiche Partie dachte er endlich die ist die rechte da rauschte sein Schifflein mit jeder Frau nun aber brannte sein Hirnchen unter dem kahlen Schädel machte ihn närrisch ließ ihn alles fühlen bei dieser einen was er sonst empfand bei dutzenden hübsch nacheinander durch die Jahre hindurch und wie er es stets tat setzte er auch jetzt bei der Partnerin das voraus was er selbst fühlte so durch ihn war er heiß begehrt von alraunet hin schranken es war ihm lieb daß der junge jeden abend hinaus ritt nach linden nicht als seinen liebesboten betrachtete er ihn und sandte mit ihm viele grüße handküsse und kleine geschenke nicht eine rose nur das war für den kavalier aber er war ja liebhaber und geliebter er mußte mehr senden blumen und schokolade petit four praline fächer hundert kleinigkeiten und kinkerlitzchen das bisschen geschmack das er hatte und das er so erfolgreich seinem schutzbefohlenen lehrte schmolz im augenblick in dem flackerfeuer dieser verliebtheit oft kam der rittmeister mit ihm hinaus sie waren seit langen jahren befreundet wie jetzt wolf gontram so pflegte früher graf gerolding in sich von dem wissens schatze zu nähern der doktor monen aufgespeichert hatte dieser gab ihm mit vollen händen froh genug überhaupt einen gebrauch von all dem kram machen zu können oft gingen sie zusammen auf abenteuer aus stets war es der doktor der die bekanntschaft gemacht hatte und der dann später seinen gräflichen freund mit dem er sich brüstete vorstellte und oft genug pflückte schließlich der husaren offizier die reifen Kirschen von dem baume den Karl Mohnen entdeckt hatte das erste mal hatte er gewissensbüsse kam sich recht gemein vor quälte sich ein paar tage herum und sagte dann dem freunde offen heraus was er getan er entschuldigte sich feierlich das Mädchen habe ihm solche avancen gemacht da habe er zugegriffen und er fügte hinzu dass es wirklich gut sei dass es so gekommen denn er glaube nicht dass das gleichgültig sei und völlig in der Ordnung führte als Beispiel die Maya Indianer in Yucatan an bei denen es gelte meine Frau ist auch meines Freundes Frau aber Gerolding merkte doch dass der andere sich kränkte so sagte er das nächste Mal nichts mehr davon als wieder einmal eine neue Bekanntschaft des Doktors ihn vorzog so wurde mit der Zeit gar manche Frauen Dr. Monens auch des hübschen Rittmeisters Frauen genau wie in Yucatan mit dem Unterschied nur dass die meisten vorher gar nie Karl Monens Frauen gewesen waren er war der Chikari war der Treiber der das Wild aufspürte und zutrieb aber der Jäger war Hans Geroldingen doch war der verschwiegen hatte ein gutes Herz und wollte des Freundes Gefühle nicht verletzen so merkte der Treiber nie wenn der Jäger schoss und hielt sich selbst für den glorreichsten Nimrod am Rhein oft sagte Dr. Monen kommen sie Graf ich habe eine neue eroberung gemacht eine bildschöne Engländerin gestern angekrallt beim Promenaden Konzert ich schaffe sie heute Abend am Rhein Ufer aber die Ellie antwortete der Rittmeister versetzt erklärte Karl Monen großartig es war fabelhaft wie leicht er seine Flammen versetzen konnte so wie er eine neue fand machte er schluss mit der alten bekümmerte sich einfach nicht mehr um sie und die mädchen machten ihm nicht schwierigkeiten darin war er freilich tüchtiger als der Hussar der konnte sich stets nur schwer genug losreißen und die Frauen noch schwerer von ihm es bedurfte aller Energie und aller Überredungskunst des Doktors um ihn wieder zu einer neuen Schönheit mitzuschleppen diesmal sagte er sie müssen sie sehen rittmeister herrgott ich bin froh dass ich so heil durch alle abenteuer durchgekommen bin und nirgends hängen blieb jetzt ist die rechte endlich enorm reich enorm geradezu die alte exzellenz hat über 30 millionen 40 vielleicht na was sagen sie graf und bild sauber wie ein blüten zweig frisch übrigens im vertrauen das vögelchen ist bereits ins Netz gegangen nie war ich meiner sache so sicher ja aber das freundin klarer wandte der rittmeister ein abgeschafft erklärte der doktor ich habe ihr heute schon einen brief geschrieben dass es mir sehr leid hätte aber dass ich wegen arbeitsüberholfung keine zeit mehr habe für sie gerolding seufzte freundin klarer war lehrerin in einem englischen pensionat dr monen hatte sie bei einem bürger wahl freundin klarer liebte den rittmeister und der machte sich hoffnung dass sie dr monen einmal ihm abnehmen möchte wenn er selbst heiraten würde denn das musste über kurz oder lang doch geschehen immer höher wuchsen seine schulden und er musste sich schließlich rangieren schreiben sie dasselbe riet karl monen herr gott wenn ich es tun können sie es doch erst tun als bloßer freund sie relief geben bei dem kleinen fräulent hin prinken er schlug ihn leicht auf die schulter sentimental sind sie karl wie ein primana ich lasse eine sitzen und sie machen sich die vorwürfe immer das selbe lead aber bedenken sie was auf dem spiel steht die reizendste erbin am ganzen rhein da darf man nicht zögern der rittmeister fuhr mit seinem freunde hinaus und er roten lippen zum kusseboot als er in dieser nacht nach hause kam hatte er ein ähnliches gefühl wie damals vor zwanzig jahren als er zum ersten male des freundes angebetete für sich nahm er hielt sich für abgebrüht genug nachdem er so oft und so erfolgreich den guten doktor betrogen hatte und doch schämte er sich jetzt denn diese da diese das war etwas ganz anderes und anders war sein empfinden diesem halben kinder gegenüber anders waren auch das merkte er gut die gefühle seines freundes etwas beruhigte ihn den dr monen würde das freundin brinken gewiss nicht nehmen viel weniger noch als eine der anderen frauen es getan hätte freilich ob sie dagegen ihn selbst haben wollte das schien ihm diesmal durchaus nicht gewiss alle natürliche Sicherheit hatte ihn diesem Püppchen wahrscheinlich dass das fräulein den jungen den sie ihren hübschen pagen nannte gerne um sich mochte aber es war ebenso klar dass er für alraune nichts anderes war als ein willenloses spielzeug nein diese beiden waren keine rivalen weder der geschmeidige doktor noch der schöne junge der rittmeister wog seine chancen zum ersten male in seinem leben er war von gutem alten adel und er war schlank und gut gewachsen sah jung genug aus immer noch obwohl er nun dicht vor dem major stand er dilettierte und gut genug in allen künsten wenn er ehrlich sein wollte mußte er zugeben daß man nicht leicht einen preußischen reiteroffizier finden möchte der mehr interessen und auch mehr bildung hatte wie er wahrhaftig es war eigentlich kaum zu verwundern daß ihm die Frauen und Mädchen an den Hals flogen warum sollte Alraune es nicht tun sie würde lange suchen können bis sie was besseres fände umso mehr als das Adoptivtöchterlein der Exzellenz ja das Einzige was er ihr nicht bieten konnte in solch ungeheurer Fülle besaß Geld und er dachte daß sie beide wohl ein recht gutes Paar abgeben möchten jeden Abend war Wolf Gontram in dem Hause des heiligen Nepomuk aber wenigstens dreimal in der Woche brachte er den Rittmeister mit und den Doktor der Geheimrat zog sich zurück nach dem Essen kam nur gelegentlich einmal herein auf eine halbe Stunde hörte zu beobachtete ein wenig entfernte sich wieder machte Stichproben wie er das nannte und die drei Diebhaber saßen herum um das kleine Fräulein sahen sie an machten Liebe ein jeder auf seine Weise eine Zeit lang gefiel das dem jungen Mädchen dann aber begann es sie zu langweilen und es schien ihr als ob das ein wenig zu eintönig sei und als ob ein bisschen mehr Farbe hineingehöre in die abendlichen Genrebilder in Lendenich Sie sollten etwas tun sagte sie zu Wolf Gontram Der Junge fragte Wer sollte etwas tun Sie sah ihn an Wer die beiden Dr. Monen und der Graf Sag ihnen doch was sie tun sollen erwiderte er Sie werden es ganz gewiss tun Alraune blickte ihn groß an Weiß ich es denn sprach sie langsam Sie müssten es selbst wissen Sie legte den Kopf in beide Hände starrte geradeaus in den Raum Nach einer Weile sagte sie Wäre es nicht nett Wölfchen wenn duellierten sich totschössen gegenseitig Wolf Gontra meinte warum sollen sie sich denn totschießen sie sind die allerbesten Freunde du bist ein dummer junger Wölfchen sagte Alraune was hat das damit zu tun ob sie gute Freunde sind oder nicht dann müsste man sie eben zu Feinden machen ja aber warum denn fragte er es hat doch gar keinen Zweck sie lachte nahm seinen Lockenkopf küsste ihn rasch mitten auf die Nase nein Wölfchen einen Zweck hat es gar nicht wozu auch aber es wäre doch einmal etwas anderes willst du mir helfen er antwortete nicht da fragte sie noch einmal willst du mir helfen Wölfchen und er nickte an diesem Abende überlegte Alraune mit dem jungen Gontra wie man es anstellen könne die beiden Freunde ein wenig zu verhetzen so zwar daß der eine den anderen zum Zweikampf fordern würde Alraune überlegte sie spannen den Plan und machte einen Vorschlag nach dem anderen Wölfchen Gontram nickte dazu immer noch ein wenig befangen Alraune beruhigte ihn sie brauchen sich ja gar nichts zu tun am Ende es fließt immer nur wenig Blut beim duellieren und nachher söhnen sie sich wieder aus das befestigt nur ihre allerhand kleine Schwächen der beiden wo der empfindlich war und wo jener so wuchs ihr kleiner Plan es war durchaus keine feingesponnene Intrige war vielmehr kindlich und naiv genug nur zwei Leute die so blind verliebt waren mussten stolpern über diese plumpen Steine Exzellenz ten Brinken merkte etwas erholte Alraune aus dann als sie schwieg den jungen Gontram da erfuhr er was er nur wollte lachte und gab ihm für den kleinen Plan noch einige hübsche Winke aber die Freundschaft zwischen den beiden war fester wie Alraune geglaubt hatte über vier Wochen dauerte es bis sie glücklich so weit war den von seiner unwiderstehlichkeit so felsenfest überzeugten Dr. Monen zu der Meinung zu bringen dass er dennoch diesmal vielleicht dem Rittmeister das Feld räumen müsse und in diesem umgekehrt den Glauben wachsen zu lassen dass es doch nicht völlig ausgeschlossen war dass auch einmal zur Abwechslung der Doktor über ihn triumphieren könne man muss sich aussprechen dachte er und so dachte auch Karl Monen aber das Fräulentin Brinken verstand es diese Aussprache die ein jeder wünschte immer wieder zu verhindern sie lud zum einen Abend den Doktor ein und den Rittmeister nicht jeder von ihnen hielt sich nun für den bevorzugten aber jeder auch musste anerkennen dass ihr benehmen dem Rivalen gegenüber nicht ganz gleichgültig war es war der alte Geheimrat selber der schließlich als Blasebalk die glimmenden Funken hochwarf er nahm seinen Büroschef beiseite hielt ihm eine lange Rede dass er mit seinen Leistungen zufrieden sei und dass er gar nicht ungern sehen würde wenn jemand der so sehr in alle Geschäfte eingeweiht sei einmal sein Nachfolger werden möchte freilich würde er nie der Entscheidung seines Kindes vorgreifen doch wolle er ihn warnen es würde mit allen Mitteln von einer Seite die er nicht nennen wollte gegen ihn gekämpft namentlich alle möglichen Gerüchte über sein lockeres Leben verbreitet und dem Fräulein ins Ohr geflüstert fast dieselbe nicht ungern sehen würde wenn seine kleine Tochter in eine so gute alte Familie wie die Geruldingen hinein heiraten würde in den nächsten Wochen vermieden die beiden Rivalen es streng irgendwie zusammen zu treffen verdoppelten aber ihre Aufmerksamkeiten Alraune gegenüber besonders Dr. Mohnen ließ keinen ihrer Wünsche unerfüllt wie er hörte dass sie von einem entzückenden siebenfachen Perlen collier schwärmte dass sie in Köln bei einem Juwelier in der Schildergasse gesehen hatte fuhr er sofort hinüber und kaufte es und als er bemerkte dass das Fräulein über sein Geschenk wirklich einen Augenblick entzückt war glaubte er den Weg zu ihrem Herzen nun sicher gefunden zu haben und begann sie mit allen schönen Steinen zu überhäufen freilich mußte er zu diesem Zwecke die Geschäftskasse des Tenbrink'schen Büros stark die kleine Zwangsanleihe nur als einen fast berechtigten Pump betrachtete den er Geschäfte sogleich wieder zurück erstatten würde sowie er die Mitgift Millionen des Schwiegervaters bekam die Exzellenz des war er sicher würde über den kleinen Streich nur lachen die Exzellenz lachte auch aber ein wenig anders als sich der gute Doktor dachte noch am selben Tage an dem Alraune das Perlen Collier bekommen hatte fuhr er in die Stadt und stellte sofort fest woher der Freier die Mittel zu dem Geschenk genommen hatte aber er sagte nicht eine Silbe Graf Geruldingen konnte keine Perlen schenken da war keine Kasse die er plündern konnte und kein Juwelier würde ihm etwas geliehen haben aber er dichtete dem Fräulein Sonette die wirklich recht hübsch waren malte sie in ihrem Knabenanzuge und geigte ihr statt Beethoven den er liebte offenbach vor den sie gern hörte dann an dem Geburtstag des Geheimrats zu dem alle beide geladen waren kam es endlich zum Zusammenstoße das Fräulein hatte heimlich einen jeden gebeten sie zu Tisch zu führen so kamen beide auf sie zu als der Diener meldete dass serviert sei jeder hielt das Vordrängen des anderen für taktlos und anmaßend und jeder sagte und verschluckte halb ein paar Worte Alraune winkte Wolf Gontram heran wenn die Herren sich nicht einigen können sagte sie lachend und nahm seinen Arm bei Tisch ging es ein wenig still zu am Anfange der Geheimrat musste das Gespräch führen aber bald wurden auch die beiden Liebhaber warm und man trank auf das Wohl des Geburtstagskindes und seines liebreizenden Töchterleins Karl Mohnen hielt die Rede und das Fräulein warf ihm ein paar Blicke zu die dem Rittmeister das Blut heiß in die Schläfen trieben später aber beim Dessert legte sie leicht ihre kleine Hand auf des Grafen Arm eine Sekunde nur aber doch lang genug um des Doktors runde Fischaugen starr zu machen als sie aufstanden ließ sie sich von beiden führen tanzte auch mit beiden herum und sie sagte während des Walzers zu jedem von ihnen besonders es war abscheulich von ihren freunden das dürfen sie sich wirklich nicht gefallen lassen der Graf antwortete gewiss nicht aber Doktor Mohnen warf sich in die Brust und erklärte rächeln sie auf mich am anderen Morgen erschien der kleine Zwist dem Husar nicht weniger kindisch wie dem Doktor aber sie hatten beide das unsichere Gefühl als ob sie dem Fräuland Brinken etwas versprochen hätten ich werde ihn vor die Pistole fordern sagte sich Karl Mohnen und glaubte dabei dass es wohl doch nicht nötig wäre aber der Rittmeister schickte dem Freunde am frühen Morgen auf alle Fälle ein paar Kameraden hin mochte später das Ehrengericht sehen was es daraus machte Doktor Mohnen gar nicht übel wolle der Graf solle ihn nur um Verzeihung bitten dann sei alles gut und er wolle ihnen im Vertrauen sagen dass er auch alle Schulden des Freundes bezahlen würde sogleich am Tage nach seiner Hochzeit doch die beiden Offiziere erklärten dass das alles ja sehr nett sei aber sie gar nichts anginge der Herr Rittmeister fühlte sich beleidigt und verlange genug sie hätten nur den Auftrag zu fragen ob er kavaliermäßig genug denke die Forderung anzunehmen dreimaliger Kugelwechsel 15 Schritte Distanz Dr. Mohnen erschrak dreimaliger Kugelwechsel stotterte er da lachte der Hosarenoffizier nun beruhigen sie sich nur Herr Doktor das Ehrengericht wird ja nie im Leben eine so unsinnige Forderung für eine solche Bagatelle zu geben es ist nur der Gurten Form Doktor Mohnen sah das ein er rechnete auf den gesunden Menschenverstand des Herren Ehrenrichter und nahm die Forderung an er tat noch mehr lief spornstreichs in das Korpshaus der Sachsen bat um Waffenschutz und sandte seinerseits zwei der Studenten zu dem Rittmeister um die Forderung zu überstürzen fünfmaligen Kugelwechsel bei zehn Schritten verlangte er das musste sich sehr gut machen und er würde dem kleinen Freundin gewiss imponieren das gemischte Ehrengericht das sich aus Offizieren und Korpsstudenten zusammensetzte war vernünftig genug es bestimmte einmaligen Kugelwechsel und setzte die Distanz auf 20 Schritte fest da konnten die beiden nicht viel Unfug anrichten und der Ehre war doch genug geschehen Hans lehren und sie beide veranlassen würde sich gegenseitig um Entschuldigung zu bitten es war zwar nur eine Kugel aber die konnte doch auch treffen früh am morgen fuhren sie hinaus in den Kottenforst alle in zivil aber feierlich genug in sieben Wagen drei Husaren Offiziere und der Stabsarzt dann Dr. Mohnen und mit ihm Wolf Gontram zwei Korpsburschen der Saxonia und einer der Guestfalia der als unparteiischer fungieren sollte auch der SC Arzt Dr. Peren Bohm ein alter Herr von den Pfälzern und dazu zwei Korpsdiener zwei Offiziersburschen und noch ein Heilgehilfe des Stabsarztes noch einer war dabei Exzellenz Tentbrinken er hatte seinem Büroschef seine ärztliche Hilfe angeboten hatte dann sein altes Besteck heraussuchen und hübsch reinigen lassen zwei Stunden fuhren sie durch den lachenden Morgen sehr gut gelaunt war Graf Geruldingen er hatte am abende vorher einen kleinen Brief bekommen aus Lendenich ein vierblättriges Kleeblatt war darin und auf einem Zettelchen stand das eine Wort Maskott in seiner unteren Westentasche steckte der Brief und machte ihn Lachen und Träumen von allen guten Dingen er plauderte mit den Kameraden machte sich lustig über dieses Kinder Duell er sagte daß es ihn reizen möchte dem Doktor einen Knopf vom Rock Ärmel abzuschießen aber man könne bei aller Sicherheit doch nie ganz seiner Sache gewiss sein besonders nicht bei fremden Pistolen da wolle er doch lieber in die Luft knallen denn es wäre eine Gemeinheit wenn er den guten Doktor auch nur ritzen würde Dr. Mohnen aber der mit dem Geheimrat und dem Jungen Gontram zusammen im Wagen saß sagte gar nichts auch er hatte ein kleines Briefchen erhalten das die großen steilen Züge des fröhlen Tentbrinken trug und ein zierliches goldenes Hufeisen enthielt aber er hatte seine Maskotte nicht einmal recht angesehen hatte etwas von kindlichem Aberglauben gemurmelt und das Briefchen auf den Schreibtisch geworfen er hatte Angst rechte und schlechte Angst die goss sich wie schmutziges Kehricht Wasser in das Strohfeuer seiner Liebe Er schallt sich einen kompletten Idioten dass er so früh am Morgen aufgestanden war nur um herauszufahren zur Schlachtbank immerzu kämpften ihm der heiße Wunsch den Rittmeister um Entschuldigung zu bitten und so aus der Falle heraus zu kommen mit dem Schamgefühl dass er vor dem Geheimrat und vielleicht mehr noch vor Wolf Gontram empfand dem er so erfolgreich von allen seinen ganz heroisches Aussehen versuchte eine Zigarette zu rauchen und recht gleichmütig drein zu blicken aber er war kreideweiß als die Wagen im Walde auf der Landstraße hielten als man den kleinen Fußweg einschlug zu der weiten Lichtung die Herren Ärzte machten ihre Verbandkasten zurecht der Unparteiische ließ den Pistolenkasten öffnen und lud die Mordgewehre wog sorgfältig das Pulver ab dass beide Schüsse gleich stark waren es waren hübsche Waffen die den Westfalen gehörten die Sekundanten losten für ihre Klienten zogen Streichhölzchen kurz verliert lange Wind lächelnd schaute der Rittmeister der etwas gemachten Feierlichkeit zu die niemand recht ernst nahm aber Dr. Mohnen wandte sich ab und starrte auf den Boden dann nahm der Unparteiische die 20 Schritte er machte ungeheure Sprünge so dass die es schien ihnen nicht ganz passend daß dieser Herr die Sache allzu sehr zur Farce machte und das Dekorum gar so wenig warte die dichtung wird zu klein sein rief ihm Major V D Osten höhnisch zu aber der lange Westfale antwortete seelenruhig dann können sich die Herren ja in den Wald stellen das ist noch sicherer die Sekundanten führten ihre Klienten auf ihre Plätze der Unparteiische forderte sie noch einmal zur Versöhnung auf wartete aber gar nicht erst eine Antwort ab da eine Versöhnung von beiden Seiten abgelehnt wird fuhr er fort bitte ich die Herren auf mein Kommando zu achten ein tiefer Seufzer des Doktors unterbrach ihn Karl Mohnen stand da mit schlotternden Knien die Pistole fiel ihm aus der zitternden Hand bleich wie ein Leichentuch waren seine Züge einen Augenblick rief der SC Arzt herüber eilte mit langen Schritten auf ihn zu ihm folgten der Geheimrat Wolf Gontram und die beiden Herren von Saxonia was haben sie fragte Dr. Perenboom Dr. Mohnen gab keine Antwort völlig aufgelöst starrte er gerade aus nun was ist Ihnen Doktor wiederholte sein Sekundant nahm die Pistole vom Boden auf und drückte sie ihm wieder in die Hand aber Karl Mohnen schwieg wie ein Ertrunkener sah er aus da glitt ein Lächeln über das breite Gesicht des Geheimrats er näherte sich dem Sachsen und flüsterte ihm ins Ohr es ist ihm etwas Menschliches passiert der Korbsbursche verstand ihn nicht gleich wie meinen Exzellenz fragte er rüchen sie doch flüsterte der alte der Sachse lachte rasch auf aber sie erwarten den Ernst der Situation nahmen nur ihre Taschentücher heraus und drückten sie an die Nasen inkontinentia alvi erklärte dr. perenbohm würdig er nahm ein fläschchen aus der westentasche gab ein paar tropfen opium tinktur auf ein stückchen zucker und reichte es dr. monen ja knabbern sie sagte er und steckte es ihm in den mund nehmen sie all ihre kräfte zusammen nun freilich so ein Duell ist ja auch eine ganz erschreckliche sache aber der arme doktor hörte nichts und sah nichts nicht einmal den bitteren geschmack des opiums fühlte seine zunge er empfand wirr dass die menschen sich von ihm entfernten dann vernahm er die stimme des unparteiischen eins klang ihm in die ohren dann zwei und gleich mit dem zwei hörte er einen Schuss er schloss die Augen die Zähne klapperten ihm alles drehte sich ringsum in seinem Schädel drei scholl es von dem Waldrande her da ging seine eigene Pistole los und dieser laute Knall in nächster Nähe betäubte ihn so dass die Beine den Dienst versagten er fiel nicht sank vielmehr in sich zusammen wie ein sterbendes Schweinchen setzte sich breit auf deuchte ihm eine lange Stunde zu sein dann kam ihm das Bewusstsein dass nun wohl der Handel aus sei es ist vorüber murmelte er mit einem glücklichen Seufzer er befühlte sich überall nein er war nirgends verletzt nur nur die Hose hatte wohl Schaden gelitten aber was verschlug das niemand bekümmerte sich um ihn so erhob er sich selbst fühlte ordentlich mit welch ungeheurer Schnelle alle Lebenskräfte in ihn zurückkehrten mit tiefen Zügen drank er die Morgenluft wie gut es doch war zu leben hinten am anderen Ende der Lichtung sah er in dichtem Knäuel die Menschen zusammen stehen er putzte seinen Zwicker und sah hindurch alle drehten sie ihm den Rücken zu langsam ging er hinüber erkannte Wolf Gontram der ganz zurück stand sah dann ein paar Knien und einen in der Mitte lang daliegen war das der Rittmeister sollte er ihn getroffen haben ja hatte er denn überhaupt geschossen er machte einen kleinen Umweg zwischen den hohen Föhren her kam nahe heran und sah nun deutlich genug und er sah wie das Grafen Auge auf ihn fiel sah wie er mit der Hand ihn leicht heran winkte alle machten ihm Platz so trat er in den Kreis Hans Geruldingen streckte ihm die rechte entgegen da kniete er hin und fasste sie verzeihen sie mir murmelte er ich habe es wirklich nicht gewollt der Rittmeister lächelte ich weiß es alter freund es war ein zufall ein gottverdammter zufall irgendein jäher schmerz fasste ihn er stöhnte und ächzte elendig ich wollte ihnen nur sagen Doktor dass ich ihnen nicht böse Finkel seine Augen füllten sich mit dicken Tränen dann zogen ihn die Ärzte zur Seite beschäftigten sich wieder mit dem Verwundeten nichts zu machen flüsterte der Stabsarzt wir müssen versuchen ihn möglichst rasch in die Klinik zu schaffen sagte der Geheimrat es wird uns nichts nützen erwiderte Doktor Perenboom er wird uns auf dem Transport eingehen wir werden ihm nur unnütz jämmerliche Qualen stecken geblieben aber es war als ob sie dahin gelockt worden sei mit geheimer Kraft gerade durch die Westentasche war sie gedrungen durch das Brief ein Alraunens hatte das vierblättrige Kleeplatt durchschlagen und das liebe Wörtlein Maskotte der kleine Rechtsanwalt Manas war es der Doktor Mohnen rettete als ihm Justizrat Gontram den Brief zeigte den er soeben aus Linde nicht bekommen erklärte er dass habe und beschwor den Kollegen nicht eher die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu übermitteln bis der Doktor in Sicherheit sei nicht um den Zweikampf handelte es sich deshalb hatte die Behörde noch am selben Tage das Verfahren eingeleitet sondern um die Unterschlagungen im Büro der Exzellenz und der Rechtsanwalt lief selbst zu dem Delinquenten holte ihn aus dem Bette heraus aufstehen kläffte er anziehen Kofferbacken fahren sie mit dem nächsten Zuge nach Antwerpen und dann schnell übers Wasser sie sind ein Esel ein Kamel sind sie wie konnten sie nur solchen Blödsinn anstellen dr. Mohnen rieb sich die schlaftrunkenen Augen er konnte das alles gar nicht recht begreifen so wie er stehe mit dem Geheimrat aber Herr Mannass ließ ihn gar nicht zu Worte kommen wie sie Dummkopf die den Justizrat beauftragte sie bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen weil sie seine Kasse bestohlen haben da entschloss sich Karl Mohnen aus dem Bette zu kriechen Stanislaus Schacht war es sein alter Freund der ihm forthalf er studierte die Fahrpläne er gab ihm das Geld das nötig war er besorgte das Auto das ihn fortbringen sollte nach Köln es war ein wehmütiger Abschied über dreißig Jahre lebte Karl Mohnen in dieser Stadt in der jedes Haus jeder Stein fast ihm eine Erinnerung gab hier wurzelte er hier allein hatte sein Leben eine Berichtigung und nun fort Hals über Kopf hinaus in irgendein fremdes schreib mir sagte der dicke Schacht was gedenkst du zu machen Karl Mohnen zögerte alles schien ihm vernichtet zusammengebrochen und zerstört trübselig blickten seine gutmütigen Augen ich weiß nicht murmelte er dann aber kroch die Gewohnheit aus seinen Lippen er lächelte unter Tränen ich werde eine Partie machen sagte er es gibt ja viele reiche Mädchen driven in Amerika Ende von Abschnitt 10 Kapitel das schildert wie Wolf Gontram an Alraune zugrunde ging Karl Mohnen war nicht der Einzige der um diese Zeit unter die Räder kam die den Prunkwagen der Exzellenz trugen der Geheimrat übernahm völlig die große Volks Hypotheken Bank die längst unter seinem Einfluss war und bemächtigte sich zugleich der Kontrolle über das weit im Lande verzweigte System der Frost Silber Vereine die unter klerikaler Flagge bis ins letzte Dorf hinein ihre kleinen Sparbanken ausdehnten das ging nicht ohne scharfe Reibungen ab so strauchelten manche alten Beamte die dem neuen Regime das ihnen jede Selbstständigkeit nahm widerstrebten Rechtsanwalt Manas der gemeinsam mit Justizrat Gontram als juristischer Berater bei diesen Transaktionen fungierten versuchte manche Härten zu mildern ohne doch verhindern zu können dass Exzellenz den Brinken rücksichtslos genug vorging und alles kurzerhand hinaus warf was ihm nur einigermaßen überflüssig erschien auch auf recht zweifelhafte weise einzelne zur seite stehende kleine Rabattvereine und Sparkassen zwang sich seiner übermächtigen Kontrolle zu unterwerfen bis weit in den Industriebezirk hinein erstreckte sich nun seine Macht alles was mit dem Boden zu tun hatte Kohlen und Metalle Säuerlinge Wasserwerke Grundstücke und Gebäude landwirtschaftliche Genossenschaften Wegebauten Talsperren und Kanalanlagen alles das war im ganzen Rheinlande mehr oder weniger von ihm abhängig seit Alraune zurück war im Hause griff er noch skrupelloser überall zu von vorne herein seines Erfolges bewusst kannte keine Rücksichten mehr keinerlei Hemmungen und Bedenken in langen Seiten erzählt er in dem Lederbuch von all diesen Geschäften es machte ihm augenscheinlich Freude genau zu untersuchen was alles gegen irgendeine neue Unternehmung sprach wie außerordentlich gering im Grunde die Möglichkeit eines Erfolges schien nur um gerade diese Sache dann umso sicherer anzugreifen und schließlich den Erfolg dem Wesen zuschreiben zu können das in seinem Hause weilte auch holte er sich zuweilen Rat von ihr ohne ihr freilich Gesetze schienen schon lange nicht mehr zu existieren für den alten Mann hatte er früher oft lange Stunden mit seinen Anwälten beraten um einen Ausweg zu finden ein offenes Hintertürchen bei einer besonders heiklen Wendung hatte er alle möglichen Lücken des Gesetzbuches genau studiert und mit hundert Kniffen und Pfiffen recht üble Handlungen immer noch juristisch haltbar gemacht so kümmerte er sich nun längst nicht mehr um solche Winkelzüge fest vertrauend auf seine Macht und sein Glück brach er offen genug das Recht er wusste gut dass es keinen Richter gab wo kein Kläger aufzustehen wagte freilich häuften sich seine Zivilprozesse mehrten sich auch die Anzeigen die meist anonym oft auch namentlich bei der Behörde gegen ihn einliefen aber seine Verbindungen gingen so weit ihn deckten der Staat wie die Kirche mit denen er beide wie auf Dutz Fuß stand seiner Stimme im Provinziallandtag war ausschlaggebend und die Politik des Erzbischöflichen Palais in Köln die er zumindest materiell unterstützte gab ihm fast eine noch bessere Rückendeckung Bis nach Berlin gingen seine Fäden Der außergewöhnlich hohe Orden der ihm bei Enthüllung des Kaiserdenkmals von allerhöchster Hand selbst um den Hals gehängt wurde dokumentierte das öffentlich genug Freilich hatte er eine recht runde Summe zu diesem Monument beigesteuert aber die Stadt hatte dafür auch das Grundstück das sie zur Verfügung stellte sehr teuer von ihm erstehen müssen dazu seine Titel dazu sein würdiges Alter seiner anerkannten Verdienste um die Wissenschaft welcher kleine Staatsanwalt wäre da gerne gegen ihn vorgegangen Ein paar Mal drang der Geheimrat selbst auf Untersuchung Da stellten sich die Anzeigen wirklich als arge Übertreibungen heraus zerplatzten wie Seifenblasen So nährte er die Skepsis der Behörde gegen die Denunziation Soweit ging es dass als ein junger Assessor in einer Sache die ihm Sonnenklar schien durchaus einschreiten wollte der erste Staatsanwalt ohne nur einen Blick in die Akten zu werfen ihm zurief dummes Zeug Querulantengeschrei wir kennen das wir würden uns nur blamieren damit der Querulant war der provisorische Direktor des Wiesbadener Landesmuseums der von dem Geheimrat alle möglichen Ausgrabungen gekauft hatte sich betrogen fühlte und ihn nun öffentlich der Fälschung ziehe die Behörde nahm die Klage nicht auf aber sie machte dem Geheimrat Mitteilung und er wehrte sich gut schrieb in seinem Leiborgan der Sonntagsbeilage der Kölnischen Zeitung einen schönen Artikel der den humanen Titel Museumspflege führte er ging auf nichts ein was ihm zum Vorwurf gemacht wurde aber er griff seinen Gegner so blutig an vernichtete ihn so gründlich stellte ihn als schnüre ließ seine Rädchen laufen nach wenigen Monaten schon war ein anderer Herr Direktor des Museums der erste Staatsanwalt nickte befriedigt als er diese Notiz in der Zeitung las er brachte das platt dem Assessor hinüber und sagte da lesen sie Gott dass sie damals mich fragten und so eine Mords Dummheit vermieden der Assessor bedankte sich aber er war gar nicht zufrieden zur die Autos am Tage Marie Lichtmess das war der große Fastnachtball der Gesellschaft die hoheiten waren da und um sie herum was immer nur Uniform hatte in der Stadt oder bunte Korbsbänder und Mützen dazu die Professorenkreise und die vom Gericht von der Regierung und der Stadtverwaltung endlich die reichen Leute Kommerzienräte und Großindustrielle alles war in Kostüm nur den erklärten Ballmüttern war die falsche Spanierin erlaubt selbst die alten Herren mussten ihren Frack zu Hause lassen und erschienen im schwarzen Domino den man Möhnemantel nannte Justizrat Gontram präsidierte an dem großen Tische der Exzellenz erkannte den alten Keller und verstand es die besten Marken herbeizuschaffen die Fürstin Wolkonski saß da mit ihrer Tochter Kasten und Truhen herumgestöbert da fand sie von der Urahne her ganze Stöße schöner michelner Kanten gewiss klebten zähren armer Näherinnen in feuchten Kellern daran wie an allen herrlichen Spitzenkleidern schöner Frauen aber Alraunens frechen Anzug netzten noch frische Tränen der gescholtenen Schneiderin die sich nicht zurechtfinden konnte mit dem kapriziösen Kostüm der Friseurin die sie schlug weil sie die Frisur nicht begriff und die Chi-Chi's nicht legen konnte und der kleinen Zofe die sie beim Anziehen ungeduldig mit langen Nadeln stach es war eine Qual dieses Mädchen Gautiers in der bizarren Auffassung des Engländers aber als es fertig war als der launenhafte Knabe auf hohen Stöckeln mit dem zierlichen Prunkdegen durch den Saal stolzierte da war kein Auge das ihm nicht gierig folgte kein altes und kein junges von Herren keines und keines von Damen der Chevalier de Maupin teilte mit Rosalinde seinen Erfolg Rosalinde die der letzten Szene das war Wolf Gontran und nie sah die Bühne eine schönere zu Shakespeare's Zeiten nicht als schlanke Knaben seine Frauen Rollen spielten und auch später nicht seit Margaret Hughes Prinz Ruperts Geliebte zum ersten Male als Frau das schöne Mädchen in Wie es euch gefällt darstellte Alraune hatte den Jungen angezogen mit unendlicher Mühe hatte sie ihm beigebracht wie er gehen und wie er tanzen müsse wie er den Fächer bewegen und wie er lächeln solle und wie sie ein Knabe schien und doch ein Mädchen in dem Gewande Bursleys dessen Stirne Hermes küßte und Aphrodite zugleich so verkörperte Wolf Gontram nicht minder die Figur seines großen Landsmannes der die Sonette schrieb war in seinem Schleppgewande in rotem Gold durchwirkten Brokater ein schönes Mädchen und doch wieder ein Knabe vielleicht verstand das alles der alte Geheimrat vielleicht der kleine Manass vielleicht auch ein wenig Frieda Gontram deren rasche Blicke flackernd von einem zum anderen flogen sonst gewiß keiner in dem gewaltigen Saale der Lese in dem schwere Gellanden roter Rosen rings von der Decke hingen aber das fühlten alle dass hier ein besonderes war etwas das seine eigenen Werte hatte ihre königliche Hoheit sandte ihren Adjutanten ließ die beiden holen und sie sich vorstellen sie tanzte den ersten Walzer mit ihnen als Herr zuerst mit Rosalinde und darauf als Dame mit dem Chevalier de Maupin und sie klatschte laut in die Hände als dann beim Menuet Theophile Gautiers lockiger Knabengedanke Coquette sich neigte vor Shakespeare's holdem Mädchentraum ihre königliche Hoheit war selbst eine ausgezeichnete Tänzerin war die Platze und die beste Schlittschuh Läuferin in der Stadt sie hätte am liebsten die ganze Nacht hindurch nur mit den beiden getanzt aber die Menge wollte auch ihr recht so flogen Mademoiselle de Maupin und Rosalinde aus einem Arm in den anderen bald pressten sie senige arme junger Männer bald fühlten sie heiß atmende Brüste schöner Frauen gleichmütig blickte Justizrat Grundrahm da rein die trierische Punschbowle die er nun braute interessierte ihn weit mehr als die Erfolge seines Sohnes er versuchte der Fürstin Wolkonski eine lange Geschichte von einem Falschmünzer zu erzählen aber ihre Durchlaucht hörte nicht hin sie teilte die Befriedigung und den freudigen Stolz der Exzellenz Tenbrinken fühlte sie sich doch mit beteiligt daran daß dieses Wesen ihr Patenkind Alrauna in der Welt war nur der kleine Manass war missmutig genug schimpfte und knurrte halblaut vor sich hin du solltest nicht so viel tanzen Junge fauchte Erwolf an solltest mir acht geben auf deine Lungen aber der junge Gontram hörte ihn nicht Gräfin Olga sprang auf flog hin zu Alraune mein hübscher Cavaliere flüsterte sie und der Spitzenknabe antwortete komm her kleiner Toskan er wirbelte sie daher links herum rings durch zurück zum Tisch küsste sie mitten auf den Mund Frida Gontram tanzte mit ihrem Bruder sah ihn lange an mit klugen grauen Augen schade dass du mein Bruder bist sagte sie er verstand sie gar nicht warum denn fragte er sie lachte oder du mein Junge übrigens hast du ja im Grunde ganz recht mit deiner Frage warum denn denn eigentlich sollte das wirklich kein Hinderungsgrund sein nicht wahr es ist nur eben weil uns die Moralfetzen unserer blöden Erziehung immer noch wie die Bleikugeln in unseren Schoßnähten hängen und uns die Tugendröcke feinsitzam strecken das ist es mein schönes Brüderchen aber Wolf Gontram begriff nicht eine Silbe da ließ sie ihn lachend stehen und nahm den Arm des Fräuland hin Brinken mein Bruder ist ein schöneres Mädchen wie du sagte sie aber du bist ein süßerer Junge und du lachte Alraune du blonde Äbtissin du hast die süßen Jungen lieber sie antwortete was darf Eloise verlangen grimmig schlecht ging es in meinem armen Abelard weißt du der war schlank und war zart wie du es bist da lernt man sich bescheiden dir aber mein Holder Knabe der du ausschaust wie ein seltsam Pfefflein jemand ein leid antun meine spitzen sind alt und sind ehrwürdig sagte der Chevalier de Mopin da decken sie am besten die süße Sünde lachte die blonde Äbtissin sie nahm ein Spitzglas vom Tische und reichte es ihr trink süßer Junge die Gräfin kam heiß mit bitternden Augen lass ihn mir drängte sie ihre Freundin aber Frida Gontram schüttelte den Kopf nein sagte sie scharf den nicht freier wettbewerb wenn du magst sie hat mich geküsst machte die Tosca geltend und Eloise spottete glaubst du dich allein in dieser Nacht sie wandte sich zu aller raune entscheide mein Paris wen willst du die weltliche dame oder die geistliche heute fragte das fräulein de Montpain heute und solange du magst rief Gräfin Olga da lachte der spitzen knabe ich will die äbtissin und die tosca auch und er lief lachend hinüber zu dem blonden teutonen der als roter henkers knechter her stolzierte mit einem gewaltigen richtbeil aus pappe du schwager rief sie ich habe zwei mamas bekommen willst du sie hinrichten alle beide der student reckte sich und streifte die ärmel hoch wo sind sie brüllte er aber alraune fand keine zeit zu antworten der oberst des 28 regiments holte sie zum two-step der chevalier de maupin trat an den tisch der professoren wo ist dein albert fragte der literar historiker und wo ist deine isabella mein albert läuft überall herum herr examinator antwortete alraune in zwei dutzend exemplaren springt er im saal und isabella sie ließ ihre augen suchend herumschweifen isabella fuhr sie fort die will ich dir auch gleich zeigen sie trat auf das töchterlein des professors zu ein 15 jähriges verschüchtertes ding das sie mit großen blauen augen verwundert ansah willst du mein page sein kleine gärtnerin fragte sie da sagte das flachs haarige mädel ja gerne wenn du mich willst du musst mein page sein wenn ich deine dame bin belehrte sie der chevalier und meine zofe wenn ich als herr gehe und die kleine nickte bestanden herr professor lachte alraune summa cum laude bestätigte der literar historiker aber lass mir doch lieber meine kleine trude jetzt frage ich rief das fräuland hinbrinken und sie wandte sich an den kleinen runden botaniker welche blumen blühen in meinem garten herr professor roter hibiskus antwortete der botaniker der celons flora gut kannte goldlotus und weiße tempelblumen falsch rief alraune ganz falsch weißt du es herr schützenbruder aus harlem welche blumen wachsen in meinem garten der professor der kunstgeschichte sah sie scharf an ein leichtes lächeln zuckte um seine lippen les fleurs du mal sagte er stimmt es ja rief mademoiselle de maupin ja es stimmt gut aber nicht für euch blühen sie meine herren gelehrten ihr müsst hübsch warten bis sie verdorrt und gepresst in den büchern liegen oder auf bildern unter der firnis trocknen sie zog ihren hübschen legen verbeugte sich schlug die hohen stöckel zusammen und salutierte drehte herum auf dem absatz tanzte ein paar schritte mit dem baron von mannteufel von den preußen hörte die helle stimme ihrer königlichen hoheit und sprang rasch heran an den tisch der prinzessin gräffchen alma viva begann sie was begehrt ihr von eurem treuen cherubin recht unzufrieden bin ich mit ihm sagte die prinzessin er hätte wirklich die rute verdient strolcht herum im saale mit einem figaro nach dem anderen die susannen sind nicht zu vergessen lachte der prinz gemahl alraune ten brinken zog die lippen sie lachte nahm dem adjutanten der als franz hals vor ihr stand die laute von der schulter präludierte trat ein paar schritte zurück und sang ihr die hier triebe des herzens kennt sagt ist es liebe das hier so brennt bei wem willst du dir rat holen cherubin fragte die prinzessin weiß meine gräfin alma viva nicht bescheid gab alraune zurück da lachte ihre königliche hoheit du bist sehr keck mein page sagte sie cherubin antwortete das ist pagenart er streifte die spitzen von dem ärmel der prinzessin und küsste ihr die hand ein wenig zu hoch am arme und ein wenig zu lange soll ich dir rosalinde bringen flüsterte er und er las die antwort aus ihren augen rosalinde tanzte vorbei nicht einen augenblick gönnte man ihr ruhe an diesem abend der chevalier de maupin nahm sie ihrem tänzer fort führte sie die stufen hinauf zu dem tische der hoheiten gibt ihr zu trinken rief sie meine liebste verschmachtet sie nahm das glas das ihr die prinzessin reichte und führte es wolf gontram an die roten lippen dann wandte sie sich zu dem prinz gemahl willst du tanzen mit mir wilder rauh graf bei rhein damit tanzen kann versuch es drängte sie und zog ihn am arme von seinem sitze auf es wird schon gehen nur tritt mich nicht tot und zerbrich mich nicht du rauer jägers man der fürst warf einen bedenklichen blick auf das zarte ding in dem duftigen spitzen gewebe und streifte er die mächtigen wild leder handschuhe über also komm kleiner page rief er alraune die leute machten ihnen platz und es ging gut genug quer hinüber und wieder zurück er hob sie hoch wirbelte sie durch die luft daß sie laut aufschrie da verwickelten sich seine langen reitersporen plumps lagen sie beide auf dem parkett im nu war sie wieder auf streckte ihm ihre hand hin aufstehen her rauf rief sie ich kann dich doch wirklich nicht aufsammeln er wie er den rechten Fuß aufsetzte fuhr ein rasches au aus seinem Munde er stützte sich auf die linke Hand versuchte wieder sich aufzurichten aber es ging nicht ein heftiger Schmerz nahm ihm die Herrschaft über den Fuß da saß er groß und stark mitten im Saale konnte sich nicht erheben einige kamen heran mühten sich ihm den mächtigen Stiefel abzuziehen der das ganze Bein deckte aber es ging nicht so schnell schwoll ihm der Fuß auf sie mußten mit scharfen Messern das harte Leder herunterschneiden Prof. Dr. Helban der Orthopäde untersuchte ihn er stellte einen Knöchelbruch fest für heute ist aus mit dem tanzen brummte der Prinz Gemahl Araune stand vor dem dichten Kreise der ihn umgab neben sie drängte sich der rote Henkersknecht ihr fiel ein Liedchen ein das sie die Studenten zur Nachtzeit durch die Straßen hatte Jolen hören sag doch fragte sie wie geht das Lied von den Feldern und den Wäldern und der Muskelkraft der lange Teutone der einen tüchtigen Schwips hatte reagierte als ob man einen Groschen in einen Automaten geworfen hätte er schwang sein Henkerbeil hoch in die Luft und brüllte los es fiel auf einen Stein er fiel auf einen Kiele 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 er fiel auf einen Stein zerbrach drei Rippen im Leibe und die Felder und die Wälder und die Muskelkraft dazu das rechte Kiele 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 dazu das rechte Bein Halt's Maul raunte ihm ein Korbsbruder zu bist du ganz verrückt geworden da schwieg er aber der gutmütige Fürst lachte danke für das passende Ständchen aber die drei Rippen hättest du dir sparen können ich habe vollständig genug mit dem Bein da sie trugen ihn hinaus auf einem Sessel schafften ihn in seinen Schlitten mit ihm verließ die Prinzessin den Saal sie war gar nicht zufrieden mit diesem Zwischenfall Alraune suchte Wolf Gontram fand ihn noch immer an dem verlassenen Tisch der Hoheiten was hat sie getan fragte sie rasch was hat sie gesagt ich weiß es nicht antwortete Wölfchen sie nahm seinen Fächer schlug ihn heftig über den Arm du weißt es wohl beharrte sie du musst es wissen und musst es mir sagen er schüttelte den Kopf aber ich weiß es wirklich nicht sie hat mir zu trinken gegeben hat mir die Locken aus der Stirne gestrichen ich glaube sie hat auch meine Hand gedrückt aber ich kann es nicht genau sagen weiß auch nichts von all dem was sie gesagt hat ich habe ein paar mal ja gesagt aber ich habe gar nicht auf sie hingehört ich habe an ganz was anderes gedacht du bist schrecklich dumm Wölfchen sagte das Freundin vorwurfsvoll du hast wieder geträumt an was hast du denn eigentlich gedacht an dich erwiderte er sie stampfte ärgerlich mit den Füßen auf an mich immer an mich warum denkst du eigentlich immer nur an mich da blickten sie seine großen tiefen Augen bittend an ich kann doch nichts dafür flüsterte er die Musik fiel ein unterbrach die Stille die der Weggang der Hoheiten verursacht hatte weich und lockend klangen die Rosen des Südens sie nahm seine Hand zog ihn mit sich fort komm Wölfchen wir wollen tanzen sie traten an treten sich noch allein in dem großen Saal der graubärtige Kunsthistoriker sah sie kletterte auf seinen Stuhl und schrie hinab Silenzium extra Valzer für den Chevalier de Maupin und seine Rosalinde viele hundert Augen ruhten auf dem hübschen Paar Araune bemerkte es wohl und jeder Schritt den sie tat geschah in dem Bewusstsein daß man sie bewundern müsse aber Wolf Gontram bemerkte nichts er fühlte nur daß er in ihren Armen lag und von weichen Klängen getragen wurde und seine großen schwarzen Brauen senkten sich halb beschatteten die traumtiefen Augen der Chevalier de Maupin führte sicher selbstbewusst wie ein schlanker Page der das glatte Parkett gewohnt ist von der Wiege an leicht vorgebeugt den Kopf die linke die zwei Finger Rosalinden zielten zugleich an dem goldenen Knauf des Degens den er hinabdrückte so daß das Ende hinten den Spitzenschoß hob seine gepuderten Locken sprangen wie silberne Schlänglein ein Lächeln öffnete die Lippen und zeigte die blanken Zähne und Rosalinde folgte dem leichten Drucke die goldrote Schleppe glitt über den Boden wie eine holde Blüte wuchs ihre Figur daraus hervor ihr Kopf lag weit im Nacken schwer fielen die weißen Straußenfedern von dem großen Hute weltfern weit entrückt von allem was da war schwebte sie unter den Rosengirlanden rund durch den Saal wieder und wieder die Gäste drängten sich am Rande hinten stiegen sie auf Stühle und Tische sahen herüber atemlos ich gratuliere ich gratuliere Exzellenz murmelte die Fürstin Wolkonski und der Geheimrat antwortete danke du Schlaucht sie sehen dass unsere Mühen damals nicht ganz vergebens waren sie changierten der Chevalier führte seine Dame quer durch den Saal und Rosalinde schlug die Augen weit auf warf schweigende erstaunte Blicke auf die Menge ringsum Shakespeare würde knien wenn er diese Rosalinde sähe erklärte der Literaturprofessor aber am Nebentische kläffte von seinem Stuhl herunter der kleine Manast den Justizrat Guntram an stehen sie doch auch mal auf Herr Kollege sehen sie doch wie ihre selige Frau blickt der Junge herum genau so der alte Justizrat blieb ruhig sitzen prüfte eine neue Flasche ürziger Auslese ich kann mich nicht mehr besonders erinnern wie das war meinte er gleichgültig oh er wusste es gut aber was gingen seine Gefühle andere Menschen an die beiden tanzten hin durch den Saal und zurück schneller hoben und senkten sich Rosalindens weiße Schultern röter färbten sich ihre Wangen aber zugleich zierlich gleich sicher und gewand lächelte unter dem Puder der Chevalier de Maupin Gräfin Olga riß die roten Nelken aus dem Haare warf sie dem Paare zu und der Chevalier de Maupin haschte eine in der Luft drückte sie die Lippen grüßte hinüber da griffen auch die anderen nach bunten Blumen nahmen sie aus den Vasen der Tische trennten sie von den Kleidern lösten sie aus der Frisur und unter einem Regen von Blüten walzten die beiden daher links herum leicht getragen von den Rosen des Südens immer vor Neuem setzte die Kapelle ein die Musiker abgestumpft übermüdet durch das allnächtliche Spiel in der Saison schienen wach zu werden bogen sich über die Brüstung der Galerie blickten hinunter schneller flog der Taktstock des Dirigenten heißer rauschten die Bogen der Geigen und unermüdlich in tiefem Schweigen glitt das Paar durch ein Rosenmeer von Farben und Klängen Rosalinde und der Schiver jede Mopin dann klappte der Kapellmeister ab da brach es los der Freiherr von Platten Oberst der Achtundzwanziger schrie mit Stentor Stimme herab von der Galerie ein Hoch dem Paarer ein Hoch dem Fräulein den Brinken ein Hoch der Rosalinde und die Gläser klangen und die Leute schrien und johlten drangen auf das Parkett umringten die beiden erdrückten sie fast zwei Korbsburschen von Renania schleppten einen mächtigen Korb voller Rosen den sie unten irgendwo einer Blumenfrau abgehandelt hatten ein paar Husaren Offiziere brachten Champagner Alraune nippte nur aber Wolf Gontram überhitzt glühend durstig schlürfte gärig den kühlen Trank einen Kelch um den anderen Alraune zog ihn fort bahnte sich einen Weg durch die Menge mitten im Saale saß der Henkersknecht er streckte den langen Hals weit vor hielt mit beiden Händen ihr sein Richtbein entgegen ich hab keine Blumen schrie er ich bin selbst eine rote Rose schneit sie dir ab Alraune ließ ihn sitzen führte ihre Dame weiter an den Tischen unter der Galerie vorbei in den Wintergarten sie sah sich um hier war es nicht weniger voll von Menschen und alle winkten riefen ihnen zu da sah sie hinter einem schweren Vorhange die kleine Türe die zum Balkon führte oh das ist gut rief sie komm mit Wölfchen sie schlug den Vorhang zurück drehte den Schlüssel um drückte die Hand auf die Klinke aber fünf plumpe Finger legten sich auf ihren Arm was wollen sie da rief eine raue Stimme sie wandte sich um es war Rechtsanwalt Manass in seinem schwarzen Domino was wollen sie da draußen wiederholte er sie schüttelte seine hässliche Hand ab was geht sie das an antwortete sie ein bisschen frische Luft schöpfen wollen wir er nickte eifrig das dachte ich mir doch gerade darum kam ich ihnen nach aber sie werden es nicht tun werden es nicht tun das Fräulein den Brinken reckte sich sah ihn hochmütig an warum sollte ich es nicht tun wollen sie uns vielleicht daran hindern er duckte unwillkürlich unter ihren Blicke aber er ließ nicht los ja ich will sie hindern gerade ich begreifen sie denn nicht dass es Wahnsinn ist sie sind überhitzt alle beide fast gebadet in Schweiß und da wollen sie auf den Balkon hinaus bei minus zwölf Grad wir werden doch gehen beharrte Alraune gehen sie doch klöfte er es ist mir ganz gleichgültig was sie tun Fräulein nur den Jungen will ich zurückhalten Wolf Gondram ihn allein Alraune maß ihn vom Kopf zu den Füßen sie zog den Schlüssel aus dem Schlosse öffnete die Türe weit so machte sie sie trat hinaus auf den Balkon hob die Hand und winkte ihrer Rosalinde willst du mit mir hinauskommen in die Winternacht rief sie oder willst du drinnen bleiben im Saale Wolf Gondram stieß den Rechtsanwalt zur Seite trat rasch durch die Tür der kleine Mann ergriff nach ihm klammerte sich fest an seinen Arm aber er stieß ihn wieder zurück schweigend dass er unbeholfen gegen den Vorhang fiel geh nicht Wolf schrie der Rechtsanwalt geh nicht er jammerte fast seine heisere Stimme überschlug sich aber Arraune lachte laut adieu du getreuer Eckart bleib hübsch draußen und bewach unseren Hörselberg sie schlug ihm die Türe dicht vor der Nase zu steckte den Schlüssel ein und drehte ihn zweimal im Schluss der kleine Rechtsanwalt versuchte durch die gefrorenen Scheiben zu sehen er riß an der Klinke stieß mit beiden Füßen wütend auf den Boden dann langsam beruhigte er sich ging zurück hinter dem Vorhang her trat in den Saal so ist es Fatum brummte er er biss die starken wirr stehenden Zähne übereinander kam zurück an den Tisch der Exzellenz ließ sie schwer auf einen Stuhl fallen was haben sie Herr Manners fragte Frieda Gontram sie sehen aus wie sieben Tage Regenwetter nichts kläffte er gar nichts ihr Bruder ist ein Esel übrigens trinken sie doch nicht alles allein aus Herr Kollege geben sie mir doch auch was mit der Justizrat goss ihm sein Glas voll Frieda Gontram aber sagte überzeugt ja das glaube ich dass er ein Esel ist die beiden traten durch den Schnee lehnten sich über die Brüstung Rosalinde und der Chevalier de Maupin der volle Mond fiel über die breite Gasse warf sein süßes Licht auf die barocken Formen der Universität den alten Palast des Erzbischofs spielte über die weiten weißen Flächen da unten warf fantastische Schatten quer über die Bürgersteige Wolf Gontram trank die eisige Luft das ist schön flüsterte er wies mit der Hand hinunter auf die weiße Straße deren tiefe Stille kein kleinster Laut störte aber all raunet den Brinken sah hinauf zu ihm sah wie seine weißen Schultern im Mondlichte strahlten sah seine großen Augen die tief leuchteten wie zwei schwarze Opale du bist schön sagte sie ihm du bist schöner noch als die Mondnacht da lösten sich seine Hände von der steinernen Brüstung griffen nach ihr und umschlangen sie all raune rief er all raune einen kleinen Augenblick duldete sie es dann machte sie sich los schlug ihn leicht auf die Hand nein sagte sie nein du bist Rosalinde und ich bin ein Knabe so will ich dir den Hof machen sie sah sich um griff aus der Ecke einen Stuhl schleppte ihn her und klopfte mit ihrem Wegen den Schnee herunter hier setz dich mein schönes Fräulein du bist leider ein wenig zu groß für mich so ist's recht nun gleicht es sich aus sie verbeugte sich zierlich ließ sich dann nieder auf ein Knie Rosalinde zwitscherte sie Rosalinde darf dir ein fahrender Ritter einen Kuss rauben all raune begann er aber sie sprang auf schloss ihm die Lippen mit der Hand du musst mein Herr sagen rief sie also darf ich dir einen Kuss rauben Rosalinde ja mein Herr stotterte er da trat sie hinter ihn nahm seinen Kopf in beide Arme und sie begann zögernd der Reihe nach die Ohren zuerst lachte sie das rechte und nun das linke und die Wangen alle beide und die dumme Nase die hab ich schon oft geküsst und endlich pass auf Rosalinde deinen schönen Mund sie beugte sich nieder drängte ihren Lockenkopf über seine Schulter unter dem Hute her aber sie fuhr wieder zurück nein nein schönes Mädchen lass deine Hände die müssen fein sitzsam im Schoße ruhen da legte er die zitternden Hände auf die Knie und schloss die Augen so küsste sie ihn küsste ihn lange und heiß aber am Ende suchten ihre kleinen Zähnen seine Lippe bisschen rasch zu dass die roten Blutstropfen schwer hinabfielen in den Schnee sie riss sich los stand vor ihm starrte in den Mond mit weit offenen Augen ein rascher Frost fasste sie warf ein Zittern über ihre schlanken Glieder mich friert flüsterte sie sie hob einen Fuß auf und dann den anderen der dumme Schnee ist überall in meinen Spitzenschuhen sie zog einen Schuh aus und klopfte ihn aus zieh meine Schuhe an rief er die sind größer und wärmer und schnell streifte er sie ab ließ sie hineintreten ist es besser so ja lachte sie nun ist es wieder gut ich will dir noch einen Kuss dafür geben Rosalinde und sie küsste ihn wieder und wieder biss sie ihn dann lachten sie beide wie der Mond leuchtete über den roten Flecken im weißen Grunde liebst du mich Wolf Gontra fragte sie und er sagte ich denke nichts anderes wie dich sie zögerte einen Augenblick dann fragte sie weiter wenn ich es wollte würdest du hinabspringen vom Balkon ja sagte er auch vom Dache und er nickte auch von dem Turme der Münsterkirche er nickte wieder würdest du alles für mich tun Wölfchen fragte sie und er sagte ja Alraune wenn du mich liebst sie zog die Lippen hoch wiegte sich leicht in den Hüften ich weiß nicht ob ich dich liebe sprach sie langsam würdest es auch tun wenn ich dich nicht liebte da leuchteten die herrlichen Augen die ihm seine Mutter schenkte leuchteten voller und tiefer als sie es je getan und der Mond dort oben ward neidisch auf diese Menschen Augen schlicht davon barg sich hinter dem Münster-Turm ja sagte der Knabe ja auch dann sie setzte sich auf seinen Schoß schlang ihm die Arme um den Nacken dafür Rosalinde dafür will ich dich zum dritten Mal küssen und sie küßte ihn länger noch und heißer und sie biß ihn wilder noch und tiefer aber sie konnten die schweren Tropfen nicht mehr sehen in dem weißen Schnee da der missgünstige Mohn seine Silberfackel versteckte komm flüsterte sie komm wir müssen gehen sie wechselten die Schuhe klopften den Schnee von ihren Kleidern sie schlossen die Türe auf traten zurück schlüpften hinter dem Vorhang her in den Saal grell strahlten die Bogenlampen über sie hin heiß und stickig umfing sie die Luft Wolf Gontram schwankte als er den Vorhang losließ griff mit beiden Händen rasch an die Brust sie merkte es wohl Wölfchen rief sie er sagte lass nur es ist gar nichts irgendein Stich aber es ist schon wieder gut Hand in Hand schritten sie durch den Saal Wolf Gontram kam nicht ins Büro am nächsten Tage stand nicht auf von seinem Bett lag in wildem Fieber neun Tage lang lag er so manchmal fantasierte er rief ihren Namen aber nicht einmal kam er zum Bewusstsein in dieser Zeit dann starb er Lungenentzündung war es und sie begruben ihn draußen auf dem neuen Friedhofer einen großen Kranz voll dunkler Rosen sandte das Fräuländin Brinken Ende von Abschnitt 11 Abschnitt 12 von Alraune von Hans-Heinz Evers diese Libri-Box-Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Alka Hest Abschnitt 12 Elftes Kapitel das wiedergibt welches Ende dem Geheimrat durch Alraune ward In der Schaltnacht dieses Jahres fuhr ein Sturmbind über den Rhein fuhr von Süden her fasste die Eisschollen die hinuntertrieben schob sie übereinander und warf sie krachend gegen den alten Zoll riß das Dach der Jesuitenkirche herunter schlug uralte Linden nieder im Hofgarten löste die starken Pontons der Schwimmschule und zerschellte sie an den mächtigen Pfeilern der Steinbrücke auch in Lendenich jagte der Sturm drei Kamine stürzte er vom Gemeindehaus und zertrümmerte die alte Scheune des Hahnenwirts aber das Schlimmste tat er dem Hause den Brinken an er verlöschte die ewigen Lämpchen die dem heiligen Johann von Nepomuk brannten das war nie geschehen solange das Herrenhaus stand durch manche hundert Jahre nicht zwar füllten die Frommen im Dorfe gleich am anderen Morgen die Lämpchen von Neuem und brannten sie wieder an aber sie sagten dass es ein großes Unglück bedeute und das sichere Ende der Brinken denn der Heilige wende seine Hand nun ab von dem lutherischen Hause und das habe er gezeigt in dieser Nacht kein Sturm in der Welt hätte die Lämpchen verlöschen können wenn er es nicht zugelassen ein Zeichen sei es so sagten die Leute manche aber raunten dass es gar nicht der Sturmwind gewesen sei das Fräulein sei hinausgegangen um Mitternacht sie habe die Lampen gelöscht aber es schien als ob die Leute wohl irrten mit ihren Prophezeiungen große Feste gab es im Herrenhause trotz der Fastenzeit hell strahlten alle Fenster eine Nacht um die andere Musik scholl heraus und helles Lachen und Singen das Fräulein verlangte es so sie müsse Zerstreuung haben sagte sie nach dem Verlust der sie getroffen und der Geheimrat tat wie sie es wünschte er kroch hinter ihr her wo sie nur ging fast war es als ob er die Rolle Wölfchens übernommen habe gierig traf sie ein schielender Blick wenn sie ins Zimmer trat gierig folgte er ihr wenn sie hinausging und sie merkte wohl wie heiß ihm das Blut durch die alten Adern kroch lachte hell auf und warf den Kopf in den Nacken immer kapriziöser wurden ihre Launen immer übertriebener ihre Wünsche der Alte gab aber handelte verlangte stets irgendetwas dagegen ließ sich leicht kraulen auf der Klatze oder mit raschen Finger über den Arm spielen auf und nieder verlangte daß sie sich auf seinen Schoß setzen solle oder gar ihn küssen und wieder und wieder hieß er sie als Knabe zu kommen sie kam im Reitanzug kam auch in dem Spitzenkleid vom Lichtmessball kam als Fischerknabe mit offener Bluse und nackten Beinen kam als Liftboy in roter prall sitzender Uniform mit vortretenden Hüften kam als Wallensteinjäger kam als Prinz Orlowski oder als Nerissa im Gerichtsschreibergewand und als Piccolo im schwarzen Frack als Rokoko-Page oder als Euphorion in Trikots und blauer Tonika dann saß der Geheimrat auf dem Sofa ließ sie auf und ab vor sich hinschreiten seine feuchten Hände strichen über die Hosen seine Beine rutschten hin und her über den Teppich und er suchte mit verhaltenem Atem wie er beginnen solle da blieb sie wohlstehen sah ihn herausfordernd an dann kuschte er unter ihren Blicke fand die Worte nicht suchte umsonst das hüllende Mäntelchen das er über seine ekelen Wünsche decken könne spöttig lächelnd ging sie hinaus sowie die Türe ins Schloss fiel sowie er ihr helles Lachen auf der Treppe hörte kamen ihm die Gedanken nun war es leicht nun wußte er gut was er sagen wie er es anstellen sollte oft rief er dann manchmal auch kam sie zurück nun? fragte sie aber es ging nicht ging wieder nicht oh nichts prumpte er das war es die Sicherheit fehlte ihm und er suchte herum nach irgendeinem anderen Opfer nur um sich zu überzeugen dass er noch Herr sei seiner alten Künste er fand eines das 13-jährige Töchterlein des Klempners das irgendeinen geflickten Kessel zum Hause brachte komm mit Mariechen sagte er ich will dir was schenken und er zog sie hinein in die Bibliothek still wie ein krankes Wild schlich die Kleine hinaus nach einer halben Stunde drückte sich eng an den Mauern vorbei mit weit offenen starren Augen aber triumphierend mit breitem Lächeln schritt der Geheimrat über den Hof dem Herrenhause zu nun war er wohl sicherer aber nun wich Alraune ihm aus kam vor so wie er ruhig schien zog sich zurück wenn sein Auge wirrflackerte sie spielt spielt auch mit mir knirschte der Professor dann einmal als sie aufstand vom Tisch fasste er ihre Hand er wußte genau was er reden wollte Wort für Wort und hatte es doch vergessen im Augenblicke er ärgerte sich ärgerte sich auch über den hochmütigen Blick des Mädchens und rasch heftig sprang er auf drehte ihren Arm herum warf die Schreiende auf den Diwan sie fiel aber sie stand wieder auf den Füßen ehe er noch heran war lachte lachte gell und lang daß es ihn schmerzte in den Ohren und schritt hinaus ohne ein Wort sie blieb in ihren Räumen kam nicht zum Tee nicht zum Abendessen ließ sich nicht blicken durch Tage hindurch er bettelte an ihrer Türe gab ihr gute Worte flehte und bat aber sie kam nicht er schickte ihr Briefe hinein beschwor sie versprach ihr mehr und immer noch mehr aber sie antwortete nicht endlich als er stundenlang vor ihrer Türe wimmerte öffnete sie sei still sagte sie es ist mir lästig was willst du er bat um Verzeihung und sagte daß es ein Anfall gewesen sei daß er die Herrschaft verloren habe über seine Sinne du lügst sprach sie ruhig da ließ er alle Masken fallen sagte ihr wie er sie begehre wie er nicht atmen könne ohne ihre Gegenwart sagte ihr daß er sie liebe sie lachte ihn aus aber sie ließ sich ein auf Unterhandlungen machte ihre Bedingungen immer noch handelte er suchte da und dort ein kleines Meer zu ergattern einmal nur einmal in der Woche solle sie als Bube kommen nein rief sie jeden Tag wenn ich mag und gar nicht wenn ich nicht will da beschied er sich und er war von diesem Tage an der willenlose Sklave des Fräuleins war ihr höriger Hund winselte um sie herum fraß die Grumen die sie mit frechem Finger bedächtig vom Tische knipste sie ließ ihn herumlaufen in seinem eigenen Hause wie ein altes räudiges Tier das das Gnadenbrot frisst nur weil man zu gleichgültig ist es totzuschlagen und sie gab ihm ihre Befehle besorgte die Blumen kaufte ein Motorboot lade die Herren ein heute und morgen die hol mein Taschentuch herunter er gehorchte fühlte sich reich belohnt wenn sie plötzlich herunterkam als Eaton Boy mit hohem Hute und großem rundem Kragen wenn sie ihm die kleinen Lackschuhe hinstreckte daß er die Seidenbänder knoten solle manchmal wenn er allein war erwachte er hob langsam den hässlichen Kopf neigte ihn hin und her grübelte nach was eigentlich vorgegangen wäre war er nicht gewohnt zu herrschen durch Menschenalter war es nicht sein Wille der galt auf dem Sitzet hinbringen es war als ob er ein Geschwür habe mitten im Hirn das Dick schwoll und die Gedanken erdrückte irgendein giftiges Insekt war da hineingekrochen durch das Ohr oder durch die Nase hatte ihn gestochen und nun schwirrte es herum dicht um sein Gesicht summte Hönig vor seinen Augen warum zertrat er nicht das Geschmeiß er richtete sich halb auf rang mit einem Entschluss es muss ein Ende haben murmelte er aber er vergaß das alles so wie er sie sah dann weitete sich sein Blick dann schärfte sich sein Gehör verdahm das leiseste Rauschen ihrer Seide dann schnupperte seine mächtige Nase in der Luft sog begierig den Duft ihres Fleisches zitterten seine alten Finger leckte die Zunge den Speichel von den Lippen alle seine Sinne krochen ihr nach gierig geil giftig gefüllt mit eklen Lüsten das war der starke Strick an dem sie ihn hielt Herr Sebastian Gontram kam hinaus nach Lindenich fand den Geheimrat in der Bibliothek nehmen sie sich in Acht sagte er wir werden viele Mühe haben das alles wieder in Ordnung zu bringen sie sollen sich selbst ein bisschen mehr darum bekümmern Exzellenz ich habe keine Zeit antwortete der Geheimrat das geht mich nichts an sagte der Herr Gontram ruhig sie müssen eben Zeit haben sie bekümmern sich um nichts mehr in den letzten Wochen lassen alles laufen wie es eben läuft passen sie auf Exzellenz es könnte ihnen an den Kragen gehen ach hörte der Geheimrat was ist denn los ich habe es ihnen ja geschrieben antwortete der Justizrat aber sie scheinen nicht einmal meine Briefe mehr zu lesen der frühere Direktor des Wiesbadener Museums hat eine Broschüre geschrieben das wissen sie ja in der er alles mögliche behauptet er wurde dafür vor Gericht gezogen er beantragte nun die Vernehmung von Sachverständigen jetzt hat die Kommission ihre Stücke untersucht und sie zum größten Teil für Fälschungen erklärt alle Blätter sind voll davon der Angeklagte wird gewiss freigesprochen werden lassen sie ihn doch sagte der Geheimrat na mir soll es recht sein Exzellenz wenn sie meinen vor Gottram fort aber er hat schon eine neue Anzeige gegen sie bei unserer Staatsanwaltschaft eingereicht und die Behörde wird sie aufnehmen müssen übrigens ist das lange nicht alles in der Konkurssache der Gerstenberger Erzhütte hat der Konkursverwalter aufgrund einiger Dokumente Anzeige wegen Bilanzverschleierung und betrügerischen Bankerotts gegen sie erstattet eine ähnliche Anzeige ist wie sie wissen in Sachen der Karperner Ziegeleien eingelaufen endlich hat Rechtsanwalt Kramer der den Klempner Hamischer vertritt es durchgesetzt dass die Staatsanwaltschaft die ärztliche Untersuchung seines Töchterchens angeordnet hat das Kind lügt rief der Professor es ist ein hysterischer Fratz umso besser nickte der Justizrat dann wird sich ihre Unschuld ja herausstellen wir haben da ferne eine Klage des Kaufmanns Mathisen auf Schadenersatz und Rückzahlung von 50.000 Mark in der mitgeteilt ist dass zugleich eine Betrugsanzeige erstattet wurde in einem neuen Schriftsatze in Sachen der Plutus GmbH wirft ihnen der gegnerische Anwalt Urkundenfälschung vor und erklärt ebenfalls die nötigen Schritte zum strafgerichtlichen Verfahren einleiten zu wollen Sie sehen Exzellenz die Fälle mehren sich wenn sie eine Zeit lang nicht auf das Büro kommen kaum ein Tag vergeht ohne dass wir irgendetwas Neues da vorfinden sind sie nun fertig fuhr ihnen der Geheimrat an nein nein sagte Herr Gontram gleichmütig ganz und gar nicht es war nur eine kleine Blütenlese aus dem hübschen Strauß der sie in der Stadt erwartet ich rate ihnen dringend Exzellenz fahren sie hinein nehmen sie die Sachen nicht gar so leicht aber der Geheimrat antwortete ich sagte ihnen doch schon dass ich keine Zeit habe sie sollen mich wirklich in Ruhe lassen mit diesen Lappalien der Justizrat erhob sich gab seine Akten in die Ledermappe und schloss diese bedächtig ganz wie sie wollen sagte er übrigens wissen sie dass das Gerücht geht die Mühlheimer Kreditbank würde ihre Zahlungen in diesen Tagen einstellen dummes Zeug erwiderte er übrigens habe ich kaum Geld drinstecken nicht fragte Herr Gontram ein wenig verwundert sie haben doch erst vor einem halben Jahre das Institut mit über elf Millionen saniert um ihre Hand fester in der Kalikontrolle zu haben ich habe ja selbst die Bergwerks Obligationen der Fürstin Wolkonski zu diesem Zwecke verkaufen müssen Exzellenz Ten Brinke nickte der Fürstin nun ja bin ich etwa die Fürstin der Justizrat wiegte bedenklich den Kopf sie wird ihr Geld verlieren murmelte er was geht's mich an rief der Geheimrat immerhin wollen wir sehen was zu retten ist er erhob sich trommelte mit der Hand auf den Schreibtisch sie haben recht Herr Justizrat ich sollte mich etwas mehr bekümmern um meine Angelegenheiten erwarten sie mich bitte gegen sechs Uhr im Büro ich danke ihnen er reichte ihm die Hand und geleitete ihn zur Türe aber er fuhr an diesem Nachmittag nicht zur Stadt zwei Leutnants kamen zum Tee da schlich er durch die Zimmer kam herein um irgendetwas zu holen getraute sich nicht aus dem Hause zu gehen er war eifersüchtig auf jeden Menschen mit dem Alraune sprach auf den Stuhl auf den sie sich setzte und den Teppich den ihr Fuß trat und er ging nicht am nächsten Tage noch am übernächsten der Justizrat sandte einen Boten nach dem anderen er schickte sie weg ohne Antwort stellte auch das Telefon ab um nicht mehr angerufen zu werden da wandte sich der Justizrat an das Fräulein sagte ihr dass der Geheimrat sehr notwendig zum Büro kommen müsse sie klingelte nach dem Auto sandte ihre Zofe zur Bibliothek und ließ dem Geheimrat sagen er möge sich fertig machen mit ihr zur Stadt zu fahren er zitterte vor Freude das war das erste Mal seit Wochen das sie mit ihm ausfuhr er ließ sich den Pelz umhängen ging in den Hof öffnete ihr den Wagenschlag sie sprach nicht aber es beglückte ihn schon nur sitzen zu dürfen neben ihr sie fuhr gleich zum Büro hieß ihn da aussteigen wo fährst du hin? fragte er Besorgung machen antwortete sie und er bat willst du mich abholen? sie lächelte ich weiß nicht vielleicht schon für dieses vielleicht war er dankbar er stieg die Treppe hinauf öffnete links die Türe zu des Justizrats Zimmer da bin ich sagte er der Justizrat schob ihm die Akten hin einen hohen Stoß da ist der Kram nickte er eine hübsche Sammlung auch ein paar alte Sachen die längst erledigt schienen sind wieder aufgenommen worden und drei neue seit vorgestern der Geheimrat seufzte ein bisschen viel wollen sie mir Bericht erstatten Herr Justizrat? Gondram schüttelte den Kopf warten sie bis der Manas kommt der weiß besser Bescheid er muss gleich hier sein ich habe ihn rufen lassen er ist gerade zum Untersuchungsrichter in Sachen Hamischer Hamischer? fragte der Professor wer ist das? der Klempner erinnerte ihn der Justizrat das Gutachten der Ärzte ist recht belastend die Staatsanwaltschaft hat Voruntersuchungen beantragt da liegt die Ladung übrigens scheint mir diese Sache vor der Hand die wichtigste der Geheimrat nahm die Akten auf plätterte sie durch ein Heft nach dem anderen aber er war unruhig lauschte nervös auf jeden Klingelruf jeden Schritt der durch den Flur ging ich habe nur wenig Zeit sagte er der Justizrat zuckte die Achseln brannte gemächlich eine frische Zigarre an sie warteten aber der Rechtsanwalt erschien nicht Gontram telefonierte in seinem Büro dann aufs Gericht aber er konnte ihn nirgends erwischen der Professor schob die Akten zur Seite ich kann sie heute nicht lesen sagte er es interessiert mich auch so wenig vielleicht sind sie krank Exzellenz meinte der Justizrat er ließ Wein holen und Selterwasser dann kam das Fräulein der Geheimrat hörte das Auto vorfahren und halten sprang sofort auf und griff nach seinem Pelz kam ihr entgegen auf den Korridor bist du fertig? rief sie natürlich erwiderte er vollständig aber der Justizrat trat dazwischen es ist nicht wahr Fräulein wir haben noch gar nicht angefangen wir warten auf Rechtsanwalt Manasse der Alte fuhr auf Unsinn das ist alles ganz unwichtig ich fahre mit dir Kind sie sah den Justizrat an der sprach mir scheint es sehr wichtig für den Herrn Papa nein nein beharrte der Geheimrat aber Alraune entschied du wirst bleiben adieu Herr Gontram rief sie drehte um lief die Treppen hinab er ging zurück in das Zimmer trat ans Fenster sah sie einsteigen und abfahren und er blieb da stehen blickte hinab auf die Straße in die Dämmerung Herr Gontram ließ die Gasflammen anbrennen saß ruhig in seinem Sessel rauchte und trank seinen Wein sie warteten das Büro wurde geschlossen einer nach dem anderen gingen die Angestellten hinaus öffneten die Regenschirme stapften durch den klebrigen Schmutz der Straße kein Wort sprachen die beiden endlich kam der Rechtsanwalt schnellte die Treppen hinauf riß die Türe auf guten Abend knurrte er stellte den Schirm in die Ecke zog die Galoschen aus warf den nassen Mantel auf das Sofa höchste Zeit Herr Kollege sagte der Justizrat höchste Zeit ja gewiss höchste Zeit gab er zurück er ging auf den Geheimrat zu stellte sich breit vor ihn hin und schrie ihm ins Gesicht der Haftbefehl ist heraus ach was zischte der Geheimrat ach was höhnte der Rechtsanwalt ich habe ihn gesehen ich mit eigenen Augen in Sachen Hamischer spätestens morgen früh wird er ausgeführt wir müssen Kaution stellen bemerkte der Justizrat gelassen der kleine Mann das fuhr herum meinen Sie dass ich daran nicht auch gedacht habe ich habe sofort Kaution geboten gleich eine halbe Million abgewiesen die Stimmung ist umgeschlagen beim Landgericht Exzellenz ich habe es mir immer gedacht ganz kühl erklärte mir der Rat stellen Sie bitte Ihre Anträge schriftlich Herr Anwalt aber ich fürchte dass Sie wenig Glück damit haben werden unser Material ist geradezu erdrückend und so erscheint die äußerste Vorsicht geboten da haben Sie seine eigenen Worte wenig erbaulich was er goß sich ein Glas voll leerte es in kurzen Schlücken ich kann Ihnen noch mehr sagen Exzellenz ich traf den Rechtsanwalt Meier 2 auf dem Gericht unseren Gegner in der Gerstenbergsache auch die Gemeinde Huckingen vertritt er die gestern geklagt hat ich bat ihn auf mich zu warten ich hatte dann eine längere Unterredung mit ihm das ist auch der Grund weshalb ich so spät komme Herr Kollege er schenkte mir wir reinen Wein wir sind loyal an unserem Land Gericht Gott sei Dank da erfuhr ich dass sich die gegnerischen Anwälte geeinigt haben bereits vorgestern Abend hatten sie eine lange Konferenz ein paar Presseleute waren dabei darunter der fixe Dr. Landmann vom Generalanzeiger und sie wissen Exzellenz dass sie in dem Blatt keinen Pfennig Geld stecken haben die Rollen sind gut verteilt erkläre ich Ihnen diesmal werden sie nicht so leicht herauskommen aus der Falle der Geheimrat wandte sich an Herrn Gontram was ist Ihre Meinung Herr Justizrat abwarten erklärte der es wird sich schon noch ein Ausweg finden Abamanas schrie und ich sage Ihnen es findet sich kein Ausweg die Schlinge ist geknüpft sie wird zugezogen da baumeln Sie Exzellenz wenn Sie der Galgenleiter nicht vorher einen raschen Tritt geben was raten Sie also fragte der Professor genau dasselbe was ich dem armen Dr. Mohnen geraten haben den Sie auf dem Gewissen haben Exzellenz es war eine Gemeinheit von Ihnen doch was hilft es wenn ich Ihnen jetzt Wahrheiten sage ich rate dass Sie im Augenblick flüssig machen was möglich ist übrigens werden wir das ja auch ohne Sie können dass Sie Ihre sieben Sachen packen und verduften heute Nacht noch das rate ich man wird einen Steckbrief erlassen meinte der Justizrat gewiss rief man das aber man wird es ohne besonderen Nachdruck tun ich sprach schon mit Kollegen Meier darüber er teilt meine Ansicht es liegt durchaus nicht im Interesse der Gegner einen Skandalprozess herauf zu beschwören und auch die Behörden werden froh genug sein wenn sie das vermeiden können man will sie nur unschädlich machen Exzellenz ihrem Treiben ein Ende setzen und dazu glauben Sie mir haben die Leute nun die Mittel wenn sie aber verschwinden irgendwo im Ausland still leben werden wir hier alles in Ruhe abwickeln können es wird freilich eine Stange Gold kosten aber was liegt daran man wird Rücksicht auf sie nehmen auch heute noch schon in ureigenem Interesse um der radikalen und sozialistischen Presse nicht diesen prachtvollen Fraß hinzuwerfen er schwieg wartete auf Antwort Exzellenz Tim Brinken ging auf und ab im Zimmer langsam mit schweren schlürfenden Schritten wie lange glauben Sie muss ich wegbleiben fragte er endlich der kleine Rechtsanwalt drehte sich um nach ihm wie lange bellte er welche Frage genauso lange wie Sie leben seien Sie doch froh dass Ihnen wenigstens diese Möglichkeit noch bleibt es gewiss angenehmer in einer schönen Villa an der Riviera seine Millionen zu verzehren als im Zuchthaus sein Leben zu beschließen und darauf würde es hinauskommen dafür garantiere ich Ihnen übrigens hat Ihnen die Behörde selbst dieses Türchen geöffnet der Untersuchungsrichter hätte genauso gut heute Morgen schon den Haftbefehl unterschreiben können da würde er jetzt schon aufgeführt sein verdammt anständig sind die Leute aber Sie würden es Ihnen eklig übel nehmen wenn Sie das Türchen nicht benutzen wollten wenn Sie zugreifen müssen fassen Sie fest zu dann Exzellenz schlafen Sie heute Nacht zum letzten Mal als freier Mensch der Justizrat sagte reisen Sie es scheint mir nach alledem wirklich das Beste oh ja kläfte man das das Beste das Allerbeste und sogar das Einzigste reisen Sie verschwinden Sie treten Sie ab auf ein Immerwiedersehen und nehmen Sie Ihr Fräulein Tochter mit länderlich wird Ihnen dankbar dafür sein und unsere Stadt auch da horchte der Geheimrat auf zum ersten Mal an diesem Abend kam ein wenig Leben in seine Züge Senkte sich die starre der Rechtsanwalt begann ruhig es blieben immer noch genug die ihm den Hals brechen mussten er diktierte ein paar Briefe gab eine Fülle von Anweisungen machte sich Notizen entwarf Anträge und Beschwerden dann studierte er das Kursbuch mit den Herren machte seine Reisepläne gab genaue Instruktionen für die nächste Zeit und als er das Büro verließ durfte er sich sagen dass seine Angelegenheiten geordnet waren er nahm ein Mietauto fuhr hinaus nach Lendenich sicher und selbstvertrauend und erst als ihm der Diener das Tor aufschloss als er über den Hof schritt und die Treppe hinauf zum Herrenhause da erst verließ ihn seine Zuversicht er suchte Alraune nahm es als gutes Vorzeichen dass niemand zu Gaste war er hörte von der Zofe dass sie alleine genachtmalt habe und nun in ihrem Zimmer sei so ging er hinauf klopfte an ihre Türe trat ein auf ihr herein ich muss mit dir sprechen sagte er sie saß am Schreibtisch sah kurz auf nein rief sie es passt mir jetzt nicht es ist sehr wichtig bat er es ist unaufschiebbar sie sah ihn an schlug leicht die Füße übereinander jetzt nicht antwortete sie geh hinunter in einer halben Stunde er ging legte den Pelz ab setzte sich auf das Sofa wartete und er überlegte wie er es ihr sagen sollte wog jeden Satz ab und jedes Wort nach einer guten Stunde hörte er ihre Schritte er erhob sich ging zur Türe da stand sie schon vor ihm als Liftboy in erdbeerroter praller Uniform ach machte er das ist lieb von dir zur Belohnung lachte sie weil du so hübsch pariert hast heute und nun rede was gibt es der Geheimrat schminkte nicht sagte ihr alles wie es war haarklein ohne jede Zutat und sie unterbrach ihn nicht ließ ihn reden und beichten es ist deine Schuld im Grunde sagte er ich wäre mit alledem fertig geworden ohne zu viele Mühe aber ich habe es gehen lassen habe mich nur um dich gekümmert da wuchsen der Hydra die Köpfe die böse Hydra spottete sie und nun macht sie dem braven armen Herkules so viele Schwierigkeiten übrigens deucht mich als ob diesmal der Held der Giftmolch sei und das Schlangenungeheuer die strafende Rächerin gewiss nickte er vom Standpunkt der Leute aus sie haben ihr Recht für alle ich habe mir mein eigenes gemacht das ist eigentlich mein ganzes Verbrechen ich glaubte dass du das verstehen würdest sie lachte vergnügt gewiss Väterchen warum nicht mache ich dir Vorwürfe nun sag was du tun willst er setzte ihr auseinander dass sie fliehen müssten in dieser Nacht noch man könnte ein wenig reisen sich die Welt ansehen zuerst nach London vielleicht oder nach Paris da könne man bleiben um sich mit allem nötigen zu ekipieren und dann über den Ozean quer durch Amerika nach Japan oder auch nach Indien ganz wie sie es wolle oder auch beides man habe ja keine Eile habe Zeit genug und endlich nach Palästina nach Griechenland Italien und Spanien wo es ihr Gefiele da würde man bleiben würde abreisen wenn sie genug habe und endlich würde man irgendwo eine schöne Villa kaufen am Gardasee oder an der Riviera mitten in einem großen Garten natürlich sie würden ihre Pferde haben und ihre Autos auch ihre eigene Yacht würde empfangen können wen sie wollte ein großes Haus machen er karkte nicht mit seinen Versprechungen malte in leuchtenden Farben alle verlockenden Herrlichkeiten fand immer noch ein neues und besonders reizvolles endlich hielt er inne tat seine Frage nun Kind was sagst du dazu möchtest du nicht das alles sehen möchtest du nicht so leben sie saß auf dem Tisch baumelte mit den schlanken Beinen oh ja nickte sie sehr gerne sogar nur nur fragte er rasch wenn du noch einen Wunsch hast sag ihn ich will ihn dir sicher erfüllen sie lachte ihn an so erfülle ihn mir also ich will sehr gerne reisen nur nicht mit dir der Geheimrat trat einen Schritt zurück taumelte fast hielt sich an einer Stuhllehne er suchte nach Worten und fand keine und sie sprach mit dir würde es mich langweilen du bist mir lästig ohne dich er lachte auch versuchte sich einzureden dass sie scherze aber ich bin es ja gerade der reisen muss sagte er ich muss fahren noch heute Nacht so fahre sagte sie leise ergriff nach ihren Händen aber sie legte die Arme auf den Rücken und du Alraune bettelte er ich machte sie ich bleibe er begann von Neuem flehte und jammerte sagte ihr dass er sie nötig habe wie die Luft die er atme dass sie doch Mitleid haben solle mit ihm bald sei er nun achtzig und würde ihr gewiß nicht allzu lange zur Last fallen dann wieder drohte er schrie dass er sie enterben wolle auf die Straße werfen ohne einen Heller versuche es doch war sie dazwischen immer wieder sprach er malte den bunten Glanz den er ihr geben wollte sie sollte frei sein wie kein anderes Mädchen tun und lassen dürfen was ihr beliebe kein Wunsch kein Gedanke solle sein den er ihr nicht zur Wirklichkeit umwandeln würde nur mitkommen solle sie ihn nicht allein lassen sie schüttelte den Kopf mir gefällt es gut hier ich habe nichts getan ich bleibe sie sprach es ruhig und still unterbrach ihn auch nicht ließ ihn reden und versprechen immer von Neuem aber sie schüttelte den Kopf so wie er die eine Frage tat endlich sprang sie hinab vom Tisch ging mit leichten Schritten zur Türe hin an ihm vorbei es ist spät sagte sie ich bin müde ich will schlafen gehen gute Nacht Väterchen glückliche Reise er vertrat ihr den Weg machte noch einen letzten Versuch pochte darauf dass er ihr Vater sei sprach von Kindespflichten wie ein Pastor da lachte sie auf dass ich in den Himmel komme sie stand neben dem Sofa setzte sich rittlings auf die Seitenlehne wie gefällt dir mein Bein rief sie plötzlich und sie streckte ihm das schlanke Bein weit entgegen wippte damit hin und her in der Luft er starrte auf ihr Bein vergaß was er wollte dachte nicht mehr an die Flucht und an alle Gefahr sah nichts anderes fühlte nichts als dieses erdbeerrote schlanke Knabenbein das auf und nieder wippte vor seinen Augen ich bin ein gutes Kind zwitscherte sie ein sehr liebes Kind das seinem dummen Väterchen viele Freude macht küss mein Bein Väterchen ich dreichle mein hübsches Bein Väterchen da fiel er schwer auf die Knie griff nach dem roten Beine fuhr mit irren Fingern über die Schenkel und die prallen Waden drückte seine feuchten Lippen auf das rote Tuch leckte lang darüber mit bebender Zunge dann sprang sie auf leicht und behende zupfte ihn am Ohr klatschte ihn leicht auf die Wange nun Väterchen klingelte sie habe ich meine Kindespflichten gut erfüllt gute Nacht denn reise glücklich und lass dich nicht erwischen es soll recht ungemütlich sein in dem Zuchthaus schick auch einmal eine hübsche Ansichtskarte hörst du sie war in der Türe ehe er sich noch erheben konnte machte eine Verbeugung kurz und stramm wie ein Knabe legte dabei die rechte Hand an die Mütze habe die Ehre Exzellenz rief sie und mach nicht zu viel Lärm hier unten wenn du packen lässt es könnte mich im Schlafe stören er wankte ihr nach sah wie sie hurtig die Treppen hinauflief hörte oben die Türe öffnen hörte das Schloss schnappen und zweimal den Schlüssel sich drehen er wollte ihr nach legte die Hand aufs Geländer aber er fühlte dass sie nicht öffnen würde trotz aller Bitten dass diese Türe geschlossen bliebe für ihn und wenn er die ganze Nacht über vor ihr stünde bis zum Morgengrauen bis 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 die Gendarmen kommen würden ihn abzuholen er blieb stehen regungslos lauschte hörte ihre leichten Schritte über ihm hin und her quer durch das Zimmer und dann nichts mehr dann war es still er schlich zum Hause hinaus ging barhaupt durch den schweren Regen über den Hof trat in die Bibliothek suchte nach Streichhölzern brannte am Schreibtische ein paar Kerzen an und ließ sie schwer in den Sessel fallen wer ist sie denn flüsterte er was ist sie welch ein Wesen raunte er er schloss den alten Mahagoni-Tisch auf zog eine Schublade auf entnahm ihr den Lederband legte ihn vor sich hin starrte auf den Deckel A T B laß er halblaut Alraune Tim Brinken das Spiel war aus ganz aus das empfand er wohl und er hatte es verloren keine letzte Karte hielt er mehr in der Hand es war sein Spiel gewesen er allein hatte die Karten gemischt alle Trümpfe hielt er und nun hatte er doch verspielt er lächelte grimmig genug nun mußte er wohl die Zeche bezahlen bezahlen? oh ja und in welcher Münze? er sah auf die Uhr es war zwölf vorbei spätestens um sieben Uhr würden die Leute kommen mit dem Haftbefehl über sechs Stunden hatte er noch sie würden sehr höflich sein sehr rücksichtsvoll in seinem eigenen Auto würden sie ihn ins Untersuchungsgefängnis bringen dann dann begann der Kampf das war nicht schlecht durch viele Monate würde er sich wehren jede Spanne breit den Gegnern streitig machen aber schließlich in der Hauptverhandlung würde er doch zusammenbrechen da hatte man das Recht und endlich das Zuchthaus oder die Flucht aber allein ganz allein ohne sie er fühlte wie er sie hasste in diesem Augenblick aber er wußte auch daß er nichts anderes mehr denken könne als sie er würde herumlaufen in der Welt ziellos zwecklos nichts sehen nichts hören als ihre helle zwitschernde Stimme ihr rotes wippendes Bein verhungern würde er draußen oder im Zuchthause ganz gleich war es dies Bein dies süße schlanke Knabenbein wie sollte er leben ohne dies rote Bein das Spiel war verloren er mußte aufkommen für die Zeche so wollte er sie gleich bezahlen in dieser Nacht noch keinem etwas schuldig bleiben wollte zahlen mit dem was ihm blieb mit seinem Leben und er dachte daß es ja doch nichts mehr wert sei und daß er die Partner noch betrügen würde am Ende das tat ihm wohl nun grübelte er ob er ihnen nicht obendrein noch einen letzten Fußtritt versetzen könne das wäre eine kleine Genugtuung er nahm sein Testament aus dem Schreibtisch das Alraune als Erwin einsetzte las es durch zerriß es dann sorgfältig in kleine Fetzen ich muß ein neues machen flüsterte er für wen nur für wen er nahm einen Bogen tauchte die Feder ein da war seine Schwester war ihr Sohn Frank Braun sein Neffe er zögerte der der war der es nicht der ihm dieses Geschenk ins Haus brachte dies seltsame Wesen an dem er nun zugrunde ging er wie die anderen ihn sollte er treffen ihn mehr noch wie Alraune du wirst Gott versuchen hatte der Bänger gesagt du wirst ihm eine Frage stellen so frech daß er antworten muß oh ja nun hatte er seine Antwort aber wenn er hinab mußte unerbittlich so sollte der Junge sein Schicksal teilen er Frank Braun der ihm diesen Gedanken einblies oh er hatte ja eine blitzblanke Waffe sie sein Töchterlein Alraune den Brinken sie würde auch ihn schon dahin bringen wo er selbst heute war er überlegte wiegte den Kopf grinste selbstgefällig in dem gewissen Gefühl eines letzten Triumphes und er schrieb sein Testament ohne Stocken wie bei ihm selbst endlich er lachte laut machte noch einen Nachtrag daß die Universität Erbin sein sollte falls Alraune ohne Erben sterben sollte so schloss er den Neffen für alle Fälle aus unterschrieb dann den Bogen datierte ihn nun nahm nun nahm er den Lederband las wieder schrieb die Vorgeschichte holte auch gewissenhaft alles nach aus der letzten Zeit endete mit einer kleinen Ansprache an seinen Neffen triefen von Hohn versuche dein Glück schrieb er schade dass ich nicht mehr da bin wenn du an die Reihe kommst ich hätte das sehr gerne gesehen er löschte sorgfältig die nasse Tinte klappte den Band zu legte ihn zurück in das Schubfach zu den anderen Erinnerungen dem Halsbande der Fürstin dem Alraunchen der Gontrams dem Würfelbecher der weißen durchschossenen Karte die er dem Grafen Geruldingen aus der Westentasche nahm Maskott stand darauf neben dem vierblättrigen Kleeblatt und viel schwarzes geronnenes Blut klebte herum er trat an die Gardine und löste die seidene Schnur er schnitt mit der langen Schere ein Stück herunter warf es in die Schublade zu dem anderen Maskott lachte er support bonheur pour la maison er suchte herum an den Wänden stieg auf einen Stuhl hob mit großer Anstrengung ein mächtiges eisernes Kruzifix von dem schweren Haken legte es vorsichtig auf den Divan entschuldige grinste er dass ich dich ausquartiere es ist nur für kurze Zeit für ein paar Stunden nur du wirst einen würdigen Stellvertreter haben er knöpfte die Schlinge warf sie hoch über den Haken zog daran überzeugte sich dass sie fest hielt und er stieg zum zweiten Male auf den Stuhl die Gendarmen fanden ihn am frühen Morgen der Stuhl war umgestoßen dennoch stand mit einer Fußspitze der Tote darauf es schien als ob ihn die Tat geräut habe als ob er im letzten Augenblick versucht habe sich zu retten weit offen stand sein rechtes Auge schielte hinaus nach der Türe zu und die blaue dicke Zunge hing ihm weit hinaus sehr hässlich sah er aus Ende von Abschnitt 12 mit einem ? ? ? ? ? Vielen Dank.